Vor zwei Jahren habe ich meine allererste Hardcore Welt gestartet und seitdem in den verschiedensten Welten mehr als 2000 Tage lang versucht zu überleben. Dabei habe ich viele, viele, viele Dinge gebaut, aber bin auch gestorben. Die letzten zwei Jahre waren für mich was ganz Besonderes und deshalb habe ich alles, was ich in diesen Hardcore Welten erlebt habe, für euch zusammengeschnitten. Außerdem habe ich hier ein kleines Geheimvideo versteckt, was man so auf meinem Kanal nicht finden kann, aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der ersten Hardcore Welt, mit der mein gesamter Channel angefangen hat. In Hardcore Minecraft kann man die Difficulty nicht ändern. Sie ist immer schwer und wenn man zum Beispiel von einem Creeper One-Shot stirbt, dann wird die Welt gelöscht. Mein Ziel ist es am 50. Tag zum ersten Mal den Ender Dragon zu besiegen, aber dafür brauche ich natürlich Deer Tools, Deer Rüstung, Enchantments, Potions, Villager und noch viel mehr. In der neuen Welt habe ich natürlich direkt einen Baum abgebaut und auf keinen Fall Zuckerrohr gefarmt. Dann wurde eine Holzpicke, eine Steinpicke, ein Schwert und eine Axt gestraftet. Ich brauchte was zum Knobbern, also dachte ich Pilzsuppe wäre eine gute Idee und ich habe so lange Pilze abgebaut, bis meine Axt kaputt ging. Auf dem Weg nach nirgendwo habe ich dann Sweetberries und fliegendes Gras gefunden. Das Gras musste natürlich entfernt werden. Das erste Erz, was ich gefunden habe, war Kohle und direkt daneben gab's komisches Wasser. Bevor Monsters spawnen konnten, habe ich Schafe gefunden, getötet und mich mit einem guten Gewissen in mein kuscheliges Bett gewälzt. Auf diesem Berg wollte ich eigentlich nach rechts gehen, habe mich dann aber aus Versehen nach links umgedreht und dieses Lagerfeuer gesehen. Und dafür gibt es nur eine Erklärung, ein Villager-Dorf. Unter dem Dorf gab's Zombies und neben dem Dorf eine Höhle. Bevor ich die Höhle erkunden wollte, habe ich komische Kürbisse gefarmt, einen Baum gefällt, eine provisorische Base platziert und Eisentools gefunden. In der Mini gab es noch mehr Kohle, doch bevor ich weiter erkunden konnte, wurde ich von einem Skelett belästigt und bin rausgerannt, weil ich weder Rüstung noch ein Schild hatte. Ein paar Öfen später hatte ich genau ein Eisen, um mir ein Schild zu craften. Später fand ich Eisen und einen Spinnenspawner, direkt unter dem Villager-Dorf. Weil ich nicht wollte, dass Zombies das ganze Dorf infizieren, während ich in der Höhle bin, habe ich getestet, ob es Nacht war und ich konnte tatsächlich schlafen. Also ist es jetzt Tag 3. Wer sich gefragt hat, was mit dem Skelett passiert ist, keine Sorge, ich habe es weder angezeigt noch getötet. Die Spinne hier war das erste Monster, was ich getötet habe. Nachdem ich knapp 15 Bäume gefarmt habe, wollte ich wissen, wer hier überhaupt wohnt und was verkauft wird. Ich habe so lange gebraucht, dass es wieder Nacht war und dann hat ein Villager mein Bett annektiert, aber ich konnte ihn ganz einfach in ein Boot quetschen und dann trotzdem schlafen. Am nächsten Morgen ist der zweite Villager freiwillig ins Boot gegangen und ich habe den ganzen Tag an der Base gewerkelt. Bei diesem Base-Design gibt es ein Loch, wo man nach unten springt und dann ins Wasser fällt. Und ein zweites Loch, wo Wasser fließt und man hochschwimmen kann. Der Vorteil ist, dass man so weit von der Oberfläche entfernt ist, dass Monster nachts an der Oberfläche nicht spawnen können. Deshalb muss ich keine Stunden damit verbringen, eine große Mauer um mich zu bauen, um meine Sicherheit zu versichern. Meine Villager, ja, sie gehören mir und haben keinen eigenen Willen, sollten sich vermehren. Also habe ich ihnen Brot, was ich von ihnen geklaut habe und Betten, die ich von ihnen geklaut habe, gegeben. Niemand baut Kohle ab. Ich aber schon, um meinen Toolsmith zu leveln, dem ich dann Eisen verkaufen kann, damit er mir am Ende Enchantete Dia Tools verkauft, ohne dass ich dafür einen einzigen Diamanten finden muss. Dem Toolsmith habe ich das ganze Eisen, was ich in der vorherigen Höhle gefunden habe, verkauft. Damit ist er aufgestiegen und konnte mir eine Eisenspitzhacke mit The Fishing C2 verkaufen. Mit dieser Eisenspitzhacke habe ich dann den Raum erweitert, bin aber am gleichen Tag trotzdem nicht fertig geworden. Diesmal wollte ich das Brot nicht klauen, also habe ich es vom Farmer gekauft und dem wieder zurückgegeben, damit sich die Villager vermehren können. Immer in Dreierpacks, damit kein Villager überflüssig Brot hat, weil man immer drei Brot braucht, um sich einmal zu vermehren. In einer Höhle direkt neben meiner Base habe ich einen Zombie getötet und Lappes gefunden. Dieser Trader hat mir nur Schrott verkauft, also habe ich ihn und seine Lamas vernichtet. Findet das sonst noch wer lustig? An der Oberfläche habe ich ein 9x9 Feld angelegt. Jetzt können dort insgesamt 80 Kartoffeln wachsen. Weil ich oben Terraformen musste, hatte ich unten genug Erde, damit auch die Villager ein 9x9 Feld haben und sich ständig weiter vermehren können. Am siebten Tag habe ich die ganze Zeit den Raum von den Villager erweitert. Dann habe ich Diamanten gefunden. Und was ist wichtiger als Diamanten? Kohle. Viel Kohle. Nachdem ich die Diamanten freigeräumt habe, habe ich sie immer noch nicht abgebaut. Stattdessen habe ich eine Uhr gecraftet, damit ich auch in der Base weiß, ob es Nacht ist. Und ich habe bis zum achten Tag gearbeitet und erst dann die Diamanten abgebaut. Daraufhin haben die Villager mit einem ihrer Kinder ein weiteres gezeugt. Ich glaube, wir wissen alle, wieso es weggerannt ist. Die Schafe des Schäfers mussten geschoren werden, aber bevor ich das gemacht habe, habe ich sie kurz gefüttert. Alle Ziele, die ich in diesem Spiel erreichen will, habe ich auf Schilder geschrieben, damit ich sie jedes Mal sehe, wenn ich dran vorbeigehe. Manche davon werde ich schaffen, manche aber nicht. Damit ich schnell aus meiner Base rauskomme, habe ich angefangen ein Nether Portal zu bauen. Aber weil ich natürlich Mathematik studiert habe, ist es ein Block zu klein gewesen. Also musste ich eine Dierspitzsack bauen und es nochmal abreißen. Und damit war das Nether Portal fertig. Ich meine fertig. In einer Höhle habe ich dann das Achievement, nicht heute, Dankeschön, bekommen. Und weil ich Kampfkunst studiert habe, bin ich was gestorben und musste rausrennen. Zuhause wurde ich dann von einem Iron Golem erschreckt. Und was macht man mit einem Iron Golem, wenn er dich erschreckt? Man spät ihn unter der Farm ein, damit er dich nicht tötet, wenn du ihn auch so sehend schlägst. Ich wollte eine zweite Farm, damit ich auch in meiner Base Kartoffeln farmen kann. Und dann habe ich Diamanten gefunden. Sechs Stück. Mit dem Eisen, das ich in der Höhle gefunden habe, habe ich den Toolsmith gelevelt. Aber die Diamantenschaufel, die er mir dann angeboten hat, konnte ich mir trotzdem nicht leisten. Ich habe meinen Toolsmith mit dem restlichen Eisen und drei Diers gelevelt, damit er mir eine enchantete Dierspitzakko verkauft und ich kann Enchantment Table mit Bücherregalen brauche. Die Enttäuschung war natürlich groß, als ich gesehen habe, dass das einzige Enchantment Unbreaking 2 war. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe mich gegen die Kartoffelfarm entschieden. Stattdessen habe ich eine Zuckerrauffarm gebaut. Mit der kann ich ein Librarian hochleveln und am Ende springt vielleicht ein Mendingbuch raus. Dann habe ich noch mehr Kohle gefarmt, geschlafen und eine Kuhfarm gebaut. Ihr könnt mir glauben, wenn ich euch sage, dass die Kühe in ihrem 5-5-5-Gehege sehr glücklich sind. Ich füttere sie jeden Tag und ich würde sie niemals für Bücher töten. Die Kartoffeln waren mittlerweile reif, also habe ich sie getötet und zusammen mit Weizen angebaut, damit sie schneller wachsen. Ich habe mich auf die Suche nach Kälb gemacht, aber alles was ich gefunden habe, waren Schafe, Bienen und noch mehr Schafe. Alles was ich am 12. Tag gemacht habe, war Bäume fällen. Es waren sogar so viele, dass beide Echse kaputt gegangen sind. Außerdem Kohle. Ich habe ein Wildohr gefunden, aber ich habe es nicht abgebaut, weil ich es nicht brauche und es sehr selten ist. Die Kühe, die ich niemals schlachten würde, wurden gefüttert und die Schafe des Schäfers geschoren. Weil der Bauer aufs nächste Level aufgestiegen ist, habe ich ihm Kürbisse verkauft. Dann habe ich das ganze Holz, was ich am 12. Tag gefarmt habe, in die Öfen gesteckt, damit alle gleichzeitig laufen können. Zurück an der Oberfläche wurde ich von einem Pigman begrüßt und ich habe den Konflikt friedlich gelöst, auch wenn er danach nie wieder gesehen wurde. Am Ende des Tages habe ich dann eine Kürbisse- und Malonfarm gebaut, sie ist zwar nicht automatisch, aber trotzdem gut. Jetzt stellt sich die Frage, was habe ich am 14. Tag gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich bin einfach rumgelaufen, habe ein paar Kartoffeln gefarmt, wie man da sehen kann, aber sonst wirklich einfach gar nichts gemacht. Alles, was am 15., 16. und am Anfang von Tag 17 passiert ist, werde ich mit einem Wort zusammenfassen. Creeper, erkunden, Lava, Kohle, Kürbisse, Schafe, noch mehr Schafe, ich habe keine Ahnung, wie dieses Pi oben heißt, Kühe, Boot, Kohle, Alpaka, Kürbisse, Boot, Schlafen, Lianen, Zuckerrohr, kleine Pause. Kühe, 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 riesiger Eisberg, Kohle, Eis, Eins, Kohle, Swamp, Kürbisse, Schaf, Boot, Deine Mutter. Ach nee, eine alte, kleine, verschrumpelte, nette Hexe, die mich mit Gifttrinken abschmeißt, während ich sie nicht sehen kann, weil sie unsichtbar ist und ich fast sterbe, weil sie dann einen Schadenstrank schmeißt, nur damit ich vergiftet mit einem halben Herz auf einem Boot wegfahre und ihren Kessel nicht klauen kann. Kohle, Kuh, Kohle, Kohle, Schlafen, Kohle, Ende. Also, also nicht das Video, sondern der Part, wo ich immer alles mit einem Wort zusammenfasse. Ich habe ein Blast Furnace gecraftet und die ganze Kohle, die ich an Tag 15 und 16 gesammelt habe, an den neuen Armor aufverkauft. Dann habe ich genug Schuhe gekauft, damit er auflevelt. Dann habe ich genug Kettenbessen gekauft, damit er wieder auflevelt. Alle Rüstungsteile, die ich nicht brauche, habe ich für ein Iron Nugget pro Stück eingeschmolzen. Doch während ich die Items transportiert habe, ist ein Villager fast erstickt, also musste ich die obere Reihen an Betten abbauen und habe sie auch nie wieder hinplatziert. Nach der Rettung konnten die Villager ruhig schlafen, also habe ich heimlich Weizen geklaut. Dann habe ich den Bauer nochmal aufgeweckt. Dann habe ich den Bauer nochmal aufgeweckt. Dann habe ich den Bauer nochmal aufgeweckt. Ich wollte den Bauer kein viertes Mal aufwecken, also habe ich einfach nur einen Lektern für ein Librarian gecraftet. Ist es nicht einfach toll, wenn im Hintergrund traditionelle indische Musik läuft und man einfach nur Kartoffeln farben muss? Ach ja, abgesehen davon habe ich die Kühe gefüttert und ein bisschen Terrorforming war wichtig, damit ich die Farben wieder vergrößern kann. Ich habe ein neues 9x9 Feld angelegt, jetzt können dort insgesamt 180, ne, 160 Kartoffeln wachsen. Das gleiche habe ich dann mit einem dritten Feld gemacht, jetzt wachsen dort also insgesamt bis zu 240 Kartoffeln. Mittlerweile ist das Zuckerrohr ein bisschen gewachsen. Und dann habe ich die Kürbis und Melonen, die ich gefarmt habe, an den Bauer verkauft, damit er aufleveln konnte. Ja, das Aufleveln hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, verkaufen wir jetzt Suppen. Die sind ziemlich useless, die geben dir zum Beispiel Blindness oder Poison, soweit ich weiß. Und ich habe keine Ahnung, was ich dir sonst noch geben kann, also werde ich sie nicht trinken. Gekauft habe ich sie natürlich trotzdem. Wieso? Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe die Kühe, die ich niemals für Bücher schlachten würde, wieder gefüttert. Und weil es zu viele waren, habe ich die Melonenfarm geschlagen. Haha, du hast gedacht, dass ich die Kühe geschlachtet hätte. Habe ich aber nicht. Das werde ich nie tun. Wegen den Suppen, die ich vorher gekauft habe, ist der Bauer jetzt auf maximalen Level. Er verkauft mir gesunde goldene Karotten. Und gesunde goldene Glitzermelonen. Nachdem ich sichergestellt habe, dass jeder Villager schläft, habe ich hier ganzes Weizen geklaut. Es war ein ganzes Weizen, ja! Mit Redzone habe ich versucht, dafür zu sorgen, dass beide Türen aufgehen, wenn ich einen Knopf drücke. Ähm, ja, ich bin halt aufs übelste Retarde, deshalb hat das nicht geklappt. Wenn du genauso gut Redzone studiert hast, wie ich Mathe studiert habe, dann solltest du in die Kommentare schreiben, wie das geht. Ich werde es wirklich ausprobieren und dann im nächsten 100-Tage-Teil, ähm, werden dann beide Türen aufgehen, wenn ich einen Knopf drücke. Ja, ich habe die Zuckerrohrfarm vergrößert und nein, ich habe immer noch kein Diabetes. Ich habe mir nochmal alle Ziele angeschaut. Ich kann halt nicht lesen, also bin ich aber wieder weitergelaufen. Wie bei der Kartoffelfarm, habe ich auch bei der Zuckerrohrfarm Slips platziert, damit ich nicht ins Wasser fall, ich kann nicht schwimmen, das Zuckerrohr auch nicht. Nur weil ich 50 Tage lang in Hardcore Minecraft überleben will und am Ende der Ender Dragon sterben soll, heißt das nicht, dass alles so hässlich sein muss, wie ich es bin. Dann habe ich Kartoffeln gefarmt und geteraformed. Das Wort gibt's, das steht im Duden. Das kannst du gerne nachschauen, aber bitte hör nicht auf mein Video zu schauen. Dafür kriegst du 1A-Unterhaltung mit 1A-Jokes und 1 keine Ahnung was. Ich habe übrigens meine Hohe für mich arbeiten lassen und jetzt sind es 4 Felder mit insgesamt 4 mal 80, 240 Kartoffeln. Fragt mich nicht, was ich beim Lagefeuer falsch verstanden habe. Die Kühe, wie ich niemals für Bücher schlachten würde, mussten leider geschlachtet werden, weil es zu viele waren. Die Schafe des Schäfers wurden geschoren und ich habe direkt Teppiche draus gemacht, damit ich wieder aus dem Biogehege rauskomme, wo die Kühe natürlich freiwillig sind, ohne dass sie wieder rausrennen. Hier ist interessantes, interaktives, spannendes Gameplay, wie ich Kürbisse und Melonenat playe. Nein, ich habe immer noch kein Diabetes, aber jetzt ist die Farm riesig. Versteht ihr? Riesig und die Stimme wird leiser, weil die Farm so groß ist. Ach, keine Ahnung, mir fällt einfach nichts Besseres ein. Ich bin wirklich müde. Ich sollte vielleicht mehr schlafen. Das wäre tatsächlich vielleicht eine gute Idee, aber nein. Auch hier habe ich wieder Slaps platziert. Profit, viel Profit mit den Kartoffeln auf meinem 240er-Felde. Da hat wohl jemand Wirtschaft studiert und ist wirklich sehr schlau, oder? Ja, Tag 21. Ich habe viele Echse gekauft und nicht, weil ich sie brauche, sondern weil es der einzige Weg ist, ein Weaponsmuster leveln. Sonst müsste ich Heißenschwerte für 14 Ammels kaufen und das lohnt sich aber nicht. Während fast alle Echse im Ofen zu Iron Nuggets eingeschmolzen wurden, habe ich die Base ein bisschen verschönert. Also Holz auf dem Boden und Stormbricks überall, wo kein Holz ist. Weil es einfach an die Nairobi der bestaussehendste Block ist. Außerdem habe ich die Kühe, die ich einmal für Bücher schlachten musste, wieder gefüttert und das Feld mit Kartoffeln gepflanzt. Ja, das mit dem Feld, das hat wirklich lange gedauert. Ähm, wirklich lange. Äh, nächste Sache. Ich habe ein paar Emeralds ertradet, weil ich Kürbisse und Melonen verkauft habe. Und dann habe ich die restliche Kohle an einen zweiten oder dritten. Keine Ahnung, wie viele es mittlerweile sind. Ich habe jedenfalls Kohle an einen Toolsmith verkauft. Äh, mir ist langweilig. Mir ist wirklich, wirklich langweilig. Ich habe keine Ahnung, wieso ich dieses Feld dann drehen musste. Stichwort Langeweile. Äh, ich bin außerdem wieder in die Höhle gegangen und habe erstmal einen zum Müll verwendet. Dann musste ich ihn kaputt schlagen. Danach wurde ich von einem Creeper verwendet, während ich Kohle abgebaut habe. Äh, ich habe ihn gekonnt, outplayed. Äh, so sieht's aus. Noch mehr Emerald Ore. Ich brauche es trotzdem nicht ab, weil ich es nicht brauchen, dass es selten ist. Ich wollte diesen Enderman töten, aber der ist einfach verschwunden, nachdem er um die Ecke gegangen ist. Der hackt doch. Ja, noch mehr Emeralds? Vielleicht hacke ich. Ich glaube, wenn ich auch nur ein bisschen länger auf diesen Enderman geschaut hätte, wäre ich auch so gut getotet. Hier ist Lava und noch zwei Emerald Ore. Ich werde es trotzdem nicht abbauen. Hier sind endlich beide Endermänner aggressiv geworden, also habe ich sie hops genommen, ohne auch mal irgendwas auszulassen. Tja, hier waren drei Creeper. Ich meine zwei. Äh, ich meine nur einer. Ja, und jetzt halt keiner. Ich habe irgendwie die Orientierung in der Höhle verloren und ich habe einfach nicht daran gedacht, dass ich mir die Aufnahme anschauen kann. Jedenfalls habe ich mich einfach in die Richtung von meiner Base gemeint. Die ganze Kohle auf dem Weg habe ich natürlich mitgenommen und dann in Kohleblöcke umgewandelt, weil mein Inventar zu voll war. Außerdem bin ich auf Lava getroffen, aber das war kein Problem für mich. Und auch hier ist das kein Problem für mich. Übrigens habe ich noch mehr Kohleblöcke gecraftet. Ich bin auf eine Höhle getroffen und wäre dieser Creeper auf mich gefallen, wäre es das mit den 50 Tagen Hardcore Minecraft. Jedenfalls habe ich mich mit Lava selbst outplayed und sie hat nichts gebracht. Ähm, und ich habe noch mehr Kohle gefunden. Tag 24. Ich wurde fast von einem Creeper outplayed, aber haha, ich hatte ein Schild dabei. Sonst wäre ich gestorben, weil ich immer noch keine Rüstung habe, außer einen Eisenhelm. Ich musste ein paar Skelette töten, aber dann habe ich den Spawner gefunden, ihn ausgeleuchtet und mir Koordinaten aufgeschrieben. Dadurch habe ich ja immer noch meine Orientierung nicht zurückbekommen, also habe ich mich einfach nach oben gebaut. Außerdem habe ich jetzt einen Hund. Zuckerrohr, ja. Diabetes, nein. Sehr viel Profit. Ja, tut mir leid, das Serb war ein bisschen laut, so von wegen sehr viel Profit, ne, sehr ist total laut, also viel Profit. Lustiger Joke. Ich habe zwar keinen Wert auf Rüstung gelegt, aber jetzt habe ich Diohosen. Der Weaponsmith ist jetzt auch auf dem letzten Level, aber die Items, die er jetzt verkauft, sind komplett useless, also muss ich warten, bis ich mehr Eisen habe. Diohosen sind natürlich nicht genug und außerdem will ich nicht vertatet aussehen, also habe ich jetzt auch eine Dia-Chestplate. Mit dem restlichen Eisen habe ich dann den Toolsmith gelevelt. Meine Steinhoe war mir nicht gut genug, also habe ich mir drei weitere gekauft. Diesmal waren sie aus Dias, die, ähm, die, die werden mir reichen. Die habe ich mir natürlich nur gekauft, um den Toolsmith zu leveln, andere Gründe gibt es nicht. Ich möchte auf keinen Fall vier Hose haben bei mir im Haus. Yay, wir sind bei Tag 25 von 50, aber das wird sicherlich nicht die Hälfte des Videos sein, weil ich keine Ahnung habe, wie viel ich von den anderen Tagen zeigen werde. Ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Eisen herrape, jedenfalls habe ich jetzt genug Emmels gehabt, um mir Diamond Boots zu kaufen. Die Kühe, die ich einmal oder so. Ich habe echt keine Ahnung, wie oft ich schon gestartet habe. Also, ähm, ich habe die jedenfalls gefüttert und geboxt, äh, Deutschgrammatik wurde beachtet. So sieht übrigens das Kartoffelfeld aus, ähm, es ist sehr groß, fast ein bisschen zu groß, aber zu groß gibt es nicht. Hier ein bisschen traditionell indische Musik, während ich die Kartoffeln farme. Der Bauer hat sich natürlich gefreut, um 5 Uhr aufgeweckt zu werden, damit ich ihm die Kartoffeln andrehen kann. Jetzt habe ich einen neuen Bauer, das ist einer von den besten, weil er Karotten und Kartoffeln kauft. Und das sind halt die preiswerten, preiswertenste, preiswertenste, preiswertenste Sachen, die man einem Bauer verkaufen kann. Aber was natürlich schade ist, äh, dass ich keine einzige Gerotte habe, obwohl die man, äh, wie, obwohl die, wie man sehen kann, billiger sind. Ich bin ein Retard. Äh, ich habe übrigens 13 Millionen verkauft und weil ich genug Emmels hatte, konnte ich 3 weitere rauskaufen. Hm, natürlich damit der Toolsmith auflevelte. Und ich konnte endlich ein Dierschwert und eine Dierachs kaufen. Ich hatte immer noch genug Kartoffeln, also habe ich einen auf Jobcenter gemacht und jetzt gibt es noch einen Bauer. Ich wollte nicht ineffizient sein, also habe ich nicht viele Bäume und vor allem nicht diese riesigen Bäume gefarmen, bis ich eine Dierachs bekommen habe. Ja, die ganze Stelle hier, die lasse ich ungestütten. Ganz genau. Ähm, total interessant. Äh, ja. Ich esse übrigens gerade Vollkorn-Toast mit Frischkäse und Tilsita. Also der Tilsita schmeckt zwar gut, aber der tue es irgendwie nicht und der Frischkäse ist, äh, wie immer göttlich. Äh, ich bin übrigens groß. Äh, sehr groß. Und ich hatte mal einen Kater. Der war besonders flauschig. Hat sonst noch jemand von euch Haustiere? Äh, weiter geht's. Wie immer habe ich das gefarmte Holz in die Öfen gesteckt, weil ich ja die Kohle nicht benutzen kann und die an die Villager verkaufen muss. Das mit dem Zuckerrohr macht mir immer noch Spaß. Und ich habe Glas vom Bibliothekar gekauft und die Base ein bisschen verschönert. Und ich habe Laternen platziert, damit das Ganze noch schöner aussieht. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich dieses Obsidian gebraucht habe, aber ich habe es gefarmt und in dieses Video gepackt. Äh, ich habe versucht die Naturkiste zu sortieren, aber ich bin gescheitert wie sonst noch was. Es hat gewittert und stark geregnet, also bin ich rausgegangen und draußen gab es einen Zombie, der ein Item in der Hand halten konnte. Wer es nicht weiß, manche Zombies können Items in der Hand halten und das heißt, dass sie dann nicht mehr die spawnen, ohne dass ich ein Name-Tag dafür benutzen muss. Ich habe den Zombie in ein Boot gepackt und dann nach unten gebracht. Hätte jetzt der Zombie bis zu den Villager geschafft, dann hätte ich 10 Zombie-Villager und keinen einzigen Golem, der sie verteidigt, weil ich ihn ja unter der Farm eingesperrt habe, wer sich daran erinnert. Ich habe natürlich vorgesagt und die Pressure-Plates abgebaut. Ich habe Pressure-Plates gesagt, weil ich das Wort Druckplatten lächerlich finde. Irgendwann habe ich im ganzen Prozess das Einsperren des Zombies einfach eine Enchantment-Table gecraftet und dann hat sich ein Creeper von hinten angeschlichen und der ist explodiert. Äh, der Zombie ist jetzt in einer Art Käfig und der ist außerdem in einem Boot gefangen und kann da nicht ohne eigenen Willen raus. Aber aus Sicherheitsgründen musste er halt in den Käfig. Let the magic happen. Ich habe die Kühe wieder gefüttert und nicht geschlachtet. Stattdessen habe ich mir wieder meine Kartoffeln angeschaut und über mein Leben nachgedacht. Es waren viele Kartoffeln, die ich gefarmt habe und ich musste sie bis in die Nacht wieder anbauen. Tja, jetzt habe ich eine Deerschaufel und drei weitere Deerhows. Und es hat sich bewiesen, dass es schlau war, hier eine Wand hin zu platzieren, wo nur Leute mit einem IQ von 280 und höher drüber springen können. Ich konnte den Clip zwar nicht mehr finden, aber es ist tatsächlich öfters passiert, dass sich die Vellager gegenseitig in diese Laterne reinpushen und daran ersticken. Also musste ich sie entfernen und an anderen Stellen hin platzieren. Ich habe die Zuckerrauffarm, ein bisschen vergrößert, die Kühe gefüttert, leider geschlachtet und Gitterraffarm. Ach ja, nicht vergessen, das Wort steht im Duden, also darf ich das benutzen. Dann habe ich mein Bücherarsenal vergrößert und eines der Schilde mit den Zielen abgebaut, weil ich ja mittlerweile Full-Dier-Rüstung und Tools hatte. Ich wollte eine Eisenfarm bauen, damit ich nicht nur automatische Emils verdiene, sondern auch Villager leveln kann. Dafür habe ich einen Villager an der Oberfläche gebraucht und ich habe ihn rausgelockt, indem ich ein Bett während der Nacht platziert habe. Der Villager hat natürlich jedes Mal versucht, sich schlafen zu legen und dann habe ich ihn in ein Boot gepackt. Dieser Clip, wo ich Kürbiskurren kaufe, ist natürlich besonders wichtig. Und dieser Clip, wo ich ganze 20 Melonen auf einmal verkaufe, ist natürlich auch wichtig. Ich habe außerdem vier Kürren gekauft und dieses L steht für Loser. Ich habe die Zuckerrauffarm schon wieder vergrößert und dann bepflanzt. Ich habe endlich den Villager eingesperrt, damit sein einziger Weg der Weg nach oben ist, sobald ich sein Boot kaputt mache. Weil ich Physik nicht studiert habe, habe ich nicht mal einberechnet, dass der Villager mit einer Geschwindigkeit von 3x4xT, geteilt durch M, minus die Gravitationskraft, also 9,807 Meter, durch S hoch 2, geteilt durch das Gewicht von ungefähr 70 Kilogramm und dann ist mit dem Lippelrhythmus der Dichte das Wasser produziert und dann durch Fliegeteil zu lange gebrauchen wird, um an die Oberfläche zu schwimmen, weshalb er ersticken wird. Weil ich traurig war, habe ich Kohle gefarmt und hinterher Monster gebroxt. Also, dass ich die Kühe getötet habe, weil ich immer noch traurig war, kann ich jetzt niemandem andrehen, oder? Äh, trotzdem mussten noch mehr hinterher Monster sterben. Das klingt vielleicht lächerlich, aber alles, was ich am 31. Tag gemacht habe, war Kühe oder hinterher Monster töten. Naja, ich bin halt die ganze Zeit in eine Richtung gelaufen, damit ich irgendwann nach Meeren komme, um Kelp zu finden und dafür zu sorgen, dass in dem Loch, wo man hochschwimmt und in meiner Base alles voller Wasserblöcken ist, damit ich mich dann auf die Suche nach Soulsland machen kann, damit ich das dann unten platzieren kann, damit dort ein Wasserschrudel entsteht, damit Villager schneller nach oben kommen, damit sie nicht ersticken, damit ich dann genug Villager an der Oberfläche habe, damit ich sie dann in einer Eisenfarm stecken kann, damit ich dann dann endlich Eisen habe, damit ich dann Villager auflöpfen kann. Und das war ein wirklich schrecklich langer Satz. Weil ich noch keinen Führerschein habe, habe ich mein Boot ins Nichts gefahren. Aber irgendwie, wirklich alles, irgendwie komisch, aber dann habe ich irgendwie doch noch das Meer gefunden und ganz viel Geld mit meinem Bett gesammelt und mir die Koordinaten aufgeschrieben. Äh, ich habe mich übrigens dafür entschieden, mal den Shade of Zeus zu stellen und das Wasser hat echt cool aus gesehen. Und so sieht meine Lehr-Minecraft aus. Einfach hässlich. Auf dem Weg zurück habe ich dann ein zweites Villager-Dorf gefunden und diesen komischen Baum im Sumpf, der über einem Lavasee auf einem Stein wächst. Das sind ja immer die besten Bedingungen, um zu wachsen. Irgendwann war ich auch wieder bei meiner Base. Natürlich habe ich mich erstmal um die Gühe gekämmert und das Camp platziert. Damit war das Letzte, was mir noch gefehlt hat, das Soulsland. Also bin ich in den Nether gegangen. Ich habe mich erstmal umgeschaut und weil ich keine Mirko mitgenommen habe, wusste ich wieder zurück. Das Erste, was ich dann gebaut habe, war eine kleine Plattform und mein Portal, damit ich mich gescheit umschauen kann, ohne dass ich direkt in die Lava falle. Und dann habe ich auf einer dieser Inseln dieses komische Gras-Netherholz abgebaut. Und ich habe mich gewundert, wieso sich diese Erde so langsam mit der Schaufel abbauen ließ. Es war halt keine Erde, sondern Netherack, das aussieht wie Erde und sich auch so anhört, aber keine ist. Ein bisschen Quarz habe ich natürlich auch mitgenommen. Und dann habe ich diese Lava gesehen, die nicht durch Gras fließen kann. Nachdem ich noch mehr Quarz abgebaut habe, habe ich diese Ranken gesehen oder wie auch immer sie heißen. Und ich weiß, dass sie wie leitend sind und vielleicht sogar Voll-Damage negieren. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich sage, wie ich Quarz abbaue. Während ich mich irgendwo in eine Richtung gebuddelt habe, wurde ich dann von Lava überrascht. Aber ich habe sie natürlich direkt weggeowned. Und diese komischen Pigments haben mich angegriffen. Obwohl ich keinen von ihnen geschlagen habe. Aber ich habe sie mit einem 4x1x1-Turm aus Cobblestone outplayed und dann weggebroxt. Was ich übrigens nicht wusste, ist, dass Pigments in Lava keinen Schaden bekommen. Und diesmal hat mich dieser Pigment nicht eingeriffen. Was soll das? Gut, ich habe gesagt, dass ich nicht mehr zeigen würde, wie ich Quarz da baue, aber Goldnugget-Erz ist was ganz anderes. Diesmal ist ein Pigment so auf mich zugegangen, als ob er mich schlagen wollte. Aber ich bin natürlich ruhig geblieben. Habe ihn nicht geschlagen und es hat sich herausgestellt, er wollte mich gar nicht schlagen. Gut, Quarz ist eine Sache, Goldnugget-Erz ist eine andere, aber Glowstone? Das ist der heiße Scheiß. Ich habe außerdem einen Magma-Slime, natürlich direkt weggehauen, aber nur zwei Magma-Cream bekommen. Ich habe ein Gars gesehen und während ich darauf gehofft habe, dass es mich nicht sehen würde, hat es mich angegriffen. Ich habe es natürlich direkt mit dem ersten Schlag besiegt. Außerdem bin ich runtergegangen, weil es in der Minecraft-Wiki heißt, dass man an diesen Ufern Soul-Sand findet. Aber ich habe nur Kies gefunden. Wer braucht das? Wer denkt sich, ah geil, lass mal in den Nether gehen, um Kies zu farmen. Weil ich so viel Skill besitze, habe ich einen Pigment getötet, bevor er mich auch nur einmal anhinten konnte. Ich wurde wieder von Lava überrascht und habe dann eine ganze Familie von Pigmen getötet. Heißt es Pigmenna oder Pigmans? Naja. Dann habe ich endlich auch einen Netherforgers gefunden und wurde fröhlich mit der typischen kanadischen Gastfreundschaft empfangen. Also bin ich direkt weggerannt, wieder hingerannt und habe bei meinen Blaze-Rots gefarmt. Weil ich das letzte Gas mit einem einzigen Schwertieb geknechtet habe, habe ich es nochmal versucht und dabei ist alles schief gegangen. Nach knapp drei Tagen im Nether habe ich endlich Soul-Sand gefunden und natürlich direkt so viel wie möglich mitgenommen und wurde währenddessen von einem Gast angegriffen. Ich habe ihn nach zwei Schlägen getötet. Zu Hause angekommen, wurde ich direkt von einem Skelett aus meiner Diabetes-Plantage angegriffen. Ich habe es natürlich direkt weggeowned. Wer sich gewundert hat, ich habe vorher die ganze Zeit Hentai-Monster getötet, damit ich Buchsen-Quills craften kann, weil eins davon jeweils ein Emerald wert ist. Ich mache es nie wieder, das Verkaufen dauert total lange. Dann habe ich alle Tools disenchanted und wieder enchanted. Auf meinem Schwert habe ich als Might 4 bekommen, aber das ist okay. Außerdem habe ich einen Braustand gecraftet, weil ich Potions für den Ender Dragon brauche. Draußen habe ich dann Monster mit einem Knock-Backschwert, Weckerhund und Melonen gefarmt. Nachdem die Kühe wieder gefüttert wurden, habe ich sie nicht geschlachtet, sondern stattdessen Kartoffeln gefarmt. Ich finde diese Stelle sieht mit dem Shader einfach nur hammermäßig aus. So, jetzt reicht es mit den Kartoffeln. Außerdem habe ich jetzt eine Doppelküste für Kartoffeln neben meinem Feld, damit ich nicht immer nach unten rennen muss, um meine Kartoffeln einzulagern. Alleine von der Mathematik her mache ich im Durchschnitt 6x80x3 Kartoffeln Profit pro Ernte und das wären 1440 Kartoffeln und das wären bei dem jetzigen Kurs von 26 Kartoffeln pro Emerald 55 Emeralds Profit. Weil ich auch ein Schwert mit Sharpness haben wollte, man aber kein Sharpness auf ein Schwert mit Smite enchanten kann, habe ich mir also noch eins gekauft, ist Disenchanted und mit Sharpness 4 und Knock-Back enchanted. Mit den ganzen neuen Enchantments habe ich dann viele Bäume gefarmt und meine Schaufel ging durch die Erde wie ein Messer durch die Butter. Am nächsten Tag habe ich mit der Konstruktion der Eisenfarm begonnen. Dabei musste in jede Ecke ein Bucket Wasser. Ihr könnt mir definitiv glauben, dass ich die ganze Erde hier unbedingt abbauen musste und das nicht gemacht habe, weil es mir Spaß gemacht hat. Gut, es passt zwar nicht, dass ich mitten in der Konstruktion der Eisenfarm etwas anderes zeige, aber ich habe noch mehr Kartoffeln verkauft. Danach habe ich die Betten für die Villager platziert. Weil ich ja keine Eisen mehr hatte, um die Villager mit einem Minecart zu transportieren, musste ich warten bis es Nacht war und dann ständig die Betten abbauen und wieder hin platzieren. Das Problem war, es sind natürlich Zombies gespawnt und jedes Mal wenn man einen Zombie nachts tötet, gibt es ja eine Wahrscheinlichkeit, dass eine ganze Zombie-Horde spawnt. Während ich den Zombie in den Composter debated habe, bin ich zwar fast gestorben, aber das ist egal. Alles war immer unter Kontrolle. Abgesehen davon, dass ein Villager fast Selbstmord begangen hat. Damit keine Zombie-Horden spawnen, weil ich Zombies töte, habe ich sie einfach nicht mehr getötet. Das ist ja fast so wie in der Schule, um gute Noten zu bekommen, muss man einfach gute Noten bekommen. So sieht das übrigens aus, wenn einer der Villager zu seinem Bett in der Eisenfarm läuft. Außerdem musste ich noch ein Dach bauen, damit der Zombie nicht stirbt, sobald es Tag wird. Ich bin natürlich total smart, also ist der Zombie einfach ausgebüxt, nachdem er keine Lust mehr hatte, im Composter rumzugammeln. Die Zombies, die unten rumgegammelt haben, habe ich simpel mit der Lava getötet. Und hier habe ich auf magische Weise dafür gesorgt, dass die Lava nicht fließen konnte. Meinen Bogen habe ich natürlich auch enchanted und der hat Power 4 und dann Breaking bekommen. Viel Diabetes. Gut, ich weiß nicht wieso, aber anscheinend musste ich die Lava neu platzieren. Danach habe ich die Kühe geschlagen, gefüttert und dann geschlagen, während ich sie gefüttert habe. So sieht übrigens die Eisenfarm von außen aus. Übrigens produziert die Farm jetzt schon Eisen. Ich habe oft versucht dafür zu sorgen, dass der Zombie endlich in den Composter fällt, aber irgendwann ist er dann von alleine reingefallen. Ich wollte eine Treppe zur Eisenfarm bauen, wurde aber von einem Skelett mit echten Gucci-Schuhen angegriffen. Mit dem Eisen, das ich von der Farm bekam, habe ich dann allmählich genug Hopper gecraftet, damit das Ganze automatisiert wird. Ich wollte mir meine Pfeile natürlich nicht selbst craften, also habe ich eine Fletsche erschaffen. Aber ich war nicht schlau genug, um zu wissen, dass er dir schon auf dem ersten Level Pfeile verkaufen soll. Also habe ich ihn mit Stöcken hochgelevelt. Und wenn ich ihn oft genug zum Zombie werden lasse und danach wieder heile, dann wird er mir ein Emerald pro Stock geben. Ich habe Lü Munei gemacht und Lü Laternen gekauft. Ja, außerdem hatte ich endlich genug Hopper in der Farm und dieser Zombie ist ein bisschen abgedanzt. Wisst ihr noch damals, vor 10 Minuten oder so, kommt drauf an wie lange das Video her ist, also als ich diese Stelle ungeschnitten drin gelassen habe? Tja, diesmal nicht. Ich habe darum gedacht, nicht zu schlafen, damit in den letzten Tagen vor dem Ender Dragon Fight genug Phantome spawnen, ich deren Membran kriege und solche Flight Potions machen kann. Jetzt habe ich auch noch einen Amboss und so eine Potion Verzauberungssachen Kiste, wo halt Potions und Verzauberungssachen drin liegen werden. Anscheinend habe ich auch noch einen Bauer eingestellt, damit die Nachfrage an Kartoffeln steigt, weil das Angebot zu groß ist. Ich habe einen Cleric eingestellt, damit ich nicht wie so ein Idiot Endermans farmen muss, sondern einfach Pay 5 Win Minecraft durchspielen kann. Anscheinend hatte ich genug Emeralds, also habe ich ihn hochgelevelt, indem ich Redstone gekauft habe. Ich meine, bei der Exchange Trade würde ich eine Mobfarm brauchen, um ihn mit Zombiefleisch hochzuleveln. Tja, ich hatte anscheinend immer noch genug Emeralds, also habe ich ihn mit dem Erwerb von Lapis hochgelevelt. Außerdem hat das Angebot an Lapis perfekt gereicht. Ich hatte anscheinend immer noch genug Emeralds, also habe ich ihn mit dem Erwerb von Glowstone hochgelevelt und jetzt verkauft er mir Enderperlen für 5 Emeralds. Deshalb auch der Witz vorher mit Pay 2 Win, weil das englische Wort 2 wie das englische Wort für 2 klingt, aber die Enderperlen kosten 5 Emeralds und deshalb Pay 5 Win. Der Witz ist natürlich grandios kompliziert und deshalb total gut. Stichwort Sarkasmus. Gut, ich will nicht jeden zweiten Satz mit, anscheinend hatte ich noch genug anfangen, aber anscheinend hatte ich noch genug Gold, um den Cleric hochzuleveln. Und jetzt verkauft er mir XP Bottles. Damit ich mir Goldäpfel craften kann, habe ich mir ein paar vom Bauer gekauft. Hier ein Clip, wie ich die Goldäpfel crafte. Und noch einer. Ich habe außerdem meine Schuhe disenchanted und wieder enchanted, weil Unbreaking 1 nicht unbedingt das beste Enchantment ist. Und ich habe Prod 5 und Tiefenschreiter 3 bekommen. Ich finde es lustig, dass man XP dafür bekommt, dass man XP Bottles kauft. Außerdem habe ich noch mehr Enderperlen oder halt Emeralds oder halt einfach beides gebraucht, also habe ich meine Kartoffelfelder mit einer Fortune 2 Hau gefarmt. Im Internet gibt es zwar nicht viel dazu, aber man kriegt anscheinend öfter Samen, wenn man Gras mit einer Fortune Hau abbaut. Ich meine das Enchantment gibt es ja nicht umsonst und deshalb habe ich halt die Kartoffeln damit gefarmt. Ich glaube die Hau verliert auch gar keine Durability, weil man zum Beispiel Kartoffeln damit abbaut. Ja, da habe ich gerade 1344 Kartoffeln im Inventar und sie sind kein bisschen schwer, aber Gold wert. Naja, oder halt Emeralds. Ich wollte auch meinen Helm neu enchanten, aber der war fast kaputt. Also habe ich mir einfach einen neuen gekauft, ihn disenchanted und dann habe ich richtig viele Enchantments bekommen. Ich habe mir auch Fire Protection 3 auf meine Hosen gemacht, damit ich im Nether nicht verbrenne, wenn ich in Lava falle. Vielleicht fragt sich jemand, wieso ich noch mal in den Nether muss. Tja, ich habe in den ganzen Tagen, in denen ich im Nether war, keine einzigen Netherwarzen gefunden und nicht genug Blazers gefarmt, also musste ich mich wieder auf die Suche machen. Ich hatte ja noch die Koordinaten von vorher und deshalb habe ich einfach einen Tunnel gebaut, damit ich schneller, sicher und direkt zum Netherfortress komme. An dieser Stelle hatte ich natürlich kein bisschen Angst und das vor allem wegen den Minecraft-Sounds im Hintergrund. Ich muss schon sagen, die Atmosphäre ähnelt Subnautica schon sehr stark. Irgendwann habe ich mich mittendrin dazu entschlossen, ein paar Kartoffeln zu verkaufen. Zurück im Nether habe ich mich mit einer Enderperle auf eine Insel tippet und mit einer weiteren Enderperle habe ich es aufs Netherfortress geschafft. Dort habe ich dann viele, viele Blazers getötet. Dann habe ich wieder eine Enderperle auf die Insel geschmissen, aber kurz vorm Abflug hat mich ein Widerskelett erwischt. Zuhause wurde ich dann wieder von einer Spinne angegriffen. Ich habe sie natürlich direkt weggehauen. Dann habe ich Protection und Unbreaking auf meine Chestplate bekommen. Und ich habe die Kühe aus irgendeinem Grund zweimal geschlagen, ohne sie davor zu füttern. Oder überhaupt deren Loot einzusammeln. Ich bin auch nochmal in den Nether gegangen, weil ich davor einfach vergessen habe, Netherwatson zu finden, obwohl das mal ein eigentliches Ziel war. Dort habe ich dann eine Wand hinten und vorne hingebaut, damit ich nicht aus Versehen runterfalle, weil ich zu weit nach vorne oder nach hinten laufe, weil es laggt, sobald ich den Nether betrete. Diesmal hat mich eins von diesen Schweinen nicht eingeriffen, sondern dort um angeguckt und dann wurde ich stattdessen von einem Ghast angegriffen. Den, die oder das Ghast habe ich natürlich direkt weggehauen. Auf der Insel habe ich dann eine kleine Landebahn hingelegt, damit ich, wer hätte es gedacht, mit einer Enderperle landen kann. Ich habe mich auch endlich im Netherforges umgeschaut und in ein paar Kisten ein bisschen Loot gefunden. Ach ja, Netherwatson natürlich auch. Auf der anderen Seite hätte es auch Netherwatson geben sollen, aber die sind anscheinend in der Lava kaputt gegangen. Ich habe endlich angefangen Tränke zu brauen und zuerst habe ich mir Potions of Slow Falling mit den Phantom Membranen gemacht, die ich vorher gesammelt habe. Außerdem habe ich herausgefunden, dass man Awkward Potions noch nicht verstärken kann, also müssen die erst einen bestimmten Effekt haben. Bei dem zweiten Fletcher habe ich mir dann ein paar Pile gekauft und beim Bauer ein paar Glitzermelonen, damit ich die Potions of Instant Healing brauen kann. Ich habe mir gleich sechs davon gemacht. Dann habe ich mit Glowstone die Potions of Healing stärker gemacht und mit Gunpowder dafür gesorgt, dass ich sie schmeißen kann. Ich finde es übrigens lustig, Monster mit Knockback 2 zu bekämpfen. Es dauert zwar ein bisschen länger, ist aber vor allem bei Creepern cool. Mit sechs Potions of Instant Healing, drei Slow Falling Potions, zwei Armandwasser, knapp zwei Stacks Pfeilen, einem Stack Holz und einem Goldapfel habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Außerdem habe ich mir so viele Raketen wie möglich mitgenommen, damit ich wieder zurückfliegen kann, sobald ich eine Lighter gefunden habe. Und dann habe ich ein altes Netherportal gefunden, oder wie auch immer die Dinger heißen. Und das hatte drei Goldblöcke. Dann ist mir eingefallen, dass ich in der Nähe vom zweiten Villagerdorf bin und ich vielleicht Äpfel kaufen kann, wenn ich einen Bauer hochlevel. Deshalb habe ich Zuckerrohr abgebaut. Abgesehen davon, dass es nicht genug war, kann man gar keinen Zuckerrohr in Bauern verkaufen. Aber ich habe Äpfeln in einer Kiste gefunden und habe mir damit zwei Goldäpfel gecraftet. Vielleicht hat sich jemand gewundert, hm, es gab doch drei Goldblöcke im Netherportal, wieso konntest du nur zwei Goldäpfel craften? Tja, ich habe den dritten Block anfangs übersehen und erst gewunden, nachdem ich geguckt habe, ob es vielleicht noch mehr Goldblöcke gibt. Dieses Gefängnis, wo das Endportal spawnt, war die ganze Zeit nur in diesem kleinen Spalt zu sehen. Und deshalb habe ich das die ganze Zeit übersehen. Jedenfalls habe ich dort viele, viele Monster abgeschossen und dann habe ich sie an Achievement namens Augenspion bekommen und wollte erstmal wissen, was das überhaupt ist. Dann habe ich mich zum Enderportal navigiert, die Silberfischer natürlich direkt weggeowned und deren Spawner abgebaut. Ich habe nachgezählt, wie viele Enderaugen ich brauchte. Und ich hatte genug. Alle unnötigen Items habe ich weggelegt und wie ein Dully auf Tag 50 gewartet. Initiiert super krasse Montage, wie ich den Ender Dragon besiege. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja gut, das war's mit den super krassen Edits und wenn ich auch nur einen einzigen Kommentar sehe, der sagt, dass das cringe ist, dann werde ich mich wohl heulend in deine Ecke verkriechen müssen. Gut, ich glaube jeder, der schon mal Minecraft gespielt hat, weiß, wie man die Ender Dragon bekämpft. Aber für alle, die es nicht wissen, fasse ich's kurz zusammen. Im End muss man Kristalle zerstören, weil sich die Ender Dragon an ihnen hochhält. Währenddessen spuckt ihr euch an und mit Glasflaschen könnt ihr ihre Spucker aufheben und später ein Tränken benutzen. Nachdem genug Kristalle zerstört sind, setzt ihr sich immer mal wieder hin, um euch anzuspucken und währenddessen könnt ihr sie schlagen. Jedes Mal, wenn ich an sie rangekommen bin, hat sie mich weggeschlagen und dann ist sie wieder aufgestanden, also hat das echt lange gedauert. Mitten im Fight musste ich aber gehen und meinen PC ausschalten und nachdem ich wiedergekommen bin, war sie wieder full life, also war alles vorher für den Arsch. Abgesehen davon, dass ich die Kristalle nicht nochmal zerstören musste. Die Ender Dragon ist übrigens wirklich weiblich, aber das interessiert sowieso niemanden. Also werde ich ab jetzt der Ender Dragon sorgen. Ich musste also fast alles wieder von vorn machen und es hat so lange gedauert, dass ich keine Slow Falling Potions mehr hatte. Also habe ich einfach eine unendliche Wasserquelle mit meinen Eiermann erschaffen und einen kleinen Teil des Ends mit Wasser gesichert, damit ich nicht sterbe, falls ich hochgeworfen werde. So, ich glaube, das waren genug Schläge, die ich gezeigt habe. Leider war ich zu retarded, um direkt nach oben zu schauen, nachdem ich den Ender Dragon besiegt hatte. In diesem Part wollte ich meine Rüstung mit Netherite verbessern, Raids bekämpfen und als Highlight zum ersten Mal den Wither besiegen, aber gleich drei auf einmal im Nether und ohne Totomo von Dying. Außerdem hat Urotox zum Beispiel sehr viel mehr Wert auf das Design von seiner Welt gelegt und ich möchte nicht, dass ich nur Stonebricks und Fichtenholz zum Bauen benutze, also werde ich mir überlegen, welche Blöcke ich sonst noch verwenden kann. Ich hoffe, das Intro war nicht allzu lang, aber jetzt fangen wir an mit Tag 50. Nachdem ich den Drachen besiegt hatte, machte ich mich auf den Weg in dieses Portal. Wartet kurz? Jetzt. Ich benutzte eine Enderperle, damit ich mich nicht stundenlang zur anderen Insel bauen musste. Dort baute ich dann eine Art Enderman-Farm. Naja, eigentlich platzierte ich nur Wasser, damit ich eine sichere Zone hatte, aber die Endermans sind von alleine ins Wasser gelaufen, also musste ich einfach nur warten. Dann musste ich wieder eine Enderperle benutzen, mich mit Blöcken weiterbauen und nachdem ich nochmal eine Enderperle geschmissen habe, fand ich auch endlich eine Siedlung. Dort gibt es Schiffe, aber anscheinend nicht immer und in den Schiffen eine Lytra. Das brauche ich, um schneller zu erkunden und nie wieder Fallschaden zu bekommen. Um an den Lutron zu kommen, muss man normalerweise einen Jump'n'Run abschließen, aber niemand hat mir ausdrücklich verboten, Wassereimer zu benutzen. Oben angekommen, wurde ich natürlich wieder von nervigen Schalkern begrüßt. Ich wurde so oft von ihnen getroffen, dass ich mit Leichtigkeit zum Schiff fliegen konnte, wo das Elytra lag. Im Schiff bediene ich mich an den Heilungstränken und besiegte den letzten Schalker, der das Elytra verteidigte. Der Drachenkopf an der Spitze des Schiffes ist zwar runtergefallen, weil mein Inventar zu voll war, aber wegen dem Elytra war das kein Problem für mich. Ganz oben gibt es bei den Siedlungen einen coolen Loot, also bin ich hochgeflogen und habe eine Spitzhacke mit Mending gefunden. Zurück am Portal musste ich zwei Enderperlen benutzen, weil ich, sagen wir mal, die erste nicht getroffen habe. Danach ging ich wieder in das große Portal, also in die Oberwelt, aber davor gab es diesen Endscreen und dort waren zwei Stimmen, die miteinander gesprochen haben. Zurück an der Oberwelt habe ich zwei Skelette besiegt und geguckt, wie es meinen Villagern geht. Ich habe ausprobiert, ob Endbricks gut aussehen würden und das hat mir gefallen. Weil ich von der Endsiedlung zum Portal und dann nach Hause fliegen musste, war meine Elytra schon zur Hälfte kaputt. Außerdem schrieb ich alle Ziele wieder auf ein paar Schilder und fütterte, ich meine, Boxte die Kühe. Ich habe ja davor noch nie den Ender Dragon besiegt und deshalb habe ich versucht, meine Elytra mit Leder zu reparieren. Es hat sich herausgestellt, dass ich auf Antome dafür warten musste und man das Elytra nicht direkt verzaubern konnte. Ich habe meinen Drachen als Trophäe auf die Bücherregale gelegt und aus eigener Dummheit wieder abgebaut, weshalb es sich wegteleportiert hat. Ich habe beim Eisengolem unter den Dorfbewohnern gesucht, ich habe mich runtergegraben, weil sich das Ei vielleicht in eine Höhle teleportiert hat, aber am Ende fand ich es auf meiner Werkbank. Ich verzauberte übrigens Bücher und konnte mich nicht zwischen Power 4 und Silkdutch entscheiden, aber zum Glück habe ich Silkdutch gewählt. In der Nacht habe ich ein paar Melonen, Kürbisse und Monster gefarmt. Obwohl die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, hat dieser Zombie Eisen gejobbt. Währenddessen hat die Eisenfarm schon einen Stack Eisen produziert und ich habe meine Elytra endlich mit Unbreaking 3 verzaubert. Damit sich das Drachen eigentlich wegteleportiert, weil ich es aus Versehen schlage, habe ich stattdessen den Kopf eines Drachen dorthin platziert. Als ich gelassen den Dorfbewohnern wieder beim Schlag zuschauen wollte, haben mich zwei Zombies von hinten überrascht. Einer davon hielt eine Tür in der Hand, was bedeutete, dass sie von der Zuckerraubplantage kamen. Wäre ich nicht da gewesen, dann hätte ich keine Villager mehr. Damit das Ganze nicht nochmal passiert, habe ich statt Türen Blöcke benutzt. Ich habe mich auf den Weg zum End gemacht, damit ich nochmal Endstone farmen kann. Im End bin ich fast gestorben, weil ein Element plötzlich aggressiv geworden ist. Im anderen End bin ich dann wieder auf die andere Insel geflogen und habe Endstone gefarmt. Aber das Problem war, dass ich kaum Platz im Inventar hatte. Ich bin mir sicher, dass ein paar von euch gerne sehen würden, wie ich nervige Schalker bekämpfe. Aber die sind nervig und es ist halt so, dass ich ein paar Mal schlage, dann teleportieren sie sich weg, dann werde ich von ihnen getroffen und dann darf ich erst mal 15 Sekunden lang warten. Letztendlich habe ich genug Schalker vernichtet, um mir zwei Boxen zu craften, in die ich erstmal den ganzen Müll reingelegt habe. Als ich wieder auf dem Dach der Siedlung war, bin ich zurück in die Oberwelt geflogen. Und als ich wieder in der Oberwelt war, musste ich mich über eine Schlucht bauen. Weil ich ja keine Raketen mehr hatte, war ich im Wasser oder halt zu Fuß unterwegs, um letztendlich nachts auf Creeper zu stoßen. Ich hatte auch Papier dabei, für den Fall, dass ich Gunpowder finden würde, also war ich nach kurzer Zeit wieder mit dem Elytra unterwegs. Zuhause angekommen, habe ich geguckt, ob Enderrots gut aussehen würden und das tat sie nicht. Dann reparierte ich endlich meine Elytra und verkaufte das Eisen von der Eisenfarm, die ich im ersten Teil gebaut habe. Von den Emmels kaufte ich Pfeile für den Bogen und verzauberte noch ein paar Bücher. So sieht jetzt übrigens meine Zauberbuch-Collection aus. Nachdem ich es irgendwie schaffte, mit dem Elytra nach oben zu fliegen, entschied ich mich dafür, eine dieser großen Bäume zu fällen. Bei der Eisenfarm entschied ich mich dafür, diese Treppen mit einem Fahrstuhl zu ersetzen. Und er funktionierte. An einer Stelle kommt man runter und an der anderen hoch. Dann verschündete ich alles mit Endpricks und ein Zombie-Villager kam auf mich zu. Ich hatte natürlich genug Villager, also habe ich ihn schmerzfrei entfernt. Anfangs habe ich mich gewundert, wieso jeder immer meint, dass Phantome nervig sind. Aber sie sind nervig. Alles was sie machen ist kreischen, rumfliegen, beißen, wieder wegfliegen, nerven und deine Zeit verschwenden. Alles was ich an dem Abend noch geschafft habe, war Platz für eine Monsterfarm unter der Erde freizuräumen. Das Design von der Monsterfarm war dieses typische, wo es solche Einkörungen gibt oder ein Wasserfließ, damit die Monster in die Mitte fallen. Am Abend sah das dann ungefähr so aus. Und dann musste ich noch Falltüren platzieren, die dafür sorgen, dass Monster versuchen drüber zu laufen und dann runterfallen, weil die Falltüren geschlossen sind. Ich habe außerdem noch das Loch nach unten gegraben und weil ich eine Lutra hatte, konnte ich ganz einfach wieder rausfliegen. Damit ich meine Schalkeboxen unterscheiden kann, habe ich eine davon Baku gefärbt. Im Ernst, in meinem Skript steht Baku, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, ich meine natürlich blau. In die Box werde ich hauptsächlich Blöcke zum Bauen reinlegen. Ich konnte übrigens die Farm nicht nachts zeigen, also seht ihr sie jetzt tagsüber. Ich baute das Dach mit Endbricks und vernichtete ein paar Kühe. Ich weiß nun wirklich nicht wie, aber einer der Goleums hat es geschafft, denn er war zu spawnen, also habe ich ihm zugeschaut, wie er stirbt und dann kalt er sich sein Eisen eingesammelt. Unten in der Base habe ich Zuckerroh abgebaut und über der Base entschied ich mich dafür, eines dieser Dorfhäuser abzubauen. Sie sind eigentlich nur Platzverschwendung, auch wenn sie gar nicht so schlecht aussehen, wie ich finde. Weil ich keine Endbricks mehr hatte, flog ich zum Endportal, aber auf dem Weg sammelte ich noch ein bisschen Gunnharder, damit ich genug Raketen habe. Nach geraumer Zeit fand ich endlich wieder den Eingang zur Schlucht vom Endportal und flog dann erstmal im End am Miniportal vorbei. Ich begann die nächste Insel neben dem Portal von oben nach unten abzubauen und legte die Endbricks in die blaue Schalkerbox. Damit ich mit dem Elytra einfacher zum Portal zurückfliegen konnte, baute ich eine kleine Plattform. Dann bin ich natürlich zurückgeflogen und habe an dem Dach der Monsterfarm weitergebaut. Ich musste die Monster, die schon im Loch waren, entfernen, damit ich nach unten fliegen konnte, um dort den Raum von der Monsterfarm auszuhöhlen. Als ich fertig war, gab es schon den ersten Zornbier, den ich farmen konnte. Ich wollte, dass das Ganze ein bisschen besser aussieht, also habe ich Endbricks für den Boden benutzt. Danach wollte ich einen Villager einstellen, der mir Mendingbücher verkaufen sollte, weshalb ich ständig seinen Arbeitsblock abgebaut habe. Er verkaufte mir sogar kurzzeitig Silk Touch, aber wenn ich das Buch nur einmal brauchen würde, hätte es sich nicht gelohnt, diesen Villager so zu behalten. Kurz danach habe ich wieder Silk Touch bekommen, aber dann hat es auch nicht lange gedauert, bis er mir endlich einen Mendingbuch verkaufte. Ich besänftigte ein paar Kühe und kaufte mir davon ein Mendingbuch. Es war natürlich klar, dass ich zuerst meine Elytra mit Mending verzauberte. Stellt euch mal vor, es wäre kaputt gegangen und ich müsste wieder zu Fuß stundenlang nach einer Siedlung suchen, um eine zu finden, die kein Schiff mit dem Elytra hat. Um ein bisschen mit XP vorzusorgen, hielt ich meine Elytra in der linken Hand und kaufte XP-Flaschen. Falls ihr das nicht wusstet, Rüstung heilt sich auch, wenn ihr sie tragt. Heißt, ihr braucht nicht Rüstung in der Hand zu halten. Aber bei Tools ist das anders. Wäre schon nervig, wenn man alle Tools mit Mending aus dem Inventar entfernen müsste, um ein ausgewähltes Tool zu heilen. Ich baute im Raum den Monsterfarm weiter und wollte wieder hochfliegen, was nicht ganz so gut geklappt hat. Daraufhin musste ich essen, habe es also nochmal versucht und wieder nicht geschafft. Beim dritten Mal habe ich es zwar geschafft, aber ich bin mit voller Wucht zweimal gegen die Decke gedonnert. Dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich das Kälb im Soilstein platzieren musste, damit so ein Fahrstuhl entsteht. Und der funktionierte. Ich testete nochmal den Weg nach unten und nach oben. Und es funktionierte immer noch, wer hätte das gedacht. Dann baute ich einen Weg zur Zuckerrohrfarm, damit ich von der Base aus leicht zur Monsterfarm gelangen konnte. Und dann habe ich das Ganze noch breiter gemacht, damit das besser aussieht und nicht so eng ist. Ich wollte nicht, dass Zombies in der Zuckerrohrfarm spawnen konnten, also habe ich das Ganze ausgeleuchtet. Um die Eisenfarm von der Monsterfarm abzutrennen, habe ich Stonebricks benutzt. Und dann habe ich einen Eisengolem gemacht. Haha, lustig. Ich habe in jeder Kiste nach meiner Schalkerbox gesucht, aber konnte sie wirklich nirgends finden. Naja, außer dort, wo ich sie gelassen habe. Ich hatte davor Fackeln in der Monsterfarm platziert, damit keine Creeper auf mich runterfallen. Aber jetzt, wo ich fertig war, konnte ich die Fackeln abbauen. An der Oberfläche habe ich dann hingegen Fackeln platziert, damit die Monster nicht auf der Oberfläche, sondern in der Monsterfarm spawnen. Man könnte meinen, dass die Monsterfarm funktioniert, aber um sicher zu gehen, habe ich reingeschaut und dann fast alles in die Luft gesprengt. Ich habe Weizen gefarmt und ich finde, dass das wirklich cool mit dem Shader aussieht. Dann erweiterte ich den Raum vor der Monsterfarm und ersetzte ein paar Blöcke mit Treppen, weil ich dachte, dass das cool aussehen würde. Weil ich am Ende auf der gefundenen Spitzhacke hatte, schlug ich die Monster mit ihr, um sie letztendlich wenigstens ein bisschen zu reparieren. Mit Fire Resistance Potions ging ich in den Nether und oh Magie, ich bekam keinen Schaden in der Lava. Außerdem konnte ich in der Lava hochschwimmen, was sicher damals nicht möglich war, weil ich immer gestorben bin, wenn ich in einen Lavasee in einer Höhle gefallen bin. Der Grund, wieso ich in den Nether gegangen bin, war ganz einfach. Ich wollte meine Tools und Rüstung mit Netherite verbessern. Ich sammelte natürlich auch Quarz und Gold, um meine Spitzhacke zu reparieren. Irgendwann fand ich dann noch Netherite und gleich drei auf einmal. Ich dachte, dass ich damit drei Tools verbessern könnte, habe aber trotzdem noch weiter gegraben. Ich schmiss natürlich kein Netherite weg, weil ich das später noch für ein anderes Projekt brauchen würde. Während ich dann hin und her lief, weil ich den Ausgang nicht finden konnte, fand ich noch mehr Netherite und hatte dann insgesamt sechs. Plötzlich wurde ein Enderman einfach so aggressiv und ich wäre fast gestorben. Beim Graben wurde ich von Lava überrascht, aber ich hatte immer noch die Fire Resistance Portion Intus. Ich stieß dann auf eine Höhle und als ich versuchte mit dem Elytra davon zu fliegen, hat es nicht gerade gut funktioniert. Irgendwann habe ich es dann doch raus geschafft und bin direkt zum Portal geflogen. Zuhause habe ich dann einen Teil des Netherrecks in die Kisten gelegt und den anderen Teil in die Öfen, um direkt Netherrecks zu bekommen. Danach farmte ich Melonen und Kürbisse, die ich an ein paar Bauern verkaufte. Danach farmte ich Zuckerrohr, dass ich dann eine Bibliotheka verkaufte. Ähm, ja, also wer das noch nicht wusste, in der ersten Klasse war ich mal in einem Leserwettbewerb und dort habe ich auch reingeschissen, weil ich Bibliotheka nicht lesen konnte. Und der Bibliotheka, wo Magie ich kann wieder lesen, der mir schon ein Wendingbuch für 32 Emeralds anbot, verkaufte mir jetzt auf einmal ein Wendingbuch für 8 Emeralds. Ich nutzte natürlich die Chance und kaufte eins. Ich verdiente noch mehr Emeralds mit Eisen und entschied mich dafür, eine neue Spitzsacke zu kaufen. Rückblickend hätte ich bei der alten Spitzsacke bleiben sollen, aber sie war ja schon fast kaputt und ich wollte keine XP damit verschwenden, sie zu reparieren. Ich bekam direkt Efficiency 4 und Unbreaking 3 und kombinierte die Spitzsacke mit einem Wendingbuch. Ich wollte sie mit Netherite verbessern und bemerkte schnell, dass ich mir das falsch vorgestellt habe. Man braucht 4 Netherite Scrap, um einen Netherite Ingot herzustellen und damit ein Tool oder Rüstung zu verbessern. Mir fiel kein Name für die Spitzsacke ein, also nannte ich sie, mir fiel kein Name ein. Während ich an der Oberfläche gucken wollte, was der Wanderigen Trader verkauft, wurde ich von einem Skelett gestört, das ich entfernt habe. Zurück im Nether trank ich einen Feuertrank, farmte Netherrack, Quarz, noch mehr Netherrack und traf endlich auf Nether rein. Am Portal baute ich eine kleine Landerplattform, damit ich leichter landen kann. Ich hatte so viel Netherrack, dass seine Doppelkiste schon voll war. Ich fand endlich heraus, dass Betten im Nether explodieren. Ich mein, wer hat schon mal versucht, im Nether schlafen zu gehen? Und wenn, wieso? Damit es in der Hölle endlich Tag wird und sich das Lava in Wasser verwandelt? Ich fand zusätzlich ein altes Netherportal und hab dann einfach so einen Strider geschlagen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die wirklich so heißen. Und auch weniger sicher bin ich mir dabei, wieso ich um meinen Apple-Sider-Winniger denken muss, wenn ich diese Dinger sehe. Ich probierte endlich das mit den Betten aus und egal wie oft ich es versuchte, ich fand kein Netherite. Außerdem konnte man sowieso nie was sehen, weil alles immer gebrannt hat. Auf dem Weg zurück hab ich mich dann auch noch verlaufen, weshalb ich erstmal eine Weile graben musste. Ich hatte keine Feuertränke mehr und bin fast in der Lava gestorben. Hab sie aber zugebaut, wieder aufgebaut und musste einen Goldapfel essen, um gerade noch so zu überleben. Ich musste mich weitergraben und als ich meine Lydro benutzen musste, hab ich es nicht geschafft. Hab dann Schaden bekommen und es irgendwie doch noch geschafft. Ich bastelte mir gleich zwei Netherite Ingots, die ich noch nicht benutzen wollte. Ich schaute bei der Monsterform vorbei und es gab kein einziges Monster. Als ich dann nachschauen wollte, ob ich vergessen hatte, Fackeln abzubauen, gab es dann doch Monster. Was bedeutete, dass die Monster despawnten, während ich in die Basis und dann in den Lootroom ging. Es wurde nervig, ständig Blackout abbauen zu müssen, also hab ich Eisentüren benutzt und das Ganze mit Glas verschönert. Draußen wurde ich dann wieder von nervigen Phantomen genervt. Als ich endlich sicher war, konnte ich damit anfangen, das zweite Haus abzubauen. Aber nein, nervige Phantome! Ich schaute wieder bei der Monsterform vorbei, um meine Vermutungen zu überprüfen und ja, ich hatte Recht. Noch eine Sache, die nicht funktionierte, dieser Knopf auf Glas. Ich machte mich wieder auf den Weg zum End und baute endlich eine Landeplattform. Dort farmte ich dann so einiges an Endstone, damit ich nicht zum 33. Mal in den End fliegen musste. Wer hätte das gedacht? Danach machte ich mich wieder auf den Weg nach Hause. Ich fange an mit der Konstruktion einer Monsterfarm an der Oberfläche, die dann hoffentlich wirklich funktionieren würde. Weil die Monsterfarm nicht hässlich sein sollte, benutze ich Endpeak Trappen, damit das Ganze nicht so blöckig von unten aussieht. Wer hat mich als nächstes besucht? Nervige Phantome, die mich genervt haben. Danach wollte ich zwar ein bisschen weiter bauen, aber guess what? Nervige Phantome, die nerven! Am nächsten Morgen wurde ich dann endlich mit den Einkerbungen fertig. So sieht das Ganze von unten aus. Damit das Ganze nicht so monoton aussieht, habe ich auch Stonebrick Trappen benutzt. Dann baute ich eine Wand, aber naja, ich habe mich leicht verbaut, also musste ich einen Teil wieder abreißen. Danach konnte ich mit dem Boden anfangen und dann fing ich an die Mauer zu bauen, damit ich das auf keinen Fall falsch bauen konnte. Das Dach baute ich aus Stonebrick Slabs, weil ich keine Lust hatte Endstone zu verschwenden und das sowieso niemand sehen würde. Ich musste wie auch vorher Falthirn platzieren und aufmachen. Und wieso, habe ich ja schon vorher erklärt. Und so sieht das Ganze von unten aus. Sieht hier jemand irgendwo Stone Slabs? Nein? Dann ist ja gut. Unten brachte ich dann das total komplizierte Hoppersystem mit den Truhen an. Ich begann auch damit, die Gänsefläche zu beratigen. Und siehe da, es dauert gar nicht lange, bis sich schon die ersten Skelette für meine Deer, ich meine natürlich Netherage, bezackt geopferten. Um statt Slabs rote Teppiche zu benutzen, musste ich mit Bone Meal Poppies anzüchten, bis mir einfiel, dass ich hier einfach das Blut der gefallenen Eisengolems nehmen konnte. Hier, schaut mir zu, wie ich ganz viele Stacks an Eisen verkaufe. Das erste, was mir am 69. Tag passierte, war es, dass mich dieser Eisengolem schlug, anstatt in die Tiefen der Eisenfarm zu fallen. Danach fange ich an, diesen riesigen Baum abzubauen, nur um zu bemerken, dass die Mobs teilweise an Fallschaden zugrunde gingen. Ich ersetze die Teppiche wieder mit Slabs und in der Nacht machte ich mich wieder ans Werk, um eines dieser Grundstücke zu entfernen. Und wer glaubt zu wissen, was passiert ist? Phantome! Sie sind so unnötig und bringen wirklich gar nichts. Ich habe es schon mal gesagt und ich werde es nochmal sagen. Sie sind eine Zeitverschwendung. Alles, was sie machen, ist entweder deine Zeit klauen, indem die sich die ganze Zeit angreifen und dich zwingen, sie zu bekämpfen, oder sie schänden deine Zeit, weil du schlafen gehen musst. Während ich einfach so in den Inventar schaute, fiel mir auf, dass ich von einem dieser Zombies eine Karotte bekommen hatte. Sie ist zwar nichts mehr wert, weil ich nur noch Eisen- und Zuckerrohr farme, um an Emeralds ranzukommen, aber ich vermehrte sie ein bisschen. Und was kam dann? Phantome! Das hier ist der Superofen 9000. Ich zeige ihn später von der Seite, damit ich alles besser erklären kann. Ich farmte natürlich wieder Weizen, fütterte die Kühe, besänftigte die Kühe und fütterte die Kühe. Der Superofen 9000 hatte nur einem Tag fast 5-6 Netherbreaks geschmolzen. Mit XP-Flaschen vom Cleric sorgte ich dafür, dass meine Spitzhack wieder vollkommen repariert war. Danach entfernte ich ein paar Creeper. Jetzt erkläre ich den Superofen 9000, also bitte mitschreiben. Ganz oben liegt Holz, das wird von oben in den Ofen geführt, der dann von der Seite Holzkohle bekommt, damit er noch mehr Holzkohle produzieren kann. Die Holzkohle geht dann raus in diese Küste und wird dann wiederum von diesem Trichter von der Seite zum Ofen geführt. Dieser Ofen bekommt dann vor oben Netherreak und die daraus entstehenden Netherbreaks kommen in diese Küste. Auf der anderen Seite ist alles gleich, der Ofen ist ja symmetrisch. Ich wollte Katzen an den Ecken meiner Mobfarm haben, damit Creeper in die Einkerbung gerannt. Also bin ich fischen gegangen. Währenddessen ist mir eingefallen, dass ich den Kabel ja auch einfach mit der Hand oder dem Bogen oder halt dem Schwert sammeln könnte. Danach verzauberte ich einen neuen Helm, weil mein Ofen fast kaputt war und bekam nur Protection 4. Ich füllte außerdem den Ofen 9000 mit Netherreak auf und bastelte mir ein paar Goldäpfel. Ich konnte mich daran erinnern, dass es im zweiten Dorf noch Katzen gab. Also bin ich losgeflogen, habe Äpfel stibitzt und mich zum ersten Mal in diesen Part schlafen gelegt, damit keine Mobs spawnen und die Dorfbewohner vernichten. Draußen gab es das hier. Habt ihr es gehört? Ich mache es lauter. Das ist süß. Ich folgte dem Sturren und Miauen und schaute es auch endlich, die Katze für mich zu gewinnen. Sie legte sich teilweise auf die Betten, die ich dann abbauen musste. Ich fand wirklich sehr schnell eine zweite und sie entschieden sich dafür, ein kleines Kätzchen auf die Welt zu bringen. Ich flog nach Hause, ohne zu wissen, dass Katzen einem nicht folgen, wenn man sie nicht an der Leine hält. Auf dem Weg nach Hause fand ich noch ein Dorf und eine Katze und Schweine und Pferde, die direkt ausgebüxt sind. Später fand ich dann noch ein Wassertempel, den ich später brauchen werde, um später im späteren dritten Part alle Achievements zu sammeln. Ich weiß nicht mehr wieso, aber ich legte mich zum zweiten Mal in diesem Part schlafen. Eigentlich ist das gar nicht das zweite, sondern das neunzehnte Mal, weil ich ja davor 17 Betten gecraftet habe, um Netherite zu finden, aber wirklich durchgeschlafen habe ich nur zweimal. Wie soll man das auch in der Hölle tun, wo die Betten so ungemütlich sind und einfach so explodieren? Ich flog weiter, bis ich schließlich auf ein gesunkenes Schiff und ein Eisbjum stieß. In der ersten Kiste fand ich cooles Zeug und in der zweiten nicht ganz so cooles Zeug, aber insgesamt hat es sich gelohnt, weil ich eine Schatzkarte fand. Ich wollte mal die coolen Eisbären auschecken, aber die fanden es nicht so cool und haben sich direkt angegriffen gefühlt. Also habe ich sie direkt angegriffen. Ich schaute mir den Eisberg von unten an und er sah auch ziemlich cool aus, aber dann hat sich die Angst vor tiefen Gewässern aktiviert und ich wollte schnell wieder raus. Klingt lächerlich, ist es auch, aber deshalb spiele ich auch kein Subnautica. Ich flog wieder weiter und mir fehlen den Einstellungen auf, das RAM benutzt wird, um die Chunks in das Spiel zu laden, also sorgte ich schnell dafür, dass Minecraft 20 statt 2 GB RAM hat und die Welt loote in einer statt 5 Sekunden. Ich erinnerte mich an die Schatzkarte und machte mich auf den Weg, aber davor entdeckte ich noch ein altes Nether-Portal und bediente mich daran. Nachts farmte ich Mobs, um an das nötige Gunpowder ranzukommen, welches ich zum Fliegen brauchte. Ich stieß außerdem auf ein weiteres Dorf und musste mich erstmal schlafen legen, damit die Zombies nicht das ganze Dorf überrennen. Am nächsten Morgen musste ich die restlichen Mobs töten, die noch überlebt hatten. Das Dorf war mir nicht wirklich wichtig, aber nachdem ich eine Katze fand, notierte ich mir die Kondiaten. Ich fing an, endlich nach dem Schatz zu suchen, aber ich war ziemlich weit weg, weil ich die Schatzkarte ganz am Anfang bei den Eisbären und dem versunkenen Schiff fand. Fast direkt als ich anfing, den Schatz auszugraben, sah ich schon die Kiste. Dort gab es zwei Diamanten, aber das Wichtigste war das Herz des Meeres. Damit kann ich ein Conduit bauen. In der Nähe des Conduits bekommen Mobs im Wasser Schaden und ich habe unendlich Sauerstoff. Ich flog wieder zurück nach Hause und schaute bei der Mobfarm vorbei, wo ich dann Slabs platzierte, damit die Mobs nicht runterfallen können, ohne in den Einkerbungen gewesen zu sein. Ich hatte vor, das Haus neben den Kühen abzureißen, also musste ich ein paar von ihnen entfernen, weil sie zu viele wurden. Anschließend würde ich sie in ein neues Gehege führen und dann das Haus abreißen. Damit ich das Fleisch nicht braten musste, wollte ich Lava benutzen. Ich wusste, dass ich auf keinen Fall die Lava auf dem Boden platzieren durfte, aber ich wusste nicht mehr wieso, also habe ich es doch gemacht. Die Kühe liefen wieder wild durcheinander und aha, es fiel mir ein. Ich konnte die Lava nicht mehr einsammeln, weil ich zu dessen die Kühe molk. Wie es sich in der Mitte des Parts gehört, fälte ich einen riesigen Baum. Ich hatte das Gehege schon am vorherigen Tag fertig gebaut, aber ich entschied mich dafür, es um einen Block nach unten zu verschieben, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Es war eigentlich unnötig, aber ich platzierte eine Schicht Erde, damit auch die Kühe Gras haben würden. Ich meine, Leder produzieren sie auch ohne Gras und Milch genauso, aber ich habe da im Moment überhaupt nicht dran gedacht. Zuletzt platzierte ich die Zäune einen Block weiter nach unten und auf den Zäunenteppiche, damit ich einfach aus dem Gehege raus kann, ohne den Kühen auch nur eine Chance zu geben, dass sie auspüxen können. Als alles fertig war, nahm ich Weizen in die Hand, befreite die Kühe und brachte sie in das neue Gehege. Ich habe direkt mit dem zweiten Gehege angefangen, wo ich dann die Schafe reinlassen könnte. Damit hätte ich gleich beide Nutztiere nebeneinander und könnte das Haus des Schäfers, wo die Schafe normalerweise geschoren werden, auch abreißen können. Natürlich gab es auch einen Baum im Gehege der Schafe, den ich dann auffällte. Als letztes führte ich die Schafe in das Gehege, benutzte die Schere und platzierte gleich zwei Doppelküsten, wo ich dann den jeweiligen Loot reinlegen könnte. Der Tag fing damit an, dass ich ein paar Betten für die Villager platzierte. Danach könnte ich die unnötigen Villager nach oben schicken und eine zweite Eisenfarm bauen. Ich versuchte mit Hilfe von Lava eines der Häuser niederzubrennen, es wollte aber kein Feuer fangen. Nachdem ich es mit der Lava von oben versuchte, funktioniert das auf einmal und sah dann ungefähr so aus. Ach, ist es nicht schön, ein Pyroman zu sein? Damit sich die Dorfverbunden nicht gegenseitig daran behindern, Eisengolems zu produzieren, ersetze ich das Glas mit Stonebricks. Danach räumte ich die Fläche von der zweiten Eisenfarm frei. Ich hatte mal wieder nicht genug Endstone, also musste ich die Stellen, die man sowieso nicht sehen würde, mit Endbrickslabs ersetzen. Schließlich grub ich auch das Loch, wo der Eisengolem unterfallen sollte. Diesmal so tief, wie es eigentlich sein sollte. Wenn Villager Angst wegen einem Zombie haben, dann suchen sie nach einem Eisengolem und wenn sie keinen finden, dann spawnen sie einen. Wenn sich dieser Eisengolem mehr als 20 Blöcke entfernt, dann fangen die Villager wieder an, Angst zu haben. Heißt, bei der ersten Farm spawnt der nächste Eisengolem erst, wenn der erste verbrannt ist. Bei der zweiten Farm spawnt der nächste Eisengolem, sobald der erste runtergefallen ist. Als ich fertig war, konnte ich dann wieder meine Litro verwenden. Unten platzierte ich dann die Hopper und die Schilde, die dafür sorgen, dass die Lava nicht runterfließt. Diesmal war es mir komplett egal, wie das hier unten aussieht, also benutze ich Bruchstein statt Endbricks. Vielleicht, aber auch nur, weil ich keine Lust hatte, zum zehnten Mal in den End zu fliegen. Ich hatte die nötigen Materialien für einen Fahrstuhl immer in der schwarzen Schalkerbox parat, also fing ich damit an. Abgesehen davon, dass ich rausfliegen musste, um dann das Wasser von ganz oben zu platzieren. Aber vorher entschied ich mich dafür, endlich das Haustück hier abzureißen. Und siehe da, der Fahrstuhl funktioniert. Mitten im Schafsgehege platzierte ich einen Dirtblock unter einer Falltür. Das wird später dafür sorgen, dass Gras auch in der Mitte wächst, auch wenn jeder andere Grasblock aufgegessen wurde. Ich bastelte noch mehr Betten, um noch mehr Dorfbewohner später zu haben. Damit sie auf jeden Fall etwas zu essen haben würden, schmiss ich nur so um mich mit dem Brot. Und alle standen nach der Reihe auf und ratten hin und her, um das Brot zu bekommen. Sonst bekommen sie kein Essen und müssen damit leben, was ihnen die inkomponenten Bauern anbieten. Ich traf mal wieder auf einen Pigmen und löste den nicht vorhandenen Konflikt wieder mal friedlich. Über der Eisenfarm platzierte ich dann noch einen Komposter, wo der Zombie reinfallen sollte. Und Falltüren, durch die der Zombie fallen sollte. Ich fiel selbst hinein, was die Effektivität der Falltüren zeigte. Ich analysierte nochmal die erste Eisenfarm und platzierte dann die Betten in der zweiten. Damit ich noch mehr Eisen auf einmal verkaufen konnte, platzierte ich noch einen Grindstone für einen Weaponsmith. Um den Weaponsmith zu leveln, verkaufte ich ihm Kohle und schließe ich Eisen. Ich entzauberte ein Deer-Schwert, verzauberte es mit Knockback 2, entzauberte das Deer-Schwert und zauberte es mit Smite 4, Unbreaking 3 und Knockback 2. Vor allem Smite 4 war wichtig, weil ich damit die Wither-Skelette sehr viel schneller vernichten könnte. Ein Netherite-Schwert mit der Smite 5-Verzauberung ermöglichte es, einem Wither-Skelette mit einem Schlag zu vernichten. Außerdem nannte ich das Schwert, ich versuche in 100 Tagen drei Wither... Ich glaube, ihr wisst ihr so. Danach farmte ich noch Zuckerrohr und verkaufte das Papier an einen Librarian. Mit den übrigen Emeralds kaufte ich mir noch Hikespear-Fläschchen. Dann leuchtete ich die Gegend noch ein bisschen aus und als ich in diese Höhle gehen wollte, waren da gleich vier Creeper auf einmal. Ich hab natürlich meinen E-Bogen benutzt. Wieso E-Bogen? Wieso steht da hinter... Ich hab meinen Bogen benutzt, okay? Ich ging in die Höhle, leuchtete sie aus und kam am anderen Ende wieder raus. Ich traufe auf noch mehr Creeper, die ich wohlgemerkt erledigte und ging immer tiefer und tiefer und tiefer in die Höhle, bis ich an die Stelle kam, die ich schon kannte. Heißt, die Höhle auf dem Berg und die Höhle neben meiner Base waren verbunden. Ich rannte die ganze Zeit durch die Gegend und leuchtete alles aus. Ich bekämpfte ein paar Monster, fand einen Raum voller Erde, bekämpfte noch mehr Monster und fand einen Zombie-Spawner mit Schallplatten. Ich traf auf eine Schlucht, wurde von Mobs überrannt, lief einfach so in Lava und troff bei diesem Lavasee auf meinen Tod. Haha, nee, Spaß, ich traf auf Diamanten und wollte sie nicht abbauen, weil ich keine Fortune-Spitze bei mir hatte und ich die Diamanten sowieso nicht brauchte. Ich traf mal wieder auf einen Creeper, der vor Freude nur so platzte, weil er endlich wieder jemand Neues kennengelernt hat. Dann gab es wieder eine Horde an Monstern, die alle zu mir wollten und weil ich keinen Bogen hatte, musste ich alles mit dem Schwert lösen. Wie vorher explodierte wieder ein Creeper in meiner Nähe, diesmal aber hinter mir und ich aß zur Sicherheit einen Goldapfel. Ich buddelte mich wieder weiter nach oben und nach einiger Zeit konnte ich auch schon Kühe hören. Nachts mobbte ich wieder einen Zombie und als ich ihn freibuddelte, stellte es sich heraus, dass er eine Traptor in der Hand hielt. Das bedeutete, dass ich wieder keinen Name-Tag benutzen musste, damit der Spawner nicht dispawnt. Guess what, Phantome haben wieder genervt und ich habe zwei Fletcher-Blöcke platziert, damit ich zu jeder Zeit genug Pfeile kaufen kann. Ich baute an der Eisenfarm weiter und fiel runter. Dann sprang ich aus Versehen in die Lava und hätte ich kein Wasser dabei gehabt oder hätte zu langsam reagiert, dann wäre diese Geschichte wahrscheinlich vorbei. Ich flog dann wieder heraus und baute an der Eisenfarm weiter, als wäre nichts geschehen. Ich entschied mich allerdings dafür, die Betten an eine andere Stelle zu platzieren, damit beide Farmen in die gleiche Richtung gucken und die Dorfbewohner von der zweiten Farm nicht auf die Eisengullums von der ersten Farm schauten. Diesmal konnte man den Unterschied zwischen beiden Mobfarnen noch deutlich spüren. Jetzt kommt der Part, auf den alle gewartet haben. Ich nahm ein Namensschild, gab meinem namenlosen Hund als Belohnung für die Treue etwas zu essen und nannte ihn Gert Heidewutz den Kuhlen. Ich verzauberte viele Bücher und bekam irgendwann Looting 3. Das brauche ich, damit die Wither-Skelette eher in Wither-Skull droppen. Ich konnte die Villager endlich nach oben schicken, also fing ich an, indem ich den Fletcher aus dem Bett schubste und es klaute. Ich führte ihn langsam zum Fahrstuhl, fuhr noch langsamer im Rückwärtsgang und schlug ihn, damit er in den Fahrstuhl rennt, aber es klappte nicht. Ich baute also eine Mauer, schlug ihn nochmal und diesmal klappte es. Oben musste ich dann wieder die Betten abbauen, damit der Dorfbewohner allmählich in Richtung Eisenfarm läuft und gleichzeitig musste ich ihn auch noch von Zombies beschützen, damit er nicht wie ein Idiot im Kreis rumrennt. Ich wiederholte die ganze Prozedur mit dem zweiten Dorfbewohner, musste aber nervige Phantome währenddessen besiegen. Wer hätte es gedacht, ich wiederholte das Ganze mit dem dritten Villager und er schaffte es gerade noch so sich hinzulegen, bevor der nächste Tag beginnen würde und er dann zum Beispiel nach einem Komposter suchen würde, um ein Bauer zu werden. Ich musste die zweite Eisenfarm um einen Block nach unten verschieben, weil sie sonst nichts produzieren würde. Okay, ich kann den Satz überhaupt nicht schnell aussprechen, also sack ich ihn langsam. Nebenbei habe ich danach noch das Dach gebaut, damit der Zaube nicht wegbrennte. Weil ich Betten über den Betten platziert hatte, konnte ich die unteren Betten abbauen und einen Block weiter unten platzieren. Manche Monster kratzten immer noch bei der Monsterfarm ab, also dachte ich, dass es nur daran liegen könnte, dass sie immer noch irgendwie zu weit runter fielen. Ich versuchte das Ganze zu fixen, indem ich die Kanten abbaute und Schilder platzierte, damit das Wasser nicht in die Mitte fließen konnte, wo dann die Mobs schwimmen würden, statt runterzufallen. Unten farmte ich ein paar von ihnen und in der Nacht konnte ich endlich die oberen Betten abbauen, weil sich die Villager direkt wieder schlafen legen würden. Und ratet mal, wen ich hier zum zehnten Mal erwähnen werde? Phantome. Während ich die Slabs platzieren wollte, damit die Villager zwar nicht wegrennen, aber den Zombie sehen können, rannten sie im Kreis herum, weil es in der Nähe einen Zombie gab. Und dann wurde ich einfach so von einem Skelett gestört, weshalb ich es entfernt habe. Das letzte, was ich da noch an dem Tag machte, war, es ein paar Bücher zu entzaubern, die ich sowieso nicht brauchen würde. Am nächsten Morgen funktionierte die Eisenfarm, aber dieser Eisengolem spawnte auf dem Hügel, weshalb er den Zombie anfangs ich sehen konnte und dann vielleicht weit genug oben war, um an den Zombie ranzukommen, weshalb ich mich dafür entschied, den Hügel zu entfernen. Ich fiel mal wieder runter, schaffte es aber noch, das Elytra zu benutzen, weshalb ich sehr viel weniger Fallschaden bekam und dennoch in die Lava flog. Nebenbei begrüßte ich einen weiteren Eisengolem, der sich für mich opferte. Ja, die Eisenfarm funktionierte zwar, war aber immer noch einen Block so hoch, also musste ich die Betten wieder um einen Block nach unten verschieben. Weil ich noch nicht fertig war, schaffte es, einen Eisengolem an der Ecke des Käfigs zu spawnen. Ich versuchte ihn anfangs mit dem Bogen wegzustoßen und obwohl das nicht ganz so gut funktionierte, starb der Eisengolem ziemlich schnell. Mir fiel ein, dass ich die Fackeln in der Mobfarm immer noch nicht entfernt hatte, also entfernte ich sie. Ich flog runter und weil ich zu schnell geflogen war, überlebte ich gerade noch so mit einem Herz. Auf dem Weg zum zweiten Dorf wegen den Katzen, traf ich auf die hässliche Hexe, die mich im ersten Part fast getötet hätte. Ich entfernte sie und wollte die Katze für mich gewinnen, weil sie von ihrem Besitzer im Stich gelassen wurde. Ich hatte keine Fische dabei, also bastelte ich mir eine Angel und während ich anfing zu fischen, wurde es schon dunkel. Ihr wisst bescheid, ich wurde wieder von Phantomen begrüßt und danach baute ich mir eine kleine Plattform, auf der ich ungestört fischen konnte. Die Angelschnur kann übrigens durch die Erde und wie süß dieses Spiel, weil man nicht mehr weiterspielen kann, nachdem man einmal abkratzt, so unrealistisch. Außerdem habe ich wieder diesen Baum gefunden, der über einem Lavaseer auf einem Stein wächst. Nachdem ich genug Fische gefischt hatte, suchte ich nach der Katze, doch man stattdessen einen aggressiven Enderman, von dem ich erstmal wegfliegen musste. Ich dachte, dass die Katze vielleicht in der hässlichen Hütte der Hexe sein würde, aber dort war sie nicht. Stattdessen klaute ich endlich ihren Kessel und nahm ihn als Sophie mit. Ich suchte überall nach der Katze, doch konnte sie nicht finden. Wartet kurz, habt ihr das gehört? Die Katze muss aus Versehen in die Höhle gefallen sein und ich hörte sie auch nochmal. Ich ging immer tiefer, bekämpfte sogar Monster, ging noch tiefer, doch konnte sie nirgends finden. Ich musste ansehen, dass ich sie nie finden würde, weshalb ich wieder weiterzog. Zurück im Dorf nahm ich sogar meine Fische in die Hand, aber die Katzen wollten mir trotzdem nicht folgen. Nachdem ich kurz gegoogelt hatte, flog ich wieder zurück nach Hause, um Leinen mitzubringen, weil dies der einzige Weg war, Katzen mitzunehmen. Ich flog wieder zum Dorf, probierte aus, ob man Leinen auf Dorperwohnen benutzen konnte, zum Glück nicht. Bei Eisengolums ging's dann wieder und bei den Katzen natürlich auch. Ich nahm sie mit durch den Sumpf und sie waren sogar willig, im Wasser zu schwimmen. Ich erinnerte mich daran, dass mir mal Lamas hinterhergeflogen sind, als ich im Kreativmodus Leinen benutzt hatte, also dachte ich, es wäre eine gute Idee, das Elytra zu benutzen, weil das Ganze viel schneller sein würde. Ich bin gerade nochmal durch die Aufnahmen gegangen und es hat doch geklappt, da kann man die Leinen und die Katzen sehen. Heißt, die Katzen sind zwar mitgeflogen, aber weil ich wegen den Raketen so schnell war, sind die Leinen gerissen und die Katzen runtergefallen. Ich habe allerdings nicht gehört, dass sie Fallschaden kassiert haben, weshalb ich gar nicht erst dachte, dass sie mitgeflogen sind. Das habe ich aber erst jetzt im Nachhinein gemerkt, also weiß ich nichts davon im Kommentar. Spoiler, es hat nicht geklappt und ich konnte auch keine Leinen an den Katzen sehen. Ich baute sogar einen kleinen Turm, um nach den Leinen zu suchen, konnte sie aber nirgends finden. Stattdessen fiel mir auf, dass mir die Katzen auch so hinterher liefen, also nahm ich an, dass die Leinen irgendwie nicht da waren, aber irgendwie schon. Ich habe mich aber nicht beschwert, weil das meine einzigen Leinen waren und ich machte mich einfach auf den Weg. Ich flog auch immer mal wieder ein bisschen mit dem Elytra und weil alle Katzen mitkamen, flog ich einfach in kleineren Abständen. Ich donnerte mehrmals gegen einen Berg, aber das waren es mir die Katzen wert. Zuhause buddelte ich ein kleines Loch für die Katzen, aber die wollten dort nicht rein, also versuchte ich es gar nicht länger. Mir fiel endlich auf, dass die Katzen gar kein Cowboyer essen wollen. Ich verzauberte ein Buch mit Sweeping Edge. Das seugt dafür, dass der Schaden gleichmäßig verteilt wird, wenn ich einen Schlag komplett auflade. Heißt, wenn ich ein Netherite Smile 5-Schwert habe, dann wird das Skelett vernichtet, das ich schlage, und alle anderen bekommen nur einen Teilschaden. Mit Sweeping Edge kriegen alle 100% des Schadens ab. Ich kam außerdem endlich dazu, den geklauten Kessler als Trophäe auf meine Bücherregale zu stellen. Ich mobbte wieder einen Eisengolem, sammelte das Eisen von beiden Farmen ein und versuchte wieder Kabeljahr und eine streunende Katze zu verfüttern. Das funktionierte nicht, aber mit den anderen Fischen schon. Danach sammelte ich das Weizen auf dem Feld ein und pflanze ein paar Kartoffeln. Leider nahm ich Tag 87 nicht auf, aber ich kann zusammenfassen, was passiert war. Ich verbesserte meinen Schmerz mit Netherite, braute ein paar Feuertränke und baute das Netherfallriss ein bisschen aus. LTN meinte, dass Wither Skelette auf Netherbricks spawnen. Deshalb baute ich den Superofen 9000 und schmiss kein Netherdrag weg. Ich wollte, während ich darauf warte, dass Wither Skelette spawnen, das Netherfortress noch größer bauen, damit die Fläche, wo die Skelette spawnen können, größer ist. Mein Grafik ist da ein bisschen komisch, aber so wie ich das verstanden habe, spawnen Wither Skelette auf der Fläche vom Netherfortress. Heißt, wenn man die Straßen, so heißen die Dinger, breiter macht, dann bringt das nichts. Vielleicht werden aber nur die X- und Z-Koordinaten notiert, was bedeuten würde, dass man ganz einfach viele Schichten bauen könnte und die Wither Skelette dort spawnen können. Ich bekämpfte also Blazes, Wither Skelette, Pigments, Ghasts, Pigments, Blazes, Wither Skelette und machte die Plattformen weiter. Am 89. Tag musste ich 4 Wither Skulls bekommen haben, aber weil ich davor die Skulls nicht in der Hotbar hatte, konnte ich die Stelle nicht genau finden. Ich legte die Wither Skulls endlich in die Hotbar und dann flog ich vom Netherfortress weg in der Hoffnung, dass die Wither Skelette neu spawnen würden, wenn ich wegfliege. Auf dem Weg zurück habe ich dann zum Beispiel ein Gars zum Flug weggenutzt und auf dem Netherfortress bekam ich dann meinen 5. Skull. Am gleichen Tag den 6. und immer noch am gleichen Tag den 7. Ich flog natürlich nicht nur hin und her und schlug nur Wither Skelette. Ich schlug auch Pigments und handelte mit diesem Piglin. Ich handelte auch am 91. Tag und dann bekam ich Sachen wie zum Beispiel 36 Iron Nuggets. Sonst bekämpfte ich natürlich Wither Skelette, bekam aber keinen einzigen Skull, also flog ich nach Hause. Leider ist die Aufnahme vom 92. Tag verloren gegangen, als ich sie in OBS speichern wollte, aber ich fasste zusammen was passiert ist. Ich kam wieder nach Hause, sortierte meine Sachen, machte ungefähr 1 Stack Emeralds an Profit, kaufte neue Rüstungen und verzauberte mein Schwert, dass jetzt Wither Skelette mit einem Heap tötet, ohne dass ich hochspringen muss. Wither Skulls bekam ich aber trotzdem nicht und es wurde langsam eng. Am 93. Tag baute ich mir ein Portal am Netherfortress, damit ich alles neu laden konnte, ohne die ganze Zeit Raketen zu verschwenden, aber es half nicht. Seit 4 Tagen, also knapp 1,5 Stunden, hatte ich keinen einzigen Wither Skull bekommen. Ich dachte schon daran aufzugeben und zu sagen, haha, im letzten Part besiegt ich den Ender Dragon und diesmal ein Wither, aber das konnte ich nicht. Und wieso? Weil ich mein Schwert schon in Ich versuche in 100 Tagen 3 Wither umbenannt hatte und es das gleiche wäre, wie wenn ich ein Minecraft Video gemacht hätte, wo ich den Titel und auch das Thumbnail geschrieben hätte. Perfekte Runde in Minecraft Bad Wars, aber am Ende würde ich gegen Freunde spielen und es trotzdem nicht schaffen. Doch dann passiert etwas total cooles am 94. Tag. Ich bekämpfte wie immer Wither Skelette und nachdem knapp 50 Wither Skelette keinen einzigen Skull gedroppt haben, bekam ich endlich einen. Dann rannte ich rüber zur Blaze, schlug sie einmal und bekämpfte dann das Skelett. Danach sah ich, dass auf einer anderen Straße ein paar Wither Skelette gespawnt sind. Ich bekämpfte einen, welches ich normalerweise getan hätte und dann lief ich zum anderen. Er droppte den 9. und damit den letzten Wither Skelette. Damit war alles gerettet. Nachdem ich eineinhalb Stunden lang Wither Skelette tötete, ohne auch nur einen Skull zu bekommen, bekam ich gleich 2 auf einmal. Danach wurde ich von ungefähr 10 Skeletten gleichzeitig überrannt und wäre vielleicht sogar gestorben. Das erste, was ich dann zu Hause machte, war es, alle 9 Schädel aufeinander zu platzieren und auf ihnen zu stehen, bis ich runterfiel. Weil ich noch viel Gold aus dem Nether übrig hatte, konnte ich mir sogar 6 weitere Goldäpfel basteln. Ich wollte noch mehr Emeralds verdienen und mir fiel auf, dass Villager nachts aufwachten, wenn man die Glocke läutete. Das wollte ich ausnutzen, um doppelt so viel Eisen zu verdienen, doch es zeigten sich gleich mehrere Probleme. Die Glocke läutete nicht durch den Einfluss von Redstone und auch nicht vor dem Einfluss von Repeatern. Durch Redstone-Blöcke läutete die Glocke zwar schon, aber weil ich keine Sticky Pistons craften konnte, versuchte ich es mit 2 Pistons und das funktionierte nicht. Unten verzauberte ich meine Chestplate mit Protection 3 und Unbreaking 3, aber das reichte mir nicht. Also entzauberte ich sie und verzauberte sie dann mit Protection 4 und Unbreaking 3 und damit war ich zufrieden. Meine Helmete Protection 4, meine Hosen Protection 3 und meine Schuhe, die fast kaputt waren, Protection 4. Und die Hosen, die ich noch an meiner Schalkerbox hatte, waren mit Blast Protection 4 verzaubert. Ich habe getestet, ob alle Rüstungen gleichzeitig repariert werden oder nur nacheinander. Alle werden gleichmäßig repariert. Ich könnte leider keine Weapons mehr finden, der meinen Bogen reparieren könnte. Bevor sich Leute in den Kommentaren beschweren, dass ich dumm bin, weil ich nicht auf jedem Rüstungsteil Blast Protection habe, will ich sie kurz erklären. Es gibt verschiedene Arten von Protection. Protection, die von allem schützt und Protection, die spezifisch schützt. Heißt, Fire Protection ist gegen Lava und Feuer, Projected Protection ist gegen Pfeile, Blast Protection ist gegen Explosion, also den Wither und die normale Protection ist gegen alles. Jedes Level ein normaler Protection gibt ihr 5% Schadensresistenz und jedes Level ein spezifischer Protection gibt ihr 7% Resistenz. Heißt, wenn ich 4 Rüstungsteile mit Blast Protection habe, kriege ich 4x4x7, also 112% Damage Reduction. Und wenn ich 4 Rüstungsteile mit Protection habe, kriege ich 4x4x5%, also 80% Damage Reduction. Das Problem ist nur, dass die maximale Damage Reduction 80% beträgt. Heißt, ich verschwende sozusagen 32% Damage Reduction, wenn ich auf jedem Rüstungsteil die gleiche spezifische Protection habe. Dadurch, dass ich wenigstens die Hosen mit Blast Protection verzauber, kriege ich 8% weniger Schaden vom Wither, kann aber alle Rüstungsteile später noch benutzen und muss mir nicht noch ein Set machen. Falls sich jemand fragt, wieso ich meine Hosen mit Netherreal verbessert habe, hier ist die Antwort. Dadurch, dass meine Hose mit Blast Protection verzaubert ist, wird sie den größten Teil des Schadens vom Wither sozusagen aufsaugen, bevor dann die ganze andere Rüstung Durability verliert. Weil ich die Hose aber mit Netherreal verbessert habe, wird sie nicht so schnell kaputt gehen. Ich legte außerdem noch Speed Potions und Potions of Night Vision in meine Shikerbox. Um meinen Bogen wenigstens ein bisschen zu reparieren, fütterte ich die Kühe und Schafe. Ich hatte ziemlich viel Gunpowder und craftete mir also noch mehr Raketen. Weil ich ein guter Arbeitgeber bin, läutete ich einfach so nochmal die Glocke und flog dann wieder so cool nach oben. Das XP von den Schafen reichte nicht, also ging ich nochmal in den Nether, um Pigments zur Strecke zu bringen. Dort bekam ich den 10. Schädel, den ich gar nicht mehr brauchte. Ich wurde einmal von Pigments überrannt und überlebte gerade so mit 2,5 Herzen. Ich sammelte so viel XP, dass meine Chestblade wieder komplett repariert war. Auf dem Weg zurück markierte ich eine Stelle, damit ich direkt zum langen Pfad komme, wo ich dann langfliegen kann. Zuhause schaffte ich dann wieder so einen komischen Sprung. Ich wollte Power 5 auf einem Bogen haben, aber keine 47 Emeralds ausgeben. Also suchte ich in meiner Enchantment-Kiste und fand tatsächlich ein Buch mit Power 4. Die restlichen Emeralds gab ich für goldene Karotten aus, damit ich gutes Essen für den Witherfight habe. Seit irgendeinem Update gibt es nicht nur Hunger, sondern auch Sättigung. Und Steaks geben dir viel Hunger, aber nicht ganz so viel Sättigung. Und goldene Karotten geben dir viel Sättigung, aber nicht ganz so viel Hunger. Heißt, man kann mit den Karotten besser regenerieren. Damit mein Bogen auch einen Namen hat, nannte ich ihn, ich boxt dich weg, du Kek. Irgendwie ironisch, dass ich keinen Punch auf dem Bogen habe. Ich erkundigte mich im Internet und nannte 4 Namensschilder Dinner Bauen. Ich glaub, ihr wisst wieso. Mit einem davon testete ich, ob es funktionierte und was soll man sagen? Es hat funktioniert. Weil ich nichts mehr zu tun hatte, dachte ich mir, dass es eine gute Idee wäre, Lust zu pflegen und nach Sachen zu suchen. Ich hab das im Laufe des Videos nicht stark betont, aber im Intro schon. Eines meiner Ziele war es ja, ein Raid zu machen. Und wenn ich es nicht in diesem Part schaffen sollte, könnte ich ja schon mal nach einem Pillager-Outpost suchen, wo Pillager spawnen, die man töten muss, um ein Raid zu starten. Ich fand auch noch einen Wassertempel und schaltete den Shader aus, damit alles ein bisschen schneller lädt und genau dann fing der nächste Tag an. Ich flog einfach weiter und als ich an einem Lavasee vorbeikam, dachte ich mir, dass ich Obsidian mitnehmen könnte, um durch die Nether zu fliegen und damit siebenmal so schnell zu sein. Ich flog trotzdem nicht durcheinander und es lohnte sich. Ich stieß auf dieses Dörfchen in der Savanna, wo das Gras hässlich ist und das Holz auch hässlich ist und vor allem die Türen hässlich sind, durch die man durchschauen kann. Ich flog wieder weiter und tada, ich fand endlich einen Outpost. Was ich euch nicht erzählt hatte, ist, dass ich auch vorher schon nach einem Pillager-Outpost gesucht hatte und ich selbst nach einer Stunde keinen fand. Im Internet stand, dass die Outposts im Umkreis von 180 Blöcken von Dörfern generieren, aber bei allen 5 Dörfern, die ich gefunden hatte, war das nicht der Fall. Ich tütete ein paar von ihnen und wollte den Raid eigentlich bei mir in der Base machen, aber ich flog mitten durchs Dorf, weshalb der Raid anfing. Ich baute mir eine kleine Plattform, auf der ich stehen könnte und von der ich auf die Raider schießen könnte. Das Problem war, ich hatte keine Pfeile mehr. Keinen einzigen. Selbst nicht in meiner Schalker-Box. Wisst ihr, was das bedeutete? Dass ich die Raider im Nahkampf bekämpfen musste und das war umso schlimmer. Ich hatte mich ja eigentlich nur für den Wither-Kampf vorbereitet, heißt, ich hatte nur mein Smite-Schwert dabei. Smite hilft ja nur gegen Untote, heißt, ich mache 8 Schaden oder 4 Herzen mit einem Schlag. Evoker, Pillager und Vindicator haben 24 HP, heißt, ich brauche 3 Schläge statt 2 und sie konnten auch noch von Hexen geheilt und mit Speed Potions abgeworfen werden. Vielleicht war das nur bei mir so, aber die Evoker rannten verdammt schnell und blieben nur stehen, wenn sie Wechs beschwerten. Ich konnte die Wechs nicht mit dem Bogen bekämpfen. Die Ravager waren noch schlimmer. Ich konnte sie nicht bekämpfen, ohne im Wasser unter ihnen zu tauchen und zu versuchen, sie so zu schlagen. Oft wurde ich dann aber trotzdem von ihnen geschlagen oder mir ging die Luft aus. Ich hatte ja keine Pfeile. Ravager haben 50 HP, heißt, ich brauchte 7 Schläge, um sie zu töten, statt 2 Schüsse mit den Bögen. Und das war ja noch nicht mal einmal das Schlimmste. Das Schlimmste war ein Evoker auf einem Ravager. Ich konnte den Evoker nicht erreichen, weil der Ravager mich sonst direkt angreifen würde und ich brauchte 7 Schläge, um den Ravager zu besiegen. Das dauerte immer ungefähr eine Minute und die Wechs vom Evoker griff mich die ganze Zeit an, was das Ganze erschwerte. Ich bekam echt viel Schaden und weil ich kein Manning auf meinen Schuhen hatte, musste ich sie sogar ausziehen, damit sie nicht kaputt ging. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit erklärt, wie schlimm das alles war, aber das wirklich Schlimmste waren die Waves. Ich spielte normalerweise auf einfach, wo es nur 3 Waves gibt, die Raider kaum Schaden machen, die Raider kaum HP haben, ich ein Schwert mit Scharpnuss habe und vor allem Pfeile. Hier waren es 7 Waves, teilweise 3 Ravager auf einmal in einer Wave, ich hatte keinen Scharpnuss auf meinem Schwert und auch keine Pfeile. Der ganze Raid dauerte deswegen ungefähr eine Stunde. Ich war schon am Ende vom Tag 101 und ich musste wieder nachher eine Pause nehmen. Nach dem Kampf hatte ich viele Gedanken wie, sollte ich noch den Wither besiegen und kann ich überhaupt noch den Wither besiegen? Und wenn ich ihn nicht besiege, was passiert denn aus den letzten 50 Tagen und den 50 Tagen davor? Was passiert aus den Stunden, in denen ich die Wither Skelette gefarmt habe und wie soll ich 3 Wither mit kaputten Sneakern und nur 4 Goldäpfeln besiegen? Doch die wichtigste Frage, könnte ich Get Heidewurz dem Coolen in die Augen schauen, ohne daran zu denken, dass ich versagt habe? Nein, ich konnte das Video nicht mit einem Okay, das war's mit dem Video, beenden und lügen wollte ich auch nicht. Geschichten hören nie kurz vor dem Ende auf und so sollte es auch mit dieser sein. Ich flog also nach Hause, um mit der Operation Wither, ich boxte ich weg du Keg anzufangen. Ich benutze so oft wie möglich Raketen, damit ich die ganze Zeit auf der maximalen Geschwindigkeit war, aber ich hatte mir die Koordinaten meiner Base falsch gemerkt. Ich flog nach minus 800 und 1000, aber meine Base war bei den Koordinaten 800 und minus 1000. Ich kam zu Hause gerade noch so an und hatte eine Rakete übrig, die ich neben dem Hund hochfliegen lassen habe. Vom ganzen Raid hatte ich fast einen Stack an Emeralds bekommen, mit dem ich dann so viele XP Flaschen wie möglich kaufte. Ich ging nach oben, schmiss die Flaschen, aber mir fiel auf, dass meine Schuhe sich nicht reparierten. Ich hatte kein Mending auf den Schuhen. Ich wollte wieder runter, um mein Mendingbuch zu kaufen, aber weil ich noch den Effekt Hero of the Village hatte, schmissen mir die Villager Lottamil zu, der mein Inventar vollmüllte. Ich kam zum Librarian, aber weil ich die Shift-Taste immer noch gedrückt hielt, gab ich alle Emeralds aus. Als ich dann das Mendingbuch auf meine Schuhe packen wollte, war mein Amboss einfach nicht mehr da. Er musste das letzte Mal kaputt gewesen sein. Ich läutete oben die Glocke, damit die Villager auf jeden Fall Eisengolm spawnden und sammelte in beiden Farmen das Eisen ein. Ich sammelte Zuckerrohr und verkaufte es beim Librarian. Ich sammelte wieder das Eisen ein und hatte 32 Eisen. Das war gerade nur so genug, um mir einen Amboss zu craften. Ich packte endlich mein Ding auf die Schuhe und wurde von den Villagern mit Müll abgeschmissen und kaufte mir Pfeile, damit ich auf jeden Fall genug hatte. Ich verbesserte meine Hosen mit Netherite und das sah ganz okay aus. Ich bereitete mein Inventar für den Winterkampf vor und ging nach draußen, um meine Schuhe noch ein bisschen zu reparieren. Damit mein Hund etwas zum Spielen hatte, gab ich ihm eins der Totems und ging in den Nether. Dort suchte ich ein stilles Plättchen für den Kampf, aber stieß auf einen Lavasee, weshalb ich den Ort wechseln musste. Ich grob mich also an einer anderen Stelle runter und bin einfach glatt an Ancient Theory vorbeigelaufen. Ich wurde kurz von Lava aufgehalten, aber das war kein Problem. Ich hüllte den Rahmen aus und grob einen langen Gang, wo ich lang gehen kann, mich aber der Wither nicht direkt erwischen kann, abgesehen davon, dass er mich abschließen kann. Ich nahm den Night Vision und Fire Resistance Trank und fing an, diese Tees aus Soulsland zu bauen. Dann platzierte ich die sechs Witherköpfe, schaute nach, ob alles gut aussah und fing den Kampf an. Ich nannte sie außerdem alle Dinnerbone, damit sie kaufüber rumfliegen. Ich benutze das Schild, um den Anfangsschaden zu blockieren. Der Witherkampf an sich ist überhaupt nicht schwer. Man muss halt gute Ausrüstung haben, aber das war's. Der Wither hat zwei Phasen. In der ersten schieß er dich mit Explosionsköpfen ab, die dir Wither geben und du musst ihn mit dem Bogen abschießen. In der zweiten Phase babyraged er und geht in den Nahkampf. Da muss man ihn mit dem Bogen abschlagen, weil der Wither ein Untoter ist, geht das sehr schnell mit einem Smite 5 schwer. Nachdem der erste tot war, suchte ich nach dem zweiten. Dort macht sich genau das gleiche, tötete ihn aber mit der Hand. Beim dritten Wither dauerte es etwas länger, aber ich tötete auch ihn und danach musste ich die ganze Zeit Karotten essen, um nicht vom Wither-Effekt zu sterben. Wir fangen also mit dem 103. Tag an, bei dem ich einfach von Lava erwischt wurde, während ich mich rausgraben wollte. Draußen bin ich erstmal dicke gegen eine Basaltstange geflogen und hab ziemlich schnell das Portal wiedergefunden. Zuhause wollte ich das Eisen aus der Eisenfarm einsammeln, die ich im ersten Part gebaut habe. Aber dort gab es irgendwo um ein Skelett. Unten hab ich dann jahrelang nach Weaponsmiths gesucht, um ihnen das bisschen Eisen zu verkaufen, was ich noch hatte. Mit ein paar Emeralds hab ich mir dann ein paar Pfeile gekauft, weil ich bis heute Angst habe, nicht genug Pfeile dabei zu haben. Ich hatte noch ziemlich viel Müll in meinen Schalkerboxen, weil ich ja das letzte Mal nicht genug Zeit hatte, um ein paar Kisten zu sortieren. Danach hab ich an der ominösen Banner an die Wand gehängt, weil ich cool bin. Ich entschied mich einfach mal das ganze Feld abzufarmen und die Kartoffeln an den Dinnerballmaster zu verkaufen. Draußen hab ich kurz ein paar Creeper gefarmt und drinnen ein bisschen Zuckerraum. Dann hab ich mich auf den Weg zum Raid Outpost gemacht und im Flug Raketen gecraftet. In einer Wüste hab ich Kakteen gefarmt und eine Hasenphoto bekommen. Nachdem ich endlich bei den Pillagern angekommen bin, hab ich ziemlich schnell den Bad Ohm Effekt bekommen. Wer es noch nicht wusste, es gibt immer solche Gefängnisse, wo dann teilweise Eisengolums drin gefangen sind. Ich hatte absolut keine Ahnung mehr, in welcher Richtung das Dorf war, also wollte ich durch die Wüste und dort gab es auch ein Dorf. Allerdings war das Problem dort, dass es einfach eine Schlucht mitten im Dorf gab. Dort hab ich ganz normal den Raid bekämpft, aber teilweise gab es dann Pillager, die nur halbwegs in die Schlucht gefallen sind, weshalb ich die dann runterschießen musste. Und dieser Vindicator ist direkt beim Aufprall vernichtet worden. So wie letztes Mal gab es auch hier Nachts Phantome, aber die sind nicht nur dumm, sondern auch dumm, also sind sie volle Kanne in Kakteen reingeflogen. Während ich mich hochbauen wollte, damit ich von den Vindicator nicht angegriffen werden konnte, wurde ich mal wieder von nervigen Phantomen genervt. Ich war selbst auf den Gebäuden der Dorfbewohner nicht sicher und als ich eineinhalb Herzen hatte, hab ich einfach Karotten gegessen. Danach musste ich Hexen in die Schlucht abschießen, aber dann kam einfach wieder ein Phantom. Während ich die zweite Hexe abschießen wollte, gab es zwei kleine Savanna-Zombie-Baby-Zombie-Savanna-Dinger nebeneinander. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Damit ich keine Raketen verschwenden muss, um auf eines dieser Häuser zu kommen, hab ich Blöcke platziert und es war halt absolut keine gute Idee. Ein Vindicator ist zwar hochgeklettert, aber ich hab ihn und ein paar andere weggeboxt und schnell die Treppe wieder abgebaut. Ich musste viel zu viele Monster gleichzeitig bekämpfen und als dann ein Ravager auf mich zukam, während ich nur zwei Herzen hatte, bin ich weggerannt, dann weggeflogen und dann hab ich wieder Karotten gegessen. Am nächsten Morgen hab ich die nächste Wave wieder auf einem Dach bekämpft, musste aber wegfliegen, weil ich nur ein Herz hatte. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Rage schon längst vorbei war und ich ihn verloren hatte. Ich flog also wieder zurück zum richtigen Dorf und fand dort eine Kiste mit Gras. Weil ich keine Karotten mehr hatte, sammelte ich die Melonen ein, aber es gab auch noch Heuballen und Brot ist weitaus besser, also hab ich das stattdessen gesammelt. Nachdem ich das Brot hatte, schmiss ich die Melonen weg. Danach verhandlte ich wieder Pillager, um den Bad Ohm-Effekt zu bekommen und befreite den Eisengolem, damit er mir dabei helfen konnte, sie zu besiegen. Ich wollte keinen stärkeren Bad Ohm-Effekt, also flog ich einfach zum Dorf, nachdem ich Bad Ohm 1 hatte. Die Waves waren ziemlich einfach, aber in der Nacht musste ich dann auch noch Phantome bekämpfen. Ich konnte mich draußen nicht schlafen legen, also bin ich in ein Haus reingerannt und hab's direkt bereut. Die Vindicator lief mit mir rein und ich bekam derbe viel Schaden. Auf der Plattform, die ich vorher gebaut hatte, konnte ich ganz einfach die Pillager abschießen und während sich die nächste Wave vorbereitete, versuchte ich mich kurz schlafen zu legen, damit die Phantome nicht mehr spawnen würden. Bei der nächsten Wave kamen dann Ravager und die Volker, aber ich konnte den Ravager direkt töten. Während ich Pillager abgeschossen hab, sind zwei Vindicator von hinten gekommen und ich hab direkt noch ein Totum verloren. Ich hab zwar versucht, den Evoker mit dem Bogen abzuschießen, aber die sind irgendwann um echt verdammt schnell. Ich ging wieder auf die Plattform, um mit Brot zu regenerieren, aber währenddessen wurde ich von Vax angegriffen und hab einfach noch ein Totum verloren. Auf einem Baum wollte ich den Evoker auf dem Ravager abschießen, aber das hat einfach mal gar nicht geklappt, weil Ravager Blätter kaputt machen können. Ich musste also wieder unters Wasser um den Evoker auf dem Ravager zu besiegen und währenddessen hab ich einfach wieder fast ein Totum verloren. Danach musste ich wieder ins Wasser rennen und ich konnte am Ende keine Pillager mehr finden, aber es stellte sich heraus, dass sie einfach in eine Minischlucht gefallen sind, die gar keine Schlucht ist, wo die nicht wieder raus konnten. Ich brachte sie mit Leichtigkeit um, sortierte mein Inventar und machte mich auf den Weg nach Hause, musste aber in Not landen, um Creeper zu farmen. An manchen Stellen hat das nicht ganz so gut mit den Creepern funktioniert, aber an anderen Stellen umso besser. Ich hab noch mit Creeper gefarmt und hatte letztendlich wieder Raketen, mit denen ich nach Hause fliegen konnte. Ich flog fast gegen einen Baum, wackelte in der Luft rum und landete, um diese Schildgerüte mitzunehmen, damit ich einen Turtlemaster-Trank brauen konnte, aber die haben keine Panzer gedroppt. Ich fand ein verlassenes Nether-Portal und fiel wie ein Idiot in die Lava, aber damit hatte ich kein Problem. In der Chess gab's nichts Besonderes und auf dem Weg zurück fand ich das Nether-Portal, das ich im Nether bei den Widerskeletten platziert hatte. Ich wollte ein paar von ihnen bekämpfen, wurde allerdings von Blazers angegriffen und weil ich kein Fire-Resistance-Tränke dabei hatte, bin ich schnell wieder nach Hause geflogen. Zu Hause hab ich ein paar Kisten sortiert und mir angeschaut, welche Achievements ich noch sammeln kann. Bei einem davon musste ich einen Zombie heilen und dafür braucht man einen Schwächetrank, aber weil ich keine Pilze da hatte, versuchte ich es mit Crimson Root was weiß ich was Pilzen und es funktionierte nicht. Dann hab ich wieder Angelsimulator für Arme gespielt, aber das hat auch nicht ganz so gut geklappt. Um die Villager einzuschüchtern, hab ich dann mit einer Armbrust geschossen. In den Kisten lagen noch zwei Eier und bei dem ersten Eispont hat tatsächlich ein Huhn, aber leider in der Wand, weshalb ich es nicht mehr schaffte es zu retten. Ripp an der Stelle. Danach hab ich überlegt, ob ich mehrere Eisenfarmen übereinander stacken könnte, aber das würde bei dem Design nicht funktionieren. Ich fand ein besonderes Schaf und wollte dem besonderen Schaf eine Hütte bauen, überlegte es mir aber anders. Damit da keine hässliche Hütte oder ein Zaun stehen musste, benutzte ich ein Boot, damit konnte ich mir auch die Leine sparen. Eigentlich sollte ich den Raum nur zwei Blöcke hochmachen, damit es so aussieht, als ob die Villager alle an der Decke rumlaufen würden. Ich wollte Eisen verkaufen, aber bevor ich das machen konnte, wurde ich wieder mit Müll abgeworfen, weil ich immer noch den Hero of the Village Effekt hatte. Ich musste alles mögliche rausschmeißen, hab dann die Schaufel mit Mending verzaubert und Zuckerrohr gefarmt. Weil ich Papier verkaufen wollte, war mein Inventar wieder voll mit Müll und als ich das rausschmeißen wollte, ist ein Fletcher ausgebüxt, weil die Items auf den Druckplatten gelandet sind. Als ob das nicht reichen würde, ist der Fletcher auch noch zur Diabetes-Plantage gelaufen und das Problem dort ist, dass er nicht mehr rein kann, weil er die Knöpfe nicht bedienen kann und keine Zombies zu den Villagern laufen sollen. Keine Ahnung, wie ich mich da verlesen habe, aber ich habe echt keine Lust, das zum zehnten Mal aufzunehmen, sorry an der Stelle. Ich hatte endlich genug Emeralds für ein Namensschild, hab es umbenannt und dann auf einem Schaf benutzt, das jetzt ständig die Farbe von seinem Fell wechselt. Danach hab ich wieder die Schafe geschoren und Jab hat irgendwo rum immer in die gleiche Richtung geschaut. Ich weiß wirklich nicht, was da interessant sein soll. Die Eisenfarmen konnte die ganze Zeit keine neuen Eisenvillager spawnen, weil dieser stecken geblieben ist. Ich hab ihn dann angeschossen und als ich zu ihm laufen wollte, hat er mich geschlagen und ich wäre fast gestorben, weil ich kein Totum von Dying im Inventar hatte. In der Nacht hab ich dann den ausgebüxten Fletcher wieder in den Raum von dem Villager jabeltet. Ich hab endlich den Eisenvillager mit dem Bogen getötet, aber weil die Farm kein Eisen produziert hat, konnte ich nur 4 Eisen verkaufen. Mit den Emeralds, die ich noch übrig hatte, kaufte ich mir goldene Karotten und fing dann wieder an, einen dieser riesigen Bäume abzubauen. Falls einer von euch nicht weiß, wieso ich die Kürbisse komisch genannt habe, hier die Erklärung. Normalerweise ist der Kürbisseblock mit den Samen verbunden, aber bei diesen ist das nicht so. Mit einem Kompass und Papier bastelte ich mir eine Karte und kam nicht drauf klar, wieso sie direkt markiert war. Was? Hä? Ich wollte sie zwar direkt in ein Itemframe stecken, aber das hat nicht direkt geklappt. Ich bin sowieso wieder rausgelaufen, um die letzte Ecke auszufüllen und nachdem das erledigt war, hab ich wieder die Villager aufgeweckt, damit sie Eisen in der Nacht produzieren. Ich hab viele Bäume gepflanzt, viele Fletcherblöcke platziert und meine Axt umbenannt. Meine Schaufel nannte ich Paddel und mein zweites Schwert Raid-Zeugs. Ein Eisen-Villager hat es geschafft, auf den Betten zu spawnen, weshalb ich ihn mit dem Bogen anschießen musste, aber dabei ist mir aufgefallen, dass die gar nicht mehr da waren. Ich bin näher herangegangen und es stellte sich heraus, dass die Villager einfach nicht gerendert wurden. Derjenige, der mir in den Kommentaren sagen kann, wie man die Render-Distance von Entities wieder hochstellt, wird geherzt, weil ich das irgendwann mal angemacht habe und das einfach nervig ist. Ich fing an mit der Konstruktion eines Breeders, damit ich Villager an der Oberfläche habe und nicht immer hochbringen muss. Ich hab verdammt viele Mobster aus der Monsterfarm getötet und damit mein Paddelgehalt. Damit das mit dem Eisen-Villager nicht nochmal passiert, musste ich Slaps bei den Betten platzieren, aber während ich das gemacht habe, ist einfach der nächste direkt über dem Komposter gespawnt, den ich töten musste. Unten hab ich Stöcke verkauft und nochmal Blöcke für Fletcher platziert, damit ich nochmal Pfeile auf einmal kaufen kann und immer genug habe. Ich hab wieder Zuckerrohr gefarmt und Papier verkauft. Damit man auf einem Strider reiten kann, braucht man Warped Fungus ohne Stick und damit ich nicht sterbe, falls ich in Lava fallen sollte, hab ich mir Fire Resistance Potions gebraucht, sie mit Redstone verlängert und mit Gunpowder dafür gesorgt, dass ich die Tränke schmeißen kann. Im Nether gab es übrigens einen Strider, der auf einem anderen Strider ritt. In dem letzten Part hab ich dieses verlassene Nether-Portal schonmal besucht und den Pigman gedötet, der auf einem Strider ritt, weshalb der Strider immer noch einen Sattel hatte und ich meinen nicht benutzen musste. Und das Reiten auf den Stridern ist verdammt lustig, weil die die ganze Zeit mit dem Kopf wackeln und ziemlich schnell sind, wenn man rechts drückt. Als Abschluss für den 1-1-1-Tag hab ich als kleines Späßchen einen Enderman in die Lava geschubst und Jep das Schaf gefüttert. Leider hatte ich in der Zeit lang Probleme mit Optifine, weshalb ich keinen Shader benutzen konnte, aber ich glaub das ist kein Problem, weil Vanilla Minecraft normalerweise so aussieht und das nicht ganz so lange dauert, bis der Shader wieder drin ist. Ich hatte massig Emeralds übrig und hab mir so viele Pfeile wie möglich gekauft, die ich dann in die Schalkerboxen gebackt hab. Auf dem Feld hab ich ein bisschen Weizen gefarmt und dann hab ich darüber nachgedacht, wie ich ein Skeletter in ein Komposter packe, um es dann aus 50 Meter Entfernung abzuschießen, aber sie ging mir auf den Keks und ich gab's auf. Stattdessen wollte ich ein Target craften, aber weil das Achievement Bullseye hieß und ich nicht wusste, wie man das bastelt, hab ich stundenlang nach Bullseye gesucht, bis ich es letztendlich fand. Ich platzierte das Target, zählte die Blöcke, versuchte es erst mit der Armbrust und dann mit dem Bogen. Ich platzierte abwechselnd Heuballen und Holz, damit ich besser bestimmen kann, wie viel Heer ich zählen muss, aber bevor ich es nochmal versuchte, tötete ich Lamas, um deren Leinen zu bekommen. Weil das mit dem Bogen so überhaupt nicht funktioniert hat, haben mir die Zuschauer gesagt, dass man dafür eine Falte platzieren kann. Ich konnte aber den Bogen nicht spannen, ohne die Falte zu öffnen, also bastelte ich noch ein Target, platzierte es darüber und schoss einen einzigen Pfeil. Das hat halt nicht funktioniert, also musste ich das Ganze wiederholen. Diesmal klappte es besser und dann verkabelte ich das Redstone, aber es funktionierte nicht, weil mir Repeater fädeln, also bastelte ich welche. Ich platzierte sie, legte den Schalter um, aber es funktionierte nicht. Der Pfeil ist zwar nicht despawn, hat aber das Ziel nicht perfekt getroffen. Ich hatte keine Lust mehr darauf, also habe ich es auf die traditionelle Weise versucht, oh naja, von ungefähr 20 Pfeilen hat kein einziger die Mitte getroffen. Es hätte zwar mit einem Dispenser klappen können, aber wenn man noch nicht einmal in den Bogen basteln kann... Mit dem Dispenser hat es dann doch nicht funktioniert, also habe ich es wieder mit dem Bogen versucht und diesmal nicht nur einen Pfeil geschossen. Ich ging zum Schalter und... es funktionierte nicht. Tja, dort war immer noch das zweite Target, was weg musste. Ich baute es ab, lief zum Schalter und GG, Minecraft durchgespielt. Während ich meine Kompetenz als Minecraft-Spieler unter Beweis gestellt habe, wurden ganze 5-6 von beiden Farmen produziert. Zeitgleich hat sich ein Pikmin gezeigt und ich habe wie immer den nicht vorhandenen Konflikt friedlich gelöst. Insgesamt waren es übrigens 47 Eisenblöcke, mit denen ich einen Eisenvillager gespawnt habe, der direkt wieder recycelt wurde. Bei den ganzen Sachen konnte ich natürlich nicht vergessen, Gerd Heidewutz den Kuhlen zu füttern. Ich machte mich auf den Weg zum Ender-Portal und während ich mich mit dem Chat unterhalten habe, ist ein Creeper neben mir explodiert. Dann kam ein zweiter, ich habe ihn ein paar Mal geschlagen, aber das dritte Mal verfehlt und auch er ist explodiert. Ich flog in die Schlucht und platzierte bei dem Portal eine Falte, damit ich nicht jedes Mal Ender-Portalen verschwenden muss. Ich suchte außerdem nach neuen Endsiedlungen, damit ich das Achieve insammeln kann, wo man 50 Blöcke mit dem Flyme-Effekt von Rotznasen hochfliegen muss und nach nicht nur 30 Sekunden fand ich eine Siedlung. Den Drachenkopf sammelte ich natürlich ein und der, die oder das Elytra auch. Am Eingang fand ich auch zwei Rotznasen, die sich gegenseitig angeschossen haben, aber ich konnte keine weiteren finden, also musste ich sie verlassen. Ich flog weiter und stieß auf ein Portal, durch das man wieder zur Oberwelt kommt. Was habe ich als nächstes gemacht? Ich bin wieder weitergeflogen und bin auf eine total kleine Siedlung gestoßen, die echt komisch aussah, wo ich den Elytra einsammelte. Es gab eine Stelle, wo einfach nichts mehr gespawnt ist, wenn ich mir also meine Rakete nicht gebastelt hätte, weil ich sie ja auch später basteln könnte, wäre ich womöglich gestorben und dieses Video wäre zu Ende. Zum Glück traf ich doch noch auf Land und direkt auf eine Siedlung, wo ich dann erstmal dicker gegen die Wand geflogen bin und auch fast gestorben bin. Leider hatte ich absolut gar kein Essen mehr und wollte keine Chorus-Früchte essen, weil sie mich runter teleportieren könnten. Ich hatte allerdings noch Glattstein dabei, weil ich daraus Stormbricks gebastelt hätte. Ich platzierte es, baute es wieder ab, bekam dadurch Bruchstein, konnte mir damit Öfen basteln und konnte damit das Kälb braten, was ich normalerweise immer dabei hatte, um Fahrstühle zu bauen. Ich probierte es wieder mit den Rotznasen, aber leider waren sie mit sich gegenseitig abgelenkt, weshalb ich die Operation abbrechen musste. Mit Blöcken versuchte ich dafür zu sorgen, dass sich die Rotznasen gegenseitig angreifen, aber, und diesen Cut-Up dir auf keinen Fall bemerkt, wenn man die Rotznasen zubaut und sie sich nicht mehr öffnen können, dann teleportieren sie sich weg. Im Loot-Rum mit echt vielen Rotznasen gab es nur eine Mending-Eisen-Schaufel, die mir auch nicht weiter half. Ich ließ mich zu oft von den Schalkern treffen und musste dann mein Schild in die Hand nehmen, damit mein Totum nicht verschwendet wird. An alle, die mir nicht glauben, dass man nach unten teleportiert werden kann, hier der Beweis. Ich flog mal wieder weiter, traf auf das Portal zurück zur Oberwelt und baute die Landefläche mit Nedrek aus, das ich sowieso nicht gebraucht hätte. Auch an dem Portal platzierte ich eine Traptor, damit ich keine Ender-Perlen mehr verschwenden muss, und als ich in das Portal nach Hause ging, spawnte ich in der Base, weil ich mich kurz davor schlafen gelegt hatte. Im zweiten Part hatte ich ja total oft Endstein gefarmt und dort bin ich auch jedes Mal am Spawn gespawnt und musste jedes Mal 3000 Blöcke lang wieder zurückfliegen. Ich hatte bei den ganzen Siedlungen eine Ersetzung für mein jetziges Paddel gefunden, weil die neue Schaufel Silk Touch hatte und nicht repariert werden musste. Mir wurde gesagt, dass man Kies mit Erde vermischen kann und man ein Korsdirt bekommt. Also das wusste ich nicht, und wer hat sich jemals gedacht, dass er irgendwie Kieserde braucht? Ich dachte mir diesmal, dass ich Kieserde brauchen würde, damit das Grab für meine erste Schaufel ein bisschen besser aussehen würde. Ich baute das Grab mit verschiedenen Blöcken neben Jab und platzierte ein kleines Schild. Nachdem ich zu Ende geschrieben habe, wollte ich direkt zurücklaufen, weshalb jetzt nach dem Schild steht, hier ruht das einzige wahre Paddels. Ein Phantom hat mal wieder gestört und dann konnte ich die Betten von dem Breeder platzieren. Mit meiner Silk Touch Axt konnte ich mir Lodenblöcke abbauen, sie verkaufen, habe mich aber doch dagegen entschieden, goldene Gerotten zu kaufen, weil es sowieso nur drei sein würden. Zuletzt haben die Kühe noch ein bisschen was zum Mampfen bekommen. Es gab mal wieder einen Trader, aber verkauft hatte er in dem Tag nichts. Ein paar Kühe wurden für Fleisch geschlachtet, ein paar Rosen als Dekoration platziert und ein paar Öfen zum Braten errichtet. Ich hatte mit Silk Touch davor Bienenstöcke abgebaut und dann so über die Lagerfeuer platziert. Dann ist mir eingefallen, dass ich ja Silk Touch habe und ich konnte tatsächlich die Campfire abbauen, ohne dass sie kaputt gehen würden. Ich platzierte die Bienenstöcke also anders und brachte einen Villager nach oben, damit er im Spaßland Spaß haben kann. Dann brachte ich auch einen Fletcher nach oben, den ich sowieso nicht brauchen würde, weil er mir keine Pfeile verkaufte. Zum Schluss fälltte ich nochmal einen riesigen Baum. Weil ich ein bisschen fancy unterwegs war, benutzte ich Slaps und versuchte daraus ein Dach zu formen, aber währenddessen haben die zwei Lamas im Schafsgehege gegen den Zombie gekämpft und verloren. Damit keine Zombies im Breederspawn habe ich Fakern angebracht. Ich habe aus irgendeinem Grund den Block über der Falte abgebaut und musste die Villager deshalb mit Schlägen wegscheuchen. Irgendwann hat der Große trotzdem gedacht, dass er durch könnte, also musste ich einen Block platzieren, der ihm die Sicht blockieren würde und dann konnte ich ganz friedlich wieder einen Block über der Falte platzieren. Um unten noch mehr Villager zu haben, platzierte ich neue Betten und kaufte nebenbei noch mehr Pfeile. Wer weiß wieso. Ich weiß nicht, ob das langsam zu einer Krankheit wird, aber ich hatte mittlerweile eine ganze Schalkerbox voll mit Pfeilen. Ich sammelte Zuckerrohr, das Handikommen von den Bienenstöcken, tötete ein Gas im Leather und sammelte weitere Magma-Blöcke. Wer weiß wieso. Das Fliegen in dem Gang nach Hause war eigentlich ziemlich cool, bis ich eine Rakete zündete und zweimal Schaden bekam. Ich stieß am 118. Tag auf eine Bastion und das war das erste Mal, dass ich jemals eine gesehen hatte. Dort erwartete mich ein Piglin und in der Bastion gleich zwei Achievements. Einmal fürs Betreten der Bastion und einmal fürs Öffnen deiner Kiste. Dort traf ich auf verdammt starke Schweine, die mir mit einem Schlag gleich fünf Herzen abzogen. Das Ganze wurde verdammt schnell, verdammt gefährlich, aber ich konnte mich gerade noch so auf einem kleinen Turm aus Bruststern retten. Das reichte noch nicht, also wurde ich von drei Piglins abgeschossen. Und dann... Tötete ich sie und die Achskämpfer. Es kam auch noch Hogwarts dazu und abgesehen von denen hatte ich so absolut keine Lust an den Achskämpfern zu sterben, also bin ich schnell weggerannt. Im Internet habe ich die Koordinaten eingegeben, die ich von dem Pillager Outpost hatte und dann in Nether-Koordinaten umgewandelt. Ich baute das Portal, aber mir fehlte mal wieder ein Feuerzeug. Zum Glück gibt es im Leather Keys, aber weil ich Silk Touch auf meiner Schaufel hatte, verwandelte sich das Gieß nicht in Feuerstein, also musste ich es mit der Hand abbauen. Ich ging in das Portal mit den vermeintlich richtigen Koordinaten und spawnte einfach in einer Schlucht. Dort musste ich mich hochbauen und nachdem ich dann oben ankam, flog ich zum Dorf. In dem Menü von einer Crafting Bench craftete ich mir eine zweite. Wieso? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich fing an, einen Villager vom Dorf wegzuführen. Er legte sich in sein Bett und ich sammelte Sand für Glas, damit die Pillager ihn sehen würden, schmelzte das Sand, platzierte das Glas und das war's. Unter dem Bett grub ich eine Grube und platzierte Markbarnblöcke, damit die Pillager automatisch sterben, sobald sie reinfallen. Damit die Pillager auch reinfallen, platzierte ich Trapdoors und machte sie auf oder halt zu. Alles ist eine Frage der Perspektive. Über den Pillager platzierte ich einen Glaskäfig für mich selbst, damit ich mich einfach reinsetzen kann und die Pillager in die Grube fallen. Das Problem? Vex können mich angreifen. Ich farmte einen paar Pillager, ging wieder zurück zum Dorf und startete den Raid. Die ersten Waves waren ziemlich einfach, aber nachdem ein Vindicator auf mich zurannte und ich nur noch 2,5 Herzen hatte, ass ich ein Steak, um zu regenerieren. Später kam schon wieder ein Vindicator zu mir und ich überlebte gerade noch so total knapp mit einem halben Herz. Ich bin weggerannt, hab kurz gegessen und den Vindicator von mir ferngehalten, während ich regeneriert habe. Das mit der Falle funktionierte echt gut und ich musste den Pillagern einfach dabei zuschauen, wie sie starben, ohne auch nur einen einzigen Finger zu krümmen. Ich versuchte mich schlafen zu legen, damit ich nicht gleichzeitig den Raid und Phantome bekämpfen musste, aber die Phantome waren anderer Meinung. Übrigens bekommen Hexen, auf magische Weise, keinen Schaden auf Magga-Blöcken, also musste ich sie mit der Hand töten. Oder halt mit dem Bogen. Sobald die nächste Wave kam, war alles was ich machen musste, einfach im Kreis rennen, bis alle Pillager in die Gruppe fielen. Ich versuchte direkt am Anfang der Wave ein Evoker loszuwerden und musste direkt bitte mit einem Totem bezahlen. Zum Glück hatte ich noch einen Totem in der Hauptbar, weshalb ich schnell wieder sicher war. Oder war ich das? Ja, glaub schon, aber keine Ahnung. Ich führte ganz entspannt einen Vindicator nach dem anderen in die Gruppe und es funktionierte immer noch ganz gut. Später schaute ich halbwegs zu, wie die Anzeige für den Raid immer leerer und leerer wurde. Beim nächsten Raid schaffte es der Evoker auf dem Ravager direkt in die Gruppe, aber ich konnte ihn einfach nicht treffen, bis ich ihn dann doch traf. An dieser Stelle brachte ich gleich drei Vindicator auf einmal in die Gruppe. Es kam zur nächsten Wave und ich musste einen Totem benutzen. Damals hatte ich zwei Regeneration 2 und vier Extraherzen, aber Vindicator machen in Hardcore verdammt viel Schaden und weil ich kein Totem in der Hand hatte, nahm ich Hens in die Hand und wurde aber direkt wieder angegriffen und weil ich kein Totem mehr in der Hand hatte, nahm ich mein drittes und damit mein letztes Totem in die Hand, das ich noch in der Hauptbar hatte. Ich hatte schon zwei Totems verschwendet und dann... Achso, ich entspann dein Steak, während mich niemand beachtete und ich locker regenerieren konnte. Ich vermute mittlerweile glaubt ihr mir gar nicht mehr, dass ich in diesem Part sterben werde, weil der Bildschirm schon zehnmal schwarz geworden ist, aber wer weiß, ob ich am Ende doch sterbe oder ob das Ganze nur Clickbait war. Einer der letzten Pillager von einer Wave war in Evoker und der blieb zum Glück fast direkt vor mir stehen, aber weil ich Knockback auf meinem Schwert hatte, wurde das Ganze nicht viel einfacher. Das mit der Glocke funktionierte immer noch nicht und wer hätte es gedacht, die letzten Raider hatten es mal wieder geschafft, in einer Grube stecken zu bleiben. Damit war der Raid zu Ende. Doch dann... entschied ich mich einfach so dazu, wieder das mit dem schwarzen Bildschirm zu machen, um mich einfach zu verwirren. Der Villager war mir zu nah an dem Dorf, weshalb ich mich dazu entschied, mit einem Barbetten 2 noch weiter wegzubringen. Auf dem Weg wurde ich von Mobs genervt und als ich an dem Platz ankam, wo ich die Farm bauen wollte, wurde es schon Tag und ich schaffte es nicht, die Villager auf ihren Betten einzubauen. Ich musste eine Workbench basteln und dann mit Booten versuchen, dafür zu sorgen, dass die Villager bei der Falle bleiben. Ich nahm übrigens 2 mit, damit ich sie, wenn es nötig ist, vermehren kann, wenn es in der Nähe keine Villager mehr gibt. Ich hab nämlich echt keine Lust, 2 Villager um die 8000 Blöcke weit zu transportieren. Ich hatte leider den 2. aus dem Blick verloren, als ich den 1. eingesperrt habe, also musste ich nach ihm suchen. Weil ich ihn nirgends finden konnte, befreite ich den 2. Villager, aber weil ich keine Lust hatte, dafür zu sorgen, dass einer aus dem Boot rausgeht, aber der andere drinnen bleibt und ich schnell reingehe, damit der 1. nicht wieder reingeht, hab ich ihn auf besondere Weise dafür gesorgt, dass der 1. rausgeht. Ich fuhr also zu Trap und jabetete ihn mit Brot, um ihn dann in einem Boot einzusperren. Ich packte Sand in Öfen für Glas und erweiterte die Grube. Unten platzierte ich die Magma-Blöcke und oben die Falltüren. Wieso? Wisst ihr ja schon. Das hab ich bei der vorherigen Trap erzählt und bei den Mob-Farmen auch. Nachts baute ich das Boot vom 2. Villager ab, aber der ging direkt zum alten Dorf, ohne die neuen Betten in Betracht zu ziehen. Egal was ich versuchte, er wollte nicht zu den neuen Betten, also hab ich ihn nach den alten Betten gesucht, wo er vielleicht hin wollte. Leider fand ich keine Betten und verlor den Villager auch noch aus dem Auge, also wusste ich nicht, wo er war und wo ich nach ihm suchen sollte. Ich finde diese Stelle, wo ich mehrere Mobs auf einmal bekämpfe, sieht echt gut aus. Es sieht fast so aus, als ob ich wüsste, was ich mache. Ich befreite den ersten Villager und er wollte eigentlich zu den neuen Betten, aber dann kamen Zombies dazwischen, dann noch mehr Zombies und dann unsichtbare Spinnen, die ich sehen konnte. Good job, Mojang. Wer's nicht weiß, in Hardcore-Minecraft haben Spinnen manchmal Random-Potion-Effekte, heißt, sie können auch Strang haben und dann richtig Ticke reinhauen. Es stellte sich heraus, der Villager wollte doch nicht zu den neuen Betten, sondern zu einem anderen, was ich noch stehen lassen hab. Natürlich musste genau dann zum richtigen Zeitpunkt auch noch ein Zombie-Raid auf mich zukommen und für den hab ich erstmal etwas länger gebraucht. Ich fiel in eine Grube und die Zombies gleich mit. Ich hatte nur noch zwei Herzen und dann machte ich ganz normal weiter, bis ich nur noch ein Herz übrig hatte und dann kam ein Skelett auf mich zu und dann lief ich verdammt schnell weg und aß ein Stick. Ich musste die Treppe um einen Block erhöhen, weil die Villager sonst nicht zu den Betten laufen würden. Während beide tief und fest schlummerten, baute ich sie mit Glas ein. Ich hatte sogar genug Glas für die Ecken und weil ich Silk Touch auf meine Schaufel hatte, konnte ich das restliche Glas abbauen. Bis zum nächsten Morgen farmte ich dann Pillager. Man kriegt den Bad-Om-Effekt nur, wenn man einen Pillager-Anführer tötet, also einen Pillager, der einen Banner trägt. Ich bin natürlich ein Schlau-Fuchs, also habe ich versucht, ob die Pillager die Banner aufheben, wenn man sie ihnen hinschmeißt, aber es funktionierte nicht. In Raids aber teilweise schon. Ich farmte also Pillager, startete den Raid bei der zweiten Trap und baitete die Pillager entspannt, während ich ihnen beim Sterben zusah. Der Raid ging bis in die Nacht und die Ravages starben, bevor die Sonne erwacht. Ich weiß nicht, wieso ich reimen wollte, aber hier habt ihr's. Ich sollte dichter werden. Diesmal gab es gleich drei Hexen, die am Ende übrig blieben, aber das war kein Problem. Wieso denn auch? Bis dann das passierte, was niemand gedacht hätte. Nichts passierte, aber vielleicht hast du gedacht, dass das Video jetzt zu Ende sein würde. Wenn ja, haha. Ich musste danach gleich mehrere Totems hintereinander verschwenden, weil ich ständig angegriffen wurde und nicht gescheit regenerieren konnte. Ich wurde von Wechs, Spinnen und sonst sowas verfolgt, während ich ein halbes Herz hatte. Was war das Problem? Ich hatte einfach nichts mehr zu essen und musste mich verzweifelt mit Zombiefleisch heilen. Daraufhin war der Raid aber ziemlich schnell wieder vorbei. Auf einer kleinen Plattform neben der Trap platzierte ich ein Netherportal. Der Spawn im Nether ist ja nicht so wichtig, außer er ist total schlecht, aber der an der Oberfläche schon. Wenn ich also das Portal in der Oberwelt platziere, dann passt alles. Aus den Fehlern davor hatte ich gelernt und schmiss das Feuerzeug nicht weg, nachdem ich das Portal errichtet hatte, also musste ich nach keinem suchen, um das Portal zu aktivieren. Auf dem Weg zurück war ich verdammt vorsichtig, wurde aber in der Luft von Blazes getroffen und musste mal wieder mit dem Zombiefleisch regenerieren. Zu Hause wollte ich den Trailer töten, aber er sorgte dafür, dass ein paar Schafe starben. Danach habe ich zwar mit einem Looting-3-Schwert noch mehr Schafe getötet, weil ich was zu essen brauche, aber das ist egal. Ich bereitete ein paar Tränke vor, bastelte mir eine neue Schalkerbox und färbte sie grün. Wer hätte es gedacht? Es waren Feuertränke. Meine rote Schalkerbox war voller Loot vom Raid, also musste ich ein paar Sachen rausholen, und ein paar Goldäpfel. Währenddessen haben beide Eisenfarms mal wieder fast 4,5 Stacks Eisen produziert. Ich hatte echt nicht viel zu tun, also baute ich echt viele Samen an dem Feld an und es dauerte echt lang. Mit einem Fläschchen sammelte ich Honig von den Bienen und bastelte mir einen künstlichen Bienenstock. Ich wollte die Bienen vermehren, aber es gab nie zwei Bienen gleichzeitig draußen, also wollte ich ein Haus zerstören, die Bienen beblumen und wegrennen. Leider ist die Biene von dem anderen Haus auch direkt aggressiv geworden und hat mich gestochen. Wer nicht weiß, was passiert, wenn die Bienen stechen, sie werden wieder neutral, aber sterben nach rund 30 Sekunden. Ich musste also gleichzeitig von den Bienen wegrennen und dann das Haus neu platzieren, damit die Bienen wieder ein neues Haus haben würden. Danach habe ich die Villager im Breeder gefüttert und sie sind einfach auf den Betten ineinander zum Brot geslidet. Später gibt es eine Stelle, bei der genau das gleiche passiert, nur mit noch mehr Villagern. Was vielleicht einige von euch nicht wussten, was aber sehr nützlich sein kann, ist folgendes. Man kann in Lava so wie in Wasser hochschwimmen, es dauert einfach länger. Außerdem kann man in der Lava mit einer Rakete starten, solange man eine Rakete hat. Wieso? Was? Das macht gar keinen Sinn. Wenn man eine Nitra hat, kann man mit einer Rakete starten. Nachdem ich euch hier belehrt habe, hat mich auch mein Twitch-Chat belehrt. Wie in der Oberwelt kann man Knoblauch auf der Erde benutzen und wenn man in einem grünen Biome ist, bekommt man grüne Pilze und wenn man in einem roten Biome ist, rote Pilze. Wenn man dann den Pilz stehen lässt oder halt seinen eigenen platziert, dann Knoblauch benutzt, dann sprießt der grüner Baum oder halt ein roter. Ich fing wieder an, nach Netherite zu suchen, aber worauf ich dann stieß, werdet ihr nicht glauben. Haha, natürlich nicht auf Netherite, sondern auf die Räume, bei denen ich im letzten Part mit Betten versucht habe, Netherite zu finden. Ich werde euch jetzt die stundenlangen Aufnahmen sparen, in denen ich einfach mit der Maus wackel und links gedrückt halte, aber ich fand mehrmals Netherite und sammelte wieder Magma-Blöcke. Ich flog aus einer Schlucht raus und fand wieder diesen Bock Lava, der nicht an Gras vorbei kann. Dann wartete ich kurz in Lava, weil mir kalt war und zeigte, dass ich derjenige bin, der die Hosen im Haus anhat. Danach fand ich noch mehr Netherite, dann noch mehr und dann flog ich brennt nach Hause. Damit ich leichter in den Gang reinfliegen kann, grube ich ihn ein bisschen aus. Der Rückflug lief eigentlich ganz gut, bis ich gegen die Wand flog und verdammt viel Schaden bekam. Zu Hause bastelte ich noch mehr Goldäpfel und sorgte dafür, dass der Drachenkopf ständig den Mund auf- und zumacht. Ich verzauberte noch mehr Bücher und entzauberte diejenigen, die ich nicht brauchen würde. Statt ständig hin und her zu rennen, sortierte ich die Bücher in der Kiste und nahm dann die mit, die ich nicht brauchen würde. Mit der Silk Touch Axt sammelte ich die Bücherregale ein und fing an mit dem Redesign der Base. Ich versuchte es mit Warped Stem, aber naja, nicht mein Geschmack. Die Säulen an den Wasserströmen müssten natürlich auch verändert werden, also baute ich die Schilder ab und weil dann das Wasser zu dem Zombie floss, schaffte er es aus dem Boot. Ich musste mich natürlich mit Selbstverteidigung selbst verteidigen, also gab es den Zombie auf magische Weise nicht mehr. Das alles wäre nicht passiert, wenn Boote in Wasser schwimmen würden. Was? Das tun sie normalerweise, aber Minecraft ist nur ein Spiel und muss nicht realistisch sein? Nee, Minecraft spiele ich nicht mehr. Eigentlich hatte ich vor, Säulen immer aus herkömmlichem Basalt zu bauen, aber mein Twitch-Chat schlug mir vor, poliertes Basalt zu benutzen und hat mich dann auch noch dazu überreden, es zu benutzen, obwohl es schlecht aussieht. Ich fällte ein paar Bäume für eine bessere Sicht Samen bekomme, weil ich ja immer noch Silditch auf meiner Axt habe. Ich machte Platz für die Melonen-Farm, aber weil ich Silditch auf meiner Schaufel hatte, verwandelte sich das Potzol nicht in Erde, also tauschte ich wieder die Schaufeln und nahm das alte Paddel. Damit ich auch ein bisschen Erde platzieren kann, entfernte ich einen kleinen Teil des Hügels. Danach platzierte ich die Melonen und schmiss die Items aus der Chest weg, damit die Melonen auf beiden Seiten wachsen können. Dann baute ich einen langen Weg aus Fichtenholz. Meine Idee war, dass hier ein langer Gang entsteht und es links und rechts Räume gibt, wo dann zum Beispiel das Lager stehen wird oder halt zum Beispiel der Zauberraum. Damit das Ganze nicht so eintönig aussieht, versuchte ich es mit verschiedenen Blöcken und ihr könnt froh sein, dass ich keinen schlechten Geschmack habe. Mit Fichtenholz sah das Ganze ein bisschen besser aus, aber ich machte den Gang noch ein bisschen breiter, damit das Ganze noch besser aussieht. An der Wand benutze ich dann Basalt und Stonebricks. Ihr fragt euch vielleicht, wieso ich mit F1 so rumstand, aber ich fragte meine Zuschauer, ob das linke oder das rechte besser aussah und wir fanden alle das linke besser. Das Ganze sah dann ungefähr so aus. Damit man die Villager im Spaßland beobachten kann, habe ich Glas platziert und ich fand, das sieht mit dem Shader echt gut aus. Nee, Spaß dort ist gar kein Glas, das musste ich noch craften und dann es platzieren. Ein Villager ist ausgebrikst, aber ich sorgte dafür, dass er wieder reinging. So, da, geh wieder rein, du Kek. Mit dem Netherscrap, das ich vor gefühlt 10 Jahren gefarmt habe, bastelte ich mir Netherite Bricks und verbesserte meinen Helm und meine Schuhe. Beide sehen mit Netherite wirklich sehr viel besser aus. Insgesamt sah ich jetzt auch sehr gut aus, abgesehen davon, dass ich halt das Elytra anhatte. Ich erhöhte die Decke um einen Block, damit das Ganze nicht so eng war und grub dann den Gang weiter, damit ich alles ausplanen konnte. Außerdem fand ich eine Katze, die zuerst von mir weggerannt ist und dann bei der Diabetes-Plantage gebreakdanced hat. Ich sammelte das Eisen ein, machte daraus Blöcke, fällt da einen riesigen Baum und erweiterte damit den Gang. Auch auf der Decke benutzte ich das gleiche Design, weil ich das total gut fand. Ich probierte aus, ob die Wand nur aus Basaltsöllen gut aussehen würde und ich fand das nicht gerade gut. Zum Glück habe ich dann doch die unpolierte Variante des Basalts benutzt. Sie sieht weitaus besser aus, weil sie viel mehr Texture hat und nicht so eintönig ist. Unter dem Raum musste ich den Eisen-Villager weiter verschieben, damit die Villager im Raum keine neuen spawnen würden. Und an der Oberfläche habe ich die Melonen abgefahren. Ich habe einen Eisen eingesammelt und nach Weaponsmith gesucht, denen ich das Eisen verkaufen konnte. Mit einem Eimer Wasser wurde der Eisen-Villager transportiert und dann habe ich angefangen, das Feld nach und nach zu entfernen. Wenn man die Erde abbaut, dann wird auch das Weizen abgefahren, denn das bedeutete, dass die Villager rumrennen und vielleicht runterfallen würden. Deshalb habe ich zuerst das ganze Weizen eingesammelt und dann wieder das Feld weiter abgebaut. Damit so kein riesiges Loch war, habe ich alles mit Bruchsteinen zugepflastert. In einem Komposter gab es Bonemehl und es ist tatsächlich so, dass Farmer zum Bonemehl laufen. Ich fing an, eine Art Mauer zu bauen, an der es immer Tresen geben soll. Das ist so kompakt wie möglich und sorgt dafür, dass ich nicht immer nach bestimmten Villagern suchen muss, sondern jedes Mal weiß, wer wo ist und wer was kauft oder verkauft. Um auch die Melonen-Farm noch kompakter zu machen, wollte ich ausprobieren, ob die Melonen auf Slabs wachsen. Dann könnte ich das Wasser unter die Slabs machen und würde nur 8 statt 9 Blöcke brauchen. Ich fällt hier einen riesigen Baum und noch einen und noch einen. Das hier ist auch der perfekte Zeitpunkt, um nochmal zu erwähnen, dass ich je nach Lust und Laune um 18 Uhr auf Twitch streame. Dort kannst du live dabei sein und mir zum Beispiel Tipps geben oder mir Fragen stellen. Ich nahm ein paar Eisenblöcke und verkaufte das letzte Mal Eisen, damit ich noch ein paar Emeralds übrig haben würde. Wenn man Villager schlägt oder gar tötet, dann erzählen sie das weiter und je öfter du jemanden tötest, desto teurer werden die Preise, weshalb ich mich mit ein paar Emeralds im Voraus versorgen wollte. Ich fing also an mit dem Töten und platzierte auch die Betten an anderen Stellen, damit ich letztendlich die Wand zubauen könnte. Ich sortierte die Villager aus und schlug dann die, die ich nicht brauchen würde. Denn der Baum musste auch sterben und als er starb, starb er nicht kopfüber. Die Preise für Rüstungen hat mittlerweile das Maximum erreicht. Ich sperrte den Mending Librarian ein, damit ich ihn auf keinen Fall köpfen würde. Während ich die Arbeitsblöcke abbaute, damit neue gesbondte Villager keine Arbeit bekommen würden, bin ich in die Schlucht vom Eisengolem gefallen und musste mich schnell wieder hochbauen. Das Weizen ist währenddessen ausgewachsen, also erntete ich ein letztes Mal das Feld, um Brot herzustellen und die Tiere füttern zu können. Das waren sieben Stacks Weizen und eine halbe Kiste Gras. Ich farmte Melonen und sammelte ein bisschen Erde, damit ich die Schläpps wieder mit Erde ersetzen kann, weil Melonen nicht darauf wachsen können. Bei den Villagerin verteilte ich das Brot und sie fing zeitgleich an, Kinder zu produzieren. Ich platzierte echt viele Betten und fing an, das neue Inventarsystem zu bauen. Diesmal waren die Kisten nicht zwei Blöcke breit, sondern zwei Blöcke lang. Dadurch kann ich mehr Items in einem kleinen Bereich abdecken, aber es ist ein bisschen schwerer, die Kiste und nicht das Itemframe zu treffen. Als letztes bastelte ich ein paar Itemframes und platzierte sie. Ich fütterte die Kühe, fütterte die Schafe und schlachtete die Schafe. Alles zum Wohle der Allgemeinheit. Ich grub ein neues Loch, damit ich an einer anderen Stelle aus meiner Base komme und alles besser aussieht. Das Loch hatte ich leider an einer falschen Koordinate gegraben, also musste ich direkt daneben graben und gleichzeitig das vorherige Loch zubauen. Danach platzierte ich Soul Sand und Kelp und der Fahrstuhl lief wie geschmiert. Oder halt fuhr. Ich weiß es nicht, eigentlich fährt der Fahrstuhl und läuft ja nicht. Es haben Blöcke unter den Betten gefehlt und deshalb gab es diesen Villager, der an den Füßen seines Sohnes gestoppert hat. Ich hab ihn getötet. Dann die Blöcke unter den Betten platziert. Es gab zwar nicht nichts, das nicht nicht am 135. Tag nicht nicht passiert ist, aber um euch nicht zu langweilen, habe ich es nicht nicht bevorzugt, einfach die neue Base nicht nicht vorzustellen, sobald sie fertig ist. Jetzt stelle ich euch alle Kisten im neuen Inventarsystem vor. Es gibt Holz, gummische Items, Redstone, Endesite, Granit und der ganze Steindreck, Eisen, Mobloot, Glas und Sand, Blöcke zum Abbauen, eine ganze Doppelkiste nur für Bruchsteine und nochmal das gleiche, das gleiche nur mit Dirt und Ausrüstung. Auf der anderen Seite gibt es Tierprodukte, Graszeugs, Netherbricks, nichts, nichts, Netheritems, essbares Pflanzenzeugs, nichts und Endzeugs. Durch die riesigen Scheiben dann habe ich Villager getötet, das Spiel pausiert, Essen verteilt, Zuckerrohr gefarmt, Melonen gefarmt, die Kürbisfarmer mal ein paar Blöcke erleichtert, meine 1,5 Stacks Melonen in die Kisten gelegt und das alte Loch, wo man hochkommt, zugebaut. Natürlich wurden die Kühe und die Schafe wieder gefüttert und dann habe ich endlich mal im Nether eine Lavaquelle zugebaut, die tatsächlich so generiert wurde, dass sie perfekt runterfließen konnte und sozusagen aus der Decke floss. Mein eigentliches Ziel war es, im Nether Lava zu sammeln und nachdem das erledigt war, verteilte ich wieder Essen. Die Villager sind auf den Betten rumgefahren und das war lustig. Mit der Lava wollte ich Obsidianen herstellen und mitnehmen, aber dann habe ich mich daran erinnert, dass ich einfach zu einem Lavasee oder halt Obsidianensee gehen kann. Bei dem Lager platzierte ich Öfen und in einem Dorf klaute ich Heuballen. Ich flog weiter zum Endportal oder halt gegen einen Baum, um dort ein Endportal zu platzieren. Dann müsste ich nie wieder durch die Oberwelt fliegen, um zum Portal zu kommen. Ich ging rein und baute mir einen kleinen Gang zum ersten Enderportal, das zu meiner Base führt, damit ich mir schnell merken kann, wo das Portal ist, baute ich eine Landeplattform aus Heuballen, um sie schneller zu erkennen. Ich erhöhte den Gang um einen Block, damit ich jederzeit fliegen konnte und flog dann volle Kanne gegen die Markierung, die mir eigentlich hätte helfen sollen, das Ende des Gangs zu sehen. Im End bin ich Brainy auf Karnas falsche Portal gelaufen und bin nicht wieder in meine Base gespawn, weil ich dort die Betten mehrmals abgebaut und wieder hingebaut habe. Ich musste also wieder nach Hause fliegen, dann durch den Nether, wieder zum Endportal. Endlich war ich beim Portal und dort haben erstmal vier Creeper auf mich gewartet und ihr könnt selbst sehen, dass es nicht gut gelaufen ist. Oder sollte ich lieber sagen, geflogen. Ach, ich hau hier mal wieder die Banger raus. Damit ich genug Schalker habe, um das Achievement zu bekommen, bin ich zur ersten Siedlung gegangen, die ich damals gefunden hatte. Dort flogen sogar immer noch Rotzkügelchen rum. Um das Achievement leichter zu sammeln, fing ich an Endermans zu töten. Ich schmiss die Enderperlen, während ich noch flog, aber das waren keine 50 Blöcke, also klappte es nicht. Ich musste also wieder Endermans töten und habe mich dann 50 Blöcke weit nach oben gebaut, damit ich das Achievement mit Leichtigkeit sammeln kann. Ich ließ mich also von einem Schalker treffen, flog zur Decke der Säule und schmiss die Enderperle auf den Boden, den ich vorbereitet hatte. Es funktionierte und damit war noch ein Achievement abgehakt. Ich flog wieder nach Hause und baute dort endlich die Kiste und die Workbench vor der Melonen Farm ab. Die Items hatte ich ja schon vorher entfernt. Vor dem Spaßland wollte ich ein Schild mit der Aufschrift Spaßland platzieren, aber weil ich Capstack aktiviert hatte, sah das Ganze ein bisschen fragwürdig aus. Für das nächste Achievement musste ich meine Chestplate mit Enderite verbessern und ich habe es erstmal in der Workbench versucht. Das klappte natürlich nicht, also schaute ich mir die Preise beim Larrarian an, die immer noch hoch waren und verbesserte dann die Chestplate im Smithing Table. So heißt das Ding, glaube ich. Ohne die Chestplate anziehen zu müssen, hatte ich schon das Achievement. Ich finde, ich sehe auch echt cool aus mit den ganzen Sachen. Ich pflanzte wieder Samen auf dem Feld an und gab den Villager den Breeder Kartoffeln, damit sie sich vermehren würden. Doch dann... passierte mal wieder absolut gar nichts und alles war gut. Ich baute mittlerweile einen Zauberraum und braute dort einen Schwächetrank für das nächste Achievement. Ein Zombie musste her, um meinen Villager an der Oberfläche zu infizieren und dabei wäre ich fast draufgegangen. Ich musste in die Grobe springen, damit der Zombie mit mir reinkommen würde und dann musste ich wieder rausgehen, ohne dass der Zombie raus konnte. Es wurde wieder Tag und ich musste vorerst einen Eimer Wasser benutzen, damit der Zombie nicht verbrennen würde. Nachdem der Villager infiziert war, tötete ich den Zombie, schmiss den Schwächetrank und benutzte einen Goldapfel. Dann war der Zombie erstmal im Weiben. Es hat sich herausgestellt, dass der Zombie drei Minuten braucht, bis er geheilt ist, also bin ich aber wieder weggegangen. Während ich im Zauberraum weitergearbeitet habe, wurde der Zombie auch endlich geheilt. Mir fiel auf, dass ich die Kisten auf der linken Seite um einen Block zu nah an dem Gang gebaut habe und was mir nicht auffiel, waren diese Diamanten, die nur so darauf gewartet haben, von mir abgebaut zu werden. Ich will ja nie Diamanten verschwenden, hatte aber kein Zirktisch auf meiner Spitzhacke, also versuchte ich es mit der Schaufel auf einem Stein und es funktionierte nicht. Die Diamanten würden mich beim Bauen stören und normalerweise sage ich ja, dass ich die Diamanten nicht brauche, weshalb ich sie nicht abbaue, aber wenn es sowieso egal ist, wie viele ich habe, brauche ich auch kein Fortschen auf meiner Spitzhacke. Ich glaube, die Villager wollen aus dem Spaßland raus. Ich baute den Boden unter dem Zaubertisch aus Basalt und Basalt ist auf jeden Fall mein Lieblingsblock, egal was. Den Amboss wollte ich nicht vor den Zaubertisch stellen, also stellte ich ihn hinter den Zaubertisch. Für das nächste Achievement verzauberte ich eine Armbrust mit Piercing. Das sorgt dafür, dass der Pfeil teilweise mehrere Gegner durchbaut. Übrigens habe ich das Muster verändert. Bei jedem Raum werden Holzbalken zum Raum führen, so kann man schnell erkennen, wo ein Raum ist. Die Preise bei den Villagern waren immer noch ziemlich hoch und der Villager, den ich geheilt hatte, verkaufte mir einen Amul für ganze 21 Diamanten. Hammerpreis. In der Nacht habe ich ein Skelett gebetet. Ich wollte es mit dem Bogen aus 50 Meter Entfernung töten, aber es ist in das Kugel hier reingelaufen und ich hätte es da nicht mehr rausgekriegt. Dann habe ich noch ein Skelett gebetet und es in ein Boot eingesperrt, aber es wurde schon wieder Tag und es fing an zu brennen. Ich wollte ein Dach darüber bauen, aber das Skelett hat mich währenddessen abgeschossen. Ich wollte gerade das Dach vergrößern, aber da spawnte ein Golem wegen den Villager und Breeder. Er lief direkt auf das Skelett zu, aber zum Glück konnte ich ihn oft genug mit dem Pfeil abschießen, weshalb er dann stehen geblieben ist. Ich zählte die Blöcke ab, aber genau dann spawnte der nächste Golem, der wieder aggressiv auf das Skelett wurde und trotz meiner Versuche ihn aufzuhalten, schaffte er es zum Skelett und wurde dann auf mich aufmerksam. Ich hatte keine Lust mehr darauf und flog also durch den Nether zu den Pillagern, ging aber ins falsche Portal. Dann gab es auch noch einen Gars, der mich abgeschossen hat und erst nachdem ich es entfernt hatte, platzierte ich ein Schild, wo drauf stand Falsches Portal, in Klammern. Keck. Rechts ist das Richtige. Geh da hin. Damit ich dann auch das echte Portal finden würde, baute ich einen Pfeil, den man mit Leichtigkeit erkennen konnte. Bei der Trap ging ein Skelett freiwillig in ein Boot und schoss mich sogar rückwärts mit dem Bogen ab. Ein Meister. Es gab mal wieder sichtbare, unsichtbare Spinnen und dann habe ich die Blöcke abgezählt, um weit genug in fern vorm Skelett zu sein. Für das nächste Achievement musste ich zwei Phantome gleichzeitig treffen. Jedenfalls dachte ich das, aber es reichte nicht aus und ich schaffte es nicht, zwei Phantome auf einmal zu töten. Es wurde Tag und ich beeilte mich, um schnell ein Dach zu bauen, bevor das Skelett verbrannte. Ich baute ein noch größeres Dach, um dann mit Redstone eine Trapdoor zu triggern. Ich verkabelte das Redstone und konnte dann mit Leichtigkeit bestimmen, wo die Repeater hin mussten. Ich schoss viele Pfeile, rannte schnell zum Hebel und bekam das Achievement nicht. Das Boot war kaputt, also hatte das mit den Pfeilen geklappt, aber entweder das Skelett hat ein HP und es verbrannt, als ich die Trapdoor geöffnet habe oder es zählte einfach nicht, weil ich die Pfeile nicht selbst geschossen habe. In der Nacht platzierte ich mehrere Boote nebeneinander und ging in ein Loch. Das sollte dafür sorgen, dass die Phantome mich versuchen anzugreifen und dann im Boot gefangen werden. Ich fing aber ein neues Skelett und brachte es unter dem Dach unter. Wer mir immer noch nicht glaubt, dass Phantome dumm sind, sie sind dumm. Ich schoss schon wieder viele Pfeile, aber als ich runtergesprungen bin, habe ich alle Pfeile wieder eingesammelt. Das mit dem Phantom funktionierte eigentlich ganz gut. Ich fuhr sie nebeneinander, während ich angeknabbert wurde. Ich schoss mit der Armbrust, aber die Boote gingen leider kaputt und deshalb habe ich es auf die normale Weise versucht. Ich schaffte es zwar, dass zwei Phantome gleichzeitig Schaden bekommen, aber das zweite Mal starb eins und das andere bekam noch niemals Schaden. Ich war eine Zeit lang echt low, musste aber zum Glück kein Totum benutzen. Das Skelett hat grundlos angefangen wieder zu brennen, obwohl es vorher nicht gebrannt hat und ich gerade dabei war, das Dach zu vergrößern. Ich hatte absolut keine Lust und bin deshalb einfach hochgeflogen und mit einer Rakete wieder runter und dann passierte es. Ja, nichts passiert, ich verlor einfach meinen Totum. Hast du etwa gedacht, ich sterbe in diesem Part? Ich baute eine Treppe, wo die Pellager nicht hochlaufen würden und schaute Pigglins zu, wie sie rumrannten. Dann flog ich nach Hause und schubste mal wieder einen Enderman in die Lava. Ich sammelte wieder Eisen, tötete ein paar Kühe und transportierte dann die Sachen aus den Kisten, damit alles symmetrisch aussehen konnte. Ich baute endlich das Design an der Decke aus und konnte nur noch die Items aus der Zauberkiste transportieren. Als letztes sammelte ich noch Zuckerrohr. Ich bin aus Versehen zum falschen Portal geflogen, also musste ich zurück zum Spawn und dann habe ich mit einem halben Herz überlebt. Als ich bei den Pillagern ankam, bekam ich das Achievement, bei dem man mit dem Nether rumfliegen muss. Das lag daran, dass die Entfernung der zwei Netherportale vom Enden von den Pillagern größer als 1000 Blöcke war. Ich tötete ein paar Pillager, schoss sie für ein weiteres Achievement mit der Armbrust ab und bekam endlich Bad Ohm. Ich startete den Raid bei der Trap und baute mir aus Holz als eine kleine, sichere Plattform. Ich hatte keine Lust mehr, es mit der Trap zu versuchen, also machte ich es ganz normal mit dem Bogen und schaffte es. Ich hab's getroffen, nein! Ja! Insgesamt hatte ich wahrscheinlich eine Stunde lang versucht, das Achievement zu bekommen und es war verdammt nervig. Der Raid war natürlich immer noch nicht vorbei und ich musste Hexen und einen Ravager töten. Am 145. Tag explodierte ein Creeper. Ich wollte wieder Blöcke platzieren, damit die Trap funktionieren würde, aber ich wurde von einem Totem abgelenkt und wollte es auch noch einsammeln. Dann passierte es. Das, worauf wahrscheinlich jeder hier gewartet hat. Ohne es zu bemerken, waren die Pillager schon da. Die Windecater machten verdammt viel Schaden und statt schnell noch eine Puppe in die Hand zu nehmen oder mit dem Elytra wegzufliegen, versuchte ich mich freizubauen und benutze noch nicht mal meine Dia-Schaufel. Danach saß ich erstmal da und dachte einfach nach. Ich fragte kurz den Chat, ob es okay wäre, doch weiter zu spielen und entschied mich aber schnell dagegen, weil eine Hardcore-Welt dafür da ist, um vorbei zu sein, wenn man stirbt. Das war natürlich ein sehr spektakuläres und emotionales Ende, wie das letzte Mal. Vielleicht hast du ja schon den ersten Part gesehen, wo ich 50 Tage lang in Minecraft Hardcore überlebt habe. Wenn nicht, klicke rechts oben auf das i. Ich zeige gleich meine vorherigen Welten, was passiert ist und wie soll ich gestorben werden. Ich habe also wie üblich Holz gesammelt, Tools gecraftet und noch mehr Holz gesammelt. Danach bin ich in eine Höhle gegangen und habe viel Eisen und Kohle gefunden. Ich habe außerdem wieder das Achievement Nicht heute Dankeschön bekommen und habe daraufhin einen Creeper gezeigt, wie cool ich bin. An dieser Stelle habe ich für Sicherheit mit meinen Bauskills gesorgt und die Spinnen im Spawner sind vor Freude geplatzt. Natürlich musste ich auch ein paar Monster in der Höhle bekämpfen und habe dann erstmal eine Kiste mit richtig geiler Blut gefunden. Und in dieser Chest gab es das legendäre Enchantment Unbrauchbar 1. Außerdem musste ich noch eine Monster bekämpfen und dann gab es diesen krassen Kampf zwischen einem Skelett und einem Zombie. Danach wollte ich einen Creeper und eine Spinne mit Lava töten, aber die Spinne war auf Kokain. Ich hatte fast die ganze Zeit ein halbes Herz und nichts zu essen, also musste ich mich von Zombiefleisch ernähren, aber das hat mir auch nicht weiter geholfen. Ich vermute, dass ich mich hier hinlegen wollte, um HP zu regenerieren, aber andererseits habe ich das Gehirn eines Goldfischs, also bin ich mir da nicht ganz so sicher. Gut, weiter geht's, ich hatte also kein Essen mehr und war Half-Life, also musste ich mich hochbauen und das kann man hier nicht schwer erkennen. Irgendwann war ich dann auch wieder an der Oberfläche, also ist es jetzt Tag 2. Im Fluss nebenan habe ich Angelsimulator für Arme gespielt und weil ich mich nicht nur von Fischen ernähren will, habe ich auch Hühner getötet. Nachdem ich endlich Hühnchen gebraten habe, hatte ich endlich was anderes im Mund als Zombiefleisch und Salzwasser. Danach bin ich ein bisschen auf Bäume rumgesprungen. Wieso dachte ich, das wäre interessant und erwähnenswert? Keine Ahnung, aber jetzt lasse ich das im Video. Das ganze Eisen und andere Sachen aus der Höhle habe ich dann in eine Konstruktion namens 6er Ofen gepackt, damit alle Sachen so effizient wie möglich gebraten werden. Ich hatte sogar so viel Eisen, dass ich Eisenblöcke craften musste, weil mein Inventar zu voll war. Kurz bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich dann noch ein paar Kühe geboxt. Danach habe ich wieder meine Kenntnisse über Bienen unter Beweis gestellt und ein paar Schildkröten gefüttert. Meine Kenntnisse haben nicht ausgereicht, um zu wissen, dass man Behutsamkeit braucht, um Schildkröteneier mit einer Pickaxe abzubauen. Natürlich habe ich es danach mit den Händen versucht, weil ich so smart bin. Weil das hier ein tierfreundliches Video sein soll, habe ich ein paar Hühner gefüttert. Dann habe ich ein paar Blumen gesammelt, um sie bei einem Bienennest zu platzieren, damit sie Honig produzieren können. Am nächsten Tag habe ich zwei Bienen vereint, nur um mir zu Hause wegen meiner Dummheit zu zerstören. Um so zu tun, als ob nichts passiert wäre, habe ich hier einen Hund befreundet und jedoch meine Reise über den Atlantik mitgenommen. Auf einer Insel angekommen, habe ich dann wieder Kühe getötet. Merkt euch bitte diese Stelle hier, sie wird später für den Plottwist wichtig, also nicht vergessen, sondern einprägen. Auf meiner Reise bin ich durch ein Birkenbio umgestoßen und abgesehen davon, dass ich diesen Baum in Minecraft hasse, aber in real life cool finde, gab es hier diese riesige Birke. Weiß einer von euch, in welchem Update sie eingeführt wurde? Okay, wisst ihr noch, wie ich euch vor 10 Sekunden gesagt habe, dass ihr euch diese Stelle einprägen sollt? Merkt euch bitte diese Stelle hier, sie wird später für den Plottwist wichtig, also nicht vergessen, sondern einprägen. Ich habe es anscheinend geschafft, mich zu verlaufen und am vierten Tag die ganze Zeit im Kreis zu laufen, nur um am fünften Tag wieder daran vorbeizufahren. Ach ja, falls hier jemand Sherlock Holmes sein möchte, hier eine Analyse. Wenn man beide Clips vergleicht, dann erkennt man glasklar, dass sie beide nicht gleich sind. Also Möglichkeit A, ich bin wie ein Idiot im Kreis gelaufen und ich bin zweimal in dieser Stelle vorbeigekommen oder Möglichkeit B, ich bin wie ein Idiot hier langgefahren und habe mir gedacht, Boah, cool, wie wäre es, wenn ich zurückfahre und nochmal dran vorbeifahre, um dann ein Minecraft Video zu machen und dort zu sagen, dass ich ein Idiot bin und deshalb zweimal an dieser Stelle vorbeigekommen bin. Nach sechs Tagen habe ich dann endlich ein Dorf gefunden und mich nicht darüber gewundert, wieso hier irgendwas eingezäunt wurde. Natürlich habe ich mich an den Kisten der Villager bedient, deren Häuser verunstaltet und so lange an meiner Base gearbeitet, dass ich mich wieder schlafen legen musste. In dem Dorf habe ich dann ein paar Kahotten und Kartoffeln gepflanzt. Das Base-Design war natürlich das gleiche wie in meiner jetzigen Welt. Ich finde das Design einfach cool und falls es eine zweite Season vom Hardcore Minecraft Survival geben sollte, werde ich mich für ein anderes Design entscheiden, damit das Ganze nicht langweilig wird. Okay, was glaubt ihr, ist hier passiert? A. Ich habe die Aufnahme pausiert, aber weitergespielt. B. Ich habe an der Base weitergebaut. C. Ich habe es geschafft, in Lava zu fallen. Oder D. Ich bin fast an einem Block erstickt. Na, wer findet das heraus? Alle Antworten sind richtig. Damit ich keine zu langen Aufnahmen verliere, falls die Aufnahmen corrupten sollten, habe ich die Aufnahme gestoppt, aber keine neue angefangen. Dann habe ich weitergespielt und an der Base gebaut. Ich habe mich aus irgendeinem Grund dagegen entschieden, einmal zwei Blöcke abzubauen, damit ich auf keinen Fall in Lava falle. Zum Glück hatte ich einen Wassereimer dabei, den ich natürlich platziert habe, aber weil man ja nicht aus Lavas schwimmen kann, war ich mitten im Block, statt über dem Block. Ratet mal, was danach passiert ist. Ich habe mir die Aufnahme angeschaut und gesehen, dass ich die ganze Zeit nicht aufgenommen habe und war komplett am Ragen. Ich bin irgendwie froh, dass ich in dieser Welt gestorben bin, weil ich echt keine Lust hatte, diese Situation zu erklären und unglaubwürdig zu erscheinen. Aber hier sitze ich und lese mein Skript vor. Habe ich was aus dieser Situation gelernt? Nein. Beim zweiten Loch, das ich buddeln musste, habe ich immer nur einen Block abgebaut und dann ist es zu dieser Situation gekommen. Unten habe ich Lapis gefunden und mich schnell schlafen gelegt. Zurück an der Oberfläche habe ich dann ein kleines Feld eingelegt. Es ist zwar nicht gut, aber dafür schlecht. Dann habe ich wieder weiter gebuddelt und diesmal Wasser benutzt, damit sich die Lava direkt in Obsidian verwandelt, falls ich auf sie treffen sollte. Ich war also mit der Base soweit fertig und wollte direkt ein netter Portal bauen. Weil ich keine Dias gefunden hatte, musste ich einmal benutzen und ein paar davon sind in die Lava gefallen, weil mein Inventar zu voll war. Aber zurück an der Oberfläche ist dann das passiert. Und damit beginnt die zweite Welt. Ich fasse sie grob zusammen, weil sich der Ablauf kaum unterscheidet und das Video zu lang werden würde. Ich habe mir also wieder Tools gecraftet und bin dann in eine Höhle gegangen. Dort habe ich dann Kohle und andere Sachen gefunden, die ich dann in gefühlt 20 Öfen geschmolzen habe. Außerdem habe ich dort mein Lieblingsessen entdeckt. Dried Kelp. Es ist überhaupt nicht sättigend, es gibt ja kaum Hunger, aber dafür kann man das so cool und schnell essen. Auf der Suche nach einem Dorf bin ich durch dieses Fichtenholz, Rinden, Mui, Steinkrater auf dem Boden wie umgekommen. Teilweise musste ich auch übers Meer, also habe ich ein Boot benutzt. Wie in der richtigen Welt habe ich auch hier komisches Wasser gefunden. Und ich finde diese Stelle hier auf dem Berg sieht wirklich cool aus und wäre ich nicht auf der Suche nach einem Dorf, hätte ich hier meine Base gebaut. Nach etlichen Tagen habe ich dann endlich auch ein Dorf gefunden und erstmal deren Ernte geklaut, nur um zu bemerken, dass ich anscheinend noch nicht genug komisches Wasser gefunden habe. Man kann da sogar hochspringen. Ich habe mit der Konstruktion der Base angefangen und bin erstmal in eine Höhle reingefallen. Unten angekommen gab es eine zweite Höhle, in der ich erstmal Diamanten gefunden habe. Ich habe sie freigeräumt, abgebaut und am Ende hatte ich sieben Stück. Ich war mit der Konstruktion der Base fertig und habe sogar Villager reingelassen. Leider habe ich nicht stark genug ausgeleuchtet, also müsst ihr jetzt mit ansehen, wie ich drei Zombies tötete. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, noch mehr Villager runterzuschicken und sie zur Farm anzumachen. Ich habe mit der Konstruktion einer Mauer angefangen, damit sich keine Zombies auf meinem Grünstück verlaufen. Mein Weaponsmith hat mir eine Dierachs verkauft, weshalb ich endlich anfangen konnte, diese riesigen Bäume abzubauen. Unten wollte ich dafür sorgen, dass ein Farmer Kartoffeln und Karotten kauft, weshalb ich ständig seinen Arbeitsblock abbauen musste. Doch dann... Was mich an dieser Situation am meisten aufregt, ist, dass ich nach dem ersten Schlag nicht weggelaufen bin. Mein Gehirn hat einfach aufgehört zu funktionieren. Wäre ich nach hinten gelaufen, dann hätte mich der Eisengolem nicht mehr bekommen, weil ich mit der Konstruktion nicht fertig war und die Decke nur zwei Blöcke hoch war. Ich bin irgendwo froh, dass ich auch in dieser Welt gestorben bin. Dadurch, dass ich zehn Tage lang ein Heimdorf gesucht habe und weil ich jahrelang eine große Mauer gebaut habe, hätte ich nicht mehr viel Zeit gehabt, um die Dinge zu machen, die ich in dieser jetzigen Welt gemacht habe. Damit kommen wir zur dritten und letzten Welt. Ich bin also in einem Sumpf gespawnt, habe erstmal Holz abgebaut und dann Steinschulz gecraftet. Auf einer Höhle, die keine Höhle war, habe ich Kohle gefunden. Nebenan gab es eine Höhle, die eine Höhle war, doch ich wurde von einem Skelett wieder vertrieben. Weil ich ein richtiger Mann bin, habe ich einfach meine Axt in die Hand genommen und das Skelett vernichtet. Endlich hatte ich Eisen und damit habe ich mir als erstes ein Schild gecraftet. Als ich wieder meine Sachen packen wollte, wurde ich von einem wütenden Zombie überrascht, den ich entfernt habe. Auf der Suche nach Heimdorf bin ich auf diesen Berg gestoßen und wollte in diese Wasserquelle springen. Ich habe es aber geschafft, auf diesen einen Block, wo es kein Wasser gab, drauf zu springen und zu sterben. Wir alle kennen die Schwierigkeit Hardcore in Minecraft, wo man nur einmal sterben kann. Und wenn es eine Sache gibt, die schwieriger ist als normales Hardcore, dann ist es Hardcore Exitus. Eine Welt, in der alles stärker ist und es umso schwieriger ist zu überleben. Die Errüstung lässt sich nicht kaufen und hat spezielle Rezepte. Tintenfische geben dir den Wither-Effekt, Fische werden zu Guardians, man bekommt unter Höhe 32 Blindheit und du kannst nicht schlafen. Die Nächte in Exitus haben sich fast so lange angefühlt, wie all die Nächte, in denen ich an diesem Video hier gearbeitet habe, weshalb ich mich freuen würde, wenn du für den Algorithmus hier einen Like und Kommentar da lässt. Vergiss auf jeden Fall nicht zu abonnieren, damit du solche Videos in Zukunft nicht mehr verpasst. Der Enderdrache ist natürlich auch viel stärker, aber ich will ihn am Ende dieses Projekts besiegen. Mein Texture-Pack, den Shader und das Data-Pack mit einer ausführlichen Zusammenfassung aller Veränderungen gibt es auf dem Discord-Server direkt unter dem Video. Ich hoffe, ich sehe dich dort. Aber jetzt würde ich dich nicht länger auf die Folter spannen und wir können mit dem ersten Tag dieses Abenteuers beginnen. Kaum schaute ich mich in der Welt um, gab es direkt ein Dorf zu sehen. Ich lief schnurstracks los und konnte die Felder der Villager plündern, weshalb ich Karotten und Kartoffeln hatte. Ich sammelte Holz, Stein und machte mir ein paar Werkzeuge. Um die Villager einzusperren, bimmelte ich die Glocke und nahm sie mit. Danach machte ich mir ein kleines Feld, wo ich das ganze Gemüse anbaute. Während ich Holz farmte, wurde ich auf ein altes Nether-Portal aufmerksam und plünderte den Stuff, den es dort gab. Mit dem Obsidian und zwei weitere Diamanten könnte ich jetzt eine Diaspitze-Sacke craften und mit der Gold-Jazz-Blade müsste ich mir keine Sorgen über Piglins machen, auch wenn ich fürs Erste nicht mehr in den Nether müsste. In einer Schlucht fand ich mein erstes Eisen, das ich vorsichtig abbaute und machte es mir in einer der Hütten gemütlich. Das Bett vom Villager musste aber weg, damit ich anfangen konnte, nach Diamanten zu suchen. Ich grub mich also runter, schieße aber mehrmals auf die Schlucht, die wirklich gefährlich war. So sieht das übrigens aus, wenn man versucht zu schlafen und so ähnlich war das bei mir, während ich an diesem Video geschnitten habe. Jetzt geht es aber weiter mit meiner Suche nach Diamanten. Am nächsten Morgen baute ich die gefährliche Schlucht direkt vor meiner Haustür zu. Ich bin davor nicht so wählerisch gewesen, weil ich in der Nacht so schnell wie möglich in Sicherheit wollte und der Zusammenstoß mit Mobs meinen bitteren Tod bedeuten würde. Ich sammelte den restlichen Tag lang Holz, packte das Ganze in den Ofen für Holzkohle und suchte weiter nach Diamanten. Während mein Eisen im Ofen lag, beobachtete ich einen Eisengohle bei seiner Arbeit. Ich wette, das macht jeder so und das ist überhaupt nicht komisch. Ich bin echt oft auf Gold, Eisen und Kohle gestoßen, aber viel wichtiger ist, dass ich Lapis fand und ich so zu meinen ersten Diamanten kommen könnte. Also gut, wir haben hier Lapis, das heißt wir müssen jetzt in Richtung Norden, das heißt hier hin, das ist hier Osten, das ist nicht richtig, wir müssen Richtung Norden, das ist hier Süden, wir müssen Richtung Norden, das heißt wir graben uns hier lang. Ich suchte nach ihnen, aber vergeblich. Ich fand nichts als Bedrock. Nach zwei Tagen hatte ich dann endlich meine erste hart erarbeitete Eisenhose. Sie steht mir gut, findet ihr nicht? Ich laufste und abgesehen von mir und meiner Einsamkeit gab es einen Lavasee. Meine erste Reaktion darauf war natürlich erstmal einen Block zu platzieren und schnell wegzurennen. Zurück bei meinen Öfen machte ich mir eine weitere Eisensperzsacke und ein Schild. Ich hatte mittlerweile so viel Bruchstein gesammelt, dass ich eine extra Kiste dafür brauchte. Dann passierte das Unglaubliche, nach nicht einmal zwei Tagen, aber seht selbst. Oh mein Gott, einfach Diamanten. Endlich! Nach zehn Jahren oder halt eben drei Tagen. Und sechs. Es war ein bisschen dumm, alles abzubauen, aber das ist mir egal. Wir gehen jetzt so hoch und machen uns einfach eine Diaspitzhacke. Und dann ging ich hoch und machte mir eine Diaspitzhacke. Hier ist das Rezept und hier ist meine Diaspitzhacke. Weil es mittlerweile schon der dritte Tag ist und mir schlecht wird, wenn ich daran denke, weiter zu buddeln, dachte ich mir, es wäre an der Zeit entfällt, für maximalen Kapitalismus anzulegen. Nebenbei fällte ich die Bäume in der Nähe. Das Dorf war in einem Plainsbium, weshalb es echt viele Eichenholzbäume gab und ich wollte, dass die ganze Fläche um das Dorf irgendwann mal frei sein würde. Aber ich fällte hier nicht nur Eichenholz, sondern auch Fichtenholz, weil ich daraus Zäune für mein neues Feld machen wollte. Die Zäune mussten aber erstmal warten, weil ich damit beschäftigt war, Samen anzupflanzen, eine neue Zuckeraufarm zu errichten und noch mehr Samen zu pflanzen. Genau dann, als es echt gefährlich wurde, fing ich an die Zäune zu platzieren, die mein Feld aber nicht mich beschützen würden. Kaum war ich wieder auf Höhe 11 unterwegs, passierte das hier. Bruder, einfach wieder Diamanten. Oh, Kuss geht raus an den Sieg, bin ich ehrlich. Und ich dachte mir, wenn ich schon da bin, könnte ich auch noch Obsidian farmen. Insgesamt 15. 10 davon für ein Netherportal, 4 für einen Enchanter und 1 für eine zweite Dias-Spitzhacke. Am vierten Tag traute ich mich endlich in eine Höhle rein, aber daraus wurde dann auch nicht. Auf der Suche nach Kühen traf ich ein Skelett, das mich mit einem Giftpfeil abschoss. Denn Skelette könnte ich in Exitus mit verzauberten Pfeilen abschießen und das kann echt nervig sein. Aber die Suche hatte sich gelohnt, weil ich jetzt Kühe hatte, die ich nicht für Bücher schlachten würde. Wer das noch kennt, kann ja ein lila Herz unterm Video da lassen. Vielleicht lasse ich dann ein rotes Herz da. Kaum waren die Kühe in ihrem Gefängnis, ich meine natürlich artgerechtem schönen Ort zum Leben, sammelte ich das Achievement über die Parouroten und die Barten. Als ich das Netherportal gefunden hatte, konnte ich den Goldblock nicht abbauen, aber jetzt schon, also holte ich ihn mir. Nachts passierte aber das, was wirklich nicht hätte passieren müssen. Minecraft frierte ein und ich bekam einen halben Herzinfarkt, bevor Minecraft wieder weiterlief. Meine ganzen Ressourcen, die ich gefunden hatte, packte ich geordnet in meine Steinkiste, sorgte für ein größeres Lager und machte mir nebenbei noch mehr Rüstung. In der Hoffnung auf weitere Diamanten fand ich Lapis, aber meine Hoffnungen wurden schnell zerstört, als es dort nichts als Eisen gab. Als ob das noch nicht schlimm genug war, fand ich eine Höhle und entschied mich, gegen jedes rationale Urteilsvermögen reinzugehen. Ich weiß noch, wie Space damals gestorben ist, weil er von einem Creeper überrascht wurde. Aber das würde mir doch sicher nicht passieren, oder? Abgesehen davon, dass mein Puls auf 180 war, fand ich weitere Diamanten. Oh mein Gott, einfach Diamanten in einer Höhle. Ich stellte sicher, dass es unter den Diamanten keine Lava gab und hatte damit vier weitere Ores, die ich mit Fortune farmen könnte. Durch Zufall fand ich noch mehr Lapis, wollte gerade, dann Richtung Norden, ist dort lang. Zusammen mit den anderen vier Diamanten hatte ich also sechs in der Höhle gefunden. Wieder oben konnte ich die ersten Erträge meiner Zuckerrohrfarm schmecken. Ich meine natürlich, die Erträge meiner Kartoffel-Weizen-Karotten-Farm. Gegen Abend wollte ich diesmal die Zuckerrohrfarm erweitern, die Kühe füttern und wir haben Lapis gefunden. Geil. Jetzt hier nach Norden. Eins, zwei, drei und das ist vier. Und runtergraben. Wir haben Dias. Yo. Oh mein Gott, direkt am Gang. Direkt am Gang. Wir haben uns hier lang gegraben. Hier. Einen Block weiter nach links und wir hätten Dias gefunden. Ihr müsst wissen, ich habe noch nie wirklich nach Diamanten gesucht, seitdem es die neuen Villager gibt. Also war ich richtig froh, als sich die ganze Sucherei ausgezahlt hat. Ich war jetzt also der Coolste in dieser Welt und deshalb gibt es jetzt eine Rundtour meiner Diamanten. Wir haben hier Diamanten. Dann können wir einfach hier lang. Hier haben wir nochmal zwei Diamanten. Drei Diamanten. Stimmt, da habe ich die übersehen gehabt. Hier sind auch noch vier Diamanten. Also gut, wir haben eigentlich schon alle Diamanten fertig. Und wenn ich die mit Fortune abbaue, passt alles. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, wieso ich mir nicht schon längst eine Diarrüstung gemacht habe. Aber Schuhe brauchen Sponges, Hosen Nautilus Shells, Chestplates Gastränen und Helme Scheibenwischerhelme. Damit meine ich übrigens Schildkröten, weil sie sich einfach wie Scheibenwischer bewegen. Ich frage mich eigentlich, wie die Welt aussehen würde, wenn jeder mit Schildkröten auf seinem Auto rumfahren würde. Wäre doch lustig, oder? Finde ich jedenfalls hier um 1.15 Uhr. Mein Schleifrhythmus lässt grüßen. Genauso wie dieser Lava-Fall. Jetzt geht's nämlich wieder weiter mit Minecraft. Ich arbeitete an der Zuckerrohrfarm, machte sie schöner, sicherer und fing an die Gegend auszuleuchten. Man will ja keine Creeper bei sich in der Nähe haben, während der PC hängt. Die Kühe waren aber wieder hungrig. Ich erntete mein Feld und traute mich mitten in der Nacht zurück an die Stelle, wo das erste Feld war. Als nächstes hatte ich entweder vorne im großen Feld wie in der ersten Welt zu arbeiten oder ein Feld zu bauen, das man mit einem Knopfdruck ernten kann, aber vorher das hätte ich auf Fortune 3 auf eine Haue höhere Erträge bringt. Ich farmte also 80 Felder Kartoffeln und während ich ohne Fortune 4 Stacks und 26 Kartoffeln, also 3 Stacks 10 Profit hatte, sah das mit Fortune anders aus. Denn dort hatte ich 6 Stacks 49 oder eben 5 Stacks 21 Profit. Das sind 70% mehr Kartoffeln, wenn man mit Fortune 3 farmt. Bei Weizen kriegt man aber immer nur einen Weizen und dafür aber mehr Samen. Die Haue verliert übrigens keine Durability beim Farben, also kann man da sowieso nichts falsch machen. Meine Kühe vermissten mich und ich sie, aber viel wichtiger war die Rodung des Waldes. Beim Feld platzierte ich auch Slabs, fütterte meine wirklich hungrigen Kühe und erweiterte ihr Gehege, weil es mittlerweile etwas eng wurde. Dabei konnte mich wirklich nichts aufhalten. Noch nicht mal dieser Zeitungsstand oder was auch immer das sein soll. Ich weiß echt nicht, wer das gebaut hat und dafür gesorgt hat, dass es ins Spiel kommt. Das Haus neben meinem Feld konnte mich übrigens auch nicht aufhalten, also machte ich mich ans Werk. Es dauerte zwar, aber schließlich war ich fertig. Das war allerdings nicht das einzige Haus. Ohne zu zögern, riss ich auch noch das nächste ab, wo sogar noch ein Villager friedlich schief. Ich craftete mehr als genug Zäune, fütterte die Kühe noch immer reglos da, nachdem ich sein ganzes Haus vor seinen Augen niedergerissen hatte. Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Er braucht Hilfe. Das erste Mal hatten es Mops ins Dorf geschafft und deshalb musste ich noch weiter ausleuchten, um mein Desaster zu verhindern. Ich war beruhigt, als am nächsten Morgen der Phantom verbrannte, der mich am Vortag genervt hatte. Das reichte aber nicht und der obdachlose Villager ging auf Rache auf das Nein, 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 ich töte dich Villager. Ich töte dich. Verpiss dich. Hör auf, Villager zu sein. Hör auf, du hast keinen Komposter mehr. Verpiss dich. Es gibt nichts auf dieser Welt. Nichts. Wo ist dein Komposter, man? Ich darf jetzt im ganzen Dorf rumrennen, während der meine Kartoffeln klauen kann und dann muss ich seinen einen Komposter finden, weshalb der gerade Farmer ist, ne? Ich entfernte die letzten Zäune und entschied mich dagegen, meine Felder damit zu umranden. Villager würden es sowieso nicht lange im Freien überleben und ich müsste nicht jedes Mal über einen Zaun springen. Nachdem das Feld jetzt viermal so groß war, fing ich an, abwechselnd Weizen, Kartoffeln und Karotten anzupflanzen. Dadurch wachsen sie alle schneller. Die Kühe wollten essen, bla bla bla, ich ging rein, langweiliges Zeugs halt, bis ich auf eine Höhle stieß, wo ich den Ausgang mit Fackeln markierte, kurz reinrannte und schnell wieder rausrannte. Dann fand ich nochmal Eisen, Lava und wollte hochgehen, um einen Eimer Wasser zu holen. Aber oben passierte es. Ein Trader spotte und mit ihm zwei Lamas und ein Blitz. Aber er hatte keine coolen Trades, das könnt ihr mir glauben. Stattdessen fand ich das Haus, wo ich die letzten zwei Villager gegen ihren Willen eingesperrt hatte, baute mich hoch und gab ihnen einen Komposter mit einem Braustand. Ich wollte nämlich Gold und mein ganzes Gemüse traden. Wenn wir schon dabei sind, wenn ihr ein Gemüse sein würdet, welches wäre das? Wundert euch nicht, es ist 2 Uhr 5 und wenn ich schon nicht schlafen kann, kann ich ja in diesem Skript arbeiten. Oder nicht? Zurück zur Minecraft. Ich tradete mit dem Farmer, farmte mein ganzes Gemüse, fütterte die Kühe, farmte das Feld, tötete endlich die Lamas von dem Trader, weil er sowieso nur Mist verkaufte und ich die leihen wollte. Ein paar Karotten später war der Farmer auf dem nächsten Level und bot mir Kürbiskuchen an. Ich mag den wirklich überhaupt nicht. Schlaflos wie immer arbeitete ich an der Zuckerrohrfarm und versteckte meine Lava an einem Ort, den ich wirklich niemals aufgraben und dann reinfallen würde. Damit das wirklich nicht passierte, traf ich natürlich Vorkehrungen. Ich töte das erste Mal Kühe, aber nicht für Bücher, sondern weil ich endlich was anderes als rohe Kartoffeln, Sweetberries oder Brot essen wollte. Endlich füllte ich die Zuckerrohrfarm mit Wasser und holte den Stack, den ich schon hatte, raus, um ihn anzupflanzen und meine Profite zu maximieren. Mit meinen ganzen Profiten ging ich rüber zu den Villagern, verkaufte dem Farmer meine Sachen und kaufte mir von den Emeralds Redstone, um den Clerikhof zu leveln. Danach ruderte ich den Wald und kam auf die brennende Idee, die Bücherregale von den Villagern für meinen Enchanter zu benutzen. Ich platzierte eine ganze Weile lang Slabs bei der Zuckerrohrfarm und ging rüber zu den Kühen, bis ich das hier sah. Ich fütterte die trotzdem. Nachdem ich genug Emeralds für Redstone verschwendet hatte, konnte ich dem Clerik endlich Gold verkaufen, aber egal wie oft ich tradete, die Trades wurden nicht billiger. Als seine Trades nicht billiger wurden, sogar nachdem er auflevelte, ging ich enttäuscht weg, spuckte ihn aber vorher noch an. In meinem Haus hatte sich währenddessen ein Villager versteckt und nachdem ich ihn mit meinem Lektorn baitete, machte ich ihn zu meinem Kellerbibliotheker. Ist ja was ganz normales. Während ich mich in den ersten 10 Tagen in der Welt zurechtgefunden habe, hatte ich diesmal vor, mir einen Enchanter zu holen, damit meinen Stuff zu verzaubern und die Items für die Errüstung zu suchen. Der 11. Tag begann also damit, dass ich mit den Villagern tradete und die Kühe fütterte, bevor ich sie ein letztes Mal schlachtete. Schnell hatte ich alle Sachen für den Enchanter zusammen, weil ich hier eine Zuckerroffarm und sowas wie eine Kuhfarm habe. Danach musste ich meine Sprache wegen dem Chat auf Lollcat umstellen. Das ist eine wirklich lustige Sprache, müsst ihr mal ausprobieren. Den Enchanter hatte ich übrigens so platziert, dass ich enchanten konnte, ohne aus meinem Haus rauszugehen. Das ist ja in Hardcore wichtig und bei Exitus umso wichtiger. Außerdem finde ich es echt nice, den Platz im Haus zu 100% zu benutzen. Als erstes enchantete ich mit meinem neuen Enchanter meine Spitzhacke mit Deficiency 4 und Unbreaking 3 oder eben Fuzzdigging und Neverbreak. Ich ging runter um einen Diamanten für eine neue Schaufel zu holen und dann spawnte ein Silberfisch. Keine Sorge, ich bin nicht zufällig neben einem Fortress oder so. Das ist wegen Exitus, da können Silberfische spawnen, wenn man auf Glattstein rumläuft. Ich wollte meine neue Spitzhacke ausprobieren und traf auf eine neue Höhle, aber rannte gar nicht erst rein, weil mir das zu gefährlich war. Wieder oben notierte ich mir die Koordinaten von dem Dorf, bevor ich das Feld erntete und damit zu den Gühen ging, wo mittlerweile zwei weitere Villager waren. Wovor die sich wohl verstecken? Vielleicht vor Eisengolems? Wer weiß das schon. Also ich nicht. Nachdem ich meine Schaufel mit Efficiency 4 verzaubert hatte, tradete ich wirklich viel mit den Villagern und machte mich dann auf die Suche nach einem Strand, wo ich Sand sammeln könnte und gleichzeitig darauf warten könnte, dass Schildkröten schlüpfen und ich mir ein Tierhelm craften kann. Das ist eben das Coole an Exitus. Man muss Sachen machen, die ich davor noch nie gemacht hatte. Ich hatte noch nie was mit Schildkröten zu tun, nach Garsts habe ich im Nether noch nie gesucht, Nautilus Shells habe ich noch nie geangelt oder gekauft und das Gefährlichste, ich hatte noch nie Ocean Monuments geradet, was ich auch noch machen muss. Davor wurde ich aber von einem Phantom genervt und musste ein paar Creeper loswerden. Am Meer angekommen sammelte ich Kelp, obwohl ich gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ich meine, eine Base wie in der Ersten Welt kann ich ja nicht bauen, weil ich unter Höhe 32 Blindheit bekomme und ich schon viel zu lange auf Höhe 11 unterwegs war. Danach fuhr ich mit dem Boot weiter und traf endlich auf einen Strand. Dort sammelte ich die ganze Nacht lang Sand und betrachtete dann einen wirklich schönen Sonnenaufgang. Shader sind wirklich toll, oder? Damit wird aus normaler Minecraft normales Minecraft mit Schatten. Nee, aber wirklich, Minecraft mit Shader ist was ganz anderes. Genug über Schatten philosophiert. Ich trödelte nicht lange, packte mir die Taschen voll mit Sand und machte mich auf den Weg nach Hause. Ich fand Kürbisse, aber zurück beim Dorf passierte was ganz komisches. Die Chunks wurden einfach nicht mal gerendert. Ich bekam mal wieder einen halben Herzinfarkt und hatte Angst, dass mein PC sich aufhängen würde. Ich könnte von einem Creeper sterben, ohne was davon mitzubekommen. Und die Aufnahme davon hätte ich dann auch nicht mehr. Nachdem ich meinen PC neu gestartet hatte, spawnte ich wieder in den Pilzwald, durch den ich vorhin gelaufen war und packte zu Hause meinen ganzen Sand in die Kisten. Der musste natürlich geschmolzen werden und dafür brauchte ich Trichter. Als der automatische Doppelofen fertig war, packte ich oben Sand rein und in die Öfen Kohle. Ihr wisst ja, ich nehme immer Kohle mit und finde sogar, dass sie mehr wert ist als Diamanten. Und weil ich mit ihr nicht traden musste, konnte ich sie für Öfen benutzen. Ich machte mich wieder ans Werk, die Gegend auszuleuchten und den Wald zu roden. Zurück bei den Villagern zeigte ich mal, wie das schlägt. Ja, so hört sich das an, wenn man sich verspricht. Und das nicht das erste Mal. Zurück bei den Villagern zeigte ich also, wie schlau ich war. Ich platzierte eine Eisentür, baute langsam den einen und dann den anderen Block ab, die Villager hatten kein Entkommen und meine Kuh stieg um 10%. Unter dem Vorwand, den Villagern ein besseres Leben zu bescheren, riss ich ihren Boden ab, wurde von einem Phantom genervt und fing an, eine hohe Mauer zu bauen. Das Ganze sollte natürlich ein Urlaubsort für die Villager sein, wo sie niemals entkommen können. Aber sagt es ihnen nicht, ich muss auch Sand mit denen traden. Am nächsten Morgen war ich mit der Mauer fertig und konnte anfangen, das Haus der Villager abzureißen, wie ich es im ersten Part gemacht hatte. Nachdem das erledigt war, konnte ich anfangen, ein neues und viel schöneres Dach zu bauen. Hier eine Timelapse und hier ein Villager, der sich selbst Karotten zuschmeißt. Die Villager hatten nach einem Tag harte Arbeit, endlich Betten, aber das Dach war noch nicht fertig. Ich hatte zwar erst einmal Monster im Dorf gesehen, aber dieses Gefängnis, ich meine natürlich wie immer, dieser Urlaubsort, war am Rande des Dorfes und Zombies könnten über das komplett offene Dach reinklettern und alle Villager töten. Das wäre wirklich gar nicht gut gewesen, weil es sonst nur einen anderen Villager gibt, der bei mir im Keller gefangen ist. Naja, und die zwei Villager, die im Gehege der Kühe rumgammeln. Ich baute also weiter, fiel kurz runter und mir fiel auf, dass das Gefängnis nicht wie ein Urlaubsort, sondern wie ein Gefängnis aussah. Die Villager sollten ja nicht denken, dass sie in einem Gefängnis rum sitzen. Also riss ich nochmal alles ab, nahm mir noch ein bisschen Weizen und schaute bei den Kühen vorbei. Ich gebe mein Bestes, Leute, glaubt mir. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht schaffe ich das ja heute noch. Nein! Ich habe den Villager geschlagen. Hier ist bitte kein Eisen-Golem. Wie immer fütterte ich die Kühe trotzdem und bekam endlich das Fortune 3 Enchantment auf der Ho. In dem letzten Part hatte ich das ja ausprobiert. Damit hätte ich jetzt 70% mehr Karotten. Ich musste die Ho natürlich erstmal ausprobieren und das machte ich wirklich, wirklich lange. Danach hatte ich echt viel Zeug, das ich den Villagern verkaufen konnte und mittlerweile genossen drei Villager ihren Aufenthalt im Kuhgehege. Ein paar Kühe musste ich aber schlachten, damit das alles nicht so eng war. Natürlich verlor ich keine einzige Sekunde, sie daraufhin wieder zu füttern. Ich machte mir Cleanstone Slaps, weil ich dachte, dass ich das Gefängnis der Villager so besser aussehen lassen könnte. Ich wusste ja gar nicht, wie sehr ich mich geirrt hatte. Phantome konnten mich auch nicht aufhalten, das Dach wieder neu aufzubauen. Jetzt mal ehrlich, wenn ihr nicht wisstet, dass hier Villager drin sind, würdet ihr doch denken, dass es ein Gefängnis ist, oder? Ich tradete wieder mit dem Farmer, levelte einen Kartografen auf und packte das restliche Papier in eine Kiste, wo ich das ganze Villager-Zeug reinlegen kann. Ein zweiter Kartograf wollte mir auch Papier abkaufen und dann konnte ich anfangen, reich zu werden. Ich schaute kurz beim Leatherportal vorbei, sammelte wieder Zuckerrohr und machte mich in der Nacht auf den Weg, nach Schafen zu suchen. Mit Schafen könnte ich endlich Betten für die Villager craften. Davor musste ich immer die Betten aus den Hütten klauen. Ein Creeper und zwei Zombies wollten mich zwar aufhalten, aber ich bin eindeutig ein PvP-Gott. Und dann passierte das hier. Ja, dieser Creeper hätte mich beinahe umgebracht. Aber zum Glück ist das nicht passiert. Langsam aber sicher, holte ich die Schafe zurück nach Hause und verteidigte sie sogar vor einer Spinne, die definitiv nicht wegen mir hier war. Direkt danach wurde ein Wolf aggressiv und ich konnte ihn ausschalten. Aber dann kam ein zweiter. Er tötete ein Schaf und ich tötete aus Versehen nicht nur den Wolf. Danach kam noch ein Wolf und zum Glück wurde das letzte Schaf weder von mir noch dem Wolf getötet. Nach drei Angriffen von drei Wölfen wurden also aus drei Schafen eins. Ich zäunte sie ein, um Schlimmeres zu verhindern und bekam einfach Power 4 auf dem Bogen. Ich finde immer noch, dass der Bogen eine der stärksten Waffen im Spiel ist. Man kann ihn mit ein paar Basic-Ressourcen craften, Pfeile kann man sich ganz oft beim Fletcher kaufen und er macht verdammt viel Schaden. Aber ich disenchanterte den Bogen und Iron Jesus gab mir sogar Flame und Unbreaking obendrauf. Innerhalb von einer Minute hatte ich einfach ein Endgame-Item und alles was fehlte war Mending und vielleicht Power 5. Bist du eigentlich eher der Mending- oder Infinity-Typ? Es ist zwar schwierig, sich nie Gedanken über Pfeile machen zu müssen, aber Pfeile kann man sich ja ganz einfach kaufen und den Bogen reparieren zu müssen ist ätzend und wird immer teurer. Den neuen Bogen habe ich natürlich direkt an einem Phantom ausprobiert. Abgesehen davon, dass ich vorher noch getradet und gefarmt habe. Den Villagern habe ich übrigens Karotten gegeben, damit sie sich vermehren. Normalerweise kaufe ich ja immer Brot für einen Emerald, aber wieso sollte ich 22 Karotten zu einem Emerald, also 6 Brot oder einem Kind traden, wenn ich den Villagern direkt Karotten geben kann und ich dann 2 Kinder habe. Ich musste den Wald wieder weiter roden und holte wieder einen Diamanten, weil meine Schaufel nach dem Sandfarmen echt kaputt war. Diesmal bekam ich sogar Fortune 2 und Unbreaking 3. Das nächste Mal beim Sandfarmen würde also meine Schaufel nicht ganz so schnell kaputt gehen. Ich schaute mir die Kühe an. Leute, ich glaube, das ist nicht richtig, was ich hier gerade mache. Ähm. Wie geht's euch? Und fiel leider selbst ins Gehege. Komme ich hier irgendwann noch raus? Das lief eine ganze Weile lang so weiter. Oh mein Gott, ein Wunder ist geschehen. Ich fing an, ein weiteres Haus abzureißen und das dauerte wirklich, wirklich, wirklich lange. Wegen dem Phantom von vorher brauchte ich neue Pfeile und ich wollte endlich in der Nether. Vorher enchantete ich meine zweite Spitzhacke oder eher gesagt meine erste, also die, die schon fast kaputt war, mit Fortune 3 und konnte endlich die Diamanten abbauen. Also gut, das hier ist die erste Dia-Quelle. Da sind noch drei Diamanten übrig und wir kriegen eins, zwei, drei, zwölf Diamanten und da ist noch eine Quelle. Wir haben 15 Diamanten. Oh mein Gott, wir haben einfach jedes Mal drei Diamanten bekommen und deshalb hätte ich Fortune benutzen müssen. Dann ging ich zur nächsten Quelle und war wieder extremst lucky. Und jetzt haben wir, Oh, das ist sogar, das ist sogar noch mehr. Wow. Alter. Wir haben jetzt gerade eben nochmal 21 Diamanten bekommen. Äh, dann kommt die nächste Quelle. 130, zwölf, fünfundneunzig. Da sind unsere vier Diamanten. Okay. Wir haben jetzt schon 36 Diamanten. Wie viele bekommen wir aus diesen vier Diamanten? Bro, das waren elf Diamanten. Das waren einfach dreimal drei und einmal zwei. Hier müsste es die Diamanten geben. Oh, super. Okay. Wir haben jetzt schon 47 Diamanten und hier ist noch eine Dreierquelle. Eins, zwei, drei und nochmal sieben Diamanten bekommen. Insgesamt hatte ich als Haus ungefähr 21 Diamanten 54 gemacht. Ich hatte mir aber nie die Koordinaten von dem Ausgang notiert und konnte ihn deshalb lange nicht finden. Wieder oben war ich am 20. Tag für den Nether bereit. Ich spawnte in einer Gruppe, bauhte mich hoch und musste mich vor ein paar Schweinen verteidigen. Das reichte mir aber nicht, also schoss ich noch mehr von ihnen ab und erledigte sie auch im Schwertkampf. Nach einer ganzen Weile fand ich endlich ein Nether Fortress und bekämpfte brennende Blazes mit brennenden Pfeilen. Macht Sinn, oder? Ich glaube schon. Einem Pfeilgefrosch, der von einem Pfeil abgeschossen wird, der mit Pfeilgiftfrosch... Nein, mit Giftpfeilfrosch. Hä, wie heißt das Ding? Also, einem Pfeilgefrosch, der von einem Pfeil abgeschossen wird, der mit Pfeilgiftfrosch getränkt ist, geht's ja danach auch nicht gut. Das war's dann aber auch mal wieder. Gold sammelte ich übrigens auch und während ich plante, wie ich die Wither Skelette töten sollte, wurde ich von Blazes genervt. Das hielt mich allerdings nicht davon ab, die Wither Skelette am Ende trotzdem zu töten. Ich bin ja in den Nether gegangen, um Blaze Shots zum Brauen und Magma Slimes für Fire Resistance zu finden. Die Blaze Shots hatte ich schon und dieser Magma Slime kam mir entgegen, aber er droppte leider nichts. Nachdem ich mein Gold, das ich im Nether gefunden hatte, in Goldbarren verzaubert hatte, machte ich mich auf die Suche nach einem zweiten Schaf, um sie zu multiplizieren. Denn genauso funktioniert das im echten Leben. Tiere multiplizieren sich und aus drei Schafen werden 4,5. Klingt auf jeden Fall richtig. Was anderes habe ich im Bio-Unterricht auch nicht gelernt. Naja, abgesehen davon, dass kein Gras auf Erde wächst, die mit der Schaufel gerecht gelegt wurde. Also nahm ich meine Hohen und pflügte das Feld. Das Feld würde ohne eine Wasserquelle austrocknen und Gras könnte darauf wachsen. Mit dieser Methode musste ich die Erde nicht abbauen und ich bin da irgendwie stolz drauf, wisst ihr? Wenn mich irgendjemand fragt, was auf meinem Lebenslauf steht, dann dass ich herausgefunden habe, wie ich Gras auf meiner Erde wachsen lassen kann, ohne sie abzubauen. Als nächstes wollte ich meine Angelentschaden, um an die Astrophan zu kommen, habe ich ja in der letzten Folge erklärt, die sich jeder angeschaut hat, oder? Ich hatte jedenfalls echt Lack. Lack auf der C3, um genau zu sein. Und schon konnte ich die nächste Sache auf meinen Lebenslauf schreiben. Weil ich wusste, dass ich noch lange genug keine Diamantenrüstung tragen werde, verzauberte ich meine Eisenrüstung, um wenigstens ein bisschen weniger Schaden zu kassieren. Als ich das letzte Mal auf der Suche nach Schildkröten war, fand ich nur Sand, aber diesmal bin ich in eine ganz andere Richtung gelaufen und das dauerte keine 5 Minuten, bis wir... Wir haben einfach Schildkröten gefunden, Bruder. Einfach 5 Minuten gesucht. Da fällt mir gerade ein, letzten Samstag habe ich ja 12 Stunden lang gestreamt, um zu schauen, ob ich es schaffe. Und ich habe es geschafft. Danach sammelte ich Sehgras, aber wir hatten das ja schon mit dem Multiplizieren und ich brauche das nicht nochmal zu erklären. Kaum hatte ich es in der Hand, kamen alle Scheibenwischer angewatschelt. Was sich wohl Leute denken müssen, wenn sie das im Vorbeigehen hören und nicht wissen, dass ich damit Schildkröten meine? Oder natürlich meine Nachbarn, die das hier gerade hören? Ich baute jedenfalls ein Gehege für die Scheibenwischer. Ich glaube, das wird immer komischer. Also Themawechsel. Ich erkundete die Wasserhöhle direkt unter dem Gehege der Scheibenwischer. Ja, das hat es auch nicht besser gemacht. Ich sammelte Eisen und verteidigte meine Scheibenwischer vor einem Creeper, einem Skelett und einem Zombie mit Eisenschwert. Ich fütterte die Scheibenwischer und ging dann endlich an die Arbeit als Fischer. Damit schlug ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Oder eben Scheibenwischer und eine Nautilus-Shell mit einer Klappe oder einer Angel oder Seegras. Ich weiß es nicht. Als ob das mit den Scheibenwischer nicht gereicht hat, war mir so langweilig, dass ich im Kreis um den Köder schwamm, während ich auf einen Fisch wartete. Ich will gar nicht wissen, wie langweilig das sein würde, wenn ich weder den Twitch-Chat noch Luck of the Sea 3 an meiner Seite hätte. Ich schwamm übrigens wirklich lange im Kreis herum, bis es wieder in der Zeit war, die Scheibenwischer zu füttern. Ich erweiterte ihr Gehege und sogar den Strand, damit sie sich besser fühlen. Aber das ist natürlich gelogen. Ich wollte eigentlich nur, dass die Scheibenwischer nicht auf den Eiern rumliegen, weil ich dachte, dass die Eier dadurch nicht schlüpfen würden. Ich bin übrigens die ganze Zeit lang nicht auf die Idee gekommen, zu googeln, wie Scheibenwischer funktionieren, obwohl ich die ganze Zeit geangelt habe. Sobald sie in den neuen Teil des Geheges gegangen sind. War wirklich smart von mir, weil das ja bei den Hühnern genauso gemacht wird. Nur mit Hoppern. Wer hätte es gedacht? Ich angelte weiter. Sehr lange. Sogar in die Nacht hinein. Und dann passierte etwas ganz komisches. Die Eltern hatten seit ihrer Trennung von ihren Eiern neue gelegt und die sind schneller geschlüpft, als die, die noch vor ihnen gelegt wurden. Ich war auf jeden Fall wirklich sehr stark verwehrt. Danach tanzte ich morgens und mittags beim Angeln zu der Musik, bis ich endlich was Gutes angelte. Mein 80ster Fang war Endlich die Nautilus Shell. Leute, wir haben Dia-Hosen. Schaut her. Wir haben einfach Dia-Hosen. Nach 23 Tagen hatte ich meine erste Dia-Rüstung. Danach fütterte ich die kleinen Scheibenwischer. Sorry, ich kann aber einfach nicht ernst bleiben. Ich fütterte die kleinen Schildkröten, um ihren Wachstum zu beschleunigen und schneller ans Gute ranzukommen. Das Problem war, dass man 5 Scoote für einen Helm braucht, ich aber nur 4 kleine Scheibenwischer hatte, was hieß, dass ein weiteres Ei schlüpfen musste. Nach kurzer Zeit hatte ich mein erstes Gute. Ich müsste ja noch eine Zeit lang bei den Scheibenwischen bleiben und damit mein Inventar nicht rappelvoll war, packte ich alles Unwichtige in die Kiste. Darunter auch meine Dia-Hose, die ich nicht angezogen hatte, weil sie ja nicht enchanted war und meine enchanted Eisenrüstung mehr Schaden verhindern sollte. Danach hatte ich wortwörtlich nichts zu tun und bin auf dem Gehege der Scheibenwischer rumgerannt. Letztendlich baute ich es ab, weil ich diesmal dachte, dass die Eier schneller schlüpfen würden, wenn die Scheibenwischer in der Nähe sind. Die Ausgewachsenen brauchte ich jetzt sowieso nicht mehr und die Eier können ja nicht weckrillen. Naja, bis die Eier schlüpfen. Aber dann kann ich sie sowieso wieder einfach einsperren. Ich kam endlich wieder dazu zu angeln und mein 87. Fang war Noch eine Norte des Shell. Wir haben so lange geangelt und dann kriegen wir einfach noch eine hinterhergeschmissen, obwohl wir sie nicht mehr brauchen. Die sind nichts mehr wert. Ein Phantom kam auch zu Besuch und während ich versucht habe, einen der Scheibenwischer auf den Eiern ruhen zu lassen, ist mir aufgefallen, wie gespenstig die aussehen. Die Augen sind auf den Seiten, aber aus der Perspektive sieht das echt unheimlich aus. Als ob die Schildkröten Untote sein würden, die richtig dicke Augenringe haben. Ich bin noch nicht der Einzige, der das hier sieht, oder? Jedenfalls schlüpften die Eier kurz vor dem Morgengrauen und ich fütterte fast mein ganzes Segras an einen von ihnen. Die Zeit, die sie brauchen, um auszuwachsen, wird immer halbiert, wenn man sie mit Segras füttert. Heißt, die brauchen 20 Minuten zum Auswachsen, dann 10, 5, 2,5, ihr wisst, was ich meine. Ich sammelte noch mehr Segras, um noch mehr zu verfüttern, aber währenddessen war einer der Scheibenwischer schon groß geworden. Ich nahm sein Scooter und damit haben wir den Turtleshell, den wir gleich brauchen werden, um einen Deerhelm zu craften und damit haben wir den Deerhelm, den wir brauchen, um zu überleben. Meine Arbeit als Fischer und Hüter der Scheibenwischer war vollbracht, also ging ich nach Hause, um mein Feld zu ernten. Ich hab's wieder nachgepflanzt, verkauft, bla bla bla, ihr kennt das alles schon, ich meine, was hätte ich sonst mit dem Essen machen sollen? Essen? Ich bin doch kein Idiot. Gut, gut, ich hab's nicht nur verkauft, ich hab die Kühe damit gefüttert und dann nachgeschaut, womit ich meine Hosen enchanten kann. Dafür müsste ich noch mehr traden. Also tradete ich. Mir fiel auf, dass ich einen neuen Farmer brauchte, also nahm ich das Essen aus der Villager-Kiste und sicherte mir die guten Trades des neuen Farmers. Den Farmer brauche ich übrigens, weil mir mein erster Villager keine Äpfel verkauft. Was ein Kekko. Ich hatte jedenfalls endlich Goldäpfel und damit im schlimmsten Fall ein bisschen Regeneration. Hier ist übrigens der Clip, der im Intro vom ersten Video war. Da ist nicht unbedingt irgendwas Spektakuläres passiert. Ich hab die Hentai-Monster geschlagen und wurde teilweise mit Wither wieder angegriffen. Ich find's übrigens echt toll, dass sich Leute immer noch an die Witze von vor einem halben Jahr erinnern. Damals, als es noch die Kühe, die ich jemals wie Leder schlachten würde, die Diabetes-Farm und die Hentai-Monster gab. Wenn ihr ein paar Vorschläge habt, könnte ich sie in den nächsten Videos einbauen. Ich ging auf die See. Sagt man das überhaupt so? Ich ging schwimmen auf einem der Boote. Das hört sich auch komisch an. Ich wurf eine Boote in die Ferne und wurde von Drawn genervt, dessen Tridents wie Pommesgabeln aussahen. Ich versuchte mich zwar irgendwie zu verteidigen, um an die Schätze ranzukommen, aber dafür war ich sowieso nicht auf die See gefahren. Das klingt immer noch retardert, aber was soll's. Der eigentliche Grund war eine Geode für Diya, Schwert und Axt, die mit Amethyst-Shards gecraftet werden. Es wurde mittlerweile Nacht, weshalb ich nicht mehr unter's Wasser sehen konnte und eine Fackel in die Hand nahm. Die wird sogar an der Oberfläche zusammen mit dem Schild reflektiert. Shader sind wirklich geil, aber darüber hab ich ja schon echt lange genug in der letzten Folge gesprochen. Mit Freelock hab ich versucht, ein bisschen was zu cheesen, aber die viel schlauere Entscheidung war es einfach, den Shader auszuschalten. Ich konnte wirklich alles sehen, während ich überm Wasser war. Und kann mir bitte jemand sagen, wie man den Fog unter dem Wasser ausschaltet? Ich hab das Problem jetzt schon echt lange und ich hab absolut gar keine Ahnung, wie man das wieder abschaltet. Das dauerte echt nicht lange und schon fand ich ein Schiffswrack, wo ich Bambus fand. Ich wüsste zwar nicht, was ich damit anfangen soll, aber ich nahm's mit. Nebenbei stieß ich auf einen Enderman, der tatsächlich ständig ins Wasser ging, um mich zu schlagen, obwohl er deshalb Schaden bekam und ich ihn nicht schlagen konnte. Der ist ja verrückt. Fand ich eine Unterwasserschluft und ehe ich mich versah, ging mein Boot unter. Woher hätte ich wissen sollen, dass sowas passieren kann? Jedenfalls fand ich endlich eine Geode, aber leider genau auf Höhe 32. Ich wollte ja nicht direkt in den Tod springen, also musste ich erstmal leicht hochschwimmen, damit ich kein Blindnis mehr hatte. Die Geode und Amethysten waren sichergestellt, abgesehen davon, dass ich die Kleinen abbaute und nichts dropte, weshalb ich vorerst echt verwirrt war. Mein Chat helft mir auf die Sprünge und ich craftete direkt ein Schwert und eine Axt. Nachdem ich meinen Shader wieder aufgemacht hatte, traf ich auf diese Insel hier und sie erinnerte mich wirklich sehr stark an die Insel von dem Exodus-Projekt mit dem ganzen Zuckerrohr. Das reichte aber nicht, also fand ich einen Lavafall, der in einer Unterwasserschlucht ohne Wasser, aber unter Wasser fiel. Ich fuhr wieder weiter und machte mich direkt ans Werk, das Zuckerrohr einzusammeln, als ich zu Hause ankam. Jetzt hatte ich vier Dearsachen, die ich enchanten konnte, was mir mehr Freiheit bot. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich viermal schlechte Enchantments erwische, ist ja deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einem Tool ein schlechtes Enchantment erwische. Ich wünsche euch übrigens viel Spaß mit Stochastic an alle, die mal zur Leistung wählen. Um durch die Enchantments durchzucyclen, enchantete ich die Hose, disenchantete sie und hatte direkt die perfekten Enchantments. Alles, was jetzt für die wirklich perfekte Hose fehlen würde, waren Mending und Don 3. Auf der Axt würde ich als nächstes Efficiency 4 bekommen, also fing ich an, wieder Gras zu verkaufen. Ich meine Glas. Ist ja auch egal, ich bin mir sicher, die Villager würden auch Gras abkaufen, weil die sowieso den ganzen Tag nichts zu tun haben. Nebenbei kaufte ich noch Pfeile und entschied mich dafür, ein scharfenes 5 Villager zu behalten, den ich fand, während ich mal wieder nach Mending suchte. Die Enchantments auf der Axt waren echt toll. Fast so toll, wie sich meine Kühe in ihrem Gehege fielen. Wenigstens trenne ich sie nicht von ihren Kindern. Jedenfalls nicht so, wie ich das bei den Schildkröten gemacht hatte. Sondern so. Hier eine kleine Timelapse. Ich packte das Fleisch in die Öfen und dann passierte das hier. Jetzt haben wir Aqua Affinity. Nein, ich wollte das ja kaufen. Ach, ich bin so ein dummer Idiot. Ich wollte das kaufen, nachdem wir den Helm versucht haben zu entschaden. Aber dafür mussten wir noch Level 30 werden und dann wurde ich abgelenkt. Ja, ist schon wirklich traurig. Es kam, wie es kommen musste und ich bekam einfach Aqua Affinity auf dem Helm. Efficiency 5 bei einem Librarian und weiteres Essen von meinem Feld waren übrigens auch dabei. Was habe ich als nächstes gemacht? Ich bin mir sicher, ihr wisst's. Preisfrage. Habe ich A. Mit Essen getradet? B. Mit Essen getradet? C. Mit Essen getradet? Oder D. Mit Essen getradet? Schreibt's in die Kommentare. Und die Auflösung ist... Eeeh, ich habe mit Essen getradet und echt gute Enchantments auf meinem Schwert bekommen. Danach ging ich in den Nether, wo sich mittlerweile ein paar Eisengolems niedergelassen haben. Die schmelzen sicher dahin an so einem schönen Ort. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe wahrscheinlich vergessen, das Inventar von meinen Eisenminions zu lernen. Mist. Ja, okay, das ist jetzt wirklich nicht mit Absicht, aber am Ende von dem letzten Part war ich ja netter. Tja, und diesmal auch. Die vierte und fünfte Folge Hardcore Exitus habe ich leider nie zusammengeschnitten, aber ich habe noch die ganzen Aufnahmen. Das heißt, wenn ihr unbedingt die letzten Parts haben wollt, dann mache ich daraus vielleicht auch noch einen kleinen Film. Aber jetzt geht's weiter mit der nächsten Welt, also wundert euch nicht. Es ist wirklich schwer, in Minecraft Hardcore zu überleben, aber noch schwerer in Minecraft Parasite, einer Minecraft-Welt mit Parasiten. Aber das sind nicht einfach nur Zombies, die du mit zwei Schlägen töten kannst, denn hier sind es die Parasiten, die dich mit zwei Schlägen töten. Du musst sehr vorsichtig sein, wenn du ohne Schuss auf Reisen gehst, weil du ganz einfach auf eine Horde Parasiten stoßen kannst, denn du bist nicht der Einzige, der sich vor ihnen in Acht nehmen sollte. Die Parasiten suchen auch nach Tieren, töten sie und verwandeln sie in ihresgleichen. Ganz schnell kann aus einer Horde Kühe, die ich natürlich niemals für Bücher schlachten würde, eine Horde Parasiten werden, die sich nach deinem Fleisch sehen. Ein einziger Fehler könnte dein letzter sein. Diese Geschichte beginnt wie jeder andere, mit dem ersten Kapitel, dem Anfang. Ich war ganz alleine, schaute mich um und wollte wissen, was ich bei den Gebäuden finden könnte, die mir direkt ins Auge sprangen. Ich traf aber direkt auf meine ersten Gegner und die Situation erhitzte sich, als ich von einem Zombie geschlagen wurde und anfing zu brennen. Ganz ohne Waffen war Weckren die einzige Option. Während ich dann Essen der Villager oder wohl er der Zombie-Villager plünderte, fing ich an Geräusche zu hören. Entweder ich war es, der langsam verrückt wurde oder es waren die Parasiten, die auf den perfekten Moment warteten, um mich anzugreifen. Ich hörte einen Adler und war mir nicht sicher, ob ich wieder angegriffen werde, also lief ich weiter und hörte noch mehr Zombie-Villager. Ah, wo sind die denn? Sind die hier drin? Da irgendwo? Oh ja, da sehe ich noch einen. Okay. Die Gegend schien ruhig, also sammelte ich etwas Essen. Als nächstes musste ich einen Baum fällen und das hat wirklich lange gedauert. Währenddessen grunsten im Hintergrund die ganze Zeit die Zombie-Villager. Die Parasiten könnten mich ja auch jederzeit angreifen und ich konnte mich nicht umdrehen, weil ich ja noch den Baum abbauen musste. Um nicht nach einer Höhle suchen zu müssen, entschied ich mich dafür, die Häuser der Villager abzureißen, weil dort sowieso niemand mehr wohnen würde. Also endlich hatte ich ein Schwert, damit ich mich verteidigen kann und ich möchte eine Holzachst, ich meine eine Steinaxt, damit ich noch mehr Holz bekommen kann und dann natürlich noch eine Steinspitzhacke und mehr glaube ich brauche ich für das erste nicht. Okay, ich glaube, es ist hier nicht sicher und ich sollte weiterziehen, denn alles, was es hier gibt, ist nichts und Zombies und ich würde gerne auch noch was anderes sehen. Ich hatte ja echt viel Weizen gesammelt, also machte ich mir etwas Brot, damit ich nicht nur rohes Gemüse essen müsste. Es dauerte nicht lange, bis ich meine erste Höhle fand. Ich wusste nicht, was mich erwartete und mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Zum Glück gab es da keine Monster, stattdessen fand ich Kohle und Eisen. Es war wirklich dunkel, also machte ich mir Fackeln, konnte endlich wieder etwas sehen und fand heraus, dass ich sogar Eisen übersehen hatte. Aus Gewohnheit nahm ich die ganze Kohle, die ich finden konnte mit und es dauerte wirklich lange. Für zwei Öfen sammelte ich auch ein bisschen Cobblestone ein. In dem einen könnte ich das Eisen schmelzen und in dem anderen mein Essen braten. Ich hatte die Zeit aber komplett aus dem Blick verloren und es wurde langsam Nacht. Ich musste mir zur Sicherheit ein Schild craften. Somit begann also meine erste Nacht, in der ich nicht schlafen gehen konnte und gegen Zombies kämpfen müsste. Ich glaube, es ist Zeit, aus dieser wirklich sehr kleinen Höhle rauszugehen und... Ah nein, dort gibt es noch Eisen. Okay, jetzt ist es Zeit, nach draußen zu gehen und... Ne, dort gibt es auch Eisen. Was ist das? Wieso höre ich so viele Zombies? Was ist das hier alles? Ich höre so viele. Ich höre so viele. Ähm... Wieso sind das so viele Zombies? Kann mir das einer erklären? Nein. Äh, ich muss wegrennen. Oh mein Gott. Was passiert hier? Bin ich jetzt sicher? Wieso hat er Goldrüstung? Ich hätte nicht rausgehen sollen. Die haben Eisenschwerter. Wieso sind hier so viele Zombies in der Nacht? Nein, ich hätte niemals in diese Höhle reingehen sollen. Ich musste aus dieser Höhle raus, aber mir kamen nur noch mehr Zombies entgegen. Und die Nacht hat erst angefangen. Soll ich nach draußen schauen? Äh... Hallo? Eine Spinne. Eine Spinne. Ich höre die ganze Zeit Zombies und sehe eine Spinne. Kurz darauf sah ich eine weitere Horde Zombies, die auf mich zukamen. Oh mein Gott. Nein. Nein. Wo soll ich hinrennen? Ich bin nirgendwo sicher. Äh... Ich muss sie bekämpfen. Wieso sind die so schnell? Ah... Und noch eine Spinne. Und ich höre Parasiten und ein Skelett. Um zu überleben, musste ich wieder wegrennen. Mit meinen schwachen Waffen konnte ich die Zombies niemals besiegen. Ich stieß auf einen riesigen Berg. Ich könnte ihn eines Tages vielleicht wegen der ganzen Lava als Unterschlupf benutzen. Ah, dort ist noch einer. Ah... Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Nein. Diese Nacht ist absolut gefährlich. Endlich wird es wieder Tag. Mal wieder wäre ich fast um Haaresbreite gestorben. Aber jetzt hatte ich die erste Nacht überlebt. Ich wüsste zwar nicht, wie ich die restlichen 99 überleben sollte. Aber damit begann die Suche nach einer neuen Bleibe. Ich lief den ganzen Tag weiter, bis ich auf dieses riesige Gebäude stieß. In einer Kiste fand ich einen OP-Goldapfel. Ich wusste es bloß nicht, denn ich dachte, es wäre ein normaler Goldapfel. Jetzt habe ich den Iron Saber. Der macht zwar 0,5 Schaden weniger als das normale Schwert, aber er hat zwei besondere Effekte. Ich kriege 25% weniger Schaden und stattdessen kriegt der Iron Saber Schaden. Und ich mache doppelt so viel Schaden, wenn der Gegner keine Chestplate hat. Also es ist viel besser als mein jetziges Schwert. Ich mache basically doppelt so viel Schaden. Ich habe gerade auch noch nur 11 Strings, aber ich brauche 12, damit ich mir 3 Wolle machen kann, damit ich mir ein Bettchen craften kann. Und das, was in der letzten Nacht geschah, nicht nochmal passiert. Ich rannte um das Gebäude, um nachzuschauen, ob es vielleicht Kaupwebs gab. Es gab leider keine, also wollte ich mich in der Gegend umschauen. Ich fand Tintenfische und wurde blind, als ich einen von ihnen schlug. Nicht viel später fand ich eine Hütte. Ich ging rein und das schnell natürlich erstmal ein bisschen vom Kuchen. Oben im Haus fand ich ein Bett. In der Kiste daneben gab es eine Lederhose mit Wending und ich entschied mich dafür, in den Keller vom Haus zu gehen. Will ich eigentlich weiter runter gehen? Dort hinten sehe ich Spawner. Das ist etwas für die Zukunft. Ich möchte nicht sterben, bin ich ehrlich. Ich rannte also wieder hoch und machte mich auf den Weg nach Hause. Es dämmerte allerdings echt schnell und ich musste mich beeilen. Eine Nacht wie die davor würde ich nicht überleben. Hier sind wir wieder, in meinem nicht unbedingt freiwilligen Zuhause und ich würde sagen, ich genieße meine erste Nacht, die ich jetzt schlafen darf und hoffe, dass ich nicht sterben werde. Das ist ein wirklich schönes Gefühl, dass man nicht von Parasiten verfolgt wird, nicht von Zombies verfolgt wird und dass man nicht kämpfen muss. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm und ich brauche unbedingt bessere Rüstung. Mit dem bisschen Eisen, was ich noch hatte, konnte ich mir eine Hose und eine Chestplate craften. Es wurde wieder Zeit aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Ich traf Kühe, aber die lebten nicht mehr lange. Später fand ich einen Berg und wollte ganz nach oben klettern. Davor genoss ich allerdings noch die Landschaft. Weiter oben fand ich einen riesigen Laberfall, der die ganzen Bäume in Brand steckte. Durch Zufall fiel ich in Wasser und ich dachte, ich würde sterben. Stattdessen hatte ich aber Regeneration in einem Eimer. Klingt irgendwie dumm, oder? Ich kletterte jedenfalls weiter und war irgendwann oben. Eine der Ziegen gönnte mir Ziegenmilch und danach schaute ich mir die Landschaft nochmal von ganz oben an. Ich sah den ganzen Wald und mir fiel ein kleiner Tempel auf. Als nächstes wollte ich mich auf den Weg machen und nachschauen, was es dort gab. Ich musste aber nicht runterklettern, sondern konnte runterschwimmen. Unten fand ich einen weiteren Lavafall neben einem Wasserfall. Das Wasser hat sich wirklich sehr toll angehört, aber ich konnte es nicht lange genießen, weil es schnell wieder dunkel wurde. Damit waren es jetzt schon drei Tage, die ich überlebt hatte. Mal wieder brannten die Bäume wegen der Lava und ich fand sowas wie kalte Steine. Mittlerweile war ich am Ende des Waldes und ich hörte ein Rauschen unter der Erde. Vor mir lag ein Bion mit Meteoriten, aber ich wollte ja zum Eistempel, also schaute ich mich erstmal um. Ich hatte den Tempel wieder erblickt und kann gerade nicht lesen, was in meinem Skript steht. Ich machte mich jedenfalls wieder auf den Weg, ging die Treppen im Tempel runter und wurde von deiner Fledermaus begrüßt. Danach schaute ich mich um, sah eine Kiste und wollte herausfinden, was ich dort finden konnte. Weiter im Gang traf ich auf einen Zombiespawner, aus dem verdammt starke Zombies rauskamen. Abgesehen davon, dass sie wegen ihrer Rüstung weniger Schaden abbekamen, machte ich ihnen auch keinen doppelten Schaden mehr. Aber ich besiegte sie letztendlich und leider gab es auch in dieser Kiste nichts Gutes, weshalb ich den Gang wieder zubaute. Im nächsten Gang musste ich Spinnen bekämpfen, aber irgendwo rum gab es auch hier einfach keinen guten Loot. Ich baute den Spawner also ab und ging tiefer in den Dungeon. Aber dafür war ich noch nicht stark genug. Ich musste wieder raus und mit stärkere Rüstung zurückkehren und tiefer in den Dungeon gehen. Oben wusste ich aber nicht, ob es mittlerweile Nacht war, also lieg ich wieder runter, um mich kurz schlafen zu legen. Ich machte mich wieder auf den Weg nach draußen, aber oben war ich weiterhin vorsichtig und machte mich schnell aus dem Staub. Ich rannte in eine neue Richtung und stieß auf eine Wüste. Dort erwartete mich ein kleiner Kaktus, von dem ich einfach Schaden bekam. Nicht wie später bekämpfte ich einen Zombie und fiel in Treibsand. Naja, was heißt gefallen? Ich wollte nachschauen, was es war und bin reingesprungen. Zum Glück hatte ich aber mein Wasser dabei und konnte mich so retten. Andernfalls wäre ich wahrscheinlich wirklich gestorben. Danach sprang ich wieder rein, um zu schauen, ob ich auf dem Treibsand stehen könnte, jetzt wo dort Sand war. Teilweise konnte ich draufstehen und teilweise nicht, also musste ich mich wieder mit meinem Wasser retten. Um meine Kräfte zu messen, kamen mir diese Hyänen wirklich gelegen. In dieser kleinen Wüste gab es einen kleinen Tempel wieder voll im Schneebium und ich ging rein. Ich blieb aber nicht lange dort und entschied mich dafür wieder raus zu gehen, weil ich auch hierfür bessere Ausrüstung brauchte. Ich reiste also weiter und weiter, bis ich auf eine Höhle stieß, aber dort blieb ich nicht lange, weil ich wieder rausrannte, als ich Parasiten hörte. Also ging die Reise weiter, weiter, bis ich noch eine Höhle erkunden wollte, aber auch hier wurde ich wieder rausgescheucht. Draußen stieß ich auf Elche und wisst ihr, dass alles hier ist wirklich echt angenehm und entspannt, wenn du nicht gerade gegen andere Monster kämpfen musst. Der Tag begann eigentlich ganz normal, bis ich diesen Bären gesehen habe, der einfach im Updance war. Nebenan gab es eine Hütte und ich wollte mal nachschauen, was es dort gab. Das war übrigens der Punkt, an dem ich realisierte, dass ich die ganze Zeit einen OP-Goldapfel mit mir getragen habe. Ich tauschte mein rotes Pad gegen das schwarze und nahm auch den Amboss mit. Als nächstes fand ich hier einen Turm und wollte nachschauen, was es dort gab. Davor schaute ich mir aber das hier an und ich weiß auch gar nicht genau, wie ich das nennen soll. Jedenfalls ging ich in den Turm rein und der Weg nach oben war zwar versperrt, aber das war für mich natürlich kein Problem. Oben schaute ich mich um, naja, bis ich runterfiel. Als nächstes ging ich im Turm runter und wusste nicht, was mich erwarten würde. Mein erster Parasit. Ich näherte mich ihm ganz langsam bis zum Punkt, wo ich ihn schlagen konnte. Nach ein paar Schlägen fing der Parasit an, sich aufzublähen und explodierte. Ich bekam zwar keinen Schaden, aber wer weiß schon, ob sie damit andere infizieren können. Ich ging danach in einen der Gänge rein und diesmal sah das Ganze etwas friedlicher aus. Es gab sogar einen Kamin. Danach passierte etwas ganz Nices. Ähm, ich hab einfach eine Dierspitzhacke gefunden. Also ich mein, so, wer braucht schon eine Steinspitzhacke? Wenn man eine Dierspitzhacke hat, bin ich ehrlich, ich musste noch nicht mal die Diamanten dafür suchen. Ganz so friedlich sah es aber tiefer im Dungeon nicht mehr aus. Ich wurde wieder von einer Fledermaus begrüßt und musste Spinnen besiegen. Es war zwar nicht vernünftig, aber ich ging noch tiefer in den Dungeon rein. Und wisst ihr, ich besiegte ein Skelett auf eine wirklich sehr, sehr smarte Weise, indem ich eines der Gitter abbaute und mich dann in einem Winkel hinstellte, sodass das Skelett näher zu mir kommen musste und ich es so mit meinem Schwert schlagen konnte. Tiefer im Dungeon erwartete mich ein Skelett mit guter Rüstung und während ein Zombie dazukam, hörte ich auch noch eine Explosion. Zum Zeitpunkt wusste ich ja gar nicht, was das bedeutete. Mit meiner Dierspitzhacke fiel mir das Einsammeln von Erzen wie Eisen viel einfacher. Aus Neugier craftete ich mir einen neuen Crossbow, von dem ich mir erhoffte, schneller Monster töten zu können, aber um mit ihm zu schießen, brauchte ich spezielle Munition. Also für die neue Waffe brauche ich solche Bowls und es gibt welche aus Diamanten? Heißt, ich kann einfach mit Diamanten schießen. Ich sammelte ein paar Netherwarzen und auch den Seelensand. Mittlerweile war mein gesammeltes Eisen fertig und ich machte mir eine Eisenrüstung. Jetzt konnte mich wirklich niemand mehr aufhalten. Naja, außer die ganzen Parasiten und die ganzen anderen Monster, die noch existieren. Ich ging tiefer in eine Höhle, weil sie mit dem Dungeon verbunden war, aber ich fing an Villager zu hören und wollte sie deshalb suchen. Nach einer kurzen Zeit konnte ich sie aber nicht mehr hören. Stattdessen hörte ich wieder eine Explosion. Okay, endlich hat es sich ausgezahlt, diese Armbruster zu craften und jetzt habe ich anscheinend eine bessere Waffe und kann die Parasiten besser besiegen. Endlich stieß ich auf Erde, was bedeutete, dass ich an der Oberfläche war und ich kam an der Stelle raus, wo ich diese zwei Türme gesehen hatte. Ich machte mich wieder auf den Weg und stieß auf Gebäude. Vielleicht würde ich ja diesmal auf lebende Villager stoßen und nicht von Zombies gejagt werden. Es gab tatsächlich Hütten im Dorf und Villager in den Hütten. Lebendige Villager. Das waren auch genau die, die ich vorher noch unten im Dungeon gehört hatte. Zum Abschluss dieses Tages genoss ich den Sonnenuntergang. Ich wollte länger aufbleiben und warten, bis die Parasiten aufkreuzen würden. Aber um zu verhindern, dass die Villager, die Tiere des Waldes und vielleicht sogar ich aufgefressen werden, genoss ich einen guten Schlaf und wachte am nächsten Tag auf, ohne Parasiten weit und breit zu sehen. Nun hatte ich also einen Ort gefunden, an dem ich mich niederlassen konnte. Mein nächstes Ziel war also eine sichere Base. Ich dachte darüber nach, was ich als nächstes machen könnte und plünderte das Essen der Villager, weil ich sonst nur noch Äpfel zu essen hatte. Ich köpfte ein paar Truthähne und erblickte ein Haus aus Stein, das von Gras umgeben war. Parasiten könnten im Gras auf mich lauern, aber ich ging zum Gebäude und schaute runter. Eigentlich hatte ich vor Nacht zu schauen, was mich dort erwarten könnte, aber stattdessen kletterte ich wieder nach oben. Ich könnte es ja später erkunden. Endlich war es soweit. Ich räumte etwas Gras auf und schaute mich danach nochmal um. Mein ganzes Zeug packte ich in eine Kiste und pflanzte die zuvor eingesammelten Netherwarzen an, daneben die Melonen und die Kürbisse. Ich entfernte auf das Gras am Ufer nebenan und pflanzte stattdessen Zuckerrohr an. Ich brauchte eine bessere Axt, um Holz für mein neues Haus zu sammeln. In dem Wald gab es gigantische Bäume und es dauerte wirklich lange, einen von ihnen zu fällen, aber es lohnte sich. 1,5 Stacks Holz innerhalb von 10 Sekunden. Also so schnell habe ich wirklich noch nie Holz gesammelt. Ein zweiter Baum reichte aus für 3 Stacks Holz. Ich hätte zwar Fichtenholz bevorzugt, aber ich konnte nicht alles mitnehmen, als ich zuvor im Fichtenwald gewesen bin. Bevor ich mit der Hütte anfangen konnte, ging die Sonne wieder unter. Ich fing an mit den Treppen, platzierte dann das Fundament und danach die Zäune. Das Bauen war ein Hin und Her. Ich habe Sachen hin platziert, wieder abgebaut und währenddessen darüber nachgedacht, wie das Haus jetzt endlich aussehen sollte. Das Ganze wurde unterbrochen, weil ich wieder eine Explosion gehört hatte, aber ich wurde fertig. Naja, außer dieser eine Block, den ich falsch platziert hatte. Aber danach war ich fertig. Was jetzt noch fehlte, waren Türen und schon fühlte ich mich in meinem Haus viel wohler. Unten fehlten noch Stonebricks, damit mein Haus nicht schweben würde, aber dafür müsste ich noch Cobblestone sammeln. Ich platzierte ein paar Kisten im Haus und schaute mich am nächsten Morgen um. Immer noch gab es keine Parasiten zu sehen. Danach schaute ich bei den Villagern vorbei und es ging ihnen gut. Direkt danach habe ich zwar ihr Essen geklaut und ihre Schweine mitgenommen, aber das lassen wir außen vor. Mit Karotten in der Hand konnte ich Türen jetzt genauer betrachten und auf dem Weg zurück schaute ich mir nochmal das Haus an. Bis jetzt war es ja noch nicht fertig, also war es nicht ganz so schlimm, dass es so komisch aussah. Das Schwein brauchte ein Gehege und ich baute ihm eins. Ich ging wieder ins Dorf, um nach einem zweiten Schwein zu suchen und ich wusste, ich hatte ein weiteres zuvor auf den Dächern von den Villagern gesehen. Ich fand gleich zwei Schweine, aber eines von ihnen blieb stehen und wollte auch nicht wieder loslaufen. Mit den Schweinen im Gehege konnte ich anfangen sie zu füttern und würde so unendlich viel Essen bekommen. Aber ich war danach wirklich verwirrt. Ich habe anscheinend keine Ahnung, wie das mit den Bäumchen und Blümchen funktioniert. Oder waren das Bienen? Keine Ahnung. Jedenfalls entfernte ich wieder Gras. Die Schweine mussten natürlich auch etwas essen, also baute ich Karotten direkt neben ihrem Gehege an, die sie sich die ganze Zeit anschauen könnten. Natürlich hatte ich nicht vergessen, an Cobblestone zu denken. Ich grub ein kleines Loch, wo ich runterspringen und wieder hochschwimmen könnte. Als letztes erweiterte ich meinen Balkon, damit ich sicher um mein Haus laufen und mich so gegen Parasiten verteidigen konnte. Mit einem heftigen Nieser ging ich ins Bett und betrachtete am nächsten Morgen meine Karotten. Ich sammelte Zuckerrohr, entfernte Gras und schaffte so noch mehr Platz für noch mehr Zuckerrohr. Meine erste Melone war gewachsen und danach konnte ich mich wieder ins Werk am Balkon machen. Okay, ich bin endlich mit der Terrasse fertig und ich finde, das Ganze sieht echt gut aus. Man kann ja einfach rumlaufen, ich kann mich umschauen und wenn Parasiten kommen, dann kann ich sie einfach abschießen. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, sich auf den Weg zu machen, sich runterzugraben. Ich habe ja eine Diamantenspitzhacke und dann werde ich nach Diamanten suchen, mir eine bessere Rüstung machen und vielleicht auch noch Tools craften. Der wichtigste Grund, wieso ich eigentlich in die Mienen will, ist, damit ich dieses Haus hier weiterbauen kann mit Stonegrids. Ich grob mich also runter und sorgte mit Fackeln für Licht. In der Nähe hörte ich Zombies, also ging ich davon aus, dass es eine Höhle in der Nähe geben musste. Ich suchte nach ihnen, es wurden immer mehr und ich kam ihnen also immer näher. Schließlich fand ich zur Höhle und wurde direkt von einem Skelett begrüßt. Ich rannte schnell wieder weg. Währenddessen bekämpften sich die Skelette gegenseitig und ich tötete dasjenige, das überlebte und baute die Höhle zu. Kurz danach nahm ich meinen Mut zusammen und ging tiefer in die Höhle. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde und wollte es doch nicht mehr herausfinden. Mein Ziel war es nämlich nicht herauszufinden, was mich töten konnte, sondern nach Diamanten zu suchen. Ich grob also weiter, hörte wieder Zombies, aber kam letztendlich unten an und konnte anfangen, nach Diamanten zu suchen. Ich stieß auf Kies und Erze wie Eisen oder Redstone. Diesmal ging ich wirklich in die Höhle, aber mich erwartete gar nichts, außer ein, zwei grüne Pilze. Weiter suchte ich fleißig nach Diamanten, aber hörte stattdessen einen Wasserfall und stieß auf eine Höhle. Ich musste schnell wieder in Sicherheit rennen, weil ich niesen musste. Der erste Zombie kam mir entgegen, aber ich erledigte ihn. Ich rannte durch die Höhle und fragte mich dann, sehen so Diamanten aus? Oder was ist das? Malachit? Kurz danach wurde ich von einem Parasiten angegriffen und zum Glück hatte ich ein Schild dabei. Ich hatte ihn zwar mit zwei Schlägen beseitigt, aber die Parasiten würden genau das gleiche mit mir machen. Okay, also mit Malachit kann man, glaube ich, gar nichts machen? Oder doch? Okay, ich kann irgendwelche Biome finden. Oh Gott, dafür brauche ich ganz, ganz viele Erze. Vielleicht kann ich die irgendwann mal sammeln. Meine Stimme dippte zwar am Ende, aber sie war schnell wieder da. Also man kann sich aus dem Fleisch irgendwas craften und daraus dann bügen. Das heißt, ich muss Parasiten töten, damit ich stärkere Waffen bekomme, womit ich noch mehr Parasiten töten kann. Während ich die Höhle erkundete, fand ich eine weitere. Leider hatte ich aber kein Holz dabei, um mir Fackeln zu craften. Also wollte ich mich auf den Weg nach Hause machen, traf vorher auf weitere Gabelungen und rannte schnell wieder weiter. Ich wurde sehr hungrig, aber kam wieder zum ursprünglichen Loch, was ich gegraben hatte, zurück. Ich aß etwas und machte mich auf den Weg nach oben. Es dauerte wirklich, wirklich lange, aber ich war irgendwann wieder zu Hause. Ich hatte zwar die Türen offen gelassen, aber kein einziger Parasit hatte sich in mein Haus geschlichen. Ich legte meine gefarmten Sachen in eine Kiste und platzierte meine Armbosse. Noch hatte ich keine Verwendung für sie, aber in Zukunft würde ich sie brauchen. Ich hatte ja gesagt, dass man sich Waffen craften kann mit infizierten Fleisch oder so und es gibt eine verdammt starke Waffe. Die muss ich auf jeden Fall craften. Sobald ich also besser ausgerüstet bin, werde ich mich auf die Suche nach Parasiten machen. Ich war ja tagelang in den Minen unterwegs und wollte deshalb bei den Villagern vorbeischauen. Es ging ihnen gut und einer von ihnen weibte auf einem der Dächer. Ich dachte, ich hätte ein Schaf gefunden, aber es entpuppte sich als Bär, der mich süß anschaute, mich aber nicht angriff. Weil es sehr schnell dämmerte, musste ich diesmal bei den Villagern übernachten. Ich fand neue Bäume und fällte sie für eine größere Vielfalt an Holz, die ich zum Bauen benutzen könnte. Ich wollte meine Kräfte messen und schoss ein Wildschwein ab, das nach einem Schuss starb, ohne sich zur Wehr setzen zu können. Ich fand auch Schafe, hatte aber leider kein Weizen dabei, um sie nach Hause mitzunehmen. Ich dachte, dass mich dieser Bär angreifen würde, aber er tat mir nichts. Ich ihm schon. Einen Dachs griff ich auch an und deshalb fing er an, mich mit Erde abzuschmeißen. Jedenfalls hoffe ich, dass das Erde war. Vor meinem Haus angekommen, pflanzte ich eine Birke und mein Essen wurde alle, weshalb ich an eine andere Essensquelle rankommen musste. Währenddessen war der Birkenbaum in dieser kurzen Zeit schon ein bisschen gewachsen. Ich musste eine kleine Korrektur in meinem Fahrstuhl nach unten vornehmen. Wenn ich jetzt runterspringen würde, dann würde ich sterben, also baute ich einen Block unten ab und durfte jetzt ganz langsam wieder hochschwimmen. Als ich wieder oben war, dämmerte es schon und ich setzte mir ein Ziel. Ich wollte mich bis zum 20. Tag vorbereiten, dann eine Nacht lang nicht schlafen und versuchen, die Parasiten zu bekämpfen. Ich wette mit dir, du findest diesen Kanal super geil. Wie hieß er nochmal? Magi Chaco? Mako Chonke? Mocaccino? Ach, keine Ahnung. Es gibt jedenfalls tausende extremst gerne Videos und in diesem hier steckt auch verdammt viel Arbeit. Für diese Big Baba Bubu Qualität musste ich mir auch noch einen neuen PC kaufen, also musste unbedingt alle Videos und vor allem das hier liken, damit ich den irgendwo bezahlen kann. Schreib mir unter das Video, wieso du besser bist im PvP als ich und abonniere, damit wir heute noch die 100.000 Abonnenten erreichen und ich den Play-Button als Mauspad benutzen kann. Komm auf den Discord, schau auf Twitch vorbei und like all meine TikToks, sonst kommt diese Oma zu dir nach Hause und sagt dir, dass du abonnieren sollst. Eine Sache, die ich noch vergessen hatte zu erwähnen, es gibt Kanalmitgliedschaften. Falls du meine Emotes also geil findest, ein Abzeichen für deinen Namen brauchst oder willst, dass ich deinen Namen im Video vorlese, kannst du auf den Mitglied-Button unter dem Video drücken. Dort erkläre ich dann alles. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Video. Vorher musste ich das Gehege meiner Schweine sicherer machen. Ein Parasit würde ausreichen, um sie alle zu töten. Ein bisschen Fleisch war abgesehen von meinen Goldäffeln so ziemlich das Letzte, was ich zu essen hatte, also machte ich mich auf den Weg, um bei den Villagern etwas zu klauen. Ich sammelte alles ein, was reif war und fällte danach einen Baum. Wirklich spektakulär. Während ich noch mehr Bäume fällte, hörte ich komische Geräusche aus dem Wald und ich ging los, um zu schauen, wer oder was sie von sich gab. Ich lauschte sehr aufmerksam, aber konnte niemanden entdecken. Mittlerweile war der Birkenbaum noch prächtiger geworden. Ich entfernte Gras und stieß auf eine Höhle, war ja aber nicht gewachsen, also entfernte ich weiter Gras und fand eine Schnecke, die sich zwischen meinen Netherwarzen versteckte. Ich vergrößerte mein Feld, bis es größer, noch größer und schließlich groß genug war. Die Samen pflanzte ich in Reihen, damit sie schneller wachsen würden. Endlich hatte ich ein größeres Feld und damit eine weitere Nahrungsquelle. Ich wollte meine Base renovieren, kam aber nicht weit, weil es schnell wieder dämmerte. Ich schaute mich um, es waren keine Parasiten zu sehen und ich platzierte Fakkeln zu Hause, damit es gemütlicher war. Um den Teich unter meiner Base mit Erde zu füllen, brauchte ich, und wer hätte es gedacht, Erde. Weil ich die ganze Erde abgebaut hatte, war die Gegend etwas freier. Ich könnte die Parasiten also viel einfacher aus der Ferne erkennen. Ich platzierte die ganze Erde und baute danach an der Base weiter. Das Design war sehr einfach, aber es erfüllte seinen Zweck und danach passierte das hier. Was war das gerade für eine Explosion draußen? Was ist da passiert? Ich glaube kaum, dass ein Creeper einfach so explodiert ist, oder? Ich rannte wieder nach Hause und machte die Türen hinter mir zu. Weil ich nicht mehr raus wollte, fing ich an, die Treppen zu bauen, auf denen man zur zweiten Etage hochlaufen könnte. Mittlerweile war es Tag 16 und ich schaute mich um. Ich hatte zwar Parasiten gehört, aber sehen konnte ich sie nirgends, also baute ich an der zweiten Etage der Base weiter. Mir fiel auf, dass ich nicht symmetrisch gebaut hatte und ich musste ein paar Sachen korrigieren. Ich wusste, dass ich mich auf den 20. Tag vorbereiten musste und deshalb keine Zeit für solche Sachen hatte, aber wenn ich es nicht jetzt korrigieren würde, dann würdet ihr euch beschweren und ich musste später noch mehr Zeit dafür aufbringen. Nachdem ich mit der Korrektur fertig war, baute ich die zweite Etage mit Slaps und war wirklich zufrieden. Ich konnte deshalb die obersten Truhen öffnen und benutzte bei den Öfen ganze Blöcke. Ich wollte eine sichere Scheune für meine Schweine, aber sie wollten direkt ausbüchsen, als ich mit dem Umbau begann. Ich wurde wieder von einer Explosion gestört, aber baute die Scheune weiter. Schon wieder rannte eines der Schweine aus dem Gehege, aber so einfach lässt sich das Problem lösen. Ich glaube, das Schwein geht freiwillig wieder ins Gehege rein. Ja, Problem gelöst. Ich sammelte die ersten Erträge meiner Farm und wollte zurück in die Mine. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Okay, ja, das hat doch gut geklappt. Diesmal grüpp ich auf einer tieferen Höhe, um Diamanten besser finden zu können, aber fand stattdessen Eisen und Lapis. Das heißt, wenn ich ein Enchantment Table habe, dann kann ich auch endlich verzaubern. Ich wusste, meine Diamantenspitzhacke würde bald die Geist aufgeben und wenn ich keine Diamanten finden würde, dann müsste ich wieder nach Dungeons suchen und dort mein Glück versuchen. Schnell wurde mein Inventar wieder voll und ich musste also wieder nach oben schwimmen. Aber davor ging ich kurz schlafen und steckte in einem Stein fest, als ich aufwachte. Ich schwamm wirklich langsam hoch, also platzierte ich Fackeln, um den Prozess zu beschleunigen, aber ich war zu eifrig und wurde wieder runtergespült. Endlich war ich wieder oben und mir fiel auf, dass ich keine Pfeile mehr hatte. Entweder ich musste nach Hühnern suchen und sie hochzüchten oder rumrennen und wie wild alle Hühnertypen, die ich sehe. Ich fing jedenfalls an, Treppen für die zweite Etage zu platzieren und dachte ein bisschen nach, weshalb ich dann zu dieser Erkenntnis kam. Also klar, das sieht jetzt etwas komisch aus, aber ich denke, wenn ich noch ein bisschen dran arbeite, dann wird das Haus sehr viel besser aussehen. Okay, gut. Jetzt ist die zweite Etage fertig. Ich finde, das sieht echt super aus und ich glaube, ich bin auch vor Parasiten sichern, außer sie können fliegen oder mich abschießen, dann haben wir ein kleines Problem. Ich wurde hungrig und aß vor dem Gehege der Schweine ein bisschen Schweinefleisch. Grausam, oder? Jedenfalls zeigte ich damit Dominanz und platzierte Fanskates mit Blöcken vor das Gehege. Damit wären die Schweine während einem Angriff der Parasiten sicher. Es sah vielleicht nicht gut aus, aber in einer Welt wie dieser ist die Sicherheit wichtiger als das Aussehen. Mit dem Dach wurde ich schnell fertig und ersetzte das Holz teilweise mit Stonebricks. Ein Schwein versuchte wieder auszubüchsen, aber mit einem Schlag war das Problem gelöst. Ich bin jetzt mit der Hütte fertig geworden und es sieht vielleicht etwas, naja, wie soll man sagen, interessanter aus das Design, aber es ist mal was anderes und ich möchte nicht, dass alle Gebäude mal gleich aussehen. Mit der Fertigstellung der Scheune konnte ich zwei neue Schweinchen zur Herde zählen und kurz darauf begann der 20. Tag, an dem ich nicht schlafen gehen und stattdessen Parasiten bekämpfen würde. Jetzt ist es endlich soweit. Es ist der 20. Tag. Ich habe versucht, mich vorzubereiten. Ich habe mehr Ausrüstung gecraftet. Ich habe die zweite Etage hier gebaut. Ich habe das Haus der Schweine fertig gebaut, damit sie nicht angegriffen werden. Ich habe ein bisschen Essen angepflanzt, damit ich auch etwas essen kann, während ich kämpfe. Ich habe leider nicht ganz viele Pfeile und müsste jetzt noch nach Hühnern suchen, aber ich glaube, ich bin bereit, um meine erste Nacht nicht zu verschlafen und stattdessen Parasiten zu bekämpfen. Ich aß mein letztes Stück Fleisch und sammelte erneut die Ernte meiner Felder ein. Danach machte ich mich schnell auf den Weg, um nach Hühnern zu suchen. Mir Federn und damit mir Pfeile zu besorgen. Ich konnte den Truthähnen Samen geben, aber sie wollten sich trotzdem nicht paaren. Ich bot ihnen auch Kartoffeln, Karotten und Weizen an, aber das wollten sie auch nicht, also köpfte ich sie alle. Den nächsten bot ich ihr eigenes Fleisch an, aber leider klappte auch das nicht. Ich traufe schnelle Wildschweine, die mich angriffen, aber die waren kein Problem für mich. Den nächsten besiegte ich dann im Wasser, was viel einfacher war. Ich habe jetzt wirklich echt viele Vögel getötet und mittlerweile habe ich 25 Federn. Ich glaube, das wird mir für den heutigen Kampf ausreichen und ich möchte auch nicht alle Vögel hier ausrotten. Okay, gut, ich habe gelogen. Ich habe jetzt noch ein paar Vögel getötet, aber die 30 Federn werden mir jetzt auf jeden Fall ausreichen. Nein, dort vorne sehe ich noch mehr Vögel. Jetzt werde ich nicht noch mehr töten, außer ich treffe welche auf dem Weg zurück. Ich habe es gesagt, wenn ich welche auf dem Weg zurück finde, dann werde ich sie auch töten. Naja, die sind auf dem Weg zurück und ich muss mein Wort halten. Eine kleine Sache, die mir nebenbei noch aufgefallen ist, ich wollte ja eigentlich Federn, aber gleichzeitig habe ich ja jetzt auch noch total viel Fleisch. Das reicht mir für die Ewigkeit. Mir ist noch aufgefallen, ich habe leider noch keinen Köcher und dafür fehlt mir auf jeden Fall Leder. Das heißt, in Zukunft werde ich noch nach Kühen suchen. Aber bis jetzt crafte ich mir einfach nur ganz, ganz viele Pfeile. Mittlerweile dämmert es und mein Fleisch liegt immer noch im Ofen. Aber ich bin gespannt. Ich weiß nicht genau, wie die Parasiten aussehen werden. Ich weiß nicht genau, ob sie mich angreifen werden, ob sie fliegen können. Und ich weiß nicht genau, ob sie mich töten werden. Eine Sache habe ich aber noch gar nicht bedacht. Es gibt ja immer noch Rentiere im Wald und es gibt ja noch die Villager im Dorf. Und wenn die Parasiten dort hinkommen, dann werde ich keinen von ihnen mehr sehen. Es war nun soweit. Meine zweite Nacht ohne Schlaf. Der Kampf und womöglich mein Tod stand vor der Tür. Mir ist gerade immer auch noch aufgefallen, dass mein Schwert fast kaputt ist. Ich brauche unbedingt ein Neues. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall sicher. Aber ich sehe immer noch keine Parasiten. Ich hatte mir einen Angriff oder so vorgestellt, aber ich weiß nicht. Vielleicht muss ich nach draußen rennen, um auf sie zu treffen. Aber dann bin ich ja nicht mehr sicher. Es gibt hier total viele Schilde und ich weiß gar nicht, welche ich davon benutzen muss und welche davon stärker sind. Aber das hier sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ich hoffe, dass dieses Schwert hier jetzt viel stärker ist und dass ich da nicht ganz so viel Schaden bekomme oder so. Und ich glaube, ich mache mich jetzt auf den Weg nach draußen und suche nach Parasiten. Was ist da passiert? Da sieht man den ersten Parasiten. Ich entschied mich dafür, ihn mit dem Crossbow abzuschießen. Äh, ich kann sie mit einem Schuss töten? Also entweder Parasiten sind echt schwach, was ich bezweifle, oder diese Armbrust ist echt stark. Ich sah einen Zombie-Villager und entschied mich dafür, aus meiner Base rauszugehen und ihn mit dem Schwert zu töten. Es ist hier draußen viel zu dunkel. Ich brauche unbedingt Fackeln hier. Plötzlich gab es einen riesigen Parasiten, der gegen alle Zombies in der Nähe kämpfte. Zum Glück war er nur alleine und konnte gegen die Zombies nicht gewinnen. Danach ging die Horde zu meiner Base und ich fing an, sie abzuschießen. Aber sie mit dem Schwert zu bekämpfen, war eine bessere Idee. Da ist ein verdammt schneller Zombie, dem ich kaum Schaden mache, wegen seiner Rüstung. Dort ist ein Creeper. Gut, dass er nicht explodiert ist. Okay, die ganzen Zombies sind auf jeden Fall tot. Ich glaube, langsam wird es Tag und noch musste ich keine Parasiten bekämpfen. Aber es könnte sein, dass sich Parasiten im Gras verstecken, genauso wie dieser Creeper hier. Damit war das hier die zweite Nacht, in der ich nicht schlafen gegangen bin. Und oh mein Gott, ich kann wirklich froh sein, dass ich in der ersten Nacht keinem Parasiten begegnet bin. Die hätten mich einfach in Stücke zerrissen. Und ich kann sie mit zwei Schlägen töten. Noch ist das also ziemlich... Au, der explodiert. Was war das denn? Okay. Ich bin ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen enttäuscht von dieser Nacht. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Ein paar mehr Parasiten. Aber es könnte sein, dass gar nicht so viele Parasiten spawnen, weil das hier noch der Anfang ist. Aber wer weiß das schon. Ich glaube, ich bin gar nicht so schwach. Und ich glaube, ich bin stark genug, um hier runter zu klettern und herauszufinden, was mich erwartet. Was ist das denn hier? Ähm, ich habe gar keine Fackeln mehr. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich muss nochmal hochrennen, weil ich meine Fackeln vergessen habe. Hier war doch der Eingang, oder? Bevor ich rausgehen konnte, wurde ich von Skeletten überrascht und tötete auch noch eine Hexe. Während ich nach oben kletterte, wollte einst der Skelette mitkommen, also beseitige ich es. Ich war anscheinend doch noch nicht bereit und baute die Leitern einfach zu. Während ich mich umschaute, fand ich diese Tentakel und die spawnten nur noch mehr Parasiten, die mich angriffen. Was sind das für Dinger? Die sehen ja grauenvoll aus. Da kommen noch mehr davon. Im Wasser konnte ich sie umlegen und wollte danach die Tentakel abschießen. Ich glaube, ich muss das abschießen. Was? Da sind so starke Dinge rausgekommen. Und dann tötete ich das mit einem Schuss? Die Erde um die Tentakel hatte sich verändert und als ich schaute, was passieren würde, wenn ich draufging, passierte gar nichts. Die infizieren nicht nur Tiere, die infizieren auch noch Blöcke. Ich, ähm, sobald ich nochmal so einen Tentakel sehe, muss ich ihn definitiv abschießen, aber zwischen dem ganzen Gras kann man die gar nicht so leicht sehen. Mir ist eine kleine Idee in den Kopf gekommen. Was ist, wenn ich, statt einen Keller zu bauen, einfach nur an der Seite hier das hier abbaue und dann kann ich die Parasiten einfach hier durchschlagen. Die kommen durch zu mir nach Hause und ich muss nicht nach draußen, um die zu schlagen. Mein nächstes Ziel war jetzt also eine noch bessere Base und eine noch stärkere Rüstung. Also fing ich an mit der Renovierung von meiner Base. Es wurde aber sehr schnell dunkel und ich legte mich schlafen. Zum Glück passierte nichts am nächsten Morgen und ich konnte keine Parasiten auf meinem Land erkennen. Ich platzierte Außenblöcke und dann umgedrehte Treppen. Ich baute und baute, wurde schließlich fertig und entschied mich dafür, die Holztreppen zu ersetzen. Ich bin auf jeden Fall jetzt fertig. Ihr seht, jetzt gibt es einen Steinrand und daneben dann die Treppen. Ich muss mal hierher laufen. Und wenn man sich das Ganze von unten anschaut, dann sieht das Ganze so aus. Ich finde das auf jeden Fall gut und dann fehlen hier noch ein paar Blöcke und dann kann ich die Parasiten, wenn ich innen stehen würde, so schlagen. Ich glaube, das mit dem Holz sieht nicht ganz so gut aus, also werde ich das Ganze mit Stonebricks ersetzen. Ich finde das auf jeden Fall besser. Also musste ich die restlichen Holzpäle abbauen und mit Stonebricks ersetzen. Leider reichen mir die Steine für den letzten Fall nicht, also werde ich ihn entweder fürs Erste lassen oder Steine suchen müssen. Ich entschied mich also dafür, nach unten zu schwimmen, um Cobblestone zu sammeln. Zuerst versuchte ich zu stripmine, aber dann könnte ich die Steine gar nicht einsammeln, also machte ich es so wie vorher. Ich traf auf Lava und wollte mich an ihr vorbeigraben, in der Hoffnung, dass ich auf Kohle stoßen könnte, weil ich mir keine mitgenommen hatte. Die Höhle wirkte klein mit zwei Lavaseen an beiden Enden. Ich glaube, ich höre hier Parasiten. Ich könnte mir sonst nicht vorstellen, was das sein soll. Irgendwas bekämpft die Zombies dort vorne. Was es auch gewesen sein mag, es war tot. Ich fand wieder Malachit und Gold, aber ich hörte ein lautes Grunzen und wusste nicht, was mich in dieser Höhle erwarten würde. Ich habe Diamanten gefunden. Ich habe endlich Diamanten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, es ist nicht nur einer. Es ist nur einer. Es ist ein einziger Diamant. Was? Da habe ich endlich Diamanten gefunden. Aber ein Enchanter braucht zwei Diamanten, oder? Während ich Kohle abbaute, hörte ich wieder Parasiten und sah dann die Reste eines Skelettes. Ein Parasit musste es getötet haben. Ich lief aber weiter und sah Moossteine, ging davon aus, dass es ein Spawner sein müsste, wollte aber nichts damit zu tun haben und ging wieder weg. Meine vorher eingesammelte Lava tauschte ich mit Wasser und konnte damit endlich Lava Seen löschen. Da ist wieder sein Parasit. Die Gänge dieser Höhle schienen endlos, bis ich endlich auf eine Sackgasse stieß. Während ich zurücklief und Erze einsammelte, konnte ich mir diesmal sicher sein, dass keine Parasiten plötzlich aufkreuzen würden, weil ich alles ausgeleuchtet hatte. Dort hinten sehe ich wieder was. Das ist wieder ein Alachid. Mittlerweile hatte ich ein Steck Eisen gesammelt und ging immer tiefer in die Höhle. Am nächsten Tag hörte ich ein Skelett kämpfen. Es gab also Parasiten in der Nähe. Irgendwas fliegt dort gerade lang. Oder wird geschossen? Was ist das denn? Dort hinten ist es... Nein, nein, das war's. Tschüss. Ich schaute doch noch etwas genauer hin und es war tatsächlich eine Fledermaus, die von irgendwas abgeschossen wurde. Die Fledermaus ist mittlerweile gestorben. Dort ist das Ding. Was? Nein. Parasiten können fliegen. Der Parasit war zum Glück nach einem Schlag tot. Vielleicht waren Parasiten doch nicht so stark, wie ich dachte, aber ich durfte sie wirklich nicht unterschätzen, weil ich so sterben könnte. Ich hatte genug von den Höhlen und machte mich auf den Weg zurück. Ich wollte aber noch ein bisschen Obsidian sammeln, bevor meine Diaspitzhacke den Geist aufgeben würde. Ich will noch genug Obsidian sammeln, damit ich hoffentlich ein Nether-Portal bauen kann und damit ich einen Enchanter habe, damit man die Diamantenspitzhacke nicht ganz so schnell kaputt gehen wird das nächste Mal. Mittlerweile habe ich 9 Obsidianen. Das heißt, jetzt sollten nur noch 5 fehlen und dann kann ich endlich wieder nach Hause gehen. Es fehlt nur noch 1 Obsidian, das will ich unbedingt haben und danach werde ich nie wieder in Höhlen gehen. Gut, das war's. Ich bin weg. Ich möchte nach Hause. Ich werde noch ein bisschen Cobblestone sammeln, aber dann ab in die Base und dann bin ich wieder sicher. Also in der Zeit, in der ich in der Höhle war, habe ich ungefähr 1,5 Stacks Redstone gesammelt. Leider habe ich nur 1 Diamanten bekommen, ein bisschen Laps gab es auch noch. 21 Gold lässt sich sehen und dann immer nur noch 80 Eisen. Das werde ich auf jeden Fall für irgendwas, die irgendwie gar nicht das sicherlich benutzen. Aber ich möchte jetzt bitte endlich schlafen. Vielen Dank. Ich machte mich jetzt endlich wieder auf den Weg nach Hause, aber stieß stattdessen auf eine Höhle. Also ich weiß nicht, wie ich hier rausgekommen bin, aber ich bin den Gang entlang gegangen und ich bin mir sehr sicher, dass es der richtige war. Und ich bin hier rausgekommen. Das heißt, ich muss doch nochmal durch eine Höhle oder ich bin falsch abgebogen. Da ist wieder seine Fledermaus. Du wirst sterben. Wow, das ging ja echt schnell. Aber hier bin ich wieder. In einer Höhle. Obwohl ich nach Hause wollte. Und hier sind tote Skelette. Das heißt, dass Parasiten hier waren. Oh nein. Ähm. Was soll das? Ich habe ja gar keinen Schaden bekommen. Aber wie groß war wie groß war bitte dieser Parasit? Wie viel Schaden hätte er mir gemacht, wenn er mich geschlagen hätte? Wenn ich kein Schild mehr dabei gehabt habe? Und ich habe endlich mal andere Edelsteine außer Malachit gefunden. Was ist das denn bitte? Amber. Sieht aus wie ein goldenes Ei. Ich glaube, so langsam muss ich die Parasiten nicht mehr fürchten. Wie schon gesagt, ich darf sie nicht unterschätzen. Sie machen mir ziemlich viel Schaden, aber ich mache ihnen auch sehr viel Schaden. Das heißt, ich brauche einfach bessere Rüstung und dann sollte ich ganz normal frei rumlaufen können. Egal was ich machte, ich ging immer tiefer. Ich sah einen Parasit und konnte mich daran erinnern, schon mal hier gewesen zu sein, weil ich mir alles gemerkt hatte. Nie Spaß, ich habe natürlich die Fackern gesehen. Jetzt habe ich auch so ein bisschen Fleisch. Ich glaube, damit konnte ich ja diese Waffen craften. Und ich bin wieder an der gleichen Stelle angelangt. Das heißt, ich bin im Kreis gelaufen und ich muss den Ausgang wieder suchen. Ich glaube, das ist das Wasser. Das magische Wasser mit der Regeneration? Oder nicht? Ja. Ich habe es endlich wieder nach Hause geschafft. Jetzt muss ich nur noch hochschwimmen. Mir ist doch eine ganz andere Sache aufgefallen. Ich glaube, ich brauche gar keine Luft schnappen, weil ich ja Regeneration habe. Sofern ich nicht immer mehr Schaden bekomme, kann ich so einfach hochfahren. Also schwamm ich weiter hoch und regenerierte den Schaden. Endlich bin ich wieder zu Hause. Ich glaube, ich kann eigentlich von Glück sprechen, dass ich überlebt habe. Ich will auf jeden Fall nochmal bei den Villagern vorbeischauen. Ich muss noch einige Sachen machen. Ich kann endlich meinen Cobblestone in die Öfen schmeißen, mein ganzes Eisen und endlich kann es wieder etwas ruhiger werden. Und leider braucht man für einen Enchantment Table zwei Diamanten. Das heißt, ich werde trotzdem nach Diamanten suchen müssen. Aber vielleicht gibt es welche in den Dungeons. Den Rentieren im Wald ging es immer noch gut. Ich konnte keine Parasiten sehen und meine Felder hatten wieder Erträge. Ich erntete meine Kürbisse und Melonen, mein Zuckerrohr und schließlich mein Feld. In der ganzen Zeit habe ich wirklich nicht an die Felder gedacht. Die sind ja die ganze Zeit weitergewachsen und ich hatte eigentlich das Problem mit dem Essen, abgesehen davon, dass ich ganz viele Hühner gedötet hatte. Und jetzt kann ich mich auch endlich von anderen Sachen ernähren. Das hier waren die Erträge meiner Farmen. Mittlerweile war ich Level 30 und fütterte die Küh, die Scha- die Schweine. Danach machte ich mich auf den Weg zu den Villagern, weil ich sie lange nicht gesehen hatte. Aber vorher fällte ich ein paar Bäume. Das Holz sammelte ich vorerst gar nicht ein. Ich wollte einfach ein paar Bäume fällen. Das ist doch ganz normal, oder? Ich tötete einen Bären und hatte dann einen Bärenkopf. Ich fand gleich die nächsten Bär und machte mich endlich auf den Weg zu den Villagern, weil meine Axt kaputt gegangen war. Also so wie es aussieht, geht es den Villagern immer noch gut. Die unterhalten sich hier und die können sich wahrscheinlich nicht beschweren. Ich hatte meine Karotten dabei, aber die Rehe rannten trotzdem von mir weg. Selbst als ich versuchte, mich näher an sie ranzuschleichen. Irgendwahrum wollten sie keine Karotten mehr. Zu Hause konnte ich die Bärenhaut zu Leder verarbeiten und jetzt würden mir nur noch zwei Leder oder eine Bärenhaut für einen Köcher und damit mehr Platz für Pfeile fehlen. Nachdem ich mir eine neue Axt gecraftet hatte, genoss ich die Aussicht und schlief bis zum nächsten Morgen auf der zweiten Etage. Ich hatte echt viel Holz, das ich in die Öfen legte, um mir die Kohle aus den Höhlen für später aufzusparen. Echt viel Eisen hatte ich auch und ich wusste nicht wirklich, was ich damit anfangen sollte, aber fürs Erste machte ich mir eine Eisenspitzhacke. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe jetzt erst das Achievement bekommen für eine Eisenspitzhacke. Das heißt, ich hatte nie eine Eisenspitzhacke. Ich habe hier die Diamantenspitzhacke direkt gefunden, während ich immer noch eine Steinspitzhacke hatte. Beim Keller entfernte ich den letzten Holzbalken und den Korbis dann um das heilige Wasser. Jetzt kann ich mir das Ganze endlich von unten anschauen und ich finde, das ist ein wirklich sehr toller Raum. Also ich werde die Parasiten hier von innen alle schlagen können, die kommen nicht an mich ran. Wenn ich HP brauche, gehe ich kurz ins Wasser und ich kann mich auch hier ganz langsam in Sicherheit bewegen und dann können die Parasiten nicht mehr an mich ran kommen. Wieso sind dort am helllichten Tag Zombies? Nachdem ich die Zombies getötet hatte, konnte ich wieder in der Base arbeiten. Ich bin mit den Treppen fertig geworden und ich finde, die sehen super aus. Was ich jetzt noch machen werde, ist den Boden wahrscheinlich auch mit Stormbricks ersetzen und das gleiche mache ich dann auch noch mit den Zäunen. Also baute ich die Holzzeine ab, wurde irgendwann damit fertig und fing dann an, die Mauern außen zu platzieren. Damit hatte ich mehr Platz, um draußen sicher rumzurennen. Ich wurde fertig, hatte mir aber nichts für den Eingang überlegt. Ich finde, je länger ich an dieser Base baue, desto besser sieht sie einfach aus. Klar, ich benutze jetzt viel zu viele Stormbricks, aber es sieht immer und immer besser aus. Ich rannte schnell nach Hause und legte mich schlafen. Während ich darüber nachdachte, dass ich noch mehr Stormbricks brauchen würde, um die Base fertig zu bauen, hörte ich eine Explosion. Also diese Explosion war sehr nah, ist dort... Okay, das ist nur ein Squid, aber... Was sind diese Explosionen? Sind das Parasiten, die stärker werden? Ich weiß es immer noch nicht. Ich muss es herausfinden. Bevor ich mich damit auseinandersetzen würde, ging ich nochmal nach unten, um Stein zu sammeln und zu versuchen, Dias zu finden. Also sammelte ich Stein und hatte zum Glück ein paar Stöcke dabei, um mir Fackeln zu craften. Während ich dann Kohle einsammelte, hörte ich wieder Geräusche, die mich an eine Höhle erinnerten. Vielleicht war ich ja in der Nähe von einer, aber nach einer kurzen Zeit verblassten die Geräusche und ich war wieder alleine. Etwas später ging meine Eisenspitzsacke kaputt und ich wollte nicht, dass das gleiche mit meiner Diaspitzsacke passierte, also musste ich wieder hoch. Auf dem Weg nach oben hörte ich wieder Parasiten. Ich ging in die Richtung, aus der die Geräusche kamen und stieß auf eine Höhle, die ich schon mal zugebaut hatte. Ich wollte nichts riskieren und schwamm wieder weiter nach oben. Ich steckte den Cobblestone in den Ofen und ersetzte die ganze Kohle in meinen Öfen mit Holzkohle. Während der Cobblestone in den Öfen lag, baute ich schon mal den Boden ab, um ihn später mit Stonebricks ersetzen zu können. Dann sammelte ich das ganze Holz ein, was runtergefallen war, ging wieder hoch und sammelte den Stein ein, craftete daraus Stonebricks, ging raus, um nachzuschauen, was explodiert war und hörte andere komische Geräusche. Am nächsten Morgen zögerte ich nicht lange und platzierte direkt Stonebricks. Also das ganze Holz im Haus passt da glaube ich jetzt nicht mehr hin und ich werde dann komplett mit Stonebricks bauen müssen, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Bevor ich allerdings das Holz mit Stonebricks ersetzen würde, schaute ich erstmal nach, wie das Ganze mit Glattstein aussehen würde. Ich baue ja immer mit Vielfalt. Sieht auf jeden Fall echt gut aus, aber ich finde, die Holztürn passen natürlich nicht und der Boden auch nicht. Vielleicht gibt es ja Türen aus Stein. Es gab leider keine Türen aus Stein, dafür aber ganz viele andere, die sicher auch passen würden. Danach passierte aber das hier. Was war das gerade eben? Also das muss ja jetzt wohl ein Parasit gewesen sein. Und noch mehr Explosion. Ich brauche unbedingt, wirklich unbedingt bessere Rüstung, bevor ich von Parasiten überrannt werde und dann einfach sterbe. Ich kochte mir ein bisschen Essen und wollte dann am 30. Tag in den Dungeon gehen, weil ich dort meine Dia-Spitzhacke gefunden hatte. Nun begann also das nächste Kapitel. Ich wollte in den Dungeon gehen, weil ich bisher kein Glück in den Minen hatte. Ausgestattet mit Holz, um mir Sachen zu craften, Kohle für Fackeln, Essen für mich selbst und Eisen für neue Spitzhacken, machte ich mich nun auf den Weg in den Dungeon. Es dauerte nicht lange und ich konnte ihn sehen. Ich ging runter und wusste, dass ich mir jetzt keinen einzigen Fehler erlauben durfte. Ich fand Region, wo ich vorher noch nie gewesen war und fand den total krasses Holzschritt, oder nicht? Ist das wieder so eine Fledermaus, oder was ist das? Ich habe eine schwarze Rune gefunden. Ich hatte ja irgendwann mal eine Magenta Rune gefunden, aber die habe ich leider weggeschmissen und jetzt habe ich eine schwarze Rune. Ich weiß immer noch nicht, was man mit denen machen kann, aber diesmal nehme ich sie mit. Es gab eine Schlucht, die sich an einen anderen Gang des Dungeons anschloss. Ich lief durch die Gänge und stieß auf einen komischen Raum, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Ich meine, dort fließt irgendwie so Wasser aus den Wänden, keine Ahnung. Ich suchte vergeblich nach Geheimgängen und lief dann weiter, bis ich an der Stelle ankam, wo ich das letzte Mal die Villager gehört hatte, weshalb ich mich nach oben gegraben hatte und so einen Ort gefunden hatte, um mich niederzulassen. Dann musste ich mich aber gegen ein Skelett verteidigen und entschied mich für meinen Crossbow, weil ich Parasiten hörte. Ich ging tiefer in die Höhle, die etwas eisig war und hörte definitiv Parasiten, aber ich weiß nicht, wo sie sich verstecken. Ich wusste, dass ich tiefer in den Dungeon gehen müsste, um irgendwas zu finden. Ich hörte Hunde jaulen. Nach einer kurzen Zeit war der Skelett-Spawner zerstört. Mir war klar, dass ich hier unten sehr wahrscheinlich Parasiten bekämpfen müsste. Ich hörte immer mehr Monster und rannte schnell durch den Dungeon, während ich alles ausleuchtete. Danach fand ich einen Creeper-Spawner, bei dem Creeper spawnten. Und damit endete das Kapitel, und leider auch diese Geschichte, denn es gab eine Sache, die ich mehrmals erwähnt hatte. Ein einziger Fehler könnte dein letzter sein. Und dieser eine Fehler passierte mir. Ich öffnete eine Redstone-Chest. TNT fing an zu explodieren und von mir blieb nichts mehr übrig. Damit wurde diese Geschichte frühzeitig beendet. Aber was wäre, wenn dieses TNT nicht explodiert wäre? Wenn ich diesen Raum nie gefunden und die Kisten nie geöffnet hätte? Wenn diese Welt keine Hardcore-Welt wäre? Was wäre also, wenn ich nie gestorben wäre oder meinen Tod rückgängig machen könnte? Würde ich es tun? Diese Frage bleibt bis zum nächsten Video unbeantwortet. In Hardcore Skyblock startest du auf einer Insel mit einem Baum und einer Kiste voller wichtige Items. Du musst durch den Nether und seine Gefahren, denn dort befindet sich das Portal, das dich zum Enderdrachen führt. Erstmal wieder die Wurzel allen Übels und meine Aufgabe ist es, ihn zu vernichten. Dafür brauche ich aber verschiedene Items wie ein Cauldron oder gute Rüstung. Gefährlich bleibt das Ganze trotzdem. Und ein Fehler könnte mein letzter sein. Ne, warte mal. Ich kann doch nicht einfach 1 zu 1 den Satz wieder benutzen, ohne dass es jemandem auffällt, oder? Ich wette, es wird keiner merken, wenn jetzt einfach so das Video beginnt. Da war ich also in einer neuen Welt mit neuen Zielen. Und als erstes fällte ich den Baum mit meiner Faust, aber ließ einen Block übrig, damit die Blätter nicht dispawn würden. Als nächstes fing ich an, die Insel abzubauen und es versteckten sich drei Blöcke Sand mit einem Endstein darunter. Das nächste Ziel war ein Cobblestone Generator und schon hatte ich Stein. Ich sammelte einen halben Stack, machte mir daraus Slaps und konnte die Insel erweitern. Mittlerweile wuchs das Gras auf der Erde weiter und das würde ich brauchen, damit Tiere später spawnen würden. Jetzt, wo die Insel größer war, konnte ich endlich beten, dass der Baum ein Sapling droppen würde und verbesserte währenddessen den Generator, der jetzt viel besser aussieht, wie ich finde. Leider musste ich aber auch feststellen, dass ich in diesem Projekt echt lange an diesem Generator sitzen werde und mittlerweile hatte ich meine ersten Saplings. Platzieren konnte ich die aber noch nicht, weil die wegen der Lava abbrennen würden. Die Plattform musste also noch größer werden, damit es genug Platz für die Bäume gab. Mit zwei Bäumen gab ich mich aber nicht zufrieden und platzierte alle Setzlinge, die ich in der Kiste finden konnte. Jetzt musste ich wieder Cobblestone sammeln und dabei fiel mir ein Vorteil von Hardcore Skyblock auf. Ich muss meine Items nie in die Kisten legen, weil ich die ja nicht verliere, wenn ich runterfallen sollte. Stattdessen verliere ich ja nur die ganze Welt und darf unter meine Bettdecke kriechen und leise weinen. Als Abwechslung schaute ich in den Nachthimmel und mir fiel ein, dass ich die Melonen zusammen mit dem Zuckerrohr und dem Kürbis neben dem Generator pflanzen kann. Nicht viel später bekam ich den Sonnenschein zu Gesicht und hatte damit den ersten Tag überlegt. Lange feiern konnte ich aber nicht, weil ich wieder weiterschuften musste und was mir nicht gerade weiter half, war der Fakt, dass ich ca. 18 Stacks für die Mobfarm brauchte und damit noch nicht ansatzweise fertig war. Schnell wuchs ein Baum und ich vergrößerte die Plattform an den Bäumen als auch an dem Generator aus Sicherheitsgründen. Wir wollen ja nicht, dass ich aus Versehen von meiner Insel runterlaufe. Es fehlte außerdem noch ein bisschen Grün, also platzierte ich die Erde, die ich für den Anfang sowieso nicht brauchen würde. Ihr könnt außerdem nicht wissen, wie froh ich darüber war, dass ich mir Dokus anschauen konnte, während ich die Steine abbaute. Der dritte Tag war nicht besonders spannend. Er fing damit an, dass ich Stein farmte, zwischendurch konnte ich ein paar Bäume fällen, aber letztendlich endete der Tag damit, dass ich wieder im Generator saß und Steine abbaute. Mittlerweile hatte ich sogar drei Viertel der Materialien für die Mobfarm gesammelt und ich müsste nur noch einen weiteren Tag lang aushalten, bevor ich anfangen konnte, sie zu bauen und fertigzustellen. Ich blinzelte kurz und schon war es wieder Nacht. Phantome könnten zum Problem werden und um ihnen zuvor zu kommen, musste ich ein Dach bauen. Es war zwar simpel, aber ich fühlte mich gleich viel sicherer. Das Gefühl der Sicherheit verflog allerdings sehr schnell, als ich glaubte, ein Phantom gesehen zu haben. Ich war mir damals nicht sicher, was ich gesehen hatte und ich bin es auch jetzt nicht. Phantom gehört hatte ich allerdings noch nicht, aber das Dach hätte ich dann trotzdem zum Schutz, falls tatsächlich welche antanzen sollten. Endlich war es soweit. Ich hatte alle 18 Stacks gesammelt, aber mit der Mobfarm wollte ich in dieser Nacht nicht anfangen, weil die Phantome sicherlich kommen würden. Mit einem Komposter könnte ich an Knochenmehl rankommen, damit ich das Wasser in die Mobfarm packen kann und sie damit effizienter ist. Das Ganze klappte aber eher schlecht und der fünfte Tag bahnte sich an. Jetzt. Ach nee, warte kurz. Jetzt war es endlich soweit. Die Sonne ging gerade auf und ich war voller Motivation, um mit der Mobfarm anzufangen. Davor packte ich etwas Holz in den Ofen für Fackeln und wurde mit dem nächsten Problem konfrontiert. Ich wusste nicht, wie hoch die Mobfarm sein sollte, also baute ich mich einfach 21 Blöcke weit hoch und hoffte auf das Beste. Oben angekommen fing ich an mit den Kanälen, fällte ein paar Bäume, pflanze neue an und baute danach die Plattform, auf der die Monster später spawnen würden. Die Wände kam als nächstes dran, aber es wurde dunkel und ich platzierte vorerst Fackeln, um zu verhindern, dass mich Zombies in den Tod stoßen würden. Ich musste mich beeilen, aber da kam auch schon das erste Phantom. Es war alleine, also tötete ich es mit Leichtigkeit. Langsam aber sicher wurde ich mit der Mobfarm fertig und es fehlte nur noch das Dach und die Trapdoors. Dafür hatte ich übrigens mein ganzes Holz dabei. Nebenbei angemerkt, die Trapdoors sehen irgendwie aus wie Schokolade, oder? Mir fehlten leider acht Stück und ich wollte die Mobfarm heute fertig kriegen, also benutzte ich Eichenholz-Trapdoors. Wir können ja einfach mal so tun, als ob diese Trapdoors komplett gleich aussieht und das gar nicht existiert. Für das Dach könnte ich zwar Slaps benutzen, aber ich hatte noch genug Stein und wollte später vielleicht ein zweites Level bauen. In der Mitte platzierte ich Wasser, falls ich beim Bauen runterfallen sollte. Wie es der Zufall wollte, fiel ich dann tatsächlich runter. Ich wurde mit dem Dach fertig und musste nur noch die Fakulner bauen und die Trapdoors einklappen. Während ich dann das Dach ausleuchtete, wurde das Tag. Danach schwomm ich runter und die Monster konnten anfangen zu spawnen. Unten dachte ich mir aber, was ist hier passiert? Die Bäume hatten wahrscheinlich Feuer gefangen und das hatte sich ausgebreitet. Aber was wäre, wenn ich die Bäume nie zu nah in die Lava platziert hätte? Was wäre, wenn ich nie oben in der Mobfarm gewesen wäre und es deshalb mitgekriegt hätte? Was wäre also, wenn ich... Ne, 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 das war's jetzt mit den References zur letzten Folge. Ich bin ja überhaupt noch nicht gestorben. Aber was wäre... Nein, das reicht jetzt langsam auch wirklich. Ich tötete also ein paar Mobs und die Mobfarm funktionierte echt gut, obwohl ich immer noch gar kein Wasser platziert hatte. Eine Fackel hier und da machte das Ganze etwas heller und schnell traf ich auf eine Hexe zusammen mit einem infizierten Villager. Ich musste die Plattform erweitern, damit ich beide einsperren konnte. Und hier ist mein Big Baba Boo Boo Plan. Mein nächstes Ziel ist nämlich sieben Eisen. Mit den sieben Eisen kann ich mir einen Cauldron craften. Mit dem Cauldron kann ich dann wiederum Lava von einem Dripstone vermehren. Diese Lava brauche ich dann, um ein Netherportal zu bauen. Und mit diesem Netherportal kann ich dann in den Nether gehen. Im Nether angekommen kann ich dann Gold farmen. Und dieses Gold brauche ich für einen Goldapfel. Und den Goldapfel für den Zombie-Villager. Das einzige, was da noch fehlt, ist ein Schwächetrank und schon haben wir Villager. Das Problem ist aber der Schwächetrank. Für einen Schwächetrank würde ich einen Braustand brauchen. Und dafür müsste ich in den Nether gehen. Und das ist in Hardcore sehr gefährlich, vor allem, wenn ich keine gescheite Rüstung habe. Stattdessen kann ich eine Hexe benutzen, die mich mit Tränken abschmeißt. Ich muss dann natürlich beten, dass es ein Schwächetrank ist und kein Damage-Trank. Und dann muss ich nur noch den Goldapfel benutzen. Mit der neuen Mobfarm hatte ich auch endlich was zu essen. Bis jetzt musste ich immer Zombie-Fleisch essen. Aber mit dem Knochenmehl könnte ich an Samen rankommen oder die Kartoffeln zusammen mit den Karotten von den Zombies vermehren. Jetzt wurde es also Zeit für die Mission. Ich baute die Mobfarm etwas ab, damit ich das Boot platzieren konnte. Ich befreite den Villager und die Hexe, aber sie setzten sich nicht ins Boot. Ich wollte sie rausholen und in ein anderes Boot packen, aber die konnten nicht raus, weil sie auf dem Boot standen. Irgendwie schafften es dann doch beide ins Boot und ich baute sie unter der Mobfarm einfach ein. Währenddessen sind in der Mobfarm so viele Monster gespawnt und runtergefallen, dass sie sich noch nicht mal in der Mitte verteilen konnten und sich alle gegenseitig weggeschoben haben. Danach war es übrigens ein sehr tolles Gefühl, alle auf einmal mit einem Heap zu schlagen. Dadurch, dass die Mobfarm jetzt intakt war, hatte ich auch noch zwölf Fäden und konnte mir ein Bett craften. Es wurde schließlich auch Zeit. Ich hatte sechs Tage lang nicht geschlafen, ganz viele Dokus geschaut und noch mehr Cobblestone gefahren. Wenn ich mal darüber nachdenke, hätte ich die Mobfarm vielleicht ein bisschen weiter wegbauen sollen, weil die Monster doch sehr laut sind und es doch ziemlich nervig sein kann, wenn ich hier die ganze Zeit Monstergeräusche höre, während ich Cobblestone farme. Kurz danach dachte ich, endlich Eisen bekommen zu haben. Schnell bemerkte ich aber, dass es nur ein Kettenhelm war. Ich erinnerte mich wieder daran, eine unendliche Wasserquelle herstellen zu wollen. Also platzierte ich Sand, drumherum ein paar Steine, dann das Wasser und benutze das Knochenmehl auf dem Sand, weshalb ich zwei Quellen hatte und damit eine unendliche Wasserquelle. Ich boxte ein paar Monster und hatte fünf Bögen mit einer Haltbarkeit, die ich zusammenfügte für einen Bogen, der nicht ganz so kaputt war. Falls ein Creeper aus irgendeinem Grund explodieren und damit die Monster freisetzen sollte, könnte ich mich wenigstens verteidigen. Es gab auch noch ein weiteres Problem. Spinnen können spawnen und verschanzen sich dann in den Ecken der Mobfarm, wo sie dann rumgammeln und dafür sorgen, dass die Mobfarm nicht so effizient ist. Um dort Teppiche platzieren zu können, müsste ich allerdings noch ein bisschen warten und weitere Spinnen töten. Wisst ihr eigentlich, wie angenehm das ist, wenn man nicht die ganze Zeit neben einer Mobfarm steht und sich die ganzen Mobs anhören muss? Naja, meine Kiste wurde voll, also müsste ich mir bald ein neues Lager bauen, welches nicht nur aus einer Kiste bestand. Und wow, ein Sapling ist gedroppt und wir haben noch ein paar Blätter, aus denen ich hoffe, dass Fichten-Saplings droppen. Ja. Übrigens sieht meine Mobfarm von dieser Seite gar nicht so schlecht aus, oder? Naja, von der anderen aber schon. Mit dem neuen Lager konnte das Sortieren beginnen. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, ich habe eigentlich gelogen, als ich gesagt habe, dass ich in den Nether muss, um an Villager ranzukommen. Rein theoretisch, wirklich nur rein theoretisch, könnte ich auch 81 Goldrüstungsteile farben, das Ganze in den Ofen legen, einschmelzen, dann hätte ich ganz, ganz viele Nuggets und das könnte ich dann wiederum zu 8 Goldbarren verarbeiten und dann würde ich noch einen Apfel brauchen und dann hätte ich einen Goldapfel. Aber ich habe nicht die Nerven, 81 Goldrüstungsteile zu farben, also werde ich wohl oder übel in den Nether gehen müssen. Ich wollte es zwar nicht, aber ich musste nur einen Cobblestone sammeln, damit ich Glattstein für neue Erde haben würde. Oh mein Gott, wir haben endlich eine Karotte bekommen und direkt auch noch eine Music-Disc? Ein Creeper ist von einem Skelett gestorben? Ich vermehrte rasch die Kartoffeln und konnte endlich etwas anderes essen, außer Zombie-Fleisch. Ich hatte echt noch nie das Problem damit, einen Ofen zu craften, aber es tut innerlich weh, wenn ich 8 Cobbles und verschwenden muss, naja, um einen Ofen zu craften. Ich wollte endlich Erde herstellen und dafür fehlten mir Knochen, ein Moos und Fichten-Saplings. Ich farmte vorher noch die Melone, die nach 9 Tagen endlich gewachsen war und bekam Kartoffeln von Zombies sowie eine weitere Music-Disc. Vielleicht könnte ich es ja vor dem Ende dieses Projekts schaffen, alle verschiedenen Schaltplatten zu sammeln und dann meinen eigenen Plattenladen zu eröffnen. Falls du in den letzten 9 Minuten nicht aufgepasst hast, gibt es hier eine kleine Zusammenfassung. Und es ist Tag 10. Auf jeden Fall ein Highlight. Ich habe ein Fünftel der Zeit überlebt. Ne, das ist gelogen. Ich habe jetzt erst 9 Tage überlebt. Das ist der 10. Ich habe ein Fünftel der Tage überlebt und es ist eigentlich ein sehr guter Start. Ich habe eine Mob-Farm, wir haben ein Lagersystem, ein Cobblestone-Generator. Ich habe ein bisschen was zu essen. Wir haben zwei Schallplatten, die hoffentlich verschieden sind, in meinem Baum-Farm. Wir haben bald genug Saplings, um Potzol herzustellen. Damit haben wir dann auch noch viel mehr Erde, womit wir diese Fläche bauen können. Und das war es eigentlich. Eine Sache hat sich mittlerweile verändert und es ist nichts auf der Insel, sondern mein Skin. Mein alter Skin war 5 Jahre alt und recht simpel. Die Haarfarbe von meinem jetzigen Skin passte auch eher zu mir. Ich hoffe, euch gefällt der Skin genauso sehr wie mir und jetzt geht es weiter mit Hardcore. Nachdem ich den Glatschstamm platziert hatte, konnte ich mit der Moosifizierung beginnen und danach fehlte nur noch ein Fichtenbaum. Das Moos wurde also zu Potzol und nach dem Abbau zu Erde. Am nächsten Morgen stand ich nach einer guten Nacht Schlaf auf und vergrößerte die Grasfläche, damit es wahrscheinlicher war, dass die Tiere spawnen würden. Das Ganze sah dann viel besser aus und mit ein paar Lederschuhen hatte ich dann noch eine ganze Rüstung zusammen, die nachher ein paar Schlägen auseinanderfallen würde. Derzeit war mein nächstes Ziel die 7 Eisen und dafür müsste ich eigentlich bei der Mobfarm rumgammeln und auf Monster warten. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mir wieder Dokus anzuschauen und Stein abzubauen. Mittendrin fiel mir aber auf, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, ob ich das Wasser in der Mobfarm eigentlich platziert hatte oder nicht. Ich überlegte, ob ich morgen hochklettern und nachschauen sollte, ob ich in der Mobfarm das Wasser platziert hatte. Ich schlief eine Nacht lang drüber und machte mich direkt auf den Weg, als ich wieder aufwachte. Oben angekommen, aktivierte ich mein Pfeiffett und durchlöcherte die Decke, damit keine Monster nachspawnen würden und ich die von oben absnipen könnte. Das hier ist übrigens genau das, was ich vorher mit den Spinnen meinte. In 3 von 4 Ecken waren glaube ich 20 Spinnen insgesamt. Bevor ich allerdings wie ein Verrückter in die Mobfarm sprang, ging ich nochmal runter und tötete alle Monster. Wir wollen ja nicht, dass ich in die Mobfarm falle und dann zwischen 100 Monstern lande, oder? Wieder oben platzierte ich das Wasser in der Mitte, nahm meinen ganzen Mut zusammen und sprang in die Mobfarm rein, in der Hoffnung, dass Monster mein Leben nicht beenden würden. Ich hatte allerdings schon jeden getötet, der mich hätte töten können und konnte damit ans Werk gehen. Ich platzierte das ganze Wasser in die Kanäle und legte mich schnell schlafen, bevor Monster spawnen könnten. Ich sammelte Stein, bis meine Spitzhacke kaputt ging und stopfte die Löcher, bis ich keinen Buchstein mehr hatte. Musste dann Slaps benutzen und griff danach zu meinem Holz. Wir vergessen das einfach mit dem Holz. Okay, ich gebe euch auch allen die Ultra-Roll auf meinem Community-Server. Schau einfach auf Twitch vorbei, wenn du da auch drauf willst. Die Mobfarm war jetzt übrigens definitiv effektiver, aber ich durfte wieder am Generator sitzen und mir Dokus anschauen. Ich traf auf zwei Hexen gleichzeitig und die wollte ich auch einsperren, aber das wäre viel zu umständlich und deshalb habe ich eine Plattform unter die Mobfarm gebaut, die Hexen getötet und den Zombie behalten. Ich baute die Mobfarm wieder zu, als wäre nichts gewesen und diesmal wurde die Mobfarm definitiv schöner und hatte den Drip. Ich hatte bis jetzt immer noch keinen einzigen Eisenbarren bekommen und begann mit der Vermosung der Glattsteine, weil ich genug vom Steinfarm hatte. Durch den Baum fraß ich mich dann genauso schnell wie League of Legends Skins durch deinen Geldbeutel. Zur Sicherheit platzierte ich einen Moos in jede meiner Kisten und danach war die Grasfläche wieder an der Reihe. Ich hatte immer noch zwei Stacks Glattstein übrig, also durfte ich das Ganze wieder vermosen. Weil meine Steinex kaputt ging, legte ich ein Water-MLG hin, sortierte die unnötigen Bögen aus meinem Lager aus und wiederholte den Prozess mit dem Glattstein. Erst nachdem ich die Grasfläche wieder erweitert hatte, kam ich auf die Idee nachzuschauen, wie das eigentlich mit dem Spawn von Tieren ist und ich muss wohl etwas weiter weg von der Fläche sein. Ist natürlich blöd, dass der Cobblestone-Generator direkt neben der Grasfläche ist. Ich wollte ein paar Monster nebenbei töten und dann passierte es endlich. Das hier ist meine ganze Reaktion darauf. Mein erstes Eisen! Oh mein Gott! Ich habe 372 Zombies getötet und einen Eisenbarren bekommen. Zur Sicherheit platzierte ich an den Rand der Grasfläche Wasser, falls ich runterfallen sollte, aber die Erde von oben abzubauen war sowieso nicht die beste Idee. Also fing ich an mit dem Bau einer Holzplattform. Außerdem bekam ich zum vierten Mal oder so Karotten und Kartoffeln hatte ich auch schon einige Male, aber Eisen bis jetzt nur einmal. Bevor ich mit der Holzplattform anfangen wollte, platzierte ich Erde in eine Richtung weg von mir, damit das Gras anfangen könnte, rüber zu wachsen. Danach platzierte ich den äußeren Ring zuerst und füllte dann die ganze Fläche aus. Als nächstes baute ich ein paar Grasbröcke. Ich habe Bro, alter Wert, noch nie was von Grasbröcken gehört. Als nächstes baute ich ein paar Glasblöcke. Also ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich habe weder Grasbröcke noch Glasblöcke abgebaut. Ich habe nämlich Grasblöcke abgebaut. Ging dann aber wieder nach oben, um sicherzustellen, damit ich nicht auszusehen alle Glasblöcke... Nein, das ist schon wieder Glasblöcke. Nein. Ich bin wieder hochgegangen, damit ich sicherstellen konnte, dass ich nicht auszusehen alle Grasblöcke abbauen würde. Also wirklich Grasblöcke. Schlimmstes Wort, Eowest. Kurz vor der Nacht bekam ich dann noch mein zweites Eisen. Ein Zombie-Villager kam auch dazu und alles, was ich machen musste, war es, den Boden unter ihm abzubauen. Von Sterben habe ich allerdings nie was gesagt. Vielleicht sollte ich also das Ganze verbessern oder vorher ein Boot platzieren. Der 20. Tag brach an und ich baute eine Brücke zur Grasfläche, lief dann auf die andere Seite und begann eine schöne Fläche zu bauen. Damit die Tiere nicht runterfallen würden, fehlten ein paar Zäune und ich durfte wieder Steine abbauen. Das machte ich dann den ganzen Tag lang, bis ich mich dazu entschied, ihn aufzurüsten, weshalb ich dann zwei Cowboys zu uns zu jeder Zeit hatte. Ich habe gleich zwei Music-Discs auf einmal bekommen. Wie ist denn das bitte passiert? Damit wurde meine Collection immer größer. Ich sammelte letztendlich Cobblestone bis zum nächsten Morgen, denn ich würde so ziemlich 468 Cobblestone für die zweite Etage der Mobfarm brauchen und das wären so ungefähr 7,3 Stacks. Zwischendurch drehte ich dann durch. Naja, oder ich drehte mich halt im Kreis, weil mir vielleicht ein bisschen langweilig war. In der Mobfarm spawnte eine Hexe, aber ich wollte sie nicht einsperren, weil es das Ganze später noch anstrengender machen würde. Bei der Verbesserung des Generators hatte ich übrigens irgendetwas falsch gemacht und deshalb brannte die Holzplattform. Dieser Fehler würde mir übrigens später noch echt viel Zeit und noch mehr Nerven kosten. Ich legte mich schlafen, um zu verhindern, dass mich Phantome beim Bearbeiten der Mobfarm angreifen würden und bohrte oben wieder Löcher und fragte mich, wie viele Spinnen sind das bitte? Wenn ich jetzt runterfalle, dann habe ich kein Schild und ich hoffe, es läuft alles gut. Und zum Glücklich war alles gut. Mit zwei Stacks-Knöpfen knüpfte ich mir den Boden der Mobfarm vor. Dieser wunderbare Joke wurde Ihnen präsentiert von Mako Chaco. Nachdem ich also die Kanäle gebohrt hatte, fehlten die Trapdoors und das Dach. Dann konnte ich die Knöpfe auf dem zweiten Dach platzieren, die Fackeln abbauen und die Trapdoors einklappen. Letztendlich fakultierte ich das Dach und beobachtete die neue Grasfläche auf der Mobs gespawnt waren. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich muss euch das auf jeden Fall allen unbedingt mitteilen. Dass Mobs in Minecraft auf nicht ausgeleuchtetem Boden spawnen können, weiß natürlich nicht jeder. Ich leuchtete die Grasfläche aus und die Mobfarm war auf jeden Fall effizienter, weil sie voller Monster war, nachdem ich gerade mal 30 Sekunden lang Karotten eingebaut hatte. Ich benutzte also einen Nicht-Auto-Klicker und musste nur darauf warten, dass mich Zombies mit Eisen beschmeißen würden. Das dauerte auch nicht lange, aber Spinnen spawnten dennoch und deshalb war ich ein bisschen verviert. Mit keinem Auto-Klicker konnte ich mich binnen Sekunden durch ein ganzes Deck Knochenmehl fressen und die Villager konnten nur kommen. Eine weitere Schallplatte schließt sich in meine Kollektion und die Vorstellung eines Plattenladens war gar nicht so weit von der Realität entfernt, wie ich anfangs dachte. Ich bekam gleich zwei Eisenbarren hintereinander und war überglücklich darüber, was für eine Wendung dieses Projekt erfuhr. Ist das überhaupt Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Es wurde noch besser und das spawnte ein Zombie-Jockey mit einem Huhn. Ich tötete also alle Monster fein säuberlich, holte den kleinen Piepmatz vorsichtig raus und musste nur noch auf einen zweiten warten, weil die keine Eier legen. Außerdem habe ich etwas ganz Wichtiges zu verkünden. Ich erreichte nämlich das 69. Level. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Kommen wir nun zu meiner Big Baba Bubu Idee. Ich sammelte Steine, um es später in Erde zu verwandeln und diese dann beim Weg zur Grasfläche zu platzieren, weil ich dachte, dass das Gras dadurch vielleicht ein bisschen schneller wachsen würde. Außerdem wurde die Farm nachts irgendwann um ineffizienter, also schlief ich kurz, um am nächsten Morgen meine Idee in die Erde umzusetzen. Steht hier, in die Erde statt in die Tat. In eine Kiste legte ich alles rein, was ich an die Villager verkaufen wollte und fragte mich in einer ruhigen Minute, ob ich es schaffen könnte, Level 100 zu erreichen, bevor ich an einen Zaubertisch kommen würde. Ich nahm mir außerdem vor, einen Schallplattenladen zu bauen. Für diesen würde ich definitiv Glas brauchen und dafür Zuckerrohr, dessen Wachstum ich nicht beeinflussen konnte, also musste eine Zuckerrohrfarm her. Der 25. Tag ging langsam zu Ende und ich näherte mich der zweiten Hälfte des Projekts. 25 Tage lang hatte ich also überlebt. Mittlerweile besaß ich eine Mobfarm, ein Lager, eine Grasfläche und viele, viele Items, die ich an die Villager verkaufen würde. Die Zuckerrohrfarm war definitiv nicht schön, bestand teilweise aus Potzol und war mitten auf meiner Insel, aber das war egal, denn ich habe das siebte Eisen bekommen. Nice. Jetzt kann ich wirklich endlich nach 10 Jahren, oder eher gesagt nach 25 Tagen, den Cauldron platzieren, habe damit unendlich Lava und kann damit dann irgendwann in den Nether gehen. Mit Vorsicht bastelte ich den Kessel, stellte sicher, dass ich den Dripstone unter den richtigen Block platzierte und schaute nach, ob der Dripstone den Drip hatte. Endlich hatte ich das erreicht, wofür ich in den letzten 25 Tagen gearbeitet hatte und war einfach pipo happy. Ich habe jetzt nicht ernsthaft noch eine Schallplatte und noch ein Eisenbacken bekommen. Wieso hätte das nicht vor 20 Tagen passieren können? Das hätte übrigens nicht vor 20 Tagen passieren können, weil ich da noch keine Mobform hatte. Ich überlegte übrigens nicht lange, was ich mit dem Eisenbarren anstellen sollte, denn ich bastelte mir direkt ein Schild. Eine kleine Sache noch, bei 400 Zombies hatte ich mein erstes Stück Eisen bekommen und bei 800 Zombies war ihre 7. Gespannt wie ein Bettplacken oder eben ein kleines Kind, das zum zehnten Mal fragt, ob wir schon da sind, schaute ich immer wieder beim Kessel vorbei. Ich kämpfte mit einem Babyzombie, befreite dann die Plattform der Zombies von ein paar Booten und vergrößerte die des Kessels. Später regnete es gefühlt einfach Kartoffeln, Eisen, Karotten und Schallplatten. Als auf einmal so viele Jobs wie noch nie bekam. Ich befreite einen der Zombies aus den Booten, weil die alle aufeinander saßen und das sicher dafür sorgte, dass sie davon Nackenverspannungen bekamen und deshalb nicht in die Schule gehen konnten. Leider starb der Zombie, den ich befreit hatte, weil ich ihn tötete, statt mein Schild durchzuhalten. Mittlerweile hatte ich mehrmals versucht, Hexen in Boote zu packen und sie aus der Mobfarm rauszuholen, scheiterte jedoch immer, weil sie sich nie reinsetzen wollten. Ich hatte echt viel Erde hergestellt, weshalb ich mehr Holz als der Baumarkt eines Vertrauens hatte und deshalb mit der Stadt der Villager anfangen konnte. Als erstes war der Breeder an der Reihe und weil ich kein Design im Sinn hatte, probierte ich mich einfach aus, weshalb das Ganze am Ende so aussah. Der Breeder war nicht automatisch, weshalb ich die Anzahl der Nachkömmeligen regulieren könnte, indem ich den Villager in Brot durch die Wände aus Slabs quetschte, wenn ich welche brauchte. Komisch sah das dann aber trotzdem aus, weil das Ganze nicht symmetrisch war. Und am nächsten Tag war das Ganze schon viel besser. Ausgerüstet mit unzähligen Slabs und Zäunen baute ich, naja, einen Zaun bis hin zu meinem Lager, der das Ganze etwas sicherer machte. Ich hab das zwar schon oft genug gesagt, aber ich bekam eine weitere Music Disc und hatte jetzt 10 verschiedene. Das Gras hatte mittlerweile fast die Grasfläche erreicht und ich sammelte wieder Kabelsteine, weil Holz nicht unbedingt das beste Material für eine Goldfarm im Nether sein würde. Ich schaute immer öfter nach, ob es mittlerweile Lava im Kessel gab und ich wurde immer mürrischer und mürrischer. Zu meiner Überraschung Sponsor aber ein Schaf und ich wurde wieder optimistischer, weil ich mit einem weiteren Schaf besseres Essen und vielleicht endlich ein paar Freunde haben würde. Die Drops der Mobfarm heiterten mich dann weiter auf, weil ich gute Rüstung, noch mehr Schallplatten und sogar einen vollen Goldhelm bekam. Eines änderte sich jedoch nicht. Der Fakt, dass der Dripstone immer noch keine Lava gedrippt hatte und es wurde immer lächerlicher, wie viele Karotten ich von der Mobfarm bekam. Es waren gefühlt so viele, dass ich mich vielleicht einzig und allein von den Karotten und Kartoffeln der Mobfarm ernähren könnte. Ich hatte noch 20 Tage Zeit und war mir sicher, dass ich den Ende daran besiegen könnte, weil es Leute gab, die es schon vorher auch ohne Rüstung geschafft hatten. Ich hatte gefühlt irgendwie Stimmungsschwankungen wie Faust in der Nachtszene und wieso fällt mir gerade dieser Vergleich ein? Wieso habe ich im Deutschunterricht aufgepasst und mir das auch noch alles gemerkt? Jedenfalls hatte ich mal schnell nachgegoogelt und herausgefunden, dass es eigentlich nur einen Tag lang dauern sollte, bis Lava in den Kessel drippt. Aber bei mir waren es jetzt schon weitaus mehr als zwei Tage gewesen. Also experimentierte ich ein bisschen und mir fiel auf, dass das ein sehr langer Satz ist. Und mir fiel auf, dass der Dripstone nicht direkt unter der Lavaquelle war. Das passierte dadurch, dass ich die Lavaquelle zugebaut hatte, als die Holzfarm deswegen wegbrannte. Den Drip, den ich vorher gesehen hatte, als ich nachgeschaut habe, ob ich den Dripstone auch wirklich richtig platziert hatte, war nicht der des Dripstones, sondern der des Blockes über ihm. Aber was wäre... Nein, das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Ach naja, ich platzierte also den Dripstone unendlich an der richtigen Stelle und ging voller Hoffnung wieder in den Generator, während ich mir anschaute, wie man aus Baumwolle Zuckerwatte machen kann. Als ich das nächste Mal nachschaute, war ich echt überrascht. Oh mein Gott! Alter, es sind keine 5 Minuten vergangen und ich hab jetzt schon einen Eimer Lava. Ich packte das Ganze also nach oben und diesmal drippte der Dripstone noch wirklich, weshalb er fast so viel Drip hatte wie mein TikTok-Account, auf dem du unbedingt vorbeischauen musst. Link in der Beschreibung. Jetzt konnte ich alle zwei Sekunden in den Kessel reinschauen, ob wieder Lava da war, wie jeder normale Mensch, der zum zehnten Mal den Kühlschrank aufmacht, in der Hoffnung, dass da vielleicht doch noch was Leckeres rumliegt. Ich bekam ein weiteres Stück Eisen und hatte gleich 4 Hexen auf einmal in meiner Mobfarm. Ich war wirklich gespannt, was ich noch alles in diesem Projekt erleben würde und konnte es kaum erwarten. Jedes Mal, wenn ich die Hexen schlug, tranken sie alle gemeinsam einen Shot. Also musste ich aufhören, sie zu schlagen, weil sie sonst alle umkippen würden. Als kleine Abwechslung baute ich das Gehege der Tiere. Natürlich aus Holz, was denn sonst? Die Kühe würden sich dann zwar Holzspitter beim Laufenden die Hufen jagen. Naja, aber sobald das erstmal 100 drin sein würden, könnten sie sich sowieso nicht mehr bewegen. Ich holte also das Schaf rüber und als ich wieder bei der Mobfarm vorbeischaute, war nur noch eine einzige Hexe da. Ich weiß auch nicht, was da passiert war, aber wahrscheinlich hatten die sich alle um mich gestritten. Ist ja glasklar. Mit dem ganzen Eisen, was ich bekam, würde ich wahrscheinlich gar keine Eisenfarm mehr brauchen. Und außerdem kam ich zu dieser Erkenntnis. Ich glaube, ich werde echt viel Spaß haben beim Entschanten, weil ich ja mittlerweile fast Level 90 bin und dann wahrscheinlich innerhalb von einem Tag alles perfekt verzauert haben werde. Nein! Ich habe einen Huhn getötet. Ich hatte es nicht gehört. Oder habe ich es nur geschlagen? Ja, es lebt noch. Ich werde Hühner haben. Vielleicht war ich ein bisschen zu stark über ein weiteres Huhn gehypt, aber ich holte es raus und gab ihm guten Stoff, bevor ich sie aus dem Boot rausholte, weil ich vielleicht eins der Hühner getroffen hätte. Das wäre aber egal gewesen, weil ich direkt ein weiteres hörte und dann von einem Babyzombie angegriffen wurde. Ich war zu inkompetent, um eine Zaunschütze benutzen und benutzte stattdessen das Tageslicht, um den Zombie zu besiegen. Mittlerweile hatte ich genug Rüstungsteile für zwei Goldingets, aber das würde ja noch nicht mal für einen Goldapfel reichen und ich brauchte gleich drei davon. Ich bastelte mir eine Schere und regte mich beim nächsten Stück Eisen darüber auf, dass ich 25 Tage lang gebraucht hatte, um an den Cauldron ranzukommen und jetzt förmlich in Eisen badete. Die Phantome begrüßten mich mitten in der Nacht, weil ich lange nicht geschlafen hatte und während ich es versuchte, hinderten sie mich daran, also musste ich unter dem Villager-Breeder schlafen. Wirklich eine Gemeinheit. Wer will dort schon schlafen? Wer weiß, was noch alles an den Baby-Villagern hängt, wenn sie aus den Breedern rausgekullert kommen und direkt runterfallen? Ich platzierte ganz viel Glattstein, weil ich Erde für eine Kürbis- und Melodenfarm brauchen würde. Dadurch hatte ich auch sehr viel Holz, das ich für den Bau der Villager-Insel benutzen könnte. Ich fing also an mit der Farm und packte Lava an die Seite meiner Insel, als ich Wasser holen wollte. Schnell bemerkte ich, dass die Plattform darunter angefangen hatte zu brennen, also musste ich schnell handeln und brauchte einen neuen Platz für die Lava. Was ich aber nicht mehr brauchen würde, war die Holzplattform und damit ich nicht alles selbst abbauen müsste, stellte ich sicher, dass das Feuer nicht zu den Zombies rüberkommen würde und platzierte Lava. Endlich könnte ich also an der Farm weiterbauen, die mir beim Aufleveln der Villager helfen würde und später beim Dekorieren der Insel mit Jack-O-Lanterns. Mit Zeilen wurde das Ganze etwas sicherer, auch wenn die Schatten etwas komisch waren und schon konnte ich die Samen pflanzen. Hier und da mussten aber Fackeln her, weil es sonst zu dunkel war. Danach züchtete ich also die Pflanzen hoch und weil ich den Wachstum der Früchte nicht beschleunigen konnte, stampfte ich auf den Feldern rum, um so mehr Seeds zu bekommen. Ich bin wirklich froh, was aus mir geworden ist. Vor einem Jahr habe ich League of Legends gespielt und heutzutage trampel ich in einem Spiel auf Feldern rum. Irgendwann fiel mir aber auf, dass ich die Samen ganz einfach mit der Hand abbauen konnte, weshalb ich kaum blinzeln musste und schon fertig war. Das hat auch überhaupt nicht die ganze Nacht lang gedauert. Ich war mit dem Ergebnis zufrieden und plante eine Zuckerhoffarm auf der anderen Seite, packte Cobblestone in die Öfen und weil ich noch mehr Erde brauchte, konnte ich mit der Farm erst beginnen, als sie schon dunkel war. Zwar Hexen lenken mich aber ab und ich wollte sie in Boote packen, aber tötete sie aus Versehen. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Es glaubte halt einfach nicht, weil sich die Hexen echt niemals sich selbst heilen würden, statt mich mit Glasflaschen abzuschmeißen. Letztendlich schaffte ich es aber doch und mir fiel eine Idee ein. Die Hexe könnte mich im Boot sehen und würde versuchen, mich abzuschmeißen. Die Tränke würden aber auf die Zombies runterfallen und mit ein bisschen Glück könnte ich sie wieder in Menschen verwandeln. Vorerst baute ich die Hexen aber ein und hatte mittlerweile 8 Lava an der Grasfläche, eine Quelle im Cobblestone Generator und eine weitere im Dripstone. Es fehlte also nur noch eine und ich könnte endlich in den Nether gehen. Die Zuckerhoffarm musste also vorerst warten, denn viel wichtiger war die Vorbereitung für den Nether. Ich brauchte Cobblestone, im Nether sein würde, weil Ghasts und Blazes alles anzünden würden. In den letzten Momenten konnte ich also nur noch Cobblestone farmen und mir ausmalen, was alles mit mir passieren könnte. So viel Kabelstein brauchte ich auch gar nicht, aber je mehr ich hatte, desto besser war es. Ich schaute mir an, was ich schon erreicht hatte und dachte darüber nach, was ich in den letzten 13 Tagen erreichen könnte. Auf Stormhide öffnete ich aus Versehen die Mobfarme, ohne sie nach den Hexen zugebaut zu haben und konnte nicht schnell genug reagieren, weshalb ich flüchten musste. Es gelang mir... Ach ne, falscher Clip. Es gelang mir, eine kleine Wand zu bauen und so konnte ich sicher etwas essen. Alles, was mir jetzt gefehlt hatte, war ein weiteres Problem und es wimmelte nur so von Monstern. An meiner Seite hatte ich aber das Tageslicht und meinen Bogen. Es würden aber immer mehr Monster aus der Farm fallen und ich müsste mich beeilen. So smart wie ich war, baute ich mich einfach über die Monster und hatte Glück im Unglück, weil mich keine Skelette abschossen. Ich musste nur noch die restlichen Monster töten, wurde aber wieder von einem Skelett runtergeschossen. Nach und nach wurde ich mit ihnen fertig, hätte aber selbst zum Opfer fallen können, wenn ich meinen Bogen nicht bei mir gehabt hätte. Aber was wäre... Ne, ich glaub der Joke ist nicht lustig und er war es noch nie. Ich wählte meine beste Rüstung für den Nether und bekam sogar Eisenschuhe. Das... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich weiß auch nicht... Ja, natürlich ist das stärker. Jetzt habe ich sehr viel stärkere Rüstung. Mit dem Gefühl, genug Cobblestone gefarmt zu haben, fing ich mit der Eisenfarm an. Aber nicht viel später bemerkte ich, dass ich mittlerweile genug Lava für das Portal hatte. Es war schnell gebaut oder halt eher gegossen und dann ist mir aufgefallen, wie geil mein Shader einfach aussieht. Aber jetzt musste ich meine letzte Lavaquelle benutzen, um das Portal anzuzünden. Und nachdem ich mir doch tatsächlich ein Tutorial dafür angeschaut hatte, baute ich es richtig. Nach 38 Tagen war ich also endlich bereit. Mein Portal spawnt in einem Basalt-Delta-Bium und nachdem ich eine kleine Plattform gebaut hatte, machte ich mich auf die Suche nach den Nether-Wastes, wo Pigments spawnen können. Bevor jemand fragt, wie ich die Tage im Nether zähle, ich habe eine Sanduhr auf meinem Tisch stehen, die ich normalerweise zum Zähneputzen benutze und drehe sie alle 2 Minuten, bis ich bei der 20. Minute ankomme und dann wiederholt sich das. Und wenn ich schlafen gehe, dann sind ja noch keine 2 Minuten vergangen. Also lasse ich die erste Sanduhr stehen, hole meine zweite dazu, drehe sie um und dann mache ich das einfach wieder normal. Genau dann, kärbte sich mein Bildschirm blutrot. Ich baute also eine kleine Plattform, wo die Pigments sterben würden, eine 27 Block lange Leiter nach oben, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich sterben würden und eine weitere Plattform oben, wo ich stehen könnte und letztendlich die Plattform, wo die Pigments spawnen würden. Das Design war absolut bescheuert und total simpel, denn ich hatte keine Zeit zu verlieren. Es fing an, Pigments zu regnen und nicht viel später konnte ich anfangen sie zu baiten. Es wurden immer mehr Pigments und auch mehr XP. Deshalb brauchte ich also eine noch größere Plattform. Ich will auch gar nicht erzählen, wie oft ich diese Prozedur mit den Pigments-Baiten wiederholen musste und das auch komplett perfekt. Ich hätte es eigentlich nicht gedacht, dass ich Level 100 erreichen würde, bevor ich an einen Zaubertisch komme, aber es ist geschafft. Zwischendurch köfte ich ein paar Endermen und weil ich mittlerweile genug Gold hatte, machte ich mich wieder auf den Weg zurück. Jetzt könnte ich also endlich die Villager entzobifizieren, die Stadt aufbauen und ihn an hohe Preise in meinen Plattenladen reindrücken. Vorher spawnte allerdings eine Hexe, also machte ich kurz den Golddigger-Prank mit meiner geilen Karre, ließ sie hinter einer Halswand verrotten und sagte schnell, it's a prank, damit das gar nicht so schlimm war. Aber raus ließ ich sie trotzdem. Die Idee mit den zwei Hexen, dessen Tränke die Villager statt mich trafen, war zwar gut, aber schlecht. Denn ich musste in der Nähe der Hexe und gleichzeitig vergiftet sein, damit sie mit einer 25%igen Wahrscheinlichkeit einen Schwächetrank schmeißt. Ich versuchte es also lange, indem ich hinter den Zombies stand, aber stattdessen setzte ich mit mir ins Boot, mit ihr ins Boot, nicht mit mir, also ich war da auch, denn aber ich setzte mich mit der Hexe ins Boot und ging so nah wie möglich an die Zombies ran. Als es endlich passierte, war ich auch wirklich überglücklich. Sie hat Schwächetrank geschmissen. Oh mein Gott. Ich kann jetzt endlich die Zombies zombifizieren. Ach, das hat so lange gedauert, bitte. Ich muss die Hexe töten. Ich saß hier gerade eben einfach zwei Minuten lang in dem Boot und hab gebetet, dass sie einen Schwächetrank schmeißt. Ich war echt verzweifelt. Jetzt muss ich nur gucken, dass die Zombies sich nicht wieder zombifizieren. Ich hab's geschafft und die Zombies greifen den Villager nicht an. Das heißt, ich muss jetzt nur noch warten, bis die anderen fertig sind. Ich musste aber in der Nähe bleiben, denn sie griffen sich nicht gegenseitig an, weil die Zombies aggressiv auf mich waren. Es spawnte außerdem eine ganze Herde an Schafen und ich brauchte echt lange, bis ich die Villager in den Käfig, ich meine natürlich, in ihr Heim gepackt hatte. Der kleine Villager war aber nirgends zu sehen und es ist wahrscheinlich, dass er von der Insel gehüpft war. Was für ein PPL. Genauso wie alle Leute, die nicht abonniert haben. Vier Eisen hatte ich noch und machte daraus ein Smithing-Table, den ich zu den Villagern packte. Während sie schliefen, sammelte ich meine Melonen und dachte darüber nach, was ich noch alles vorhatte, wurde aber von Phantomen gestört. Das Wissen, das ich mir jahrelang in verschiedenen Welten über Villager angeeignet hatte, musste jetzt zum Vorschein kommen und mich carryen. Vorher brauchte ich allerdings noch weitere Erde, um die Fläche für die Tiere zu vergrößern. Bis jetzt waren zweimal Tiere auf dem Weg zur Grasfläche gespawnt, also machte ich ihn breiter, weil so das Gras schneller über die ganze Erde wachsen würde. Meine ganzen Erträge wollte ich zu den Villagern mitnehmen, aber die benahmen sich irgendwie wie Affen und einer von ihnen kehrte zum Cobblestone-Generator zurück, wo es gar keinen Komposter gab. Die haben mich halt einfach wirklich alle Nerven gekostet, also versuchte ich es vorerst mit der Freiland-Stadt-Stallhaltung, weshalb ich innerhalb von Sekunden ein Stack Emeralds und einen Farmer auf dem maximalen Level und keine Luft hatte. Weil die Villager am vorherigen Tag keine Kinder zeugen wollten, entfernte ich das Dach im Breeder, aber die waren wirklich einfach dumm wie Brot und versuchten die ganze Zeit auf Blöcke zu springen, die sie nicht erreichen konnten. Ich gab ihnen sogar noch mehr Essen, obwohl die wirklich genug hatten und baute deprimiert an der Eisenfarm weiter. Genug Stein hatte ich aber nicht, weshalb ich mich wieder an den Generator setzen musste. Am nächsten Tag wurden die Karotten unfassbar teuer, also farmte ich stattdessen Pürbüsse und wurde noch reicher. Als es schon dunkel war, hatte ich die Eisenfarm immer noch nicht fertig gebaut, weil mich Phantome dabei störten. Außerdem musste ich die Zuckerrohrfarm noch fertigstellen, weil ich ohne Zuckerrohr nicht weit bei den Librarians kommen würde. Was mir dabei gerade recht war, war die Entdeckung, dass man die Fichtenbäume gar nicht komplett abbauen musste, um den nächsten hochzuziehen. Ohne komplett fertig zu sein, platzierte ich ein bisschen Zuckerrohrf, schaute einem kleinen BB-Villager zu, der ausgebrochen war und wurde dann auch noch von einem Toolsmith abgelenkt. Als nächsten Trade hätte ich entweder Unmengen an Geld verschwenden oder aber Eisen verkaufen müssen, um ihn aufzuleveln. Das war es aber nicht wert. Also eröffnete ich wieder die Mobfarm und wurde Zeuge einer Katze, die zwischen meinen Zeugen miaute. Ein wirklich gefährlicher Lebensstil. Ich holte sie also da raus, aber sie rannte weg, statt mit mir zu schmusen. Ich machte den Weg zur Grasfläche also noch breiter und mir wurde bewusst, dass ich es wirklich vermisst hatte, mit Villagern zu traden. In dem letzten Hardcore-Projekt waren das ja noch die alten Villager und das Hardcore-Exodus-Projekt ist ja schon etwas länger her. Ich rüstete mich nicht mit einem Autoklicker aus und züchtete wieder Karotten, weil das eigentlich meine einzige Geldquelle war. Leider konnte ich dann so schnell klicken, dass ich mich nicht vor den Phantomen verteidigen konnte. Aber alles in allem war die Nacht ohne Autoklicker sehr produktiv und es hatte sich gelohnt, alle Knochen über das gesamte Projekt zu sammeln. Irgendwann fingen meine Finger vom Ganzen nicht klicken. Ah ne, warte mal. Irgendwann fingen meine Finger, das ist ja mal eine blöde Wortwahl. Irgendwann schmerzten meine Finger vom ganzen Klicken und ich fiel sogar durch die Erde. Ein Villager vibete ein bisschen am Rand der Insel und ich levelte einen weiteren Farmer auf, der sowohl Malonen als auch Kürbisse kaufte. Das ganze Geld investierte ich dann teilweise in goldene Karotten. Mein grandioser Plan konnte in der Nacht beginnen, scheiterte aber direkt, weil ein Villager in die Ferne schaute, statt den Betten nachzurennen. Ach Mensch, schau doch nicht in die Kamera. Den zwei Turteltäubchen gab ich etwas zu essen, damit sie ein Kind säugen würden, aber es war vergeblich, denn sie schliefen tief und fest, auch wenn sie über die Betten geslidert sind, um zu den Kartoffeln zu kommen. Ich holte einen Zombie in der Nacht rüber zu dem Breeder und konnte den Eisen-Villager schließlich aus sicherer Entfernung abschießen. Ich suchte dann in der Mob-Farm nach einem Zombie mit Hut. Nicht wegen dem Style, sondern weil der Zombie dann am helllichten Tag nicht verbrennen würde und weitere Eisengolem spawnen würden, damit ich genug Eisen für Rails für die Eisenfarm für noch mehr Eisen hätte. Wieso mache ich eigentlich immer so lange Sätze? Drüben bei dem Breeder hatten die Villager allerdings kein Problem mit dem Zombie und produzierten sogar Kinder, während er zusammen mit mir zuschaute. Ich nahm ihn also zurück zur Mob-Farm und packte ihn ins Boot. Währenddessen hatten die Villager in der Eisenfarm keine weiteren Kinder gezeugt und als ich einen dritten ranholen wollte, starrte auch er in die Leere. Jetzt fehlte mir nur noch ein Zombie, der einem frisch gespawnten Eisengolem zum Opfer fallen könnte. Ich baute die Mob-Farm also auf und hatte wieder dasselbe Problem. Ich rannte also zu dem Gehege der Schafe, war aber nicht lange in Sicherheit. Zombies hunderten mich daran, rauszurennen. Skelette schossen mich ab, Phantome griffen mich an und Zombies rannten über die Melonen in das Schafsgehege. Mein Schild ging kaputt und ich fragte mich, ob es das Ende dieses Projekts sein würde. In den letzten Versuchen zu überleben, rannte ich raus, musste aber wieder rein, weil ich umzingelt wurde. Ein Creeper explodierte und ich kassierte den letzten Schlag. Nein! Nein! Wieso muss das Projekt so enden? Ich hatte noch so viel vor. Oh nein! Aber was wäre, wenn ich nicht immer den gleichen Joke machen würde? Naja, damit wurde das Projekt leider früher als erwartet beendet und den Plattenladen konnte ich auch nie bauen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Du hast dir das ja bis zum Ende angeschaut. Da bin ich also endlich wieder in einer neuen Hardcore-Welt und ich weiß echt nicht, was mich erwarten wird. Für den Anfang wären wahrscheinlich Bäume echt gut. Und hier gibt es aber direkt an der Oberfläche Eisen. Eine Hülle gibt es ja auch, aber die ist überhaupt nicht groß. Und so eine gigantische Schlucht mitten auf einer Insel habe ich echt noch nie gesehen. Vielleicht versteckt sich ja irgendwo hier ein Panda. Die Gegend hier sieht echt schön aus. Ich würde wahrscheinlich bleiben, wenn ich nicht nach einem Blindjet aufsuchen würde. Endlich gibt es auch mal was Interessantes. So interessant ist das vielleicht auch nicht. Aber wenigstens habe ich jetzt Rüstung. Und Lava. Ich glaube mittlerweile habe ich auch mehr als genug Essen und muss keine Tiere mehr töten. Dafür muss ich aber schlafen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich im Kreis laufe, weil ich nur das Akazien, Plains und Jungle-Bio umsehe. Aber das hält mich nicht davon ab, hier das Tier zu töten, was mir in die Quere kommt. Und da oben sehe ich ein Haus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Haus eines Villagers ist. Dann heißt das wohl, dass ich auf einem Berg leben werde. Vielleicht sollte ich mir das anders überlegen bei diesem Geschmack. Ich habe ein dickes Problem. Diese Hose hier hat einfach Curse of Binding. Das heißt, ich werde so lange in dieser Hose rumlaufen, bis sie kaputt geht. Oder bis ich halt sterbe. Aber das sollte eigentlich nicht passieren. Vielleicht überlege ich mir das doch ein zweites Mal mit dem Sterben. Aber jetzt wird es erstmal Zeit für eine gescheite Base. Ich glaube, diese eine Tür reicht für das erste. Eine Eisenfarm ist viel wichtiger und dafür habe ich auch den Larveimer. Ich habe mittlerweile schon so viel Holz gefarmt, dass da von meiner Axt kaputt gegangen ist und ich glaube, das reicht für das erste. Stattdessen kann ich die Kühe hier füttern. Oder eben das ganze Feld plündern. Was sich überhaupt nicht gelohnt hat, weil das alles einfach nur Weizen war. Jetzt, wo ich es mir recht überlege, war diese Tür genau das, was meine Base gefehlt hat. Und das, was mir für die Eisenfarm fehlt, ist Golden Redstone. Oh, hier wird irgendwas illegal gebraut. Das muss unterlassen werden. Jetzt, wo das Drogenlabor gestürmt wurde, kann ich auch nicht in die Höhle gehen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, war das vielleicht keine so gute Idee. Ja, das sieht wirklich nicht gut aus für mich. Mein Schild ist auch schon einfach fast kaputt. Und mein Schwert genauso. Mit einer Fackel in der Hand wird das hoffentlich viel besser laufen. Aber leider ist die Höhle echt klein. Vielleicht soll ich mir vorerst eine andere Höhle suchen. Es ist übrigens echt nicht praktisch, jedes Mal von diesem Berg hoch und runter zu gehen. Das hier sieht doch gleich viel versprechender aus. Und leuchtende Tintensäcke kriege ich auch noch dazu. Da haben wir das Redstone, was wir brauchen. Was ich gar nicht einsammeln kann, weil ich keine Eisenspitzer gehabt habe. Okay, jetzt ist es nur noch das Gold, was ich brauche. Aber dort ist eine gigantische Höhle. Dort haben wir es auch schon direkt, aber noch nicht genug. Jetzt habe ich auch schon genug Gold, aber ich will noch einen Diamanten finden. Und dort haben wir auch schon direkt einen. Wunderbar, mein erster Diamant. Also jetzt mal ehrlich, Leute, also das sieht doch so geil aus und ich habe hier und da auch noch einen Diamanten gefunden. Das sind sogar gleich zwei. Und hier ist noch einer, den ich übersehen hatte. Irgendwie sieht das schon ganz cool aus mit den Schilden, oder? Wenn ich den MLG verkacke, dann bin ich ein kleiner, dicker PPL. Natürlich habe ich ihn geschafft. Aber alle Leute, die noch nicht abonniert haben, sind kleine, dicker PPLs. Ich frage mich eigentlich, was ich mit sechs Diamanten anstellen kann. Vielleicht brauche ich noch ein paar. So gefährlich ist das ja gar nicht. Das einzige, was darunter leidet, ist mein Vorrat an Holz oder Bolle. Und ich kann damit angeben, wie gut ich MLGs treffen kann. Da ist übrigens noch ein Diamant. Und hier ist noch einer, den ich übersehen hatte. Und einen fliegenden Mindshift habe ich jetzt auch noch gefunden. Langsam kann ich mir auch gar nicht mehr merken, wo ich überall Diamanten gesehen hatte und wo nicht. Hier ist auch noch einer mitten auf dem Boden. Vielleicht kann ich mir einen ganzen Piken aus den Diamanten bauen. Diesen Mindshift hier muss ich später irgendwann echt erkunden. Der sieht super geil aus. Ich habe leider gerade ein Problem. Ich kann mich daran erinnern, dass es noch zwei Stellen mit Diamanten gab, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo sie waren. Und dieses Gefühl ist echt schlecht. Ich habe mittlerweile auch vergessen, wo ich überhaupt herkomme, aber ich glaube, das ist bei der Größe dieser Höhle auch selbstverständlich. Okay, gut, wo ich herkomme, kann man doch nicht übersehen. Und wo ich hin will, auch nicht. Und da hinten sehe ich auch noch einen Diamanten. Oh mein Gott, da fliegen einfach Zombies runter. Hier hinten hat sich übrigens auch noch ein Diamant versteckt. Aber eigentlich wollte ich zu dem hier. Und von dieser Perspektive sieht man auch noch einen weiteren Diamanten. Wenn ich so weiter mache, kann ich mir eine gesamte Diamantrüstung craften. Und das sollte ich bei diesen ganzen Monstern eigentlich auch machen. Aber nicht, bevor ich zwei weitere Diamanten abgefarmt habe. Ich fühle mich hier wie im Video Ärzte droppen OP-Items, weil ich die ganze Zeit nach Herzen suche. Mittlerweile habe ich jetzt einen Hut, eine Chestplate und eine Dias-Spitzhacke. Eine Hose kann ich mir nicht craften wegen Curse of Binding und Schuhe will ich mir nicht craften, weil ich noch einen Zaubertisch craften will. Dafür kann ich mir aber einen Dias-Spitz craften. Ich glaube, jetzt sollte ich mich gar nicht mehr wundern, wenn ich an den komischen Stellen einfach Diamanten finde. Ich glaube, ich habe wirklich mehr als genug Dias gesammelt. Es wird Zeit, wieder nach oben zu gehen. Und die Eisen fahren werde ich eigentlich auch gar nicht mehr brauchen, weil ich mit den Villager nicht traden muss, oder? Schon dumm, eigentlich wollte ich Ressourcen sammeln für die Eisenfarm, damit ich mir ganz langsam gute Rüstungen traden kann und jetzt brauche ich eigentlich nur noch viel XP zum Enchanten. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil, dass ich diese Höhle hier gefunden habe und ich merke sie mir auch für später. Jetzt muss ich nur noch raten, wo das Villager-Dorf war. Wenn ich es mir übrigens recht überlege, brauche ich vielleicht doch eine Eisenfarm, weil ich sie für XP brauche und zum Beispiel keine Dia-Axt habe. Ach, es ist echt angenehm, in mein Haus eintreten zu können. Ich muss auch nochmal zurück in die Höhle wegen der Obsidian für den Enchantment-Table, aber das kann ich später erledigen. Vorher muss ich die Eisenfarm bauen. So effizient war ich mit der Eisenfarm auch noch nie, die Villager sind schon alle drin. Ich weiß auch gar nicht, ob es daran liegt, dass ich seit ungefähr einer Woche jeden Tag einfach Skywars auf Twitch gegrindet habe, aber irgendwie fühle ich mich, als ob ich viel schneller arbeiten würde. Leider nur nicht schnell genug, um ein Zombie in diese Farm reinzubekommen. Ich wollte eigentlich einen Gang für die Eisenfarm graben, aber dann bin ich hier von der Höhle gestoßen. Aber na gut, dieser Gang tut's auch. Die Eisenfarm ist jetzt auch soweit fertig und alles was dann fehlt, ist ein Zombie, der mit einer Minecart stundenlang, sein ganzes Leben lang einfach immer wieder im Kreis rumfährt und den Villager in Angst einjagt. Ich hab mittlerweile auch aufgegeben, meine Items in den Chests zu sortieren, weil ich in der nächsten Folge sowieso in einer Höhle sein werde. Und da sind wir wieder bei der Höhle, wo ich irgendwie 20 Diamanten oder so gefunden hab. Mal schauen, ob ich den MLG überleben werde. Ah, das ist gar nicht gut. Ach, zum Glück hab ich überlebt. Jetzt brauche ich nur noch das Obsidian. Oh mein Gott! Jetzt brauche ich nur noch das Obsidian. Jetzt hab ich auf jeden Fall genug Obsidian, aber ich möchte noch ein paar Diamanten finden. Ich hab ein Baby Jockey gefunden. Ich darf den Jockey auf keinen Fall töten. Nein, ich hab ihn geschlagen. Mittlerweile kenne ich mich in dieser Höhle schon echt gut aus und ich finde, ich hab die Hosen an. Nur, dass ich sie leider nicht mehr ausziehen kann. Geil, hier gibt's zwei weitere Diamanten und eine Unterwasserhöhle. Das Ganze hab ich nur bemerkt, weil diese Blöcke da getröpfelt haben. Jetzt hab ich drei weitere Diamanten gefunden und die reichen auch perfekt für die Axt. Die zwei Diamanten, die ich noch an der Base habe, sind für den Enchanter und ich glaube, ich brauche keine weiteren, oder? Doch, brauche ich, weil ich mir noch keine Hose und keine Schuhe gecraftet habe. Und Lapis brauche ich übrigens auch noch, weil ich ja enchanten werde. Gut, wenn ich's mir doch nochmal überlege, werde ich mir das ganze Lapis vom Kleriker kaufen. Das ist, ähm, gerade eben nicht passiert. Und beim Amaru kann ich mir die letzten zwei Rüstungsteile holen. Gut, das mit dem Lapis hat sich dann doch wohl geklärt. Mittlerweile weiß ich auch, in welche Richtung ich gehen muss, um zurück zum Dorf zu kommen. Und mal wieder bin ich zu Hause. Eine Zuckerrofform darf ich auch nicht vergessen, weil, warte mal, wo kam das Schaf her? Eine Zuckerrofform darf ich auch nicht vergessen, weil mir Papier fehlt für die Bücherregale. Diese Tür ist wirklich so schlimm. Ich habe sie so oft gesehen und dachte, dass das ein Eisengolem wäre, den ich für Eisen töten könnte. Ich würde sie natürlich abreißen, wenn sie nicht mein Zuhause symbolisieren würde. Wunderbar, da stirbt der erste Eisengolem und der Ton war echt angenehm. Wunderbar, da ist gleich der nächste Eisengolem und sobald genug gestorben sind, habe ich auch Hopper, weshalb ich nicht jedes Mal runterspringen muss, um das Eisen einzusammeln. Ansonsten funktioniert die Eisenfarm jetzt endlich und ich kann anfangen, ganz, ganz viele Profite zu erwirtschaften. Das hier ist vielleicht ein Problem, was man fixen sollte. Aber das mache ich nicht. Jetzt muss ich nur noch die Zombies zusammentrommeln, die noch nicht von Villager gefressen wurden. Ich muss nur noch 13 Mal von diesen Drecksphantomen geschlagen werden und dann kann ich mir endlich eine neue Hose anziehen. Außerdem habe ich endlich alle Villager zusammengetrommelt und ich musste mir natürlich das dumm aussehende Haus auswählen und dort liegen sie alle in ein Bettchen und ich muss nur noch warten, bis sie Kinder zeugen und dafür habe ich ganz, ganz viel Weizen gesammelt. Wenn ich jetzt also will, dass die Villager Kinder zeugen, muss ich einfach ein bisschen Brot regnen lassen. Den Sonnenaufgang sollte ich auch mal genießen. So, das war's. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Minecraft Hardcore Folge und heute passiert etwas ganz Krasses. Denn ich werde heute ein ganzes Villager-Dorf und das Gebiet drumherum in Eisen, oh mein Gott. Denn ich werde heute ein ganzes Villager-Dorf und das Gebiet drumherum in Eisen verwandeln. Und dafür brauche ich zwei Sachen. Ein Dorf mit Villagern und Eisen. Wenn ich dann ein Dorf gefunden habe, werde ich alle Villager in Farmen packen und so viel wie möglich aus ihnen rausholen. Sobald ich dann genug Eisen habe, werde ich alle Villager mit Eisen-Villagern ersetzen. Ach ja, ich habe in der letzten Folge gemeint, dass diese Tür hier wie ein Eisengolem aussieht und das ist natürlich gelogen, denn sie sieht aus wie ein Eisen-Villager. Und ich wurde von dieser nice Person hier darauf hingewiesen. Wenn du also auch ins nächste Video möchtest, dann kannst du immer reinschreiben, was in der nächsten Folge passieren wird. Bevor ich nach einem Dorf suche, sollte ich wahrscheinlich auch mein Inventar aufräumen. Und weil ich die Kisten sowieso nicht sortiere, ist das Ganze echt einfach. Jetzt muss ich nur noch ein Dorf finden. Ich glaube, wenn ich auf den Berg dort vorne hingehe, habe ich eine viel bessere Aussicht. Ähm, okay, ich hätte nicht gedacht, dass die Aussicht so gut sein würde. Ich habe jetzt aber schon ein Dorf gefunden. Ich muss mir nur noch überlegen, wo ich die ganzen Farben hinpacken kann oder dass sie sich gegenseitig stören. Und meine ganze Ausrüstung sollte ich vielleicht auch noch entschaden. Und mir vielleicht auch noch eine Hose anziehen. Ich muss auch erstmal Holz sammeln, weil ich nicht dachte, dass ich so schnell ein Dorf finden würde. Sonst hätte ich natürlich schon alles mitgenommen, was ich brauche, um einfach Farben zu bauen. Und wenn ich es mir recht überlege, brauche ich auch noch Minecarts. Also muss ich doch nochmal zurück. Die Aussicht hier oben ist auch übrigens echt geil. Nur allzu schade, dass hier später alles aus Eisen sein wird. Die Villager werden das Ganze ja auch nicht überleben. Da sind wir auch schon wieder. Und eigentlich brauche ich nur Gold und Eisen. Zum Glück muss ich den ganzen Weg auch gar nicht zurücklaufen, sondern kann einfach einmal schnipsen und bin schon dort. So schlau wie ich bin, ist mir gar nicht aufgefallen, dass es hier gar nicht so viele Betten gibt. Also darf ich doch nochmal zurücklaufen. Ich kann echt nur hoffen, dass ich zu Hause genug Betten habe. Übrigens habe ich dank diesem See mehr als genug Lava für die ganzen Farben. Ich hoffe wirklich, dass ich diesmal nichts vergessen werde. Leider ist das hier alles, was ich an Wolle habe und das reicht glaube ich nur für ein Bett. Nein, daraus kann man sich tatsächlich kein Bett craften. Vielleicht liegt das daran, dass ich in der letzten Folge meine ganze Wolle dafür benutzt habe, um mich irgendwo hochzubauen. Und das heißt, dass ich jetzt erstmal in die Höhle darf. Abgesehen davon, dass das hier die falsche Höhle ist. Und zum Glück ist die Wolle noch nicht abgebrannt bei der ganzen Lava, die es hier gibt. Aber wenn ich ein ganzes Dorf in Eisen verwandeln möchte, dann brauche ich viel mehr Betten für viel mehr Farben. Hoffentlich leben hier einfach irgendwo Schafe, die ich nicht schon getötet habe. Während dieser Reise habe ich irgendwie komplett vergessen, darauf zu achten, woher ich komme. Und vielleicht wird das ein kleines Problem sein und ich werde etwas länger brauchen, bevor ich wieder zu Hause bin. Hier sehe ich gerade ein Schaf ausgeschoren wurde und ich bin wieder in einem Akazienbiom. Vielleicht komme ich also meiner Base näher. Hier sehe ich jetzt auch noch einen Berg, aber ich weiß halt nicht, ob das meine ist oder nicht. Nein, das hier ist genau mein Berg. Denn hier hatte ich das erste Mal das Villager Dorf entdeckt. Und endlich sind wir wieder zu Hause. Die Koordinaten von der Base sind auch ganz einfach. Es ist minus 1500 und plus 1500. Schreib es am besten in die Kommentare, damit ich das nie wieder vergesse, wenn ich sie mir durchlese. Die Zuckerroffarm habe ich jetzt auch noch mal vergrößert und ich möchte endlich mit dem Dorf anfangen. Also gut, das hier wird eine Art Lager sein, wo sich alle Villager versammeln werden. Und während die sich hier vermehren, kann ich meine Eisenfarmen vorbereiten. Sobald ich dann ready bin, muss ich sie nur noch rüberholen. Und außerdem werde ich die Eisenfarmen gar nicht hier bauen. Denn ich möchte ja die Villager mit den Eisenvillager anersetzen. Und wenn hier überall Eisenfarmen sind, dann werden die Eisenvillager einfach in die Eisenfarmen reinrennen. Und außerdem kann ich die Eisenfarmen gar nicht aus Eisenblöcken bauen, weil sonst die Eisenvillager auf den Eisenfarmen spawnen werden und so die Eisenfarmen zerstören werden. Das war sehr viel Eisen in der Umsatz. Und außerdem passen die Eisenfarmen sowieso nicht in diese Gegend hier rein, wenn sie aus Akazienholz gebaut sind. Also gut, so viele Betten reichen auf jeden Fall. Während ich jetzt nur noch auf die Nacht warten muss, damit alle Villager zu den Betten kommen, weil ich, naja, vielleicht alle Betten in den Häusern zerstört habe, kann ich ganz viel Holz farmen. Und du kannst mir dabei zuschauen. Oder natürlich einen Kommentar schreiben. Und abonnieren und liken ist natürlich sehr, sehr wichtig. Okay, die erste Nacht hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Mir ist aufgefallen, dass es gar keinen Grund gibt, die Villager hier zu behalten. Stattdessen kann ich die ganzen Betten direkt neben den Eisenfarmen bauen. Ich glaube, dieser Eisenvillager ist der perfekte Mann für den Job, um diese Villager zu beschützen. Ich habe gerade nur das Problem, dass die Villager frei rumlaufen können und das hier sind auf keinen Fall Villager mit Freilandhaltung. Diese wunderschöne Mauer sollte mir also dabei helfen, die im Zaun zu halten. Dann darf ich jetzt endlich anfangen, alle Farmen zu bauen. Ich bin mir sicher, so einige Leute wollen wissen, wie ich immer meine Eisenfarm baue, weil sie so schön einzigartig und wundervoll und effizient ist. Aber ich habe absolut keine Lust, ein Tutorial dafür zu machen und deshalb erkläre ich das einfach mal in 30 Sekunden. Man gräbt einfach die Stelle aus, wo man die Farm bauen möchte, gräbt ein Loch, macht das Loch tiefer, platziert die Schilder, holt sich die Lava, dann platziert man endlich die Lava, findet eine Höhle unter der Eisenfarm, gräbt einen kleinen Tunnel, damit man zur Eisenfarm kommt, umrandet das Ganze mit Schildern, platziert Fenskates in der Mitte, baut eine Treppe nach oben, platziert die Betten, umrandet das Ganze mit Slabs, baut den Ring, auf dem der Zombie die ganze Zeit fahren wird, fragt sich, wie lange der Satz ist und ob er überhaupt grammatikalisch noch Sinn macht, hat Angst, dass man sich irgendwo versprochen hat, platziert dann endlich die Rails, spawnt dann Villager auf die Betten, ach nee, warte mal, das ist Hardcore, da darf man gar nicht cheaten, na gut. Man versucht sich also irgendwie zu beschäftigen, während man darauf wartet, dass es Nacht wird, nur damit man sich doch dagegen entscheidet, die Villager schon in die Eisenfarm rüber zu holen. Stattdessen wartet man einfach ein paar Tage lang. Irgendwann später. Oh nein, 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 ich wollte drei Leute rauslassen, aber jetzt habe ich die Wand aufgemacht und alle rennen raus. Super gemacht. Aber wenigstens muss ich jetzt nur noch auf die Nacht warten, damit die Villager in die Betten reingehen. Und währenddessen kann ich anfangen, die nächste Eisenfarm zu bauen, was ich eigentlich auch hätte machen sollen, statt in einem Loch rumzugammeln. Endlich sind die Villager mittlerweile in der Farm und jetzt fehlt nur noch der Zombie. Davor muss man die Villager aber einbauen, damit sie keine Angst vorm Zombie bekommen und einen Eisenvillager spawnen. Und dann muss man nur noch den Zombie nach oben locken, ohne dass er ins Wasser fällt und dann in ein Minecart reinsetzen. Super. Alles, was jetzt fehlt, ist ein Dach, das dafür sorgt, dass der Zombie nicht abbrennt. Und mit einem kleinen Schubser kann der Zombie anfangen, sein Leben lang hier rumzurollen. Ich habe es geschafft, die Aufnahme abzubrechen, aber dann vergessen, sie wieder zu starten. Aber mittlerweile habe ich so einiges geschafft. Ich weiß nicht genau, was das letzte war, was aufgenommen wurde, aber hier fließt jetzt Wasser. Und das Wasser wird letztendlich dafür sorgen, dass alle Eisenbarren von der Eisenfarm hier landen. Ich habe letztendlich vor, das bei allen Eisenfarmen so zu machen, dass die Eisenbarren immer rausfließen und nicht in Kisten landen. Damit umgehe ich nämlich ein riesiges Problem. Für jede Eisenfarm würde ich bei einem 3x3 Loch immer 9 Trichter brauchen und dann weitere Chests, die das Ganze lagern. Stattdessen werden alle Eisenbarren, wie gesagt, hier in die Mitte fließen und dort von einem einzigen Trichter aufgenommen werden. Natürlich werde ich dann ein paar extra Trichter für extra Kisten brauchen, aber damit spare ich mir echt viel Holz, echt viel Eisen und echt viel Zeit. Denn die werde ich jetzt brauchen, um die restlichen Farmen zu bauen. Ich habe jetzt mittlerweile zwei weitere Farmen fertig, die hier und die hier. Da fehlen jetzt nur noch die Villager und nur noch der Zombie. Da ist auch schon der Zombie und er ist nur Minecraft. Und damit ist diese Farm hier fertig. Jetzt habe ich noch genau 7 Lava-Eimer und ich glaube, es wäre ganz passend, wenn ich 7 weitere Eisenfarmen bauen würde. Dann haben wir nämlich auch 10. Vielleicht wäre es auch ganz interessant, immer eine Eisenfarme am Anfang jeder Folge zu bauen, um zu schauen, wie viel schneller ich werden kann. Aber vorher muss ich mit den ganzen Farmen fertig werden. Und ich glaube, was mir dabei helfen könnte, wäre Fichtenholz, denn ich verschwende echt, echt viel Zeit, damit immer diese Dschungelbäume abzubauen. Außerdem sind meine Tools gar nicht entschadet und mein Schild ist fast kaputt. Also glaube ich, es wäre ganz gut, wenn ich mal Fichtenbäume beschaffen gehe und meine ganze Ausrüstung verzauber. Naja, oder ich finde einfach ein Pillager-Outpost. Daraus sollte ich wahrscheinlich auch später mal eine Farm bauen. Ein paar Sekunden später. Warte mal, wie nennt man dieses Biom mit den Seegürchen und den Korallen? Das habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ist echt schade, dass ich hier nicht bleiben kann, weil ich die Fichtenbäume brauche. Ich habe jetzt nicht ernsthaft einen zweiten Pillager-Outpost gefunden. Also jetzt werde ich langsam wirklich sauer. Ich habe immer noch kein Fichtenbäume gefunden, aber stattdessen dieses, keine Ahnung, was das ist. Ich habe vergessen, wie man das nennt. Wirklich alles, was ich will, ist einfach nur ein Fichtenbäume. Ich habe mittlerweile sogar ein neues Dorf gefunden, aber immer noch einfach kein Fichtenholz. Das Positive daran ist, dass ich jetzt einen Smoker habe, wo ich mein ganzes Essen beraten kann. Endlich warte, was? Dort ist noch ein Dorf? Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich endlich ein Fichtendorf gefunden habe. Warte, was? Was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich, dass ihr alle auf den Discord kommen sollt. Bevor ich mir jetzt endlich mein Fichtenholz hole, muss ich unbedingt im anderen Dorf vorbeischauen. Und in den Kisten hier, äh, gibt es tatsächlich nur Milch. Wenigstens gibt es hier noch mehr Heuballen. Mittlerweile habe ich auch schon fast einen Stack davon. Und das wären dann umgerechnet neun Stacks Weizen. Und das nochmal umgerechnet, wären dann viereinhalb Stacks Kühe, wenn das überhaupt Sinn macht. Und das nochmal umgerechnet, wären dann ungefähr zwölf Stacks Stacks. Was sehe ich da gerade? Ich hatte die random Idee, dass ich mir die Villager anschauen würde, weil sie ja vielleicht Mending oder so haben könnten. Und dann mache ich das Ganze und ein Villager hat tatsächlich einfach Mending. Ich muss auf jeden Fall mit ihm traden, damit er das Mendingbuch nicht verliert. Also gut, ich habe ihn jetzt eingesperrt. Jetzt muss ich nur noch schlafen gehen, mit ein paar Farmern traden und dann einfach Mendingbücher kaufen. Leider habe ich echt wenig Platz und ich würde sagen, dass die Lava-Eimer am wenigsten wert sind. Also schmeiße ich die einfach alle weg. Es tut wirklich innerlich weh, Weizen für Emeralds verkaufen zu müssen. Aber naja, das ist der einzige Weg, an Emeralds gerade heranzukommen. Abgesehen davon, dass ich einfach mit einem Toolsmith traden könnte. Ich habe mich eigentlich darüber aufgeregt, dass ich mein ganzes Eisen mitgenommen habe und naja, mit meinem vollen Inventar zum Bauen der Farmen einfach losgegangen bin. Aber jetzt hat sich das gelohnt. Ich muss nur schauen, dass ich den Weaponsmith irgendwie hochlevel und naja, dass er dann Eisen kauft. Und die Lava-Eimer kann man normalerweise bei Villagern auch wegtraden, also mache ich sie einfach in die Kiste. Oder ich könnte ein bisschen Kohle sammeln und damit den Toolsmith hochleveln. Eineinhalb, sechs Kohle sollten reichen und dann kann ich wieder zu den Villagern gehen. Also gut, ich habe im Handumdrehen drei Sticks Kohle gesammelt und das sollte für zwei Toolsmiths reichen und eigentlich, wenn ich schon dabei bin, könnte ich auch Armor upgraden, damit ich dann endlich eine Rüstung habe. Jetzt muss ich nur noch aus der Schlucht raus und sollte dabei nicht drauf gehen. Bitte sagt mir nicht, dass der Librarian seinen Job verloren hat, weil ich weggegangen bin und er seinen Arbeitsblock nicht mehr hatte. Oh mein Gott, nein, wofür mache ich das Ganze hier? Also gut, ich glaube, das war es mit dem Dorf hier. Es gibt ja keinen Grund, die Villager hier aufzuleveln, wenn ich einfach meine Villager zu Hause aufleveln kann. Wenn ich nicht in Powder Snow sterben werde, dann werde ich einfach ein bisschen Holz sammeln, vor allem die Saplings zu Hause einpflanzen und kann dann endlich wieder nach Hause gehen. Das einzige Problem, was ich gerade habe, ist, naja, ich habe es geschafft, die Koordinaten von meiner Base wieder zu vergessen. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, ob es 1500 und 1500 oder minus 1500 und minus 1500 sind. Und naja, das ist ein 3000-Blacke-Unterschied und ich möchte nicht einfach nur die ganze Zeit rumlaufen wie so ein Affe. Also gut, ich glaube, das sind genug Saplings, um genug große Bäume anzupflanzen und jetzt, naja, muss ich nur noch die Base finden. Für den Anfang werde ich einfach in Richtung 1400, 1400, 1400 gehen und wenn das die falschen Koordinaten sind, dann fresse ich einen Besen. Jetzt sollte ich eigentlich nur noch in den Norden laufen müssen und dann sollte ich in meiner Base ankommen oder an irgendeinem anderen Punkt, wo ich noch nie war. Drei Tage später. Ja, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, denn eigentlich sollte hier meine Base aber es gibt weder Dschungel-Biome noch eine Karzen-Biome und riesige Berge gibt es ja auch nicht. Heißt, ich darf jetzt nochmal 3000 Blöcke lang in die andere Richtung laufen. Ich habe ja gerade nichts zu tun, während ich einfach geradeaus laufe und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mein Lieblings-Item in Minecraft? Normalerweise hätte ich jetzt eigentlich Deep Slate gesagt, aber das ist ja eher ein Block und den mag ich, weil er einfach so viele Varianten hat, geil aussieht und zusammen mit Blackstone sehr gut synergiert. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ist eigentlich der Wasseralmer mein Lieblings-Item. Damit kann man einfach Water-Milgies machen und von Bergen kommt man damit auch sehr viel schneller runter. Naja, oder man schwimmt halt die Berge hoch. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch ganz viele andere Items, die ihren Grund hätten, auf Platz 1 zu sein. Für mich bleibt es also der Wassereimer, aber du kannst reinschreiben, was dein Lieblings-Block oder Item ist. Bei mir würde sicher Eisen ganz oben auf der Liste stehen. Das ist halt so das Item, was man richtig billig mit Eisenfarmen bekommen kann. Gleichzeitig sorgt das Eisen aber dafür, dass du mit Villagern traden kannst und dort die Errüstung für Free bekommst. Damit musst du niemals in deiner Höhle gewesen sein, um ein Tierarzt davon zu kommen. Das hier sieht auf jeden Fall vielversprechender aus. Kommt euch die Gegend vielleicht bekannt vor? Das hier ist die Insel, auf der ich damals gespawnt bin und dann habe ich mich auf den Weg nach vorne gemacht. Und hier hatte ich mir in der letzten Folge die Goldhose angezogen, die ich dann gar nicht mehr ausziehen konnte. Also gut, jetzt muss ich nur noch schauen, dass diese Villager zu Weaponsmiths oder halt eben Armouron werden. Dann level ich sie hoch und dann habe ich echt gute Ausrüstung. Insgesamt war das halt einfach langweilig. Ich habe die Leute hochgelevelt, habe mir eine Tierarztung geholt und die Lactons abgebaut, bis ich gute Enchantments hatte. Dann durfte ich mich stundenlang über den Enchantment-Table aufregen, bis ich endlich alles verzaubert hatte. Also gut, das Enchantment hier sollte endlich mein letztes sein. Ich habe einfach keine Ahnung mehr, wie lange ich hier schon sitze, aber überall so ungefähr die besten Enchantments drauf zu machen, ist wirklich einfach schlimm. Das hier sind die Enchantments auf meiner Rüstung und ich war wirklich mega, mega unlucky. Was ich normalerweise mache, ist jedes Mal meine Rüstung disenchanten, wenn ich nicht Unbreaking 3 und Protection 4 bekommen habe. Aber hier hatte ich das Gefühl, das war einfach unmöglich. Jetzt sollte ich aber auf jeden Fall auf alles gewappnet sein und hoffentlich auch nicht sterben. Ich muss nur noch mein Inventar ausmüllen, dann die restlichen sechs Farben bauen und dann kann ich endlich anfangen, das Dorf in Eisen zu verwandeln. Drei Wochen später. Also gut, wir haben jetzt immer noch die erste Farm, die zweite Farm und die dritte Farm. Das hier ist die vierte, die ich vorbereitet hatte. Das hier ist die fünfte, das hier die sechste und dort hinten steht schon fast die siebte. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist die Villager schon mal in die Farben machen, denn während ich die restlichen drei oder naja, sagen wir mal dreieinhalb Farben vorbereite, können die ganzen Farben schon mal Eisen produzieren. Okay, damit ist jetzt eine weitere Farm fertig und damit ist eine weitere Farm fertig. Und hier sind jetzt auch zwei Villager, aber leider ist es morgen geworden, bevor ich sie reinpacken konnte. Aber ich glaube, mehr Interessantes gibt es jetzt auch nicht. Also schnipse ich einfach kurz mit den Fingern und bin mit allen zehn Farben fertig. Viele Monate später. Oh wow, alle zehn Eisenfarben sind auf einmal fertig gebaut. Wenn ich das doch gewusst hätte, dass man mit einem Schnips zehn Eisenfarben bauen lassen kann, dann hätte ich sie nicht alle Stunden lang gebaut. Schade. Für mich heißt es jetzt also wieder einfach warten und ich sehe euch dann, wenn ich genug Eisen habe, um das ganze Dorf in Eisen zu verwandeln. 3000 Jahre später. Also gut, es ist jetzt mittlerweile seit der letzten Aufnahme wieder eine Woche vergangen und jetzt habe ich genug Eisen. Ihr könnt euch übrigens denken, was hier vielleicht explodiert sein mag. Heißt, ich kann jetzt endlich anfangen, die Häuser mit Eisen zu ersetzen und ich finde, das sieht schon echt zick aus. Aber wie sieht das am Ende aus? Also gut, am Ende sieht das so aus und ich würde sagen, das ist Geschmackssache, aber alles ist aus Eisen. Und damit ist jetzt ein weiteres Haus fertig. Fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fertig. Jetzt fehlt nur noch sowas wie die Farm hier oder sowas wie dieser Brunnen. Und der Boden. Und das hier ist mein letztes Eisen. Wenn man jetzt einfach mal durch Iron City durchgeht, dann sieht man, dass hier überall Eisen ist und naja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Stellt euch einfach vor, dass Eisen ist wie eine Krankheit, das sich irgendwie ausgebreitet hat. Dann hat es die Häuser infiziert und den Boden und die Villager auch, denn es gibt mittlerweile kaum noch Villager. Da steht ein einziger. Und jetzt fehlen natürlich noch die Bewohner. Das heißt, Eisen-Villager müssen her. Axolotl sind die knuffigsten, putzigsten und süßesten Mobs in Minecraft. Es gibt aber nicht nur eine, sondern gleich 5 verschiedene Farben und die blaue ist ganz besonders. Unter 1200 Axolotls gibt es nur ein einziges blaues. Ich werde versuchen, es zu finden und danach das ganze Meer mit Axolotls füllen. Vor allem das Ende wird lustig mit den ganzen Axolotls, also bleibt dran. Seht ihr den Trader dort vorne? Der muss auf jeden Fall entfernt werden. Mir wurde übrigens gesagt, dass ich wie ein Enderman aussehe und deshalb ändert sich jetzt mein Skin. Für die heutige Folge werde ich als Enderman rumlaufen. Eigentlich müsste ich mich jetzt auf den Weg machen, um nach einem Lush Cave zu suchen, aber ich glaube, mit einer Elytra geht das viel schneller. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder in die Höhle gehen, dann sammle ich ein bisschen Obsidian, gehe damit in den Nether, hole mir Enderperlen und besiege dann den Enderdrachen. Sobald das erledigt ist, kann ich endlich anfangen, meine eigene Axolotl-Armee aufzubauen. Das Problem ist nur, dass ich schon wieder vergessen habe, wo diese Höhle ist. Da ist auch schon die Lava oder wohl eher das Obsidian und jetzt muss ich das nur noch sammeln. Das sollte genug für ein Portal sein und jetzt muss ich nur noch in den Nether. Oder ich töte einfach die Endermänner hier. Und da haben wir schon noch unsere erste Enderperle. Aber ich glaube, im Nether würde das dann doch schneller laufen. Das hatte ich mir jetzt eigentlich anders vorgestellt, aber was soll's. Jetzt muss ich nur noch Endermänner finden. Das sollten fürs Erste genug Enderperlen sein und jetzt fehlt mir nur noch ein Nether Fortress. Schade nur, dass ich eine Bastion gefunden habe. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal was damit machen. Da ist es endlich. Jetzt fehlen nur noch die Blazes. Zwölf Sekunden später. Und jetzt muss ich nur noch nach Hause finden. Diesmal habe ich mir die Koordinaten vom Portal tatsächlich gemerkt und auf keinen Fall aufgeschrieben, weshalb ich weiß, wo ich hingehen muss. Ich habe es geschafft, zum Bedrock zu kommen. Ähm, eigentlich wollte ich zu meinem Nether Portal, aber okay. Das kommt mir doch bekannt vor. Und da sind wir auch schon. Endlich wieder zu Hause. Ich habe aber gar kein Essen mehr da, also warte ich noch mal kurz drauf. Mal schauen, wo uns die Enderaugen hinführen werden. Das hier ist doch so eine Art Dschungeltempel, oder? Ich glaube, ich war noch nie in einem drin und eigentlich möchte ich auch nicht sterben. Aber ich bin einfach mal neugierig, was es dort alles geben kann. Hoffentlich treffe ich nicht auf meinen Tod. Gut, das hat sich jetzt eigentlich nicht wirklich gelohnt für drei Eisen, aber wenigstens bin ich nicht gestorben. Und das ist dann wohl das Stronghold. Ah, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich wollte eigentlich den Enderdrachen besiegen, damit ich danach nach Lushcaves suchen kann, aber stattdessen habe ich einen Lushcave gefunden, auf der Suche nach einem Enderdrachen. Und Diamanten gibt es jetzt auch noch. Jetzt habe ich mich aber schon für den Enderdrachen vorbereitet, also werde ich ihn auch besiegen. Ein paar Sekunden später. Und ich habe einfach direkt das Portal gefunden. Ja, das war dann wohl der Enderdrache, ne? Und damit habe ich jetzt auch noch das Drachenei. Das hier muss auch sicherlich der sicherste Spawn für so ein Teleportationsdings sein. Da ist eine Endcity, aber die Frage ist, ob sie ein Schiff hat. Nein, hat sie nicht. Den Loot hier und ein paar Schalkerboxen gönne ich mir trotzdem. Dann mache ich mich auf den Weg zur nächsten Endcity. Und diesmal gibt es sogar ein Boot. Das war jetzt eigentlich nicht mit Absicht, aber das hier schon. Außerdem habe ich es vielleicht vergessen, bei der vorherigen Endcity den Drachenkopf hinzunehmen. Aber dafür kann ich jetzt endlich nach Hause fliegen. Und dort hinten habe ich gerade eine lila Linie gesehen. Ich glaube, das ist doch ein Portal, oder? Ja, genau, das ist eins. Das hat ja echt nicht lange gedauert. Es gibt nur ein Problem. Ich habe mir die Koordinaten vom Stronghold nicht gemerkt. Ich habe kein Bett beim Stronghold platziert und das Lush Cave war ja beim Stronghold. Das heißt, ich darf jetzt den ganzen Weg nochmal zum Enderdrachen laufen. Zum Glück habe ich genug Zuckerer für die Raketen und muss eigentlich nur noch Gunpowder sammeln. Was mir jetzt noch tatsächlich fehlt, ist Unbreaking 3 auf meine Elytra zusammen mit Mending und natürlich auch noch Mending auf meinen Schuhen, weil ich das irgendwie vergessen habe. Jetzt bin ich auf jeden Fall bereit, die ganzen Achselotels einzusammeln. Abgesehen davon, dass ich nochmal zurückgehen muss, um ein paar M einzusammeln. Und für das ganze Eisen muss ich erstmal in Iron City reingehen. Zum Glück habe ich hier 10 Eisenfarmen, bei denen ich mich bedienen kann. Und jetzt bin ich bereit für die Achselotel. Nur allzu schade, dass ich jetzt gar keine Raketen mehr habe. Das hier sollte die richtige Richtung zum Stronghold sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Stronghold war und wo ich danach suchen soll. Zum Glück habe ich noch ein paar Ender-Augen übrig, weil ich mich wirklich nicht daran erinnern kann, wo das Stronghold war. Und weil es Nacht ist, kann ich jetzt nebenbei auch noch Gunpowder farmen. Das hier ist übrigens ein sehr, sehr guter Strand für Schildkröten. Irgendwann später. Da sind wir endlich. Ich kann mich eigentlich nur noch nach den Achselotels suchen und das sollte in einem Lush Cave gar nicht so schwer sein. Okay, ich habe sogar Diamanten gefunden, aber immer noch keine Achselotel. Also es ist doch irgendwie schwerer als erwartet, Achselotel zu finden. Da hatte ich auf jeden Fall nicht Unrecht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Diamanten ich noch finden werde, bevor ich ein einziges Achselotel sehe. Mache ich vielleicht irgendwas falsch oder wieso finde ich nur Diamanten? Ja, dort ist das erste Achselotel. Wunderbar. Da ist gleich das zweite Achselotel und das ist auch braun. Und ein Mini-Achselotel. Oh mein Gott, sind die süß. Das hier ist jetzt das vierte und damit haben wir jetzt die ganze Familie zusammen. Und dort gibt es auch noch einen Pinkster, das muss ich aber mitnehmen. Aber dieses Achselotel wird immer bei mir bleiben und ich in der Farm sein. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden, aber es war halt ein Loch an der Decke und das kann man nicht ganz so gut erkennen. Okay, ich habe vielleicht nicht das Loch gefunden, wo ich mit euch reingekommen bin, aber ich glaube, das tut es auch. Also gut, ab nach Hause. Die Frage ist bloß, ob ich mich an die richtigen Koordinaten erinnern kann und wir werden es herausfinden. Ich werde auf jeden Fall noch einen Ozean finden müssen, wo ich die ganze Zeit Fische fangen kann und ich brauche auch noch Holz zum Bauen der Farm und ich glaube, ich weiß, wo es einige Bäume gibt, die ich auch bauen kann. Ich hoffe, dass das hier genug Holz für die ganzen Farmen sind und jetzt muss ich nur noch einen Ocean finden. Zum Glück weiß ich noch ganz genau, wo ich in der letzten Folge dieses eine Korallenriff gefunden hatte und genau dort spawnen die tropischen Fische. Also muss ich dort jetzt nur noch hinfliegen. Und da sind wir jetzt auch schon. Gemeinsam mit den tropischen Fischen. Jetzt muss ich nur noch die Farm bauen und dann währenddessen die ganze Zeit die Axelottel füttern. Okay, jetzt ist die Farm fertig. Überall fließt Wasser und wenn ich diese Blöcke hier unten abbaue, dann werden die kleinen Axelottel hier in dieses Becken runterfallen und ich füttere sie nicht mit den tropischen Fischen. Es fehlen nur noch die kleinen Axelottels. Zum Glück habe ich schon ein paar tropische Fische, um die Axelottel zu füttern. Und damit haben wir unser erstes Baby. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist alle Axelottel füttern, bis alle vier Becken voll sind und dann auf ein blaues Axelottel laufen. Natürlich brauche ich dafür ein paar tropische Fische und die werde ich jetzt erst mal sammeln. Ein paar Sekunden später. Was? Ich habe einfach direkt den Trident bekommen. Also ich weiß auch gar nicht, was ich da mal anfangen soll, ne? Gut, ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt an den Rand kommen soll. Vielleicht kann ich in der nächsten Folge irgendwas Interessantes mit diesem Trident anstellen. Also gut, jetzt muss ich aber wirklich anfangen, die ganzen Fische zu fangen. Tropische Fische zu fangen ist echt nicht schwer und das geht echt schnell. Aber die Axelottel vermehren sich noch nicht so schnell und ich möchte nicht einfach nur zusehen und nichts machen. Das heißt, ich werde nochmal nach Hause fliegen, ganz viel Eisen holen, damit ich noch mehr Eimer habe, denn die werden mittlerweile knapp und dann kann ich nochmal Fische fangen. Eine kleine lustige Sache ist auch noch, dass die kleinen Axelottel hier dazwischen passen und deshalb jederzeit das Becken wechseln können. Das heißt, sobald dieses Becken hier zu voll sein wird, werden die kleinen Axelottel einfach hier rüber schwimmen. Das heißt, ich muss mir gar nicht die Hände schmutzig machen und die Axelottel die ganze Zeit einfangen. Tatsächlich gibt es beim Füttern von den Axelottels ein kleines Problem, denn wenn ich sie nicht treffe, dann platziere ich den Fisch und dann wird er einfach nur gegessen, aber es kommen keine neuen Axelottels. Das heißt, es ist tatsächlich anstrengend, die Axelottels zu füttern. Beim Fischesammeln ist mir tatsächlich eine Sache platziert. Ich habe Wasser eingesammelt und hier gibt es einen Block, wo es aber kein Wasser gibt. Ich verliere immer noch Luft, aber irgendwie schwimmt man da oder halt eben nicht. Es ist wirklich sehr komisch, aber jetzt habe ich dort irgendwie einen Block, der mit Wasser gefüllt ist, ohne mit Wasser gefüllt zu sein. Ja, das Ganze habe ich jetzt irgendwie doch ein zweites Mal hinbekommen. Also habe ich jetzt zwei Blöcke, die mit Wasser gefüllt sind, ohne mit Wasser gefüllt zu sein. Das ist irgendwie ganz komisch. Mittlerweile sind auch alle drei Topicisten voll. Ja, weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt zwei Highlights und ich habe die ganze Zeit Fische gesammelt und zwischendrin die Axelottels gefüttert. Jetzt habe ich aber nichts mehr zu tun und dort vorne gibt es außerdem noch einen Outpost und ich glaube, es wäre ganz interessant, wenn ich dort jetzt einfach die ganze Zeit Pillager farme, bis ich Bad Omen habe und dann einfach mal ein Raid mache. Ich glaube nicht, dass es ganz so schlau ist, direkt zu den Pillagern zu gehen, denn rein theoretisch kann ich den Raid auch in Iron City spielen. Dafür brauche ich aber noch mehr Eisengolems in Iron City und die kann ich nicht mehr aufstellen, sobald ich schon Bad Omen habe. Das heißt, ich werde jetzt erstmal in Iron City reingehen, ganz viele Eisengolems aufstellen, denn tatsächlich habe ich doch noch ein paar Eisenblöcke übrig, Kürbisse übrigens auch und danach kann ich ein paar Pillager abmesseln. Da sind wir jetzt auch schon angekommen, jetzt muss ich nur noch die Kürbisse finden und die scheinen in meiner Base zu sein. Da sind sie auch schon und jetzt muss ich nur noch zurück. Das hier sollten fürs Erste genug Eisengolems sein und jetzt muss ich mich noch um die Farmen kümmern. Okay, die meisten Farmen sind jetzt eingebaut, das heißt, es sollte keine Probleme geben, wenn ich den Raid hier mache in Iron City und das heißt jetzt auch, dass ich wieder zurück zu den Pillagern gehen darf. Und damit sind wir jetzt auf dem Pillager Outpost, wortwörtlich, und ich muss nur noch warten, bis ich einen Pillager mit einer Flagge sehe. Und das hat echt überhaupt nicht lange gedauert. Wie lucky muss man denn bitte dafür sein? Normalerweise muss ich immer gefühlt 100 Pillager oder so töten, aber hier waren es noch nicht mal 10 oder so. Jetzt sollte der Raid starten. Ich muss mich auf jeden Fall vorbereiten. Ich habe meine Rüstung auf jeden Fall an und ganze 7 Stakes. Ich hoffe, die reichen mir aus. Und das hier ist der eine Villager. Den sollte ich eigentlich einbauen. Wieso rennt er aus seinem Haus raus? Na gut, das ist jetzt ein Problem weniger. Irgendwie ist das gelöst und ich hoffe, er wird auch nicht angegriffen. Zusammen mit den guten Iron Villagern kann ich mich jetzt um die Pillager kümmern. Und nebenbei kann ich mir auch noch ein paar Banner verdienen. Wow, die ganzen Pillager versuchen jetzt gerade diesen gigantischen Berg hochzukommen und sind einfach zu dumm dafür. Außerdem habe ich nur noch 7 Pfeile und das ist überhaupt nicht gut. Wieso greift mich diese Pillager nicht an? Ja, wenigstens werde ich von den Phantomen gegriffen. Ich glaube, schlafen wir jetzt tatsächlich ganz gut. Wenn ich das denn überhaupt schaffe, ohne Phantome sollte der Raid jetzt viel einfacher werden. Die Frage ist nur, wo die ganzen Raider bleiben. Ja gut, da sind die Pillager, aber das sind auch definitiv nicht alle. Und da sind die ganzen anderen. Aber irgendwie wollen die mich auch einfach gar nicht angreifen. Wie kommt das denn bitte zustande? Hä? Raids waren echt noch nie so leicht. Wieso greift die mich nicht an? Diesmal sind die Raider direkt auf dem Berg gespawnt und werden von den ganzen Eisengolems hops genommen. Das ist wirklich einer der leichtesten Raids. Entweder die Pillager spawnen hier oben und werden einfach von den 20 oder 30 Eisengolems getötet oder sie spawnen unten auf dem Berg, greifen mich irgendwo um nicht an und ich kann sie ganz einfach töten. Ich habe auf jeden Fall noch 2 Kürbisse und ich glaube ein paar Eisengolems würden hier nicht schaden. Und weil ich noch so viel Eisen habe, kann ich die Eisengolems auch einfach reparieren, damit sie nicht sterben. Und hier kommt tatsächlich auch ein Evoker mit Vexes. Aber gut, dass ich ihn mit 3 Hitze richtig easy getötet habe. Nervig sind die Vexe aber trotzdem. Zum Glück habe ich jetzt aber ein Totem der Unsterblichkeit. Falls ich also sterben sollte, sterbe ich nicht. Echt, Evoker sind so nervig, manchmal frage ich mich einfach, wer sie ins Spiel gemacht hat. Klar, sie geben dir Totems auf an Dying, aber genauso wie Phantome sind sie einfach komplett nervig und greifen nicht an und die spawnen einfach Vexes und die greifen dich nicht an, gehen durch Wände, machen extrem viel Schaden, können in Hardcore einfach Verbrennung auf ihrem Schwert haben und boxen dich dann weg. Ich glaube nicht, dass der Raid jetzt noch interessant werden kann wegen den ganzen Eisengolems, weil sie die ganze Arbeit für mich machen und ich sehe euch dann, wenn der Raid vorbei ist. Wisst ihr, eigentlich wollte ich den Raid schnell abschließen, aber dort unten gammelt irgendwo ein Plepp rum und ich habe keine Ahnung, wie er dort hingekommen ist und jetzt muss ich mich dort runtergraben. Und dort vorne ist er. Alter, was hast du hier zu suchen? Wieso musste er mit einem Herz überleben? Er ist dort runtergefallen, in diesem kleinen Loch. Und das war der letzte Raider, damit der ganze Raid zu Ende ist. Na gut, wenigstens heißt das, dass ich jetzt gute Traits mit den Villagern habe, auch wenn ich gar nicht mit denen traden werde, weil ich wieder zurück zu den Axelotls gehe. Aber als kleinen Zusatz habe ich jetzt vier Totems auf Und Dying und die sehen doch sehr cool aus, oder nicht? Falls du übrigens das gleiche Totem haben möchtest, dann kannst du auf den Discord kommen. Link wie immer in der Beschreibung. Aber jetzt muss ich erstmal die ganzen Axelotls fittern. Ich sehe euch dann hoffentlich, sobald ich das blaue Axelotl gefunden habe. Eine Ewigkeit später. Also gut, mein Leiden ist endlich vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich hierfür gebraucht habe. Es ist nicht ganz so anstrengend, die Fische zu fangen, aber danach die Axelotls zu füttern, ist wirklich nervig, denn jedes Mal, wenn du die Axelotls fütterst, musst du rechts klicken und dabei kannst du auch den Fisch platzieren. Das heißt, der wird dann einfach gegessen, ohne dass sie sich vermehren. Das ist übelst nervig. Und ja, wer weiß, wie viele Axelotls das sind. Wie versprochen, lasse ich sie jetzt alle ins Meer raus und mal schauen, was passieren wird. Was ich jetzt machen werde, ist am Anfang die Zäune abbauen, damit die ganzen Axelotls wenigstens in die Mitte gehen können. Außerdem stehe ich jetzt noch in der Mitte und nehme dann so einen Fisch in die Hand. Dann springen alle Axelotls hier rein, ich hoffe nur, dass sie sich gegenseitig nicht töten, weil es zu viele in der Mitte sein werden. Ein paar sollte ich mir eigentlich auch übrig lassen, aber ich kann sie ja wieder einfangen, wenn ich möchte. Und jetzt sind es soweit alle drin. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist den Block in der Mitte abbauen. Jetzt muss ich nur noch rausfliegen. Da seht ihr schon ein paar Axelotls und sie werden tatsächlich gegen die Drown kämpfen. Jetzt muss ich nur noch die Farm hier von unten abbauen und dann können alle Axelotls anfangen, sich hier zu verteilen. Und wenn ich jetzt auch noch den Fisch in die Hand nehme, dann sollten echt alle Axelotls hier nach unten gehen. Und das Ganze sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Oh mein Gott, ich habe echt noch nie so viele Axelotls auf einmal gesehen. Die schwimmen alle einfach um mich herum und wollen meinen Fisch haben. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich mit den ganzen Axelotls machen soll. Ich meine, es sieht halt einfach lustig aus. Es ist eigentlich cool, aber ich habe nicht wirklich einen Nutzen für sie und die werden jetzt einfach nur rumschwimmen und die ganze Zeit die Drown töten. Heute passiert mal wieder etwas ganz krasses in dieser Hardcore-Welt. Während ich das letzte Mal ganz viele Axelotls ins Meer freigelassen habe, wollte ich diesmal eine Goldfarm bauen, dann eine Bastion finden und sie in Gold verwandeln. Aber jetzt musste ich erstmal zurück in die Base. Das heißt, ich habe auf jeden Fall noch einiges heute vor. Zum Beispiel habe ich gar kein Essen mehr und auch gar keine Raketen mehr. Eine weitere Sache, die ich auch noch holen werden muss, sind zum Beispiel Schalkerboxen. Das heißt, ich muss auch nochmal ins End. Aber jetzt muss ich erstmal zurück in meine Base gehen und das wird echt lange dauern. Ich wünschte, ich hätte einfach nicht all meine Raketen benutzt. Wenigstens bin ich gar nicht mehr so weit von der Base entfernt. Da oben auf dem Berg ist sie ja. Also gut, da sind wir wieder in der Base und jetzt frage ich mich, was ich als erstes machen sollte. Ich denke, als erstes sollte ich mich ums Essen kümmern und die ganze Zeit die Kühe füttern. Wenn es dann irgendwann Nacht ist, kann ich mich wieder auf die Jagd nach Creepern machen. Und wenn ich dann Raketen habe, dann kann ich ins End fliegen. 29 Steaks sollten genug sein. Und jetzt muss ich nur noch auf die Creeper warten. Und ich denke, währenddessen wäre es keine schlechte Idee, die Kuhfarme ein bisschen zu vergrößern. Aber Weizen anbauen muss ich nicht, weil ich noch ein paar Stecks Heubeine in meinen Kisten habe. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit 8 Gunpowder in meiner roten Schalkerbox hatte. Ich hätte damit nach Hause fliegen können. Aber was soll's, so schlimm ist es auch nicht und die Nacht ist angebrochen. Also kann ich jetzt sowieso Creeper fahren. Aber vorher sollte ich noch das Kuhgehege vergrößern. Und damit haben die Kühe viel mehr Platz. Sobald ich die gelbe Schalkerbox auch noch aussortiert habe, kann ich anfangen, nach den Creepern zu suchen. Und ich hatte ja komplett vergessen, dass die Phantome existieren. Und ich habe mich schlafen gelegt, damit die Phantome nicht mehr spawnen, obwohl ich eigentlich Creeper töten wollte. Also gut, hoffentlich sind irgendwo Creeper gespawnt, die ich jetzt noch töten kann. Aber glaube ich tatsächlich nicht. Und das heißt, ich werde mich jetzt auf den Weg ins End machen müssen, in der Hoffnung, dass ich auf einmal Creeper stoße. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Richtung war, also fliege ich nochmal zurück. Und das war tatsächlich die richtige Richtung. Also gut, dann mache ich mich also wieder auf den Weg. Und da unten sollte das Portal sein. Dann darf ich nur hoffen, dass ich das Portal wieder so schnell finde. Und es ist tatsächlich einfach hier direkt um die Ecke. Es ist mir wirklich allzu dumm, dass ich mir einfach kein Wasser mitgenommen habe. Da sind wir jetzt also am End und ich muss nur noch eine End City finden. Und da ist auch schon eine. Jetzt muss ich nur noch alle Schalker abschlachten. Ich hasse Schalker wirklich über alles und hätten die mich nicht umgebracht, dann hätte ich das wahrscheinlich selbst getan. Aber na gut, da sind wir jetzt also. Ich habe genug Schalker Shells für fünf weitere Schalkerboxen und das sollte doch wirklich genug Lagerplatz sein. Und jetzt muss ich zum Glück nur noch nach Hause fliegen und mich nicht mehr mit diesen Schalkern rumtreiben. Ich hätte ja gesagt, dass Schalker noch unnötiger und nerviger als Phantome sind, aber wenigstens droppen sie dir Schalker Shells, mit denen du Schalkerboxen craften kannst. Mit Phantommembranen kannst du dir Slow Falling Potions machen, die du nur brauchst, bis du den Enderdrachen besiegt hast und auch nur für den Enderdrachen brauchst. Und du kannst deine Elytra mit Phantommembranen reparieren, was du auch nicht machen musst, weil du einfach Mending draufpacken kannst. Aber naja. Eigentlich wollte ich beten, dass es draußen kälter nachts... Eigentlich wollte ich beten, dass es nachts kälter als draußen ist, aber jetzt sind wir draußen und es ist Tag. Was ich aber schon mal machen kann, um die Zeit totzuschlagen, ist zum Beispiel Sand abbauen, denn das werde ich später noch brauchen. Eigentlich sollte ein Stack Sand genug sein, aber das kann ich ja auch fürs nächste Projekt benutzen. Und vielleicht kannst du dir ja schon denken, wieso ich Sand brauche, um meine Bastion in Gold zu verwandeln. Du kommst nicht drauf? Echt nicht? Ich brauche den Sand, um ein bisschen TNT zu craften, damit ich die Netherdecke sprengen kann und so, naja, über die Netherdecke komme und dort dann die Goldfarme bauen kann. Mittlerweile dunkelt es und ich habe fast eine ganze Schalkerbox mit Sand und das sollte fürs Erste reichen. Aber ich habe sowieso nichts zu tun, während ich auf die Creeper warte und deshalb kann ich noch ein bisschen Sand sammeln. Meine Schaufel ist jetzt auch zur Hälfte kaputt und das heißt, ich habe so einiges an Sand gesammelt und jetzt sollte ich mal echt langsam aufhören. Jetzt kann ich also endlich anfangen, nach Creepern zu suchen und dann die Goldfarme bauen. Aber ich glaube, es wäre doch noch besser, nach Hause zu fliegen, weil ich dann nicht die ganze Zeit im Dschungel nach den Creepern suchen muss. Und mit der letzten Rakete bin ich jetzt in der Base angekommen. Jetzt brauche ich aber wirklich langsam mal Creeper. Also gut, das sollten genug Creeper gewesen sein. Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht, denn teilweise habe ich einen Creeper getötet und dann ist der Creeper direkt daneben explodiert. Teilweise habe ich nur einen Gunpowder von einem Creeper bekommen und teilweise fünf oder so. Aber das sollte jetzt erstmal eins der Raketen sein und mit denen sollte ich echt gewaltig rumfliegen können. Ich glaube, eine gute Idee wäre es jetzt auch, diese Schalkerbox mit dem ganzen Sand orange zu färben, denn das passt irgendwie. Ich könnte natürlich auch gelbe Farbe benutzen, aber die habe ich schon benutzt und dann müsste ich diese Farbe hier ändern und darauf habe ich keine Lust. Also sind jetzt die Boxen mit dem Sand gelb. Eine gute Idee wäre es jetzt auch noch ein bisschen Brot an die Villager hier zu verteilen, weil ich tatsächlich noch ein paar Pfeile brauche, die aber keine Villager sind, die zu Fletcher werden können. Und jetzt muss ich nur noch ein bisschen was vorbereiten, bevor ich in den Nether gehen kann. Denn tatsächlich brauche ich ein paar Items, um die Nether-Decke durchspringen zu können. Und tatsächlich war ich so schlau, meinen ganzen Gunpowder in Raketen umzucraften. Das heißt, ich darf wieder auf Creeper warten, bevor ich Gunpowder für TNT habe. Also diesmal muss ich sagen, war die Nacht viel erfolgreicher. Abgesehen davon, dass ich einen Pfeil im Bauch habe, habe ich Doppelzücke Gunpowder gesammelt und außerdem auch noch Steaks gesammelt, weshalb ich jetzt wieder was Gutes zum Essen habe. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt nur noch in den Ofen schmeißen, ein bisschen TNT craften und dann kann ich tatsächlich endlich in den Nether gehen. Ein bisschen Obsidian und Flintestil sollte ich mir auch noch mitnehmen, denn wenn ich es über die Nether-Decke schaffe, allerdings es nicht schaffe, die Nether-Decke dann zu zerstören, damit ich wieder runtergehen kann, dann kann ich tatsächlich auch nicht mehr runter. Und das würde bedeuten, dass ich in dieser Hardcore-Welt für immer auf der Nether-Decke gefangen bin, weil es keinen Weg mehr für mich geben würde, wieder runterzugehen. Aber mit dem Obsidian kann ich mir jetzt ein Portal bauen und es dann natürlich auch noch anzünden, damit ich so wieder nach Hause komme, ohne dass ich die Nether-Decke zerstören muss. Was mir auch noch auf der Reise helfen wird, ist zum Beispiel Glas, denn damit mache ich mir Glasfläschchen, fülle sie auf mit Wasser und kann dann Fire-Resistance-Potions brauchen. Die Potions werde ich brauchen, damit ich in Lava rumschwimmen kann oder auf Magma-Blöcken stehen kann, ohne Schaden zu bekommen. Das wird das Bauen der Farbe erleichtern und das Sammeln der Ressourcen für die Farbe. Was mir jetzt noch fehlt, ist Redstone, denn das brauche ich für die Pistons. Damit sind die Pistons fertig und eine Falltür werde ich auch noch brauchen. Als erstes muss ich ein Nether-Fortress finden, denn ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo das von der letzten Folge war und eigentlich hatte ich nach Nether-Wartzen gesucht, aber einen Magma-Slime wollte ich auch finden. Das heißt, ich muss nur noch den Ort finden, wo es hier einen Nether-Wartzen gibt. Aber das ist schwerer als ich dachte, also suche ich nach einem neuen Nether-Fortress. Und da ist auch schon eins, jetzt muss ich nur hoffen, dass es hier einen Nether-Wartzen gibt. Aber die scheint es auch hier nicht zu geben. Vielleicht suche ich auch einfach nicht richtig. Aber Nether-Fortress ist nicht der einzige Ort, wo man Nether-Wartzen finden kann. Denn in Bastionen gibt es auch Nether-Wartzen. Und in der letzten Folge hatte ich eine Bastion gefunden, also muss ich dort nur noch hinfliegen. Das hier ist zwar nicht die Bastion, die ich gesucht hatte, aber vielleicht finde ich ein Nether-Wartzen. Das hier ist das erste Mal, dass ich eine Bastion gelootet habe. Die Feine kann ich übrigens wirklich gebrauchen, weil ich noch keinen Fletcher habe. Nether-Wartzen habe ich aber noch keine gesehen. Dann heißt es wohl, dass ich zur nächsten Bastion fliege. Da sind wir jetzt auch schon in der Bastion. Und das sind die Nether-Wartzen. Damit kann ich jetzt anfangen, mitten in dieser Bastion einfach meine Fire-Resistance-Potions zu brauchen. Warte, was? Man kann Ancient Debris in Bastionen finden? Hä, wieso farm ich das dann eigentlich normalerweise immer? Ich habe noch nie eine Bastion geradet und ich wusste auch gar nicht, dass man ein Ancient Debris finden kann. Und wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? Also gut, sobald ich alle Fire-Resistance-Potions in meiner kleinen Küche hier fertig gebraucht habe, kann ich anfangen, nach den Ressourcen zu suchen, die ich für die Goldfarm brauche. Das ging jetzt auf jeden Fall schneller, als ich dachte. Ich habe jetzt fast eine ganze Schalker-Vox voller Fire-Resistance-Potions. Teilweise habe ich auch mondane Potions, was weiß ich für die gut sind. Und ich habe noch ein paar Sachen übrig. Aber jetzt kann ich meine Küche abbauen und mich auf den Weg machen. Das Erste, was ich jetzt natürlich machen will, ist einfach mal in Lava schwimmen. Und, naja, es ist warm, würde ich sagen. Ich wünsche, man könnte ganz normal in Lava schwimmen, weil das hier sieht eigentlich echt cool aus. Und Aqua Affinity funktioniert tatsächlich auch unter Lava. What? Das wusste ich überhaupt nicht. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Aqua Affinity auch sowas wie Lava Affinity ist. Aber jetzt muss ich endlich mal anfangen, all diese Magma-Blöcke abzubauen. Bevor mich jetzt Leute in den Kommentaren wieder fragen werden, welchen Shader ich benutze, weil er wirklich geil ist, es ist der Complementary Shader. Irgendwo rum sind die Standardeinstellungen von Shader immer absolut grottenschlecht, aber meine sind natürlich wunderschön. Und wenn ihr die haben wollt, kommt einfach auf den Discord-Server. Erster Link hinter der Beschreibung. Also gut, mittlerweile habe ich eineinhalb Shalker-Boxen gefarmt. Meine Spitzsacke macht das nicht mehr lange mit, also sollte ich mir jetzt langsam mal eine Location für meine Goldfarm suchen. Und ich glaube, dass das hier ein sehr, sehr guter Spot für meine Goldfarm ist, weil eigentlich Pigments, soweit ich weiß, nicht auf Lavaseen spawnen können. Und das hier ist fast nur ein gigantischer Lavasee. Das heißt, alle Pigments werden nur in meiner Farms. Und damit sollte sie wirklich effizient sein. Aber ich muss mich jetzt erstmal nach oben bauen. Jetzt muss ich nur noch den höchsten Bedrock-Block finden, damit ich über die Netherdecke kann. Hier ist tatsächlich der oberste Block. Und eigentlich würde ich jetzt hier hingehen und dann eine Enderpelle schmeißen. Der Witz dabei ist aber tatsächlich, dass ich keine Enderpelle habe. Das heißt, ich muss erstmal eine fahren. Außerdem habe ich nur noch eine Rakete, mit der ich hier wieder hoch muss. Und wenn ich das Ganze nicht schaffe, dann muss ich mich hier einfach wieder hochbauen. Ich habe die Rakete doch benutzt, weil ich keine Lust hatte, die ganze Zeit rumzuschwimmen. Und jetzt muss ich nur noch so einen Warped Forest finden. Das Problem ist nur, dass ich keine Ahnung habe, wo ich das letzte Mal so einen Forest gesehen hatte. Ich habe jetzt so ziemlich mein letztes Gunpowder verbraucht, um noch ein paar Raketen craften zu können, damit ich schneller zum Warped Forest finde. Aber falls ich es nicht schaffen sollte, ein Loch in die Netherdecke zu ballern, dann darf ich wieder in die Oberwelt gehen. Und ich hätte das Gefühl, während ich nicht nach einem Warped Forest gesucht habe, habe ich die ganze Zeit einen gefunden, aber jetzt sehe ich keinen weit und breit. Ja gut, ich hätte vielleicht nicht unbedingt rumheulen müssen, aber wenigstens habe ich ihn jetzt gefunden. Was ich allerdings noch nicht gefunden habe, sind Endermänner. Oh ne, dort oben ist einer. Und damit habe ich jetzt zwei Ender Pillen, aber ich glaube, ich brauche noch ein paar. Fünf sollten jetzt aber schon reichen, glaube ich mal. Und jetzt muss ich nur richtig landen. Was tatsächlich? Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich hätte nicht erwartet, dass ich es schaffen würde. Und wollte eigentlich sagen, dass es schwerer ist, als es aussieht. Und das hier ist der Moment der Wahrheit. Es hat geklappt. Oh mein Gott, ich bin über der Netherdecke. Jetzt markiere ich mir nur noch den Block, wo ich hergekommen bin und dann kann ich das Ganze zerstören. Alles klar, die Maschine ist jetzt aufgebaut, ist irgendwie ein Hexenwerk, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, ich werde mich unter die Trapdoor stellen, diesen Schalt deaktivieren, das TNT wird explodieren und dann werde ich versuchen, einen Piston darunter so zu platzieren. So zu platzieren. Ähm, das war nicht das, was ich machen wollte. Okay, was ich eigentlich machen werde, ist das TNT mit dem Lever aktivieren, unter die Trapdoor gehen und danach versuchen, einen Piston so rum zu platzieren. Falls das Ganze funktionieren sollte, wird das Bedrock kaputt gehen. Falls nicht, habe ich nur noch einen weiteren Versuch. Und es hat nicht geklappt und ich bin fast gestorben. Diesmal werde ich das Ganze nicht mit einem Autoklicker versuchen und mal schauen, was passieren wird. Hoffentlich wird das Ganze klappen. Oh mein Gott, ich bin so gut, ich kann einfach 20 Mal die Sekunde klicken, ohne einen Autoklicker zu benutzen. Jetzt brauche ich das Obsidian nicht mehr und ich bin froh, dass es mit dem letzten Versuch funktioniert hat. Natürlich ohne Autoklicker. Jetzt kann ich nämlich endlich anfangen, die Goldfarm zu bauen. Ich würde sagen, für den Anfang baue ich mich ein bisschen hoch. Dann brauche ich natürlich noch eine kleine Plattform. Dann brauche ich die ganzen Chests, wo das Ganze gelagert wird. Jetzt muss ich das Ganze noch mit den Hoppern verbinden und dann noch mehr Hopper platzieren. Und das hier wird die Fläche sein, wo die Pigments drauf droppen werden. Mir ist nur eine kleine Sache aufgefallen. Das hier ist ein Soulsland Valley und das hier sind die Netherways. Hier spawnen Pigments und hier nicht. Das heißt, auf der Hälfte meiner Farmen würde nichts spawnen. Das heißt, ich muss das Ganze noch weiter weg bauen. Und ihr seht, der Hintergrund ist mittlerweile komplett rot. Das heißt, wenn ich die Farmen hier baue, sollte alles okay sein. Also darf ich alles nochmal abreißen. Also gut, jetzt ist die Goldform an der richtigen Stelle und ich muss mich nur noch so hoch bauen, dass die Pigments sterben werden. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, wie hoch das sein muss. Das heißt, ich werde mich einfach sicherheitshalber 25 Blöcke hochbauen. Dann habe ich wieder einen kleinen Puffer und ich sehe euch dort hoch. Hier in der Mitte wird das Ei einer Schildkröte sein und deshalb werden die Pigments, die auf einer großen Fläche hier spawnen werden, die ganze Zeit in die Mitte laufen und dann unten bei den Trichtern sterben. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist die Fläche vergrößern und ich sehe euch, wenn das Ganze fertig ist. Mir ist gerade eben aufgefallen, dass die Fläche viel zu groß ist, also muss ich jetzt einen Teil davon wieder abreißen und dann aber richtig bauen. So sieht das Ganze schon besser aus und ich sehe euch dann, wenn alle Flächen fertig sind. Ein paar Sekunden später. Der gigantische Kasten da vorne ist fast fertig und ich wollte euch das Ganze einfach mal von außen zeigen, um außerdem auch nochmal zu testen, ob die Pigments dort überhaupt spawnen, weil sie nicht spawnen, wenn man in der Nähe ist. Und mit diesen letzten Blöcken ist die Farm dann tatsächlich auch fertig. Alles, was jetzt noch fehlt, sind Schildkröteneier in der Mitte, zusammen mit ganz vielen Trapdoors und dann muss ich mir nur noch einen Spot ganz oben bauen, wo ich dann auf Karum stehen werden kann. Das heißt, ich muss jetzt nochmal zurück zum Portal und dann kann ich tatsächlich zum Stronghold gehen, denn wer sich daran erinnert, dort sind einfach so Schildkröten auf einem Strand, der eigentlich kein Strand ist, wo eigentlich nur Sand ist, ohne Strand, irgendwie sowas, wir gehen und löcheln. Und da sind wir jetzt auch schon beim Portal. Und es trifft sich eigentlich wirklich gut, dass gerade Nacht ist, oder halt nicht, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Es trifft sich trotzdem wirklich gut, dass gerade hoffentlich Nacht ist, weil ich dann auf dem Weg zum Stronghold Gunpowder farmen kann, weil ich nur noch 7 Raketen habe. Das Problem ist nur, dass ich weit und breit keine Creeper sehe. Da hinten ist das Portal und das heißt, irgendwo dort vorne sollten die Schildkröten sein. Da vorne sind sie jetzt auch schon, das Problem ist nur, dass ich keinen Seetank habe und das muss ich jetzt erstmal holen. 32 Segras sollten hoffentlich genug für 4 Schildkröten sein. Das einzige Problem, was ich jetzt noch haben könnte, ist, dass ich Silk Touch auf einer Spitzhacke brauche, um die Eier abzubauen. Ich habe tatsächlich Silk Touch auf meiner Axt, aber ich habe keine Ahnung, ob ich dann trotzdem die Eier abbauen kann und mit in den Nether nehmen kann. Ich hätte es natürlich auch cooler gefunden, wenn ihr noch mehr Eier platziert hätten. Ein weiteres Problem, was ich gerade noch habe, ist, dass die Zombies die ganzen Eier zerstören. Also bete ich einfach, dass die Eier droppen und das tun sie tatsächlich. Jetzt, wo die Zombies tot sind, habe ich auch mittlerweile meine Ruhe und kann einfach die Eier abfarmen. Warte mal, hat sich irgendwas bei den Eiern geändert? Normalerweise sehen die anders aus. Kann ich die jetzt überhaupt noch platzieren? Kann ich tatsächlich. Okay, dann kann ich die Farm auch bauen. Das Problem ist gerade, dass ich nur 5 Eier habe, aber 6 brauche und zum Glück, oh mein Gott, zum Glück gibt es noch weitere Eier. Mit den 4 weiteren Eiern werde ich hoffentlich mehr als genug haben und wenn ich nicht ganz so viele zerstöre, dann bleiben tatsächlich auch noch ein paar übrig. Jetzt darf ich erstmal wieder zurückfliegen, danach wieder in den Nether und dann kann ich eigentlich die Goldfarm zu Ende bauen und endlich das ganze Gold für die Bastion sammeln. Dann beginnt auch der Lieblingspart von meinem Video und zwar die Bastion in Gold verwandeln, denn darauf habe ich wirklich Bock. Ich habe keine Ahnung, wie es aussendiert. Ich hoffe, es wird geil sein. Eine Bastion aus Gold oder ein Dorf aus Eisen habe ich noch nie gesehen und solche Sachen sind eigentlich wirklich cool. Ich habe auf jeden Fall vor, in der Zukunft noch mehr solche Sachen zu bauen. Und das hier ist der Part im Video, wo ich dir sagen soll, dass du das Video liken sollst und abonnieren oder so. Keine Ahnung, schreib auf jeden Fall einen Kommentar mit einer Banane, damit ich weiß, dass du cool bist. Jetzt bin ich endlich bereit für den Nether und bereit für die Goldfarm. Ich muss nur noch die Goldfarm wiederfinden und die kann man einfach nicht übersehen. Ich sollte das hier aber mal ein bisschen größer machen, damit ich besser landen kann. Sieht von hier oben gleich viel besser aus. Jetzt ist nur die Frage, wie ich wieder hochkomme. Dann muss ich hier nur noch die Leiter hoch. Jetzt muss ich hier nur noch die Trapdoors und die Eier platzieren. Das Ganze wird so funktionieren, dass an jeder Seite Trapdoors sind, die so eingeklappt sind. Und in die Mitte kommen dann nochmal Trapdoors, die ich auch einklappen werde. Und darüber kommen noch zweimal Trapdoors, damit die Pigments nicht rein können. Und wenn das Ganze fertig ist, fehlt nur noch das Ei. Ein paar Sekunden später. Also gut, das Ganze ist jetzt fertig. Überall sind Trapdoors und auf jeder Ebene ist ein Ei. Außerdem ist am Rand von jeder Ebene noch eine Trapdoor, damit die Pigments versuchen, dort rüber zu laufen, dann letztendlich runterfallen und auf den Hoppern landen. Also gut, damit sollte die Farm fertig sein. Ich muss mich jetzt nur noch hochbauen, damit die Pigments in meiner Farm spawnen können, aber unter der Leiterdecke nicht spawnen können. Damit das Ganze jetzt einwandfrei funktioniert, sollte ich mich jetzt eigentlich 128 Blöcke hochbauen. Aber dadurch, dass hier die ganzen Ebenen sind und die Monster auch nur 25 Blöcke runterfallen müssen, werde ich mich jetzt 88 Blöcke höher bauen. Wir sind jetzt gerade auf Höhe 177 und das heißt, ich werde mich ungefähr auf Höhe 256 bauen. Jetzt bin ich auf der richtigen Höhe angekommen, das heißt, ich sollte jetzt eigentlich nur noch warten, aber ich habe gesehen, die Pigments bewegen sich gar nicht. Irgendwie dauert das ein bisschen, bevor sie loslaufen, aber eigentlich hatte ich gedacht, dass sie direkt loslaufen würden. Ich habe jetzt einfach mal auf die schnelle Wikipedia studiert und tatsächlich ist es so, dass die Pigschweine und tatsächlich ist es so, dass die Pigments nur den Eiern hinterher rennen, wenn zwei Blöcke darüber Luft ist. Das heißt, dieses Ei hier hat nur ein Block Luft und wenn ich das hier jetzt abbaue, dann sollten die Pigments anfangen in die Mitte zu laufen. Jetzt laufen sie endlich alle in die Mitte. Das heißt, ich muss jetzt noch mal alle Blöcke von den Eiern abbauen und dann kann ich mich endlich Afka hinstellen. Ihr seht, die Pigments laufen jetzt in die Mitte und ich bin endlich bereit dafür, mich Afka hinzustellen. Aber davor wollte ich eigentlich noch mal nachschauen, wie viel Gold wir eigentlich schon gesammelt haben. Okay, ein Gold Nugget und 53 Gold Nuggets. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das wären jetzt umgerechnet sieben Gold Nuggets und das noch nicht mal ein voller Block und ich werde tatsächlich mehr als einen vollen Block brauchen. Also stelle ich mich jetzt einfach mal Afka. Äh, okay, ich wollte ganz kurz nachschauen, wie viel die Goldfarben schon produziert hat und alles, was ich sehe, sind einfach tonnenweise Pigments, die runterfallen. Jetzt ist es aber wirklich interessant, was wir haben. Gar nichts, ein Gold Nugget, zehn Gold Nuggets, zwei Gold Nuggets und sieben ganze Gold Nuggets. Ne, warte mal, sieben Stacks Gold Nuggets. Das sind also fast neun Stacks Gold Nuggets, damit ein Stack Gold Barren und damit ungefähr sieben Gold Blöcke. Das ist zwar auch nicht alles, was ich für die Bastionen brauche, aber auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß eine Bastion ist und wie viele Gold Blöcke ich brauchen werde, um alles zu ersetzen, aber ich sehe euch dann, wenn ich genug Gold habe. Ich finde mein Totem übrigens immer noch echt geil. Wieso ist das Menü offen und wieso stehe ich nicht auf der Plattform, die ich mir eigentlich gebaut hatte? Das sind zwei wichtige Fragen. Das liegt daran, dass Ghasts auf der Goldfarm gespawnt sind, bis zu mir einfach nach oben geflogen sind und mich abgeschossen haben. Ich bin einfach von der Plattform runtergefallen, aber zum Glück sieht man, hier habe ich meine Elytra an und das heißt, es sollte alles gut sein. Oh mein Gott, war ich gerade schnell. Ja, zum Glück habe ich überlebt, aber dort vorne sind Ghasts und das sollte man auf jeden Fall noch beheben. Das Ganze könnte ich jetzt beheben, indem ich Glas oben platzieren würde, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, wieder in die Oberwelt reinzugehen. Also bleiben wir jetzt erstmal so und ich stelle mich dann wieder auf Karten. Vorher wollte ich aber noch kurz in die Kisten schauen, denn ich stand ja auf K. Die Farm hat ja funktioniert und es gibt immer noch nur einen Goldnugget. 15 Goldnuggets, 63. Ich kann nicht zählen und die Kiste ist voll. Okay, das sollte ich auf jeden Fall sortieren. Das Zombiefleisch werde ich mir vorerst behalten. Vielleicht sollte ich noch mehr Kisten dran packen und darunter jetzt noch mehr Hopper. Ein bisschen Holz habe ich noch und Eisen habe ich auch noch. Jetzt gibt es hier also doppelt so viele Kisten, das heißt auch doppelt so viel Platz und mir ist übrigens aufgefallen, dass die Pigments gar keine Goldschwerter droppen, denn eigentlich hatte ich vor, die raus zu sortieren. Darauf hatte ich aber gar keine Lust und sie droppen tatsächlich keine, weshalb ich das noch gar nicht erst machen werden muss. Aber ich würde sagen, es wäre mal ganz interessant nachzuschauen, wie viel Gold sich jetzt endlich hier angesammelt hat und das heißt, das mache ich jetzt erstmal. Insgesamt waren dort fünfeinhalb Stacks Goldbarren und das wären umgerechnet 39 Goldblöcke und damit kann ich immer noch keine ganze Bastion ersetzen, also darf ich mich wieder AFK hinstellen. Aber bevor ich das mache, gehe ich noch einmal zurück in die Base, hole meinen ganzen Sand, verwandle ihn in den Glas und platziere ihn über der Base, ich meine natürlich über der Farm, damit die Garst nicht mehr spawnen können. Mittlerweile sind schon fast drei Stacks Glas fertig und das sollte für die Farm reichen. Also muss ich jetzt nur noch in den Nether das Glas platzieren und darf dann hoffentlich so lange AFK stehen, bis ich genug Geld habe, um die ganze Bastion in Gold zu verwandeln. Hiermit ist jetzt die Farm hoffentlich endlich fertig, ich muss jetzt gar nichts mehr machen, werde mich jetzt ein letztes Mal AFK hinstellen und sehe ich dann hoffentlich, wirklich, diesmal, auf jeden Fall, wahrscheinlich, denke ich, vermute ich, wenn ich genug Gold habe, um die Bastion fertig zu bauen. Es ist mal wieder, so wie niemals, auf gar keinen Fall, überhaupt nicht, absolut, sicherlich nicht, keine Zeit, seit der Aufnahme, vergangen und ich bin endlich bereit, die Bastion in Gold zu verwandeln. Ich muss sie jetzt aber erstmal wiederfinden, also sehe ich euch gleich wieder. Und da vorne ist sie auch schon. So sieht das Ganze von oben aus und ihr seht, hier sind noch mehr Piglins und ich hoffe, mein Gold wird für alles ausreichen. Was ich aber auf jeden Fall machen muss, ist die ganzen Piglins töten. Die werden mich sonst natürlich angreifen, wenn ich mich hier in der Bastion aufhalte. Weitere Piglins konnte ich jetzt erstmal nicht finden, das heißt, ich kann jetzt anfangen, mein Gold auszupacken. Ich werde das Ganze so machen, dass ich einfach immer die Blöcke abbaue und dann das Gold platziere. Ich meine, wie soll ich das sonst machen? Und ich sehe euch dann, wenn das alles fertig ist. Also bis jetzt ist das Ganze nicht fertig, aber ich habe einen kleinen Teil der Bastion in Gold verwandelt und oh mein Gott, das sieht so verdammt geil aus. Die ganzen Reflektionen, ich hätte echt nicht gedacht, dass das wirklich einfach so was so toll aussehen würde. Mit einem Totem in der Hand fühle ich mich jetzt viel sicherer und meine Schalkerboxen sollte ich auch noch mitnehmen. Aber jetzt bin ich fertig mit der Bastion und ehrlich gesagt mehr als zufrieden. Statt das Ganze in Gold zu verwandeln, habe ich nur die Hälfte verwandelt und danach noch ein paar Blöcke platziert und ich finde, das sieht wirklich, wirklich geil aus. In 916 wurde der Nether in etwas Neues verwandelt, aber wisst ihr, was diesem Spiel fehlt? Eine Insel mitten im Nether, wo man einfach mal abkühlen kann und deshalb werde ich heute das machen, was es noch nie in Minecraft gab. Für die Insel werde ich natürlich einiges benötigen und zwar Netherrack, Sand, Pack-Eis, Dschungelholz und Kakaobohnen und vielleicht noch irgendetwas. Netherrack werde ich mir natürlich im Nether holen und ich wollte sowieso schon die ganze Zeit dafür sorgen, dass ich von meinem Portal aus leichter nach unten komme. 3, 4, 6 Netherracks sollten genug sein und jetzt würde ich eigentlich Sand brauchen. Aber den Sand habe ich schon in der letzten Folge gesammelt, also werde ich das nicht mehr machen müssen. Das heißt, als nächstes werde ich Pack-Eis brauchen und dafür werde ich rumfliegen müssen, aber ich habe gerade nicht ganz so viele Raketen und möchte nicht die ganze Zeit Creeper farmen, also werde ich mir wohl eine Creeper-Farm bauen, weil mir das schon in den Kommentaren vorgeschlagen wurde. Und weil ich zu faul bin, irgendwelche Blöcke für die Farm zu farmen, werde ich einfach mal Netherrack benutzen. Jetzt wo mein Inventar voll mit Netherrack ist, kann ich mich auf den Weg machen, nach einem guten Platz für die Farm zu suchen. Der beste Ort für eine Farm soll auf jeden Fall ein Meer sein und ich weiß auf jeden Fall, wo eins ist. Wer sich daran erinnert, ich habe die Axelotl-Farm direkt im Meer gebaut und das heißt, die Axelotls schwimmen jetzt einerseits rum und töten die ganzen Fische und andererseits kann ich jetzt hier die Creeper-Farm bauen. Außerdem habe ich vielleicht in der nächsten Folge was mit dem Outpost vor, aber für heute habe ich ja was ganz anderes vor. Das Problem ist nur, dass ich wegen der Axelotl-Farm so wenige FPS habe, das heißt, ich muss das Ganze ein bisschen weiter weg bauen. Und hier sieht das Ganze schon viel besser aus, das heißt, ich kann anfangen. Ich habe zwar bis jetzt nur eine Ebene fertig, aber ich werde für jede Ebene einen Eimer Wasser brauchen und ich habe jetzt gerade nicht unbedingt Eimer mitgenommen, aber ich weiß, wo ich Eimer finden kann. Und hier haben wir auch gleich die Eimer, das sollte auch mehr als genug sein. Jetzt muss ich das Ganze noch mit Wasser füllen und das ist leichter getan als gesagt. Jetzt sieht die erste Ebene schon ein bisschen anders aus und ich werde das Ganze hochziehen und dann muss ich auch noch Trapdoors platzieren. Ja, also tatsächlich sind alle Ebenen fertig und das Ganze sieht schon echt verdammt geil aus. Die einzige Sache ist nur noch, dass ich immer noch keine Falltüren platziert habe und das liegt daran, dass ich oben so einen Timer aufbauen musste. Und ich muss wirklich sagen, der Timer, der hat mich einfach fast umgebracht, weil dieser Timer, der ist wirklich verdammt schlimm. Jedenfalls bin ich jetzt endlich fertig geworden, das heißt, ich darf jetzt erst mal alle Falltüren platzieren, während auch noch die ganze Zeit der Timer läuft. Das ist auf jeden Fall sehr smart, das heißt, ich mache ihn erst mal aus und sehe euch dann, wenn ich fertig bin. Eine ist jetzt fertig und jetzt fehlen nur noch sieben, acht, neun oder zehn. Keine Ahnung, es fehlen noch ein paar weitere. Irgendwann später. Na gut, jetzt bin ich fast fertig. Hier fehlen eigentlich noch ein paar Falltüren, aber ich habe erstens keine Lust mehr, die zu platzieren und zweitens habe ich gar keine, die ich jetzt platzieren könnte. Das heißt, die Farm sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ich muss nur noch den Timer oben wieder anschließen. Dann muss ich eigentlich noch ein riesiges Dach bauen. Verdammt, also fehlt jetzt noch ein riesiges Dach und dann sollte sie eigentlich wirklich endlich fertig sein. Oh mein Gott, ich bin endlich fertig. Dieses gigantische Dach wird jetzt dafür sorgen, dass die Creeper Farm auch tagsüber funktionieren kann. Und eigentlich sollten dort unten jetzt ganz, ganz viele Creeper rumgammeln, die ich abfarmen kann. Aber das schauen wir gleich. Ja, die Farm funktioniert auf jeden Fall. Dort sind ganze zwei Gunpowder. Das ist auf jeden Fall wow, das ist so viel. Also da hat sich das Bauen der Farm auf jeden Fall gelohnt. Ich könnte mich jetzt natürlich hier unten auf K hinstellen, aber dann könnten mich Phantome angreifen, Drowned mit Pommes gabeln und es könnten natürlich Monster unten in den Höhlen spawnen. Das heißt, ich werde wie bei der Goldfarm mich nach oben bauen, ungefähr 100 Blöcke, und dort dann rumgammeln. Allerdings muss ich dann auch so einen kleinen Raum bauen, damit ich nicht von Phantomen gegriffen werden kann. Das heißt, ich sehe euch in ein paar Sekunden, wenn ich ganz oben bin. Die Beleuchtung in diesem Raum ist auf jeden Fall echt nice. Fast so nice wie in meinem Gaming Setup. Das werde ich euch wahrscheinlich in einem der nächsten Videos zeigen. Alles, was ich jetzt noch machen werden muss, ist AFK hier rumstehen wie so ein Blödmann und ich sehe euch dann wieder, wenn ich genug Gunpowder habe, um mir genug Raketen zu machen, um genug Ressourcen sammeln zu können für eine Oase in dem Nether. Eine Sache wollte ich aber auf jeden Fall noch loswerden. Ich bedenke mich nämlich wirklich, 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 wirklich für den Support von jedem Einzelnen von euch. Es freut mich auf jeden Fall, dass euch die Folgen gefallen und jeder einzelne Kommentar unterstützt mich wirklich massiv. Falls du also gerade nichts zu tun hast, obwohl, naja, du schaust gerade eigentlich das Video. Falls du also gerade Bock drauf hast, dann lass doch wirklich einen Like da und schreib einen Kommentar, diesmal mit einer Wassermelone, damit ich weiß, dass du cool bist. Vielleicht kommst du dann ja in die nächste Folge rein. Das sind die Leute, die einen Kommentar mit deiner Banane geschrieben haben und ich bedanke mich wirklich noch mal für euren Support. Alles klar, es wird Zeit nachzuschauen, was jetzt während der ganzen Zeit passiert ist. Wie lange ich in diesem Raum war, weiß ich sowieso nicht, weil ich nicht zählen kann. Aber ich bin gespannt darauf, wie viel Gunpowder ich haben werde. Das waren jetzt auf jeden Fall einige Creeper und ich habe ganze 12 Gunpowder, 5 Gunpowder und 4 Gunpowder. Das heißt, das Ganze hat funktioniert. Perfekt. Ich darf jetzt herausfinden, was ich falsch gemacht habe. Oder ich stelle mich einfach noch mal in diesen Raum und hoffe, dass alles diesmal richtig funktioniert. Also gut, ich bin jetzt noch mal runtergeflogen und hier ist tatsächlich ein bisschen Merke an Powder drin. Ich habe außerdem den Timer verdoppelt. Vorher waren dort ungefähr 40 Items drin. Jetzt ist dort, was weiß ich, ich glaube dort ist jetzt ein Stack Items drin. Das heißt, die Abstände zwischen denen, die Dispenser Wasser platzieren oder halt eben Wasser wieder wegnehmen, sind jetzt größer. Und ich hoffe, das hat jetzt irgendwas geändert. Ich hoffe, die Creeper können jetzt besser spawnen. Ich hoffe, alles funktioniert. Die Raketen brauche ich jetzt nämlich langsam, denn ich habe auch nur noch 13 Stück und ich kann einfach mal das Gunpowder mitnehmen und dann habe ich ja zu Hause eine Zuckerrohr-Farm und vielleicht könnte ich sogar eine automatische Zuckerrohr-Farm hier hin verlegen, falls sich das überhaupt lohnen sollte. Eine Sache ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Es gibt hier einen komischen Schatten und außerdem sehen diese Korallenriffe echt cool aus. Ich fliege auf jeden Fall noch mal runter und schaue jetzt einfach mal, wie viel Gunpowder dort jetzt wirklich liegt und dann seht ihr schon, wie die Monster runterfallen. Es ist auf jeden Fall echt angenehm, das zu hören. Und das sind auch so einige Creeper. Und mittlerweile sind das 26, 8 und 6 Gunpowder. Ja, das könnte auf jeden Fall ein bisschen mehr sein. Endlich werde ich genug Raketen haben, um alles zu besichtigen, was ich will. Und ich muss sagen, so viele Raketen hatte ich irgendwie noch nie. Wo kommt der denn bitte her? Jetzt, wo ich alle Raketen habe, heißt das, dass ich nach einem Eisbium suchen kann, weil es natürlich kein Wasser im Nether gibt und ich dann Eis für die Insel benutzen werde. Ich glaube, außerdem es wäre keine schlechte Idee, den Shader fürs Erste auszumachen und dafür die Chunks hochzuschrauben. Und weil ich schon wieder ein Dorf gefunden habe, kann ich einfach mal die Heuballen mitnehmen. Und wenn ich schon dabei bin, auch die Kühe. Und da habe ich endlich das Eisbium gefunden. Ein Problem habe ich dann doch, ich habe vergessen, Silk Touch auf meine Spitzhacke zu machen und ich habe es ja nur auf meine Axt. Das heißt, ich werde jetzt einfach Eis mit meiner Axt sammeln, weil ich nicht wieder zurückfliegen, dann Silk Touch auf meine Spitzhacke machen und dann wieder hierher fliegen werde. Jetzt, wo ich genau zwei Sticks Eisblöcke habe, kann ich mich auf den Weg machen, nach einem Dschungel zu suchen. Denn das, was mir noch fehlt, sind ein paar Kakaobohnen und zum Beispiel Dschungelsetzlinge. Aber abgesehen davon, wollte ich ja eigentlich auch noch Kakteen holen. Und vielleicht wäre ein bisschen Wolle gar nicht so schlecht. Da bin ich also wieder in der Base und ich muss schon sagen, Minecraft ohne Shader sieht verdammt hässlich aus. Aber das ist gar nicht so wichtig, weil ich ja eigentlich noch in den Dschungel wollte. Die Frage ist nur, wo ich auf einen stoßen werde. Und da fällt mir gerade ein, dass das Endportal in einem Dschungelbiom war. Also kann ich dort einfach mal nachschauen. Und tatsächlich gibt es ja ein Dschungelbiom. Mit Papageien. Aber ich bin nicht wegen den Papageien hier, sondern wegen dem Dschungelholz. Und die Blätter sollte ich auch mitnehmen. Und die Ranken natürlich auch. Und die Kakaobohnen sollte ich nicht vergessen. Und wieso nicht auch Melonen, wenn ich schon dabei bin. Na, das Netherportal brauche ich dann aber doch nicht. Das passt ja nicht wirklich auf die Insel. Den Bambus könnte ich mir ja auch noch gern. Jetzt sollte ich nur noch ein paar Kaktusse sammeln. Das heißt, ich darf wieder auf gut Glück losfliegen und hoffen, dass ich auf Kakteen stoße. Oder ich stoße einfach auf meine Axolotl-Farm. Und das heißt, die Creeper-Farm ist auch in der Nähe. Jo, da vorne ist sie auch schon. Aber Gunpowder gibt es da noch keinen. Das heißt, ich stelle mich einfach mal auf Kahn hin, weil ich glaube, dass ich doch noch ein paar Raketen gebrauchen kann. Ich kann wirklich nur hoffen, dass ich nicht ganz so lange gebrauchen werde, um die Kakteen zu finden. Und mit 5 FPS zu spielen, ist wirklich unmöglich. Und so sieht das Ganze schon viel besser aus. Übrigens gibt es da eine Wüste und sogar Kakteen. Wow! Das heißt, ich muss jetzt nur noch rüberfliegen und dann habe ich schon meine Kakteen. Ich hätte echt nicht erwartet, dass ich die Kakteen so schnell finden würde, aber ich glaube, man konnte sie schon sehen, als ich dort nach oben geflogen bin. Ich habe sogar vergessen, nachzuschauen, wie viel Gunpowder ich hier eine Zeit gefarmt habe. Aber gut, dafür habe ich jetzt noch ein paar tote Büsche und nachschauen, wie viel Gunpowder ich habe, kann ich sowieso noch später. Das sollte fürs Erste genug sein. Das heißt, ich kann jetzt nachschauen, wie viel Gunpowder ich habe und dann kann ich endlich in den Nether. Und es gibt tatsächlich gar keinen Gunpowder. Ja, ich verstehe es nicht ganz. Eigentlich sollte die Farm funktionieren, aber irgendwie hat sie nicht funktioniert. Ich habe wirklich keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe aber leider kein Netherack mehr, weil ich das ja für die Creeper-Farm benutzt habe. Das heißt, ich dachte, dass ich sie erstmal farme. Und da fällt mir ein, ich sollte wahrscheinlich Fire-Resistance-Portions trinken. Denn damit fühle ich mich gleich viel sicherer. Das sollte fürs Erste genug Nervenwerk sein und ich glaube, diese Stelle hier wäre für die Insel ganz gut. Und jetzt sollte ich fürs Erste den Grundriss der Insel bauen. Abgesehen davon, dass ich keine Fire-Resistance-Portions mehr habe. Oh mein Gott, nein. Ich werde doch jetzt hier hoffentlich nicht sterben, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass die drei Minuten der Fire-Resistance-Portions so schnell austicken würden. Zum Glück habe ich aber noch das Totem. Naja, und meine Steaks. Da frage ich mich eigentlich, wieso die rohen Steaks in meinem Inventar jetzt nicht gebraten sind. Würde ja eigentlich nur Sinn machen. Das, was mir jetzt tatsächlich dabei helfen würde, wäre eigentlich Deathstrider, falls das auch in Lava funktioniert, so wie Aqua Affinity. Das habe ich ja in der letzten Folge herausgefunden, als ich eine ganze Bastion in Gold verwandelt habe. Warte mal, wusstet ihr, dass die Füße von Deathstrider unter die Lava gehen? Ich dachte jetzt nicht, dass sie wie Jesus übers Wasser laufen würden, aber irgendwie ist mir das noch nie aufgefallen. Normalerweise schwimme ich ja auch nicht unter der Lava rum. Alles klar, ich hoffe, ich habe genug Netherrack platziert und die Insel wird nicht komplett Garbage aussehen. Und das heißt, ich kann anfangen, den Sand zu platzieren. Ich finde immer noch, dass Sand mit einem Shade wirklich geil aussieht. Komisch finde ich es nur, dass irgendwo die Blöcke unsichtbar sind, wenn ich sie platziere. Wieso ist das so? Wieso kann ich durch die Lava schauen? Jetzt ist auf jeden Fall erstmal der Sand an der Reihe und naja, ich muss raten, wo ich jetzt Netherrack platziert habe und wohne nicht. Und ich glaube, es wäre viel smarter, zuerst den Sand am Rand zu platzieren. Dann weiß ich nämlich, wo er ist. Ich bin auf jeden Fall fertig und ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Es sieht ein bisschen unnatürlich aus, abgesehen davon, dass es eine Insel im Nether sein soll. Schreibe auf jeden Fall in die Kommentare, wie das für dich aussieht. Aber jetzt muss ich das Ganze erstmal ausfüllen. So sieht das Ganze schon viel besser aus, aber es ist noch relativ dunkel und ich glaube, was mir dabei helfen würde, wäre ein Glowstone. Denn das findet man im Nether und ich glaube, das ist doch natürlicher, als irgendwie Fackeln zu platzieren. Für das Erste muss ich aber einfach mal schauen, dass die Insel nicht ganz so flach ist. Oh mein Gott, nein, 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 das habe ich nicht hervorgesehen. Ich habe nicht mit einberechnet, dass Ghast mich angreifen würde. Zum Glück habe ich das getroffen. Ich habe nämlich gerade keine Pfeile dabei. Aber ich muss schon sagen, die Insel sieht immer besser und besser aus. Während sie am Anfang noch so etwas wie ein Quadrat war und dann eine flache Fläche, ist sie jetzt eine nicht mehr ganz so flache Fläche. Aber es ist immer noch irgendwie ein Quadrat. Ich finde auf jeden Fall, die Insel könnte noch ein bisschen größer sein. Das heißt, ich werde sie in diese Richtung und in diese Richtung noch ein bisschen vergrößern. Und das heißt, ich darf noch mehr Fire Resistance trinken und noch mehr Netherrack sammeln. Außerdem mache ich mir das Ganze ein bisschen einfacher. Ich weiß ja, dass der Sand hier außen weiter oben sein wird. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Das heißt, der Netherrack muss gar nicht da unten platziert werden, damit der Sand hier sein kann. Das heißt, ich kann den Netherrack hier platzieren und das heißt, ich bin nicht ganz so langsam, weil ich nicht in der Lava rumschwimmen muss. Wenn ich das Ganze dann mit Sand ausbaue, dann sollte die Insel auf jeden Fall viel größer sein. Also mache ich das jetzt erstmal. Ja, oder ich schwimme einfach in Lava. Das Ganze sieht jetzt auf jeden Fall viel besser aus, aber es sieht noch nicht wirklich wie eine Insel aus. Da fehlen nämlich noch ein paar Dinge. Zum Beispiel irgendein natürlicher, komischer Hügel, der hier ohne Grund da ist. Oder zum Beispiel eine kleine Einkerbung hier. Ist natürlich sehr natürlich, dass beide Dinge auf der gleichen Seite sind. Und ich finde, die Einkerbung ist ein bisschen zu klein, also mache ich sie ein bisschen größer. Und sie kann natürlich noch ein bisschen tiefer sein. Finde ich jetzt auf jeden Fall viel realistischer. Abgesehen davon, dass das Ganze hier sehr unrealistisch ist. Und der Hügel könnte ja noch viel größer sein. Abgesehen davon, dass er auf der anderen Seite gehört. Jetzt, wo ich es mir recht überlege, ich glaube, es fehlt noch ein bisschen Sandstein und gelber Sand. Das heißt, ich darf jetzt noch mal in die Oberwelt fliegen. Ich weiß natürlich auch ganz genau, wo ich meinen gelben Sand herbekomme, weil es ja so ein Mesabiom neben meiner Creeperfarm gibt. Und zu Hause sollte ich wahrscheinlich auch noch nachschauen, weil ich ein paar Steaks brauche. Das Problem mit dem Essen ist jetzt gelöst. Das heißt, ich muss nur noch zur Creeperfarm. Da ist noch schon die Creeperfarm. Das heißt, das Mesabiom sollte jetzt in der Richtung sein. Ja, da habe ich auf jeden Fall richtig getippt. Und hier ist das Mesabiom. Und hier ist mein gelber Sand. Auch wenn er vielleicht orange ist. Aber ich glaube, ein paar weitere Kakteen sollten nicht schaden. Das sollten wir nur Kakteen sein und ich hoffe, ich kann jetzt endlich die Insel bauen. Ich kann wirklich nur hoffen, dass es der orange Sand wert war und dass er gut aussehen wird. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo ich hier reinarbeiten soll. Vielleicht kann ich es so aussehen lassen, als ob die Lava irgendwie in die Insel reingelaufen wäre und sich der Sand daneben auch ausgefärbt hätte. Irgendwie sowas. Wäre auf jeden Fall gar nicht so unrealistisch. Und ich finde, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich hätte wirklich Schlimmeres erwartet. Das heißt, ich mache das jetzt an ein paar weiteren Stellen. Alles klar, ich finde, das ist genug orange Sand. Naja, es sah am Anfang irgendwie besser aus als jetzt, aber ich kann nicht wirklich bauen. Es ist wenigstens eine gute Idee. Okay, ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie orange Sand benutzt hat, weil irgendwie Lava in Sand reingeflossen ist oder so. Und das heißt, als nächstes kann ich das Pack-Eis benutzen und, äh, uff. Es sieht auf jeden Fall interessant aus und könnte vielleicht ein bisschen besser aussehen. Ich finde, hier kann doch ein Hügel hin und ich denke, ich kann hier und da einfach Kakteen platzieren. Und mit den ganzen Kakteen sieht das Ganze schon viel belebter aus. Als nächstes ist also der Dschungelteil an der Reihe und ich kann wirklich nur hoffen, dass es gut aussehen wird. Ah ja, ich habe nie gesagt, dass ich gut bauen könnte, aber ich denke, ein paar Kakaobohnen könnten das Ganze noch ein bisschen aufbessern. Und ich würde sagen, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Aber ich denke, ein weiterer Baum hier vorne könnte nicht schaden. Also gut, wenn euer Biologie-Lehrer euch fragt, wie eine Palme aussieht, zeigt ihm einfach dieses Bild hier. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und mein Bestes ist wirklich schlecht. Vielleicht können ja Kakaobohnen helfen. Und Ranken sollten wahrscheinlich wirklich helfen. Ich kann wirklich nur hoffen, dass die Bäume nicht anfangen zu brennen. Und ich finde, mit den Ranken sieht das gar nicht so schlecht aus, abgesehen davon, dass ich sowieso nichts sehe, weil das hier so dunkel ist. Das heißt, als nächstes sollte ich ein bisschen Glaustern sammeln, wenn ich auf dem Glaustern landen könnte. Das ist wirklich schwerer, als es aussieht, glaubt mir. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch in die Insel einarbeiten, ohne dass es absolut komisch aussieht, dass hier einfach so Glaustern auf dem Boden liegt. Ja, das sieht auf keinen Fall total komisch aus. Aber wenigstens kann man jetzt den Baum erkennen. In meiner Vorstellung sah das Ganze tatsächlich besser aus, ähm, und zwar wie eine Oase und nicht unbedingt wie, keine Ahnung was das ist, irgendeine Insel im Nether mit ein paar Kakteen, mit ein bisschen orangenen Sand, äh, mit zwei komischen Bäumen und Glowstone im Boden, Aber naja, es ist, was es ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich habe bis jetzt ein Dorf in Eisen und eine Bastion in Gold verwandelt. Was jetzt also noch fehlt, ist ein Pillager-Outpost aus Emerald-Blöcken. Und dafür werde ich eine gigantische Trading Hall bauen müssen. Ich war hier schon etwas länger nicht mehr, aber trotzdem weiß ich, was ich heute machen werde. Und du wahrscheinlich auch, also brauche ich dir das gar nicht zu erklären. Für den Anfang sollte ich diesen Berg wahrscheinlich ein bisschen aufräumen, ich meine Weizen und so und kleine Hügel brauchen wir gar nicht, die Häuser auch nicht, denn ich werde was eigenes hinbauen. Das heißt, ich darf das Ganze jetzt erstmal einfach abbauen. Alles klar, das Haus ist jetzt fertig und ein Creeper hat mir vielleicht dabei geholfen. Jetzt fehlen nur noch zwei weitere kleine Häuser und vielleicht noch das Haus von den Kühen. Und damit ist das zweite Haus fertig. Und damit ist auch das dritte Haus fertig und jetzt kann ich endlich das Haus von den Kühen abbauen. Jetzt wo ich das Ganze ein bisschen aufgeräumt habe, kann ich endlich anfangen, den Berg zu begradigen. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Und vielleicht fragst du dich ja, wieso ich hier alles mögliche abreiße und den Berg begradige. Ich brauche hier Emeralds für einen Pillager Outpost und die werde ich nicht unbedingt in Bergen suchen. Das heißt, ich werde die ganzen Emeralds ertraden. Und damit ich so effizient wie möglich trade, brauche ich eine Trading Hall. Alles, was mir da noch fehlt, ist der Effekt Hero of the Village und ein paar Villager, die ich aus Zombies wieder zurück verwandelt habe. Natürlich muss die Trading Hall gut aussehen und weil ich ja schon eine Eisen- und eine Goldfirm habe, habe ich mir gedacht, dass ich den Boden aus Eisen machen werde. Und die Hütten von den Villagern mache ich dann aus Gold. Ich würde natürlich auch mit meiner Elytra losfliegen, aber sie ist schon fast kaputt. Also heißt das, dass ich sie erstmal, naja, reparieren muss. Und das Ganze könnte ich vielleicht auch ein bisschen humaner machen. Aber mittlerweile ist es doch ein bisschen zu voll hier drin und ich brauche auch noch was zu essen, also werde ich doch ein paar Kühe schlachten. Das Gehege ist jetzt wieder ein bisschen freier, um das mal nett auszudrücken und ich kann mir ein paar Steaks in die Öfen klatschen. Ich kann jetzt außerdem endlich losfliegen und das Eisen holen. Ich habe auf jeden Fall mehr als genug mitgenommen und das heißt, ich kann anfangen die Trading Hall zu bauen. Mittlerweile bin ich damit fertig geworden und hier sollte ich das auf jeden Fall noch ein bisschen besser aussehen lassen. Das heißt, ich sehe euch gleich wieder. Jetzt sieht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen besser aus, aber ich finde, was die Sicht noch ein bisschen stört, ist die Eisen-Farm dort vorne. Das heißt, die werde ich jetzt auch noch zusammen mit der Zuckerrauffarm abreißen und dann kann ich endlich das Gold holen und weitermachen mit der Trading Hall. Was ich jetzt machen werde, ist die ganzen Villager befreien. Naja, befreien werde ich sie nicht wirklich, ich werde ihren Raum vergrößern, wo sie sich vermehren können. Das heißt, die ganzen Villager werden in einem großen Raum rumgammeln, dort werden noch ein paar Betten sein und sie werden auch noch was zu essen bekommen. Sobald ich dann einen Villager habe, lasse ich ein paar Zombies rein, damit sie alle zombifiziert werden. Sobald sie dann alle Zombies sind, kann ich sie alle heilen und habe dadurch viel bessere Trades. Das heißt, jetzt muss erst mal ein großer Raum her. Jetzt muss ich die Villager noch freiräumen, ein paar Betten platzieren und ihnen was zu essen geben. Es ist natürlich echt perfekt, dass jetzt Nacht ist, weil die ganzen Villager dann nicht rauslaufen werden, wenn ich alles abbaue. Das einzige Problem, was ich habe, ist, wenn sie einen Zombie sehen. Denn dann wachten sie ja alle auf und rennen rum wie Affen. Ich habe hier nicht unbedingt eine Farm mit Schafen, so wie mit den Kühen, aber ich weiß, wo ich trotzdem Betten herbekommen werde. Denn ich musste ja schon mal ganz viele Villager für ein paar Eisenfarmen herstellen. Ich hatte hier auf jeden Fall total viele Betten. Und auch noch total viele Villager. Aber ich habe absolut keine Lust, die rüber zu holen. Das heißt, ich klaue einfach ihre Betten und lasse sie hier alleine. Das wäre dann auch geklärt. Und zu legendären Trading Hall kommen wir auch immer näher. Auch wenn dieser Kasten jetzt vielleicht nicht ganz voll geworden ist, sind es dann wahrscheinlich doch genug Villager. Und ich kann die Villager jederzeit herausholen und dann die Betten einfach neu platzieren. Also ist alles, was ihnen fehlt, einfach nur noch ein bisschen Brot. Und ich habe ja in meinen Kisten irgendwo genug Heuballen, weil ich ja die ganze Zeit Dörfer ausraube. Die Frage ist nur, wo die ganzen Heuballen hin sind. Und da sind sie auch schon. Das heißt, jetzt kann ich mir mehr als genug Brot craften und damit sollten die Villager auch mehr als genug Essen haben. Diese dreieinhalb, sechs Brote sollten dann auch umgerechnet ein Stack und 10,3 Kinder sein. Naja, oder halt auf Deutsch einfach 74 weitere Villager. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch irgendwie gerecht verteilen. Ist irgendwie ein bisschen komisch, so eine Art Sprengkleranlage mit Brot zu sein. Aber wäre auf jeden Fall ganz interessant, wenn es das Ganze in Minecraft geben würde. So ein kleiner Sprengkler der Villager die ganze Zeit essen gibt. Aber gut, die ganzen Villager lieben sich schon und das heißt, ich sollte aus diesem Gehege, naja, oder wohl eher Netherack-Kasten, rausgehen und sie alleine lassen. Und während die Villager jetzt im Kasten rumtanzen, genauso wie die kleinen Babys, die auf den Betten rumhüpfen, kann ich mir das Gold aus der Goldfarm holen und damit die Trading Hall weiterbauen. Das Pferd ist übrigens immer noch hier. Das Problem ist nur, wenn ich die Goldfarm nicht finde, aber weil ich so schlau bin, sollte das kein Problem sein. Abgesehen davon, dass ich mir einfach aufgeschrieben habe, wo ich die Goldfarm gebaut habe. Und dieser komische Magma-Block-Würfel sieht übrigens immer noch sehr nice aus. Und jetzt sollte ich mehr als genug Gold dabei haben. Und dann bin ich auch schon wieder. Und jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das Ganze bauen werde. Und ich glaube, so ein Design passt auf jeden Fall. Wenn das Ganze dann am Ende so aussieht, dann würde ich eigentlich wirklich zufrieden sein. Aber das Ganze muss ich jetzt noch ein bisschen weiter strecken und dann kann ich endlich anfangen zu traden. Das Gute dabei ist jetzt auch noch, dass ich hier hinten einfach immer zwei Löcher reingraben kann und dann kann ich die Wand von der vorherigen Reihe einfach mit benutzen. Ich würde sagen, dass das echt effizient ist. Mittlerweile habe ich das Design auch ein bisschen verbessert. Ich meine ja, das ist immer noch sehr verschwenderisch, weil ich Goldblöcke benutze, aber ich habe halt einen schlechten Geschmack und ich finde das super aus. Abgesehen davon, habe ich jedes Mal die Goldblöcke entfernt an Stellen, wo sie nicht gebraucht werden, damit die Villager nicht ausbrechen können. Das Design sieht auf jeden Fall viel besser aus. Man sieht zwar gar nichts, weil es Nacht ist, aber das ist kein Problem und ich finde, das Design sieht auf jeden Fall viel geiler aus, weil das Ganze nicht mehr so ein Kasten ist, sondern so ein diagonales Ding ist. Keine Ahnung, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus und ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass ich mich dafür entschieden habe. Was ich als nächstes machen werden muss, ist tatsächlich einfach warten, bis sich die Villager multipliziert haben. Was ich dann als nächstes machen kann, alle zombifizieren, danach alle heilen und in dieser gigantischen Trading Hall einsperren. In der letzten Folge haben so einige Leute Kommentare mit Melonen geschrieben und falls du das nächste Mal auch ins Video willst, dann schreib mir eine Idee für die nächste Folge zusammen mit einer Ananas am Ende. Eigentlich wäre es noch ganz gut zu wissen, wie viele Villager hier überhaupt reinpassen, denn dann kann ich auch abschätzen, wie viele ich, naja, produzieren muss. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Insgesamt passen hier also ungefähr 154 Villager in diese gigantische Trading Hall und das heißt, ich werde so einige Emeralds scheffeln können. Wenn ich einmal mit allen Villagern getradet habe, werde ich wahrscheinlich auch genug Emeralds haben für den ganzen Outpost, aber das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Ich weiß jetzt also, wie viele Villager in die Trading Hall reinpassen. Was ich aber jetzt noch machen muss, ist immer einen Teil zombifizieren und den dann rausholen, in die Trading Hall packen, die Villager sich danach wieder multiplizieren lassen, wieder teilen, zombifizieren und wieder in die Trading Hall packen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ausrechnen, wie viele Betten das sind und dann in drei Teile teilen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass zwei Villager ein Kind bekommen. Das heißt, wenn ich zwei Drittel Villager habe und die alle ein Kind bekommen, dann bekomme ich das eine Drittel wieder, was ich schon in die Trading Hall gepackt habe. Das heißt, ich habe hier 33 Betten und also 33 Villager hier. Und das heißt, ich kann jedes Mal elf Villager hier rausholen und die die Trading Hall packen. Ich muss jetzt also nur noch elf Betten abzählen und sobald die alle voll sind, die Villager zombifizieren und rausholen. Und das hier wird also immer der Teil sein, den ich rausholen werde, sobald ich ihn zombifiziert habe. Was ich jetzt aber auf jeden Fall erstmal als Vorbereitung brauche, ist ein Schwächgetrank. Und dafür brauche ich ein fermentiertes Spinnenauge. Hier habe ich meine Spinnenaugen und jetzt fehlt mir nur noch Zucker und Pilze, die ich irgendwo herbekommen muss. Am einfachsten kriege ich die Pilze wahrscheinlich aus einem Dark Oak Biom, wo, naja, die ganzen Pilze rumstehen. Das heißt, ich darf jetzt erstmal danach suchen. Oder ich finde einfach ein Dorf, wo ich die ganzen Heuballen mitnehmen kann. Ohne Shader kann man übrigens viel mehr sehen. Die Heuballen, die ich gerade einsammle, sind eigentlich auch sehr wichtig. Weil ich den Villagern nur genug Brot für ungefähr 54 Kinder gegeben habe. Und das reicht ja nicht für die ganzen Trading Haul. Aber ich finde hier wirklich mehr als genug Heuballen. Also sollte das kein Problem mehr sein. Und gleichzeitig habe ich noch ein bisschen mehr Essen für die Kühe. Und Wolle für weitere Betten kriege ich ja auch noch. Selbst wenn ich also extremst lange brauchen würde, um dieses Dark Oak Biom zu finden, habe ich wenigstens sehr viel mehr Wolle für sehr viel mehr Betten. Das Ganze wird nur problematisch, wenn ich keine Raketen mehr habe. Und ich bin auf dieses Biom hier gestoßen und hier sollte es eigentlich definitiv Pilze geben. Ich hoffe jedenfalls. Da sind sie auch schon und damit sollte ich mir eigentlich schon das fermentierte Auge craften können. Ich kann es jedenfalls jetzt schon ausprobieren. Und es geht tatsächlich. Ich denke ungefähr ein Stack Pilze sollte ausreichen und das heißt, ich kann jetzt einfach wieder nach Hause fliegen. Naja, oder ich stoße einfach auf einen weiteren Outpost. Der Loot hier drin ist, sagen wir mal akzeptabel. Und da sind wir wieder in der Base, aber das Ganze sieht echt schlecht aus und ich muss unbedingt den Shader wieder anmachen. Jetzt sieht Minecraft endlich wieder so aus, wie es eigentlich aussehen sollte. Und es wird gerade perfekt wieder Nacht, was heißt, dass ich mir ein paar Spinn-Augen gönnen kann. Ich glaube, das sollten fürs Erste genug Spinn-Augen sein. Und das heißt, ich sollte mich als nächstes um Goldäpfel kümmern, weil ich natürlich Goldäpfel brauche, um die Villager, die zu Zombies wurden, wieder zu entzombifizieren. Und der Farmer verkauft tatsächlich Äpfel. Jetzt habe ich schon ganze 20 Äpfel und weil ich so viel Gold habe, kann ich sie natürlich alle in Goldäpfel verkraften. Und so viele Goldäpfel hatte ich wirklich noch nie. Das heißt, als nächstes werde ich warten müssen, bis es Nacht wird, dann kann ich das Ganze absperren, dann kann ich alle Villager hier in Zombies verwandeln, wieder entzombifizieren und dann endlich in die Trading Halle packen. Jetzt ist es endlich soweit und das heißt, ich kann die ganzen Villager trennen. Das einzige Problem, was ich haben werde, ist, wenn in dem Gehege ein Eisengolem spawnt. Das heißt, ich muss das Ganze hier mit Slabs verzieren. Jetzt sollte ich hier kein Eisengolem spawnen oder reinkommen können. Das heißt, ich brauche nur noch einen Zombie und den habe ich mir hier übrig gelassen. Dann muss ich ihm nur noch einen Weg bauen, damit er ins Gehege kommt. Und jetzt muss ich ihn nur noch freilassen und beten, dass er nicht runterfallen wird. Und jetzt kann er anfangen, alle Villager zu essen. Ich muss nur ganz kurz weglaufen, damit der Zombie auch wirklich anfängt, die ganzen Villager zu essen. Und das hat anscheinend noch nicht geklappt. Kurz wegzufliegen sollte das Problem lösen. Das einzige Problem, was ich dann habe, ist, dass der Zombie die spawnen könnte. Oder dass er einfach von einem Eisengolem durch die Wand getötet wird. Das heißt, ich darf das Ganze jetzt nochmal machen. Ich habe das Ganze endlich geschafft und tatsächlich kann der Zombie einfach Holz in der Hand halten. Das heißt, ich fliege jetzt einfach weg, hoffe, dass der Zombie seine Aggro verliert und er kann nicht die spawnen, weil er ja den Block in der Hand hält. Ich bin jetzt wieder da. Tatsächlich greift der Zombie jetzt die Villager an. Das Problem ist nur, dass sie die ganze Zeit rumlaufen können. Das heißt, ich brauche unbedingt ein paar Boote und das lässt sich auf jeden Fall lokalisieren. Und jetzt sind alle endlich in Booten. Das heißt, ich kann den Zombie freilassen und dann schnell wegrennen. Und mittlerweile ist das ein bisschen komisch. Der Zombie ist irgendwie bei den Booten stuck und es ist ein alter Eisengolem gespawnt. Das heißt, ich sehe euch, wenn alle zu Zombies geworden sind. Alles klar, mittlerweile sind alle Zombies und der einzelne Zombie lebt auch noch. Das heißt, ich kann den Zombie jetzt einfach töten und dann alle mit Schwächentränken beschmeißen und sie danach curen. Was ich jetzt brauche, sind ein paar Braustände und noch ein paar Glasflaschen. Die muss ich jetzt noch mit Wasser befüllen. Dann fehlt noch ein bisschen Blaze Powder und alles kann losgehen. Und irgendwann funktioniert das nicht mit den fermentierten Spinnenaugen. Vielleicht brauche ich gar keine Orkod Potion, also versuche ich es gleich nochmal. Und wenn ich es mit ganz normalen Glasflaschen versuche, dann geht es auch direkt los. Das heißt, ich darf jetzt ein paar Orkod Potions trinken. Und jetzt habe ich hier die Weakness Potion. Muss sie aber noch schmeißen können, das heißt, jetzt fehlt noch Gunpowder. Und jetzt muss ich die Potions nur noch schmeißen. Hier dann auch noch eine. Und dann kann ich anfangen, sie alle wieder in Villager zu verwandeln. Ich hoffe, ich habe keinen einzigen Zombie vergessen, weil es wirklich ärgerlich sein würde. Und ich sehe euch dann gleich wieder. Und die ersten Villager haben es geschafft und ich habe auch gerade eben das Zombie-Doktor-Achievement bekommen. Das Geile ist ja vor allem, weil ich hier in der Mitte rumgammel, werden die Zombies nicht wieder die Villager angreifen, weil sie mich die ganze Zeit priorisieren. Dieser eine Zombie-Villager hat es geschafft, nicht zum Villager zu werden und das heißt, er wird sterben müssen, weil er sonst den anderen Villager hier tötet. Das heißt, ich muss jetzt alle nur noch aus den Booten befreien und dann kann ich sie endlich in der Nacht in die Trading Hall schicken. Ich habe es leider nicht geschafft, das aufzunehmen, aber der erste Villager ist schon losgefahren. Jetzt muss ich das Ganze nur noch abbauen und kann ihn dann einfach einsperren. Und jetzt ist er für immer da gefangen, er kann nichts mehr machen, er wird mit mir traden müssen und ich werde ihn einfach ausbeuten können. Eine ganz nice Taktik ist auf jeden Fall, dass ich hier einfach vor das Minecart-Boot hinschmeißen kann und dann gehen die Villager freiwillig ins Minecart und das heißt, ich muss sie gar nicht reinquetschen. Und das hier ist jetzt der letzte Villager, der losfahren muss, damit alle Villager, die einmal ein Zombie waren, in der Trading Hall ankommen. Und jetzt ist auch er verpackt. Jetzt muss ich sie nur noch so einbauen und dann das Minecart zerstören. Das heißt, ich muss das vielleicht ein bisschen anders machen. Ich platziere hier einfach Blöcke und da auch noch und dann zerstere ich das Minecart. Und dann bleibt er auch in seinem Loch. Das muss ich jetzt nur noch mit den anderen 10 Villagern wiederholen und naja, danach mit den restlichen. So sieht das Ganze jetzt ungefähr aus. Ich musste wirklich viele Blöcke platzieren, damit die Villager nicht rausglitschen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nervig und das Design hat hier tatsächlich auch noch einige Probleme, weil die Villager einfach hinten rauskommen können, weshalb ich hier die Blöcke platzieren muss. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Aber trotzdem etwas total langweiliges. Also sehe ich euch wieder, wenn es wieder interessant wird. Ich habe jetzt mittlerweile zwei oder eher gesagt vier Reihen voll gemacht, aber das ist auch gelogen, weil hier ein ganzer Villager fehlt. Wenn ihr euch mal die Traits anschaut, dann werdet ihr sehen, dass die eigentlich schon recht gut sind. Aber ich glaube, mit dem Effekt Hero of the Village werden sie noch viel besser sein. Das heißt, ich muss jetzt noch einmal einen Raid machen. Und das heißt auch, ich werde euch endlich mal den Outpost zeigen können, den ich in Emerald-Blöcke verwandeln möchte. Denn dort werde ich jetzt erstmal hinfliegen, um einen Pillager mit einem Banner zu töten. Da vorne ist auch schon der Outpost und jetzt muss ich nur noch die Pillager töten. Und es ist einfach direkt einer mit einem Banner gespawnt, aber ich komme nicht an den Rand wegen den ganzen Pfeilen. Und schon kann ich den Raid anfangen. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich hierhin geflogen bin und jetzt wird der Raid hier stattfinden, obwohl hier die ganzen Villager von der Trading Hall sind. Das heißt, ich muss das Ganze so schnell wie möglich zubauen. Die Villager sollten jetzt einigermaßen sicher sein. Vor ihnen sind Wände. Ich glaube, Pillager können nicht durch Glas schauen. Und das heißt, ich sollte mich jetzt endlich dem Raid widmen können. Ich habe absolut keine Ahnung, wo die Pillager bleiben. Und das heißt, dass ich einfach noch mal zum Pillager Outpost fliege und dann aber in die Eisenstadt gehe, wo die ganzen Eisen-Villager auf mich warten, die mir helfen können, die ganzen Pillager umzubringen. Und diesmal bin ich zum Glück an den richtigen Ort geflogen. Hier ist übrigens ein einziger Villager, der überlebt hat. Alle anderen Villager sind jetzt Eisen-Villager oder sind auf magische Weise gestorben. Und damit ist die erste Wave zu Ende. Den Rest kann ich euch aber ersparen, weil ich auf eine Pillager boxen werde. Und das heißt, ich sehe euch, wenn ich wieder traden kann. Ich habe jetzt endlich den Effekt Hero of the Village, habe mir drei Tote Rüste zu verdient und 25 Emeralds. Das heißt, jetzt kann ich anfangen, die Weapon-Smiths hochzuleveln und ihnen Eisen zu verkaufen, damit ich noch mehr Emeralds habe. Ich kann mein Eisen einfach doppelt so teuer verkaufen. Das ist wirklich krass. Und ich frage mich eigentlich, wie das bei den zombifizierten Villagern aussieht. Weil bei denen kostet ein Eisenschwert nur noch ein Emerald statt 10. Wow. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen Eisen bei den Villagern trade, dann habe ich wieder Emeralds, das ich auf der anderen Seite traden kann. Jetzt konnte ich diesen Villager hier hochleveln und er verkauft mir tatsächlich Emeralds und Eisen. 1 zu 1. Das ist extremst teuer. Ein Outpost besteht wahrscheinlich aus drei Stacks Blöcken. Das heißt, ich hole mir irgendwo drei, vier, vielleicht auch fünf Stacks Emeralds Blöcke und danach sehe ich euch wieder, wenn ich den Outpost in Emeralds verwandeln kann. Nach viel zu langer Zeit bin ich endlich hier und kann anfangen, den Outpost mit Emerald-Blöcken zu ersetzen. Das Dach ist jetzt schon mal fertig. Ich wurde auch noch von keinen Villagern beim Bauen gestört und es sieht auf jeden Fall sehr nice aus, aber jetzt muss ich erstmal alles fertig bauen. Sowas habe ich nie erwartet. Ich meine, der Emerald-Block an sich sieht eigentlich gar nicht so gut aus. Nie so gut wie die Eisen oder die Goldblöcke, aber dennoch glänzt er in der Sonne und das ist alles, was zählt. Ich will diese gigantische Endinsel innerhalb von nur sieben Tagen in den Leather verwandeln und deshalb ist es meine erste Mission und Netherite zu sammeln, um damit die Endinseln zu behüllen. Weil ich aber seit 6 Folgen immer noch eine Diamant-Rüstung habe, fliege ich erstmal auf Höhe 14, um Ancient Dabry zu suchen. Aber zusammen mit den 2 Ancient Dabry, die ich irgendwann mal in irgendeiner Bastion gefunden habe, ist das definitiv noch nicht alles, was ich brauchen werde. Denn abgesehen davon, dass eine Netherite-Rüstung schon lange überfällig ist, muss ich auch noch meine Spitzhacke damit verbessern, Efficiency 5 draufpacken und irgendwie an einen Beacon rankommen. Und ich sollte mir wahrscheinlich eine zweite Spitzhacke holen, auf der ich Silk Touch habe, damit ich jetzt schon anfangen kann, Quarz und so zu sammeln. Außerdem ist mir eingefallen, dass ich ja schon 4 Ancient Dabry gesammelt habe und das alles ist, was ich brauche, um eine Netherite-Spitzhacke zu machen. Das heißt, ich glaube, ich gehe jetzt schon mal in die Base, mache aus meiner Diaspitzhacke eine Netherite-Spitzhacke und gucke, dass ich eine weitere Silk Touch-Spitzhacke herbekomme. Und das heißt jetzt erstmal, alles klar, das Ganze ist jetzt fertig. Und zusammen mit einem Smithing-Table kann ich jetzt einfach meine Spitzhacke upgraden. Ich habe leider in keiner einzigen Shalker-Chest eine Diaspitzhacke und wollte gerade eben schon ins End gehen, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich jetzt schon einen Toolsmith aufleveln, mir einfach eine Diaspitzhacke kaufen und sie direkt mit Silk Touch entscharten kann. Und das bedeutet, dass mir nur noch eine einzige Sache fehlt, bevor ich anfangen kann, die Endinsel zu verändern. Aber ich werde es euch noch nicht verraten. Denn ich glaube, es wird offensichtlich genug sein, sobald ich angekommen bin. Hier steht übrigens immer noch die Insel, die ich vor ein paar Folgen gebaut habe. Ich meine, wo soll sie auch hingehen? Sie hat ja gar keine Beine. Im Netherforge ist angekommen, wollte ich dann Wuterskelette fahren. Und zwar so lange, bis ich drei Wuterskulls bekommen habe. Alter, damit habe ich einfach meinen ersten Skull bekommen. Richtig geil. Oh mein Gott, das Ganze ist gerade extremst gefährlich. Ich brenne einfach, werde von irgendwelchen Ghasts abgeschossen und gerade eben war da noch ein Wuterskelett unterwegs. Und da ist auch noch ein Magma Cream. Also gut, das war kein Magma Cream, sondern ein Magma Slime. Aber gefährlich war die Situation trotzdem. Und damit habe ich einfach den dritten Wuterskull zusammen. Das heißt, ich muss jetzt nur noch nach Hause fliegen. Und jetzt werde ich die Bücher so lange entscharten müssen, bis ich einfach Efficiency 4 noch einmal bekomme. Und weil ich nicht mehr genug XP habe, werde ich das erste einfach mal in der Trading Hall traden. Ein paar Stunden voller Qualen und Verzauberungen später. Ich konnte leider kein Efficiency 5 Buch und auch kein Efficiency 4 Buch beschaffen, aber ich habe alle Bücher beisammen, die ich dafür brauche. Denn hier ist Efficiency 1. Noch ein Efficiency 1 Buch, ein Efficiency 2 Buch und ein Efficiency 3 Buch. Und damit habe ich jetzt ein extrem seures Efficiency 4 Buch. Und wenn ich das auf meine Spitzhacke packe, dann habe ich nicht genug XP, aber damit habe ich Efficiency 5 beisammen. Endlich ist es soweit. Und als nächstes fing ich dann damit an, die Endinsel mit Netherite zu beschichten. Und damit bin ich einfach mit dem ersten Viertel fertig. Und naja, wenn ich ehrlich bin, tut mir einfach mittlerweile meine Hand weh. Nachdem ich mal wieder so viel Netherite gefarmt hatte, dass all meine Schalkerboxen und mein Inventar voll war, ging ich zurück ins End und fing das zweite Viertel an. Ich habe mal wieder genug Netherite gesammelt, bis meine Netherite Spitzhacke fast kaputt war. Und das ist alles, was ich bauen konnte. Ich habe mehrmals in den Schalker Chests nachgeschaut. Und das heißt, dass ich jetzt auch mal in den Nether gehen und Netherite sammeln muss. Und ja, wer hätte das gedacht, ich habe doch tatsächlich danach Netherite gesammelt und auch noch Ancient Debris gefunden. Das heißt, damit konnte ich mir ein weiteres Netherite Ingot craften. Und es gibt nur eine Sache, die ich damit upgraden werde. Natürlich meine Schuhe. Und jetzt habe ich echt freshe Boots an. Aber es ist wieder Zeit, Netherite zu platzieren. Und meine Hand tut gar nicht so weh, aber es wird trotzdem sehr anstrengend sein. Ich wurde gefühlt zu einer Maschine und platzierte einfach, naja, Netherite, aber danach ging ich in den Nether und es passierte mir ein Fehler. Es ist mir gerade eben schon wieder passiert. Ich bin auf Lava gestoßen und wollte natürlich, naja, ein paar Blöcke platzieren. Habe aber leider meine Schalker Chest einfach in einen Lava See platziert. Und ich habe außerdem keine Fire Resistance Potions dabei. Das heißt, ich werde jetzt mit Absicht sterben, damit mein Totem geprockt wird und ich dann Fire Resistance habe. Jetzt habe ich ganze 30 Sekunden, um herauszufinden, wo ich meine Schalker Chest platziert habe. Und ich kann die Schalker Chest leider nirgendwo sehen. Aber zum Glück habe ich noch ein Totem, also kann ich noch ein bisschen länger danach suchen. Aber hier draußen ist es auch nicht. Das heißt, die Schalker Chest wird wohl leider für immer verschollen bleiben. Alles klar, da bin ich wieder. Und es sieht mittlerweile so aus, als ob ich drei Viertel der Fläche fertig gemacht hätte. Aber das ist auf jeden Fall nicht drei Viertel des Projekts, denn das Projekt ist noch viel größer. Ich werde jetzt erst mal diese Fläche fertig machen müssen. Dann gibt es dort vorne einen einzigen Block, den ich vergessen habe und eine weitere Fläche, die ich vergessen habe. Ich sehe euch auf jeden Fall in ein paar Sekunden. Und mit diesen letzten Blöcken ist endlich drei Viertel der gesamten Fläche geschafft. Aber das ist natürlich komplett gelogen, weil die ganzen Seiten mit Netherack bestückt werden müssen. Und außerdem gibt es hier eine vierte Seite, wo ich keinen einzigen Block Netherack platziert habe. Aber was ich platzieren werde, verrate ich euch noch nicht, weil ich vorerst schlafen gehen musste. Ich hatte nämlich acht Stunden lang an diesem Projekt gearbeitet und hatte auch nur noch sechs Tage, bis ich fertig werden musste. Alles klar, da bin ich wieder, frisch am PC und wieder munter. Und das heißt, ich kann mit dem Projekt wieder weitermachen. Gestern habe ich ja drei Viertel der ganzen Endeinsel mit Netherack bedeckt und man könnte meinen, dass ich jetzt das letzte Viertel machen werde. Aber vorher habe ich noch was anderes vor. Denn ich hatte am vorherigen Tag drei Wither Skulls gefarmt, damit ich jetzt den Wither spawnen könnte, um so an einen Beacon ranzukommen. Da sind auch schon die drei Wither Skulls und das Soul Sand, was ich brauche. Und dann kann ich einfach mal den Wither spawnen. Und ich habe einfach keine Pfeile mehr, das heißt, ich werde ihn jetzt mit dem Schwert besiegen müssen. Und damit habe ich einfach den Wither besiegt und da ist auch schon der Nether Star. Alles klar, das hier ist das Rezept für einen Beacon und das heißt, ich muss erst mal in die Base und dort ein bisschen Sand schmelzen und Obsidian sollte ich dort wahrscheinlich auch noch haben. Hier haben wir auch schon Glas und da haben wir auch das Obsidian. Und damit haben wir jetzt auch den ersten Beacon. Und ich habe auch immer noch fünf Ancient Debris übrig, das heißt, ich kann eine weitere Ausrüstung mit Netherite verbessern. Alles klar, und damit ist jetzt auch mein Schwert aus Netherite. Alles, was jetzt noch fehlt, ist der Beacon und ich glaube, ich sollte ihn in die Mitte stellen. Und ich hätte einfach auch so schön genug Blöcke für den Beacon gehabt, abgesehen davon, dass eine weitere Schicht fehlt. Aber nachdem das erledigt war, hatte ich endlich Haze 2. Mit meiner Efficiency 4 Diamantspitzhacke hätte es so lange gedauert, um einen Obsidian abzubauen und mit meiner Efficiency 5 Netherite Spitzhacke zusammen mit Haze 2 dauert das Ganze nur so lange. Und ich würde sagen, für den Anfang sollte ich mir einen kleinen Obsidian Tower auswählen. Und damit habe ich diesen Obsidian Turm so ziemlich abgebaut und das Ganze hat ungefähr 25 Minuten lang gedauert. Das heißt, um alle restlichen Türme abzubauen, werde ich wahrscheinlich weitere 6 Stunden brauchen. Aber die ganzen Türme nacheinander abzubauen, wäre natürlich nicht nur für mich, sondern auch für euch langweilig. Das heißt, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal ins Endportal und dann ins Netherportal. Und jetzt muss ich nur noch ein bestimmtes Biom finden, nämlich dieses Biom hier. Denn das letzte Viertel der Endinsel werde ich mit Soul Sand und Soul Soil abdecken. Und mit diesen letzten Blöcken ist man wieder ein weiteres Viertel geschafft. Und bevor ich auch nur irgendwas anderes machen würde, wollte ich als erstes den nächsten Obsidian Turm umhauen. Und ich würde sagen, damit bin ich auch mit dem zweiten Obsidian Turm fertig. Und falls es irgendjemanden interessieren sollte, das sind die Blöcke von den zwei Türmen. Die ganze Gegend hier ist nicht ausgeschmückt und eher flach. Die ganzen Türme stehen noch. Die Übergänge zwischen den Biomen sind ziemlich schlecht. Es gibt solche Inseln, die ich noch entfernen muss. Und ich muss die Insel von der Seite noch ausschmücken. Das heißt, ich habe noch einiges vor. Und weil meine Schalkerboxen voller Netherrex, Soul Soil und Soul Sand sind, habe ich mir gedacht, dass ich als nächstes die Seiten von der Endinsel zubauen. Diese Stücke und solche Inseln hier wegspringe. Als nächstes platziere ich also ein bisschen TNT und zündete das dann halt an. Und dann machte es so Boom. Und dann noch so ein paar Mal so Boom, Boom, Boom. Dann kam ich aber auf eine viel effizientere Methode. Und zwar alles einfach mit der Hand abbauen. Außerdem ist mir einfach aufgefallen, dass ich die ganze Zeit den Haste-Effekt nicht hatte. Das heißt, ich sollte den Beacon einfach nochmal umbauen, das nächste Mal, wenn ich eine Insel abbaue. Und damit ich überhaupt wissen würde, wo ich den Beacon hinbauen muss, bin ich ein bisschen rumgeflogen und habe nach Stellen gesucht, die ich noch abbauen kann. Mittlerweile sind einfach viereinhalb Doppelkisten, voll mit Endstein. Echt, was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Damit war ich mit den Mini-Endinseln vorerst fertig und wollte jetzt einen Obsidian-Turm abbauen. Und damit bin ich mit einem weiteren Obsidian-Turm fertig und kann ein weiteres Kapitel dieses Projekts abschließen. Ich habe natürlich noch einiges vor und das hier ist noch lange nicht fertig. Aber für heute bin ich einfach nur extremst müde und will einfach nur noch schlappen gehen. Was ich noch alles machen werde und welche Biome letztendlich auf diese Insel kommen werden, verrate ich euch dann erst morgen. Mittlerweile waren das also schon mehr als 14 Stunden Aufnahme innerhalb von zwei Tagen und ich wollte dieses Projekt so schnell wie möglich noch vor meinem Geburtstag fertig bekommen, aber ich wusste ja gar nicht, was noch alles auf mich zukommen würde. Und hier bin ich wieder am Start und heute habe ich wirklich so einiges vor. Wenn ich das richtig einschätze, könnte ich vielleicht schon heute mit dem Projekt fertig werden und wenn nicht heute, dann auf jeden Fall morgen. Aber wie gesagt, für den heutigen Tag habe ich so einiges vor und ich glaube, ich werde heute damit anfangen, dass ich die Blöcke auch auf der Seite der Insel platzieren werde. Denn mittlerweile habe ich einfach so vier Schalkerboxen, die voll mit Soul Sand oder Netheric sind und die möchte ich echt gern wieder loswerden, damit ich meine Schalkerboxen wieder gescheit benutzen kann. Also platzierte ich wie verrückt Netheric, aber machte das Ganze ziemlich planlos, also war das auch sehr ineffizient und kaum hatte ich kein Netheric mehr in den Schalkerboxen, kniffte ich mir als nächstes das Soul Sand Valley Biom vor. Ich habe jetzt absolut gar keinen Netheric, Soul Sand oder Soul Soul mehr in meinem Inventar oder in den Schalkerboxen und hier rechts sieht man das schon und oh mein Gott, das sieht übelst geil aus. Ich hätte nicht erwartet wirklich, dass das so geil aussehen würde. Ich habe das Ganze noch nicht, naja, im Ganzen gesehen, das heißt, ich werde erstmal die Schalkerboxen abbauen und schauen wir das gleich an. Und das sieht wirklich verdammt geil aus. Ich habe hier und da ein paar Blöcke vergessen. Was mir jetzt noch fehlt, ist natürlich der ganze Rest, aber auch vor allem der Übergang zwischen Netheric und Soul Sand. Und bevor sich irgendjemand wundert, ich werde nicht alles in Netheric verwandeln und es ungefähr so aussehen lassen, denn wie in den anderen Videos will ich auch hier nicht, dass die Endinsel einfach nur zu Netheric und Soul Sand wird, sondern ich möchte so einen gewissen Übergang haben, als ob die Endinsel sozusagen von dem Nether übernommen wurde. Aber fürs Erste musste ich ein paar Schalker für Schalkerboxen boxen und weiteres Baumaterial anholen. Und mit dem Netheric in der Hand baute ich dann den Ring fertig und füllte nach und nach die Seiten aus. Irgendwann fiel mir dann auf, dass ich einfach gerade eben fertig geworden bin. Aber das ist natürlich auch gelogen, denn hier fehlt noch der ganze Soul Sand und dann gibt es auch noch eine kleine Überraschung. Aber ich glaube, um das zu feiern, sollte ich jetzt einfach mal einen Obsidian-Turm abbauen. Und damit bin ich jetzt endlich mal wieder mit einem weiteren Obsidian-Turm fertig. Und das Ganze hat tatsächlich genau eine Stunde lang gedauert. Ich hatte noch nie so lange in drei Tagen hintereinander aufgenommen, aber die Zeit wurde langsam knapp. Und ich bin mal wieder höchst motiviert, an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Außerdem ist mir gestern noch eine Sache aufgefallen. Denn das hier ist das Obsidian von den ersten drei Türmen, die ich gefarmt habe. Und das hier ist das Obsidian von dem vierten Turm, den ich abgebaut habe. Falls mir außerdem jemand nicht glaubt, dass ich ernsthaft die Türme abgebaut habe. Hier ist die Statistik von meinem Obsidian dazu. Ich finde es auch geil, dass die Top vier Blöcke, die ich abgebaut habe, einfach zu diesem Projekt gehören. Das zeigt einfach, wie gigantisch es ist. Und ich bin ja gestern so ziemlich mit dem Nether-Teil fertig geworden. Es gibt hier und da noch ein paar Stützen, die ich später wegbauen werde. Oh, da gibt es ja noch mehr Blöcke, die ich nicht platziert habe. Ach egal, die werde ich später irgendwann platzieren. Aber der größte Teil, der jetzt noch fehlt, ist wahrscheinlich der Soulcent-Teil. Das heißt, ich werde noch einiges farmen müssen und sehe euch dann gleich nach einer 30 Sekunden langen Montage. Das Farmen vom Soulcent war jetzt irgendwie überraschend schnell. Ich habe jetzt ungefähr zwei Schalker-Boxen voll mit Soulcent und auch ungefähr zwei Schalker-Boxen voll mit Soul-Soy. Das sollte wirklich genug sein, also gönnt euch einfach, wie ich an der Endinsel weiterbaue. Alter, ich glaube, ich bin endlich mit den Seiten fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind einzelne Blöcke, wie zum Beispiel hier, die ich nicht platziert habe. Und dann gibt es auch noch eine Überraschung, aber danach bin ich endlich mit den Seiten fertig. Ich habe jetzt gerade eben noch die letzten Blöcke an den Seiten platziert, damit das Ganze auch wirklich clean aussieht. Können wir davon bitte einen Drohnen-Shot bekommen? Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Und das bedeutet nicht nur, dass ich gleich wieder einen Obsidian-Turm abbauen darf, sondern, dass ich auch endlich mit der Oberfläche weitermachen darf. Ähm, Leute, was mache ich gerade und wieso sieht das so komisch aus? Jetzt, wo ich mit dem fünften Obsidian-Turm fertig geworden bin, kann ich euch ja erzählen, dass ich am Ende, wenn ich alle zehn Obsidian-Türme abgebaut habe, etwas Neues hinbauen werde. Aber bevor ich auch nur irgendwas anderes mache, muss ich die Übergänge zwischen Soul Sand und Netherack ein bisschen besser aussehen lassen. Das heißt, ich sehe euch gleich wieder. Ich würde sagen, ich bin mit den Übergängen wirklich zufrieden, aber jetzt kommt eine Sache, vor der ich einfach Angst habe. Denn ich muss tatsächlich zugeben, eine Insel, die zu drei Viertel aus Netherack und ein Viertel aus Soul Sand und Soul Soil besteht, würde ein bisschen langweilig sein, also habe ich mir gedacht, dass ich den Netherack vielleicht auf magische Weise ein bisschen verändern würde. Das Ding ist halt, dass ich das in einem TikTok gesehen habe und nicht nachgeschaut habe, ob die Methode wirklich funktioniert. Wenn sie funktioniert, dauert das Ganze um zehn Minuten, wenn nicht sogar fünf. Wenn sie nicht funktioniert, dann dauert das Ganze drei Stunden. Also hoffe ich auf jeden Fall, dass das Ganze funktioniert. Und was ich für diese Methode brauche, liegt in irgendeiner Schalker Chest. Und das ist ja auch schon, denn hier haben wir ein paar Knochen für Knochenmehl und Nylium. Und was ich jetzt machen können tun sollte, ist ein Nylium platzieren und das Ganze mit Bonemeal vermehren. Ähm, das hat nicht wirklich funktioniert, oder? Eigentlich hätte sich das Nylium ausbreiten sollen, aber anscheinend funktioniert das nicht. Hä? Also gut, ich habe mir gerade eben nochmal das TikTok angeschaut und ich hoffe, es funktioniert einfach. Oh mein Gott, das hat wirklich funktioniert. Ansonsten hätte ich so viel Zeit damit verbracht, einfach nochmal Nylium zu farmen und das Ganze auch noch zu platzieren. Aber ich bin gespannt darauf, wie das Ganze aussehen wird. Also gönnt euch einfach die Montage. Das Ganze ist auf jeden Fall ein Anfang, aber ich wette, am Ende wird das geil aussehen und das ist es wert. Also darf ich jetzt erstmal Knochen farmen. Jetzt gibt es ja so einige Wege, an Bonemeal ranzukommen. Zum Beispiel könnte ich einen Komposter benutzen. Ja, oder ich farme einfach die Knochenblöcke im Nether. Aber auch hier gibt es eine viel effektivere Methode. Und zwar Skelettensparner. Und weil ich letztens ja erst Fire Resistance Potions brauen musste, damit ich Nether gesammeln kann, ohne zu verbrennen, habe ich einfach meine Höhlen gesucht, Redstone gesammelt und nebenbei einfach einen Spawner gefunden. Und das war tatsächlich einfach ein Skelettenspawner. Und hier ist das gute Ding. Und hey, mit diesen zwei Knochen habe ich ja schon alles zusammen, was ich jemals brauchen würde. Da muss ich ja hier gar keine Farmen bauen und die ganze Zeit Skelette farmen, oder? Ja doch, das glaube ich schon. Und ich darf mir jetzt erstmal ein Tutorial anschauen, wie man so eine Farm baut und dann sehe ich euch gleich wieder. Alles klar, da bin ich wieder. Und wie man in den Chests sehen kann, sind sie wirklich voll. Und ich glaube, das ist mehr als genug Knochenmehl, um die ganze Insel in Nylium zu verwandeln und mehr als genug Pfeile, als ich in meinem Leben jemals verschießen werden kann. Das heißt, die Mission war damit auf jeden Fall erfolgreich. Ich bin mittlerweile auch Level 52 geworden. Aber ich glaube, was ich jetzt auf jeden Fall machen sollte, ist es, die Knochen in Knochenmehl zu verwandeln. Aber gut, ich glaube, so viel Knochenmehl sollte für die gesamte Insel reichen. Und falls nicht, wird das ganz lustig sein. Aber jetzt würde ich sagen, dass ich euch gleich wieder bei der Endinsel sehe. Und weil ich jetzt alles beisammen habe, was ich brauche, um an der Insel weiterzuarbeiten, naja, würde ich sagen, dass ich einfach mal an der Insel weiterarbeite. Ich weiß, ihr wisst, was ich als nächstes sagen werde. Aber ich sage es trotzdem, das hier sieht wirklich verdammt geil aus. Und wenn ich mich richtig daran erinnert habe, dann habe ich gestern gedacht, dass ich schon fertig werden könnte. Ist auf jeden Fall ganz lustig, weil ich dachte, dass ich, wenn ich nicht gestern, heute fertig werden würde. Und hier stehe ich. Und, ähm, bin immer noch nicht fertig. Aber gut, das, was ich morgen machen werde, seht ihr dann morgen. Ich habe mir jetzt einfach mal die Freiheit genommen, für den Anfang des fünften Tages ganz kurz zu farben. Und ich muss schon sagen, es ist einiges dabei rumgekommen. Aber es gibt auch sehr viel Müll. Ich würde sagen, ich crafte kurz alle Knochen in Knochenblöcke um und dann sehe ich euch gleich wieder. Das hier ist alles, was ich zusammen craften konnte. Und vielleicht kann ich ja damit die blaue Nyliumfläche heute abschließen. Aber so wie ich bis jetzt alles bei diesem Projekt eingeschätzt habe, glaube ich, dass das noch viel länger dauern wird. Ähm, Leute, ich glaube, ich bin einfach fertig geworden. Und wenn ich ehrlich bin, ist das mega geil. Ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal wieder einen Obsidian-Turm abbaue. Der sechste Turm ist damit auch gegessen und irgendwie muss ich tatsächlich sagen, dass das Obsidian-Turm abbauen zur Normalität geworden ist. Und ich weiß nicht, ob das was Gutes ist oder einfach Komisches. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich euch wieder sehe, sobald ich genug Knochenmehl habe, um auch dieses Viertel in das andere Nylium zu verwandeln. Ähm, Leute, ich glaube, im Vergleich zum blauen Nylium war das mit dem roten viel schneller. Das heißt, ich glaube, die Fläche von dem blauen Nylium ist viel größer. Aber ich bin jetzt endlich mit dem roten Teil fertig und das heißt, ich darf einen weiteren Obsidian-Turm abbauen. Und damit stehen nur noch drei von den zehn Obsidian-Türmen. Kann ich bitte zum Vergleich einen Shot haben, wie das vorher ausgesehen hat? Als nächstes wollte ich die Bäume hochziehen und wenn ich nicht ganz so smart sein würde, dann würde ich natürlich in den Nerva gehen, ein paar Bäumchen abbauen und die hier wieder aufbauen. Aber ich bin natürlich sehr smart und deshalb werde ich hier einfach die Pilze benutzen und sie mit Knochenmehl hochzüchten. Eine wirkliche Taktik hat sich nicht entwickelt, um die Bäume hochzuzüchten. Stattdessen rannte ich einfach rum wie ein Affe, klickte wie verrückt auf die rechte Maustaste und zog die Bäume hier und da hoch, wenn die Stelle etwas freier war. Ich glaube, es gibt eine Sache, die ich in diesem Video noch gar nicht gesagt habe und das ist, dass das einfach komplett geil aussieht. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen und mittlerweile habe ich ja schon fast alle Obsidian-Türme abgebaut, habe die Endinsel von allen Seiten beschichtet und habe zwei Viertel der Endinsel gefilmt und jetzt fehlt natürlich die andere Hälfte. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass das überhaupt nicht einfach wird. Wenn ich das Projekt morgen nicht schaffe, dann habe ich nur noch einen einzigen Tag, um alles fertigzustellen und ich dachte anfangs, dass ich innerhalb von drei Tagen fertig werden könnte. Aber weil ich mit beiden Vierteln relativ schnell fertig geworden bin, würde ich sagen, dass ich mal wieder einen Obsidian-Turm abbauen darf. Und oh mein Gott, das sieht ja wirklich mega geil aus. Eigentlich hatte ich vor, auf die Schnelle noch einen weiteren Obsidian-Turm abzubauen. Aber dieser Turm war nicht nur größer als alle anderen, sondern auch breiter als alle anderen. Weshalb das Ganze zwei Stunden lang dauerte und ich noch bis um 12 Uhr am PC saß. Ich dachte also über alles nach und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich für heute wirklich fix und fertig bin. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach in der Nacht noch irgendwas überlegen müssen. Ich habe kaum noch Zeit, um das Projekt fertig zu machen und ich habe absolut keine Ahnung mehr, was ich bauen soll. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich es überhaupt schaffen werde, dieses Projekt fertigzustellen. Aber ich sehe euch wieder morgen. Komplett übermüdet und immer noch schläfrig stand ich auf, schaltete den PC an, aber ich konnte nicht mehr. Morgen würde mir sicher noch etwas einfallen, also machte ich den PC einfach wieder aus. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Pause wirklich gebraucht habe, aber jetzt bin ich wieder vollkommen motiviert, dieses Projekt endlich fertigzustellen. Alles, was mir jetzt noch fehlt, ist dieses Biom und das hier. Und für beides habe ich mittlerweile eine Idee. Aber die verrate ich euch noch nicht, auch wenn ihr in zwei Sekunden wissen werdet, um was es geht. Denn ich möchte in den Nether. Und hier möchte ich jetzt das Nether Fortress abbauen. Ich würde sagen, das sind genug Nether Bricks fürs Erste. Ein paar Zweine habe ich auch und das heißt, ich muss mir jetzt nur noch die Maße von den Nether Fortresses anschauen und dann kann ich endlich anfangen, sie selbst zu bauen. Alles klar, das wäre jetzt auch geschafft und das heißt, dass ich jetzt wieder nach Hause fliegen darf. Das ist alles, was ich bis jetzt hin zaubern konnte und naja, das ist bis jetzt auch nur eine Plattform, aber hier gammeln auch schon Endermänner rum und das Ganze würde jetzt sehr langweilig sein, wenn ich es bei dieser Plattform belassen würde. Und weil Nether Fortress ist eigentlich ziemlich langweilig und gleich aussehen, denke ich mal, dass ich mein eigenes Design entwerfen werde. Ich habe das Design von den Stützen jetzt auch geändert, ich glaube nicht, dass das so innovativ ist, aber es sieht auf jeden Fall besser aus, als wenn ich nur Nether Bricks benutzen würde. Mittlerweile ist mein Inventar aber so ziemlich leer und ich habe noch einiges vor, das heißt, ich sehe euch wieder, wenn ich am Nether Fortress weiterbaue. Ich würde sagen, dass das Fortress mittlerweile ziemlich gut aussieht und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch hinzufügen sollte. Das heißt, wir kommen jetzt zum nächsten Part, damit ich auch mit diesem Biom fertig werde. Ich habe nämlich eine Schalkerbox voll mit Boneblöcken und das heißt, die werde ich jetzt erstmal platzieren. Ich bin auf jeden Fall nicht nur zufrieden, sondern auch begeistert, wie das Ganze aussieht, denn eigentlich hatte ich vor, nur solchen Müll hier zu platzieren, aber dann bin ich auch auf die Idee gekommen, sowas hier zu platzieren. Okay, ich muss tatsächlich sagen, von oben sieht das irgendwie komisch aus und nicht realistisch. Ich glaube, hier fehlt noch ein bisschen Feuer. Wenn ich jetzt nochmal drüber schaue, dann sieht das vielleicht ein bisschen komisch aus und es sieht ungefähr so aus, als ob hier irgendjemand mit Flintenstil ganz oft gerechtes Klick hätte. Naja, das ist halt auch passiert. Ich kann jetzt nicht unbedingt daran was ändern. Das ganze Feuer löschen kann ich auch auf keinen Fall. Das heißt, ich werde das jetzt so lassen und bevor ich das letzte Biom fertig baue und damit das Projekt endlich fertig bringe, würde ich sagen, dass ich noch ein Element töten muss und dass ich auch noch einen weiteren Obsidian-Turm abbauen werde. Denn es dauert wirklich nicht mehr lange, bis du endlich herausfinden wirst, was ich mit den 10 Obsidian-Türmen anstellen werde. Wenn ich ehrlich bin, hat mir das Obsidian-Turm abbauen irgendwie gefehlt. Das hier ist alles, was ich zusammenkratzen konnte und das heißt, ich kann gleich mit diesem Biom anfangen. Ich glaube, ich kann endlich verraten, was ich hier hinbauen werde und es wird eine Bastion sein. Das heißt, ich muss fürs Erste in den Nether gehen und ein paar Ressourcen einsammeln. Ich habe jetzt mittlerweile einen gewissen Teil der Bastion abgebaut und dabei ist mir aufgefallen, dass eine Bastion hauptsächlich aus Blackstone-Bricks und Basalt besteht. Das heißt, ich suche mir jetzt ein Basalt-Delta-Biom, fahre dort meine Items und sehe euch dann wieder auf der Endinsel. Aber warte, ich habe die Transition vergessen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich wirklich zufrieden bin mit dieser Bastion. Klar, sie sieht so ein bisschen aus, als ob sie einfach jederzeit einstürzen würde, aber ich finde, das ist genug. Ich denke nicht, dass es ganz so geil sein würde, wenn ich jetzt eine gigantische Bastion über die gesamte Insel gebaut hätte, mit zwölf Etagen oder so. Aber es fehlen noch zwei winzige Details und zwar Goldblöcke und Thronen. Alles, was jetzt noch fehlte, waren ein paar Details auf diesem Viertel und deshalb, dass ich einen gigantischen Lavasee zusammen mit ein paar Adern aus Quarz und Gold. Ich denke, ich habe das Beste aus dieser Insel rausgeholt, weil ich ja nicht mehr ganz zu viel Zeit habe und wenn ich hier total viel Zeit verschwende, dann schaffe ich es nicht, mit dem Obsidian-Turm abzubauen und etwas Extremes Geiles aus den 10 Obsidian-Türmen zu bauen. Bis jetzt habe ich schon 9 Obsidian-Türmen abgebaut, aber jetzt ist die Zeit gekommen, den letzten Obsidian-Turm abzubauen. Damit war also der letzte Obsidian-Turm gegessen und ich konnte anfangen, meinen eigenen zu bauen. Deshalb bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und falls du noch nicht genug hattest, musst du dir auf jeden Fall das 100 Tage Hardcore-Wüsten-Video-Gun, wo das Überleben besonders schwer war, weil die ganze Welt mit einer gigantischen Wüste ersetzt wurde. Ich habe mich schon immer gefragt, ob man in einer Hardcore-Welt 50 Tage lang überleben kann, die nur aus einem Wüstenbiom besteht, denn dort gibt es abgesehen von Zombie-Flesh und Kaninchen kaum was zu essen. Es wachsen auch nicht mal Bäume, also gibt es gar kein Holz. Von allen Challenges, egal ob mit Parasiten oder einem Skyblock, war diese die härteste. In meiner neuen Welt holte ich mir erstmal Zuckerer und konnte meinen Augen nicht glauben, als ich mich umschaut. Innerhalb von Sekunden hatte ich ein Dorf gefunden und kaum drehte ich mich um, erblickte ich ein weiteres. Aber auf dem Weg zum ersten Dorf verging meine Freude, während ich tote Büsche zerstörte. Ich bekam zwar Stöcke, aber wie sollte ich mir ohne Holz Tools craften? Das Problem wäre gelöst, sobald ich meine erste Spitzhacke haben würde. Aber wie würde ich an eine Rand kommen? Bäume wachsen ja nicht in der Wüste. Der Gedanke, dass ich in der Wüste nichts finden würde, ließ mich nicht los, also nahm ich wirklich alles von den Villagern mit. Sogar die Töpfe, Workbenches und Betten, die ich nicht craften konnte. Es traf mich wie ein Blitz, als ich einen Eisen-Villager sah. Jetzt wusste ich, wie ich meine erste Spitzhacke craften könnte. Mit meiner bloßen Hand entfernte ich den Golem, benutzte die Workbench von den Villagern, das Eisen von dem Golem und die Stöcke von den Büschen. Kaum war mein Problem gelöst, randalierte ich weiter und fand Heuballen. Einer der wenigen Möglichkeiten des Essens, abgesehen von Zombiefleisch und rohem Kaninchen. Noch nie war ich so überglücklich, als ich ein Feld erblickte und nahm alle Samen mit, die ich in die Finger bekommen konnte. Erde würde ich in der Wüste auch nicht finden, also hatte ich nichts dagegen, mir die Finger schmutzig zu machen. Bäume hatte ich aber bis jetzt noch keine gesehen, also nahm ich sogar den Komposter mit. Sobald ich Stein fand, zögerte ich nicht und packte mir damit die Taschen voll. Endlich hatte ich weitere Tools, konnte mich verteidigen und die Dörfer schneller plündern. Ich wurde immer hungriger und gönnte mir ein paar frische Brötchen mit dem Wissen, dass ich keinen Sand mehr essen müsste. Aber mein Hunger war damit nicht gestillt, denn ich wollte auch noch das zweite Dorf plündern. Was ich vorher noch nicht bemerkt hatte, war ein Meer, das sich über den gesamten Horizont erstreckte, aber das ignorierte ich vorerst und war darüber erstaunt, dass ich in dieser Welt Kühe und grünes Gras sehen würde. Statt sie zu töten, fütterte ich sie, falls ich zurückkehren sollte und wurde müde, konnte aber noch nicht einschlafen, also plünderte ich den Essensvorrat der Villager und konnte mich dann endlich schlafen legen. Einen ganzen Tag lang hatte ich also mittlerweile in einer gigantischen Wüste überlebt, aber das könnte sich schnell ändern, wenn ich faul werden würde. Also nahm ich auch hier die kostbare Erde mit und erblickte durch Zufall Cobblestone. Das deutete auf einen Spawner hin. Es stellte sich heraus, dass es ein Spinnenspawner war und ich machte mich über die Schätze in der Truhe her, nur um enttäuscht zu werden. Diese vier Redstone, die ich mitgenommen hatte, würden mir später gigantische Kopfschmerzen bereiten, aber das wusste ich noch nicht. Nachdem ich mir die Koordinaten notiert hatte, traute ich mich in die Höhle nebenan, weil es das Eisen wert sein würde, aber ein Skelett oder Creeper könnte dieses Abenteuer beenden, also musste ein Eisenwürger dran glauben, während mein Eisen in einem Ofen rumgammelte. Ich machte mir eine neue Hose und sie war vielleicht nicht stylisch, aber sie würde mich vor den Gefahren der Nacht beschützen, wenn es so weit kommen würde. Dann erblickte ich ein zerstörtes Netherportal und konnte mir nur vorstellen, was mich dort erwarten könnte, aber auch hier wurde ich enttäuscht. Anstatt direkt wieder ans Land zu gehen, untersuchte ich den Meeresgrund, in der Hoffnung auf Erde zu stoßen, aber musste auch hier wieder enttäuscht zurückschwimmen. Ich rannte in Richtung Süden und stieß auf ein weiteres Portal, dessen Kiste mit Enttäuschung gefüllt war. So schläfrig wie ich war, legte ich mich schlafen und würde meine Reise in den Süden am nächsten Tag fortsetzen. Im nächsten Dorf war nichts vor mir sicher. Außerdem machte ich eine neue Entdeckung. Cartography Tables, benutzt von Cartografen, die rein zufällig auch Idioten sind. Ich kann ihnen Glas sand drehen, wofür ich Sand brauche und seien wir mal ehrlich, Sand gibt sie mehr als genug. Und Dörfer anscheinend auch, weil ich direkt danach ein weiteres fand. Die Bücherregale der Dorfbibliothek waren auch nicht sicher. Das kann sogar der Eisenvillager bestätigen, aber die Kühe würde ich niemals für Leder töten. Kurz danach konnte ich in meinen Augen nicht glauben, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis ich darauf stoßen würde. Ein Pillager Outpost. Mit Pillagern, die ihn bewachen, Kisten voll mit Schätzen und die Möglichkeiten eines Raids mit Totems und guten Traits. Vorerst aber zu gefährlich, weil ich abgesehen von einer stylischen Hose keine Rüstung hatte. Also machte ich mich ja eine. Um meine Reise in den Süden fortzusetzen, müsste ich einen großen Bogen um den Outpost machen, aber meine Taschen waren abgesehen von Seegierkchen prall gefüllt, also entschied ich mich dazu, mich niederzulassen. Mein nächstes Ziel war eine Eisenfarm und eine der Sachen, die ich dafür brauchen würde, war Cobblestone. Und nachdem ich genug davon gefarmt hatte, fing ich an mit dem Umriss der Farm. Kaum wurde ich damit fertig, wurde mir klar, dass ich die Farm aufgrund des Mangels an Holz nicht fertig bauen könnte. Fanskates und Schilder sind hierbei nämlich essentiell. Ich war im Glauben, dass ich Holz nur in Mein Schiffs in Höhlen oder Booten im Meer finden könnte. Natürlich musste ich mich für die erste Option entscheiden, weil ich kein Holz für Boote hatte, um das Meer gescheit erkunden zu können. Auf meiner Suche fand ich also eine Höhle, aber abgesehen davon, dass sie mit Wasser gefüllt war, gab es weit und breit kein Redstone, sondern nur Enttäuschung. Bevor ich mich doch auf die Suche nach einem Meer machen könnte, wurde ich von einem Wandering Trader aufgehalten, der mir kostenlose V-Bucks versprochen hatte. Das Ganze war aber natürlich ein Scam, also vernichtete ich ihn und seine Lamas. Meine Suche nach Holz trieb mich diesmal in den Westen, wo ich eine Höhle fand, in der es Erde gab, was bedeutete, dass man sie nicht nur in Dörfern finden konnte. Mittlerweile waren Dörfer irgendwie nichts mehr Besonderes, aber bevor ich ein weiteres verwüsten konnte, schlief ich eine Runde. Weil ich auch hier kein Holz und sonst nichts Besonderes finden konnte, machte ich mich wieder auf den Weg und erblickte wieder einen Outpost. War ich im Kreis gelaufen oder hatte ich einen weiteren Outpost gefunden? Würde ich sterben oder Schätze finden? Meine Neugierde konnte ich nur stillen, wenn ich reinrennen würde. Tatsächlich fand ich in der ersten Kiste Karotten und war darüber erstaunt, wie wenige Gegner es im Outpost gab. Es traf mich wieder wie ein Blitz. Das Holz war die ganze Zeit vor meiner Nase gewesen, aber weil der Outpost zu gefährlich war, hatte ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und nicht daran gedacht, dass ich ihn einfach abreißen könnte. Ohne zu zögern, fing ich an, alles abzureißen, während die Pillager dumm zuschauten. Nachdem ich genug Holz gefarmt hatte, sprang ich runter. So gefährlich waren die Pillager gar nicht, also klaute ich sogar noch ein paar Kürbisse direkt vor ihrer Nase. Zurück in der Base bemerkte ich, dass ich ganze 50 Holz hatte, mehr als ich jemals hatte oder mir hätte vorstellen können. Ich könnte also alles machen, was ich wollte, müsste aber trotzdem sparsam sein. Ich wollte den Pillagern meine Dominanz zeigen, aber weil ich nicht genug Geld für das T-Posy-Mode hatte, Badland, bitte lass mich Partner sein, baute ich stattdessen eine Wand aus Ballern. Ich werkelte weiter an der Eisenfarm und Villager liefen direkt zu den Betten, waren aber zu inkompetent, um an einer Workbench vorbeizugehen. Holz hatte ich vielleicht genug fürs Erste, aber was mir jetzt fehlte, war Redstone. Ich hatte es im Dungeon gefunden und irgendwo auf meiner Reise weggeschmissen, weil ich dachte, dass ich es nicht mehr brauchen würde. Nur allzu blöd, dass ich es jetzt brauchte, um die Eisenfarm fertigzustellen. Am nächsten Morgen müsste ich mich also auf die Suche nach dem Redstone in den alten Dörfern machen. Nicht viel später fand ich ein altes Dorf, aber das Redstone war nirgends zu sehen. Ich hatte eine schwache Erinnerung, dass ich es in der Schmiede liegen gelassen hätte und war mir sicher, dass ich es gefunden hatte, nur um zu bemerken, dass es ein Spinnenauge in der Ecke war und kein Redstone. Ohne einen einzigen Gedanken, wo ich mein Redstone liegen gelassen hatte, musste ich wieder umkehren. Mal wieder wurde ich enttäuscht, nur diesmal von mir selbst. Ein weiteres Dorf erschien auf dem Horizont, wovon ich nicht beeindruckt war. Wovon ich allerdings beeindruckt war, waren zwei Creeper, die sich in einer Höhle versteckten. Schnell wurden es drei und plötzlich war dann keiner mehr übrig. Den ganzen Tag in der prallen Sonne zu laufen, sorgte dafür, dass ich meine Orientierung in der Wüste verlor. Aber einen kurzen Snack später erkannte ich mein eigenes Dorf wieder. Immer noch frustriert wegen dem Redstone, musste ich nach einer Höhle suchen. Alle Höhlen waren bis jetzt immer enttäuschend. Entweder klein oder gar nichts oder gigantisch, aber gefüllt mit Wasser und Müll, den ich nicht brauchte. Wonach ich eigentlich suchte, war eine Höhle, wie in Hardcore Season 3, wo ich mehr als 20 Diamanten gefunden hatte. Die flache Wüste aber war überfüllt mit Sand, Dörfern und Kakteen. So verzweifelt wie ich war, wunderte ich mich, ob ich überhaupt Redstone in einer Höhle oder gar eine Höhle finden könnte. Und so frustriert wie ich war, wollte ich außerdem nicht schlafen und regte mich umso mehr darüber auf, was für ein größer Fehler es gewesen war, diese vier Redstone wegzuschmeißen. Während ich dann ein Höhlen-Dings betrachtete, fiel ich in eine Schlucht. Gebrochen hatte ich mir nichts, aber der Schmerz, den ich verspürte, mal wieder auf eine Wasserhöhle zu stoßen, war genauso schlimm. Wahrscheinlich aber besser, als in eine tiefe Schlucht zu fallen und alles zu verlieren. Mit jeder Minute wurde die Nacht immer gefährlicher und gefährlicher. Endlich hatte ich eine Höhle gefunden, die nicht mit Wasser, aber stattdessen mit Creepern gefüllt war. Beinahe hatte ich dem Tod ins Auge geblickt, aber ohne mich davon abschrecken zu lassen, fand ich noch mehr Müll bei einem Netherportal. Eine weitere Schlucht und ein weiteres Dorf erfüllten mich mit Langeweile, die nur durch einen Zombie-Raid gebrochen wurde. Ich zog mir einen Golem zur Hilfe und schaute ihm dann beim Kämpfen zu. Die Anzahl der Zombies verringerte sich und schließlich tüttete ich den Eisengolem. Benutzt und weggeschmissen ruht er jetzt in Frieden. Ich ging in Richtung Osten und stieß aufs Meer. Fraglich war nur, ob ich ein Schiff finden könnte, also craftete ich mir ein Boot und fuhr los. Damit ich unter Wasser schauen konnte, machte ich den Shader aus und fand Sekunden später ein Netherportal als auch ein Dorf. Der Loot war das erste Mal nicht komplett Garbage und es stellte sich heraus, dass das Dorf auf einer verlassenen Insel war und es sonst nichts in der Nähe gab. Vielleicht könnte ich ja irgendwann mal was Interessantes auf dieser Insel bauen. Oh wow, äh, Vorschadungen. Ganz feine Sache. Aber naja, mittlerweile war ich mehr als genervt von der ganzen Sucherei und würde mich einfach komplett nach unten graben in der Hoffnung auf eine gigantische Höhle zu stoßen, sobald ich wieder in der Base war. In der Base angekommen, grub ich mich am nächsten Morgen runter, nur um wieder auf eine Unterwasserhöhle zu stoßen. Wenigstens könnte ich hier Kohle für die Villager sammeln. Während ich wie immer kostbare Erde abbaute, traf ich auf eine trockene Höhle, die ich niemals entdeckt hätte. Mein Schwert ging kaputt und ich musste ein Skelett mit meiner eigenen Faust vernichten. Während ich dann die Höhlen weiter erkundete, stieß ich endlich auf Redstone. Ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, gesucht und es endlich gefunden. Außerdem stieß ich auf ein Fossil, das ich natürlich abbaute, weil ich es benutzen könnte, um an Erde und Holz ranzukommen. Als dann meine Erde zerbrach, craftete ich meine erste Steinspitzhacke. Ein wirklich sehr komisches Gefühl. Ein paar Spitzhacken später hatte ich mehr als eines der Knochenblöcke. Damit war mein Ziel erreicht und ich ging nach draußen, nur um zu sehen, dass ich diese trockene Höhle durch einen Block hätte erkunden können. Die Zeit, um mich darüber aufzuregen, hatte ich nicht, weil ich endlich alle Ressourcen hatte, um die Eisenfarm zu bauen. Als ich damit fertig wurde, musste ich nur noch auf die Nacht warten. Das Design war das gleiche, wie aus der dritten Season Hardcore, weil ich nur zwei Truhen, acht Fenskates und sechs Schilder benutzen musste und damit viel Holz sparte. Nicht viel später hatte ich die Wüstenzombies beisammen, sperrte einen von ihnen ein und hatte damit eine voll funktionsfähige Eisenfarm. Damit könnte ich Armora, Toolsmiths und Weaponsmiths hochtraden, Raids besiegen, damit Totems und noch bessere Trades erwirtschaften. Das war aber vorerst eine Sache für die Zukunft. Mit dem Versuch, die durch fliegenden Sand entstandenen Löcher zu füllen, fiel nur noch mehr Sand runter und ruinierte sogar einen Teil des Kuhstalls. Fliegenden Sand gab es wirklich überall, also wäre das Verbessern der Umgebung mein nächstes Ziel. Dafür sammelte ich Sand und Sandstein und wenn ich darüber nachdenke, haben beide Blöcke eine nice Textur und gehören demnächst wahrscheinlich einfach zu meinen neuen Lieblingsblöcken. Nachdem ich dem Armora ein bisschen Kohle angedreht hatte und er mich dafür mit Kohle bezahlte, haha, was ein lustiger Witz, konnte ich ihn mit Eisen abschmeißen. Es dauerte nicht lange und schon hatte ich neue Hosen. Ohne meine Pyjama anzuziehen, legte ich mich ins Bett und fing am nächsten Tag an, einen Raum auszuhüllen, in den ich die Villager packen würde. Dann war ich auf einmal komplett schlau und baute den Sandstein ab, damit Sand runterfallen würde und ich hier nicht mit der Hand platzieren müsste. Während ich den Rest des Raumes fertigstellte, dachte ich aber das Problem nach, dass ich ohne Holz keine Brennstoffgelle für die Öfen haben würde und entweder Holz verschwenden oder Kohle sammeln müsste. Alternativ könnte ich natürlich auch Stöcke oder weitere Items der Villager verbrennen, aber das wäre nicht wirklich effizient. Mittlerweile zahlte es sich außerdem aus, dass ich die Betten in den Dörfern immer mitgenommen hatte, weil ich sie jetzt für den Raum benutzen konnte. Innerhalb von kürzester Zeit ertradete ich eine DIA-Schaufel, die mich gerade mal 6 Emeralds kostete. Besonders gut war sie nicht, aber damit fehlte mir nur noch eine Spitzsacke, um den Berg nebenan komplett abzureißen. Aus purer Langeweile baute ich eines der Häuser von den Villagern ab und verdiente mir damit nebenbei ein paar Fackeln für den Raum. Komischerweise gab es unter dem Haus einen Raum voller Knöpfe und ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich brauchte Fanscates für den Raum, damit die Villager, die sich natürlich freiwillig einsperren haben lassen, nicht mehr aus dem Raum rausrennen würden. Also rannte ich rum wie ein wilder Affe und sammelte alle Totenbüsche in der Umgebung ein. Meine Tools hatten zwar keine Effizienz, aber effizienter als die vorherigen waren sie trotzdem. Leider nicht effizient genug, um den Sand ohne Animation abzubauen, aber das gab mir genug Zeit, um darüber nachzudenken, was ich als nächstes brauchte. Ein Enchantment Table. Damit könnte ich meine gesamte Ausrüstung verbessern, wäre sicherer und effizienter unterwegs. Langsam aber sicher vergrößerte sich meine Kuharmee, die ich bisher noch nicht erwähnt hatte. Weizen hatte ich genug für alle, also fütterte ich auf die Villager, obwohl direkt daneben ein Schild war, auf dem nicht fittern stand. Haha, ein lustiger Witz mal wieder. Bitte lachen. Ich lief los mit ein paar Pausenbrötchen von meiner Mutter, immer der Nase nach, oder wohl eher dem Zuckerrohr und dann kam ich wieder beim Outpost an und analysierte, wie viel Holz ich noch klauen könnte, bevor vom Outpost nichts mehr übrig bleiben würde. Letztendlich war es meine Mission Zuckerrohr für eine Zuckerrohrfarm, eine gigantische Höhle mit Diamanten und weitere Bücherregale für ein Enchantment Table zu finden. Stattdessen traf ich auf einen Wüstentempel und ein Water-Milchie später schaute ich in den Kisten nach. Ich fand einen Goldapfel mit einer Pferderüstung aus Diamanten, Müll, noch einen Goldapfel und wieder Müll. Teilweise waren die Kisten, die ich gefunden hatte, auch mehr wert als der Müll in ihnen. Ein paar Schritte weiter fand ich das, wonach ich das ganze Spiel lang gesucht hatte. Eine gigantische 1-18-Höhle. Dabei streckte sich der Wüstentempel bis ganz nach unten und ich fand Redstone. Übrigens war die Höhle gerade mal zwei Minuten lang von meiner Insel entfernt und ich hatte sie nie gefunden. Auf Höhe 21 angekommen, war ich mir sicher, dass ich Diamanten finden könnte und noch tiefer fand ich einen. Er wurde aber von fünf Skeletten beschützt und ich benutzte so smart, wie ich war, Lava, um sie sterben zu lassen, während ich mein Schild hochhalten könnte. Endlich kam ich beim Diamanten an und es war ein einziger. Statt weiteren Diamanten stieß ich auf 69 weitere Redstone-Quellen und regte nämlich umso mehr darüber auf. Ich scannte die Höhle und fand schließlich einen weiteren Diamanten. Damit hatte ich genug für den Enchantment-Table und musste nur noch aus der Höhle raus, was ich als schwieriger als erwartet erwies. Während ich dann hochschwamm, übersah ich einen weiteren Diamanten und grub mich dann einfach hoch, statt nach dem Ausgang zu suchen. Obsidian müsste ich nicht sammeln, weil ich schon genug von lauter Nether-Portalen gefunden hatte. Mein Ziel hatte ich auch erreicht. Ich hatte bestätigt, dass es gigantische Höhlen gab und damit wurde meine Hoffnung auf ein Schiff im Meer auch wieder entfacht. Nachdem ich ein bisschen Sand essen durfte, war ich wieder oben. Die Frage war, wo ich war und wo ich hin musste. Immer der Nase nach stieß ich auf ein Nether-Portal, von dem ich glaubte, es schon mal gesehen zu haben. Aber oben angekommen, gab es immer noch einen Goldblock, den ich mitgenommen hätte und keine Kisten. Mit dem Gedanken, dass ich welche unterm Sand finden könnte, buddelte ich ein bisschen rum, konnte aber nichts finden. Ich hatte allerdings ein viel größeres Problem, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Ich wusste immer noch nicht, wo ich war. So groß war das Problem aber auch nicht, weil ich an der Orientierung des Schattens und des Geschmacks des Windes plötzlich wusste, in welche Richtung ich gehen musste. Mal wieder ein lustiger Witz, ich hab mir auf keinen Fall die Koordinaten aufgeschrieben. Aber naja, diesmal würde ich zu Hause nicht mit leeren Händen ankommen, wie beim Redstone. Ich hatte Diamanten für den Enchantment-Table, die Bestätigung, dass man Höhlen in einer Wüste finden konnte und Zuckerrohr für mein nächstes Ziel, eine Farm. Ich entschied mich dafür, sie am anderen Ende des Ufers zu bauen, aber Graben ist eher das richtige Wort. Das Ganze macht sich in einem bestimmten Muster, um dafür zu sorgen, dass ein Wasser für Zuckerrohr berührt. Außerdem müsste ich den Pillager-Outpost weiter abbauen, damit ich noch mehr Holz für die ganzen Bücherregale haben würde, damit ich endlich entschanden könnte. Und mal wieder fiel total viel Sand drunter, als ich ein paar Blöcke platzierte. Der innere Schmerz, den ich dabei verspürte, war grenzenlos. Selbst am 18. Tag wurde ich nicht fertig, aber wollte die Farm, die wie ein Wienenfeld aus, da fertigstellen. Ein klitzekleiner Fehler in der Matrix sorgte dafür, dass nicht jeder Block entweder mit Wasser oder Zuckerrohr gefüllt war. Letztendlich hatte ich schon viel zu viel Zeit mit dem Bauen der Farm verschwendet und gab mich einfach mit dem zufrieden, was ich hatte. Fürs Erste musste ich mich mal wieder um den Kuhbestand kümmern, und dabei fiel mir auf, dass die Häuser so billig waren, dass die Fenster noch nicht mal aus Glas waren. Ich schmiss die Villager mit weiterem Brot ab und während die Villager in Stimmung waren, tradete ich einfach weiter. Nicht viel später konnte ich mir eine Dia-Chessplate leisten und war sicherer als je zuvor, aber noch nicht sicher genug, wie es sich später beweisen würde. Da haben wir es wieder, Fortschallungen. Wie immer ganz fein. Aber naja, ich wusste nicht wirklich, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte, weil ich darauf wartete, dass die Eisenfarm Eisen und die Zuckerrohrfarm Zuckerrohr produzierte. Währenddessen könnte ich zwar Sand farmen, aber das wäre sehr ineffizient. Stattdessen holte ich mir eine Dia-Axt und würde den Villager Outpost abbauen. Das einzige Problem, was ich dabei hätte, war, dass ich keine Villager mit Bannern töten dürfte. Lustig ist auf jeden Fall, dass die Villager einfach Holzverräte direkt vor ihrem Outpost liegen haben. Schnell passierte es, dass ein Captain spawnte, aber ich baute ihn einfach wieder ein. Ich hätte jetzt zwar Holz und müsste damit vorerst nicht in den Nether gehen, aber trotzdem in den Nether zu gehen, hätte einige Vorteile wie, äh, naja, keine Ahnung. Ich bekam ein weiteres Problem, aber das löste sich dann einfach in Luft auf. Auf dem Weg zurück in die Base überlegte ich mir zweimal, ob ich beide Villager töten sollte und wollte vorher die Eisenfarm zubauen, um zu vermeiden, dass die Villager, ich meine natürlich Villager, um zu vermeiden, dass die Villager während dem Raid angegriffen und sterben würden. Vorerst schlief ich aber eine Nacht drüber. Nachdem die Villager in der Eisenfarm eingepackt waren, ging ich rüber zu den Villager Outpost und hoffte aufs Beste. Währenddessen dachte ich mir, dass dieser Raid zugleich mein Ende, aber auch der Anfang von etwas Neuem sein könnte. Das alles war aber egal, weil beide Villager, die spawned waren und mir so meine Entscheidung genommen wurde. Aus Frust überlegte ich damit anzufangen, den Villager Outpost von oben nach unten abzubauen. Genauso wie sie meine Hoffnung auf Totems zerstört hatten, zerstörte ich ihren Outpost. Irgendwann wollte ich sie mir vorknüpfen und es wurde echt gefährlich. Deshalb befreite ich den Eisenvillager, der mir dabei half, die Villager wegzuboxen. Leider war es auch der Eisenvillager, der einen Käpt'n tötete und so verhinderte, dass ich einen Raid machen könnte. Mein Job war aber damit getan und so wurde aus einem Villager Outpost der Gefahr symbolisierte, naja, etwas anderes. Jetzt hatte ich fürs Erste genug Holz und ein weiteres Banner, um Dominanz zu zeigen. Leider aber immer noch kein T-Pause-Mode. Womit ich dann überrascht wurde, war eine Patrouille von Villagern. Sie schauten mich einfach nur an und machten nichts weiter. Als ich mich ihnen näherte, schossen sie sich gegenseitig ab und ich sperrte ihren Käpt'n ein, weil ich die Eisenfarm wieder sichern musste. Kaum hatte ich ihn getötet, begann der Raid und ich schlug die Pillager einfach immer die Treppe runter, statt sie direkt zu bekämpfen. Das Gute dabei war, dass sie einfach den Sand abschossen, kurz bevor sie dann nach oben kamen, wo sie mich wirklich treffen könnten. Mitten im Raid nahm ich mir die Freiheit, meine Kühe zu füttern und bekämpfte danach wieder die Pillager, die zu unfähig waren, aus dem Wasser zu schwimmen. Teilweise ertranken sogar ein paar von ihnen. In der ganzen Freizeit konnte ich mir sogar ein neues Schild und ein Schwert craften. Aber dann wurde der Raid wirklich gefährlich. Ravager, die sich im Kreis drehen. Ich unterschätzte deshalb ihren Schaden und wäre beinahe gestorben. Jetzt wurde der Raid wirklich gefährlich und alles, was zählte, war mein Überleben. Ein einziger Fehler könnte mir das Leben kosten und den durfte ich nicht machen. Der Ravager war wirklich gefährlich. Vor diesem Raid hatte ich mich stark gefühlt, aber jetzt wusste ich, wie schwach ich noch war. Endlich benutzte ich mein Gehirn und damit den Bogen. Er war zwar nicht verzaubert, aber löste vorerst das Problem. Aber nebenbei wurde mir ein weiteres Problem klar. Ich musste die Eisenfarm umbauen. Ich sorgte dafür, dass der ganze Boden mit Lava bedeckt war. Aber das sorgte nur für ein weiteres Problem. Dafür, dass die Totems der sterbenden Evoker in der Farm verbrennen würden. Außerdem tranken die Hexen in der Lava Fire Resistance. Ersteres könnte ich damit lösen, dass ich mit Schildern dafür sorgen würde, dass die Lava einen Block über den Boden schweben würde. Aber letzteres könnte ich so nicht lösen. Nacheinander schlug ich beide Hexen, damit sie Heiltränke trinken würden. Und kurz nachdem die erste gestorben war, war ich kurz davor, die andere zu töten. Aber starr. Und so ging ein weiteres Abenteuer zu Ende. Ich habe nur die nächsten 24 Stunden Zeit, um in Minecraft Hardcore auf einem einzigen Block bis zum 100. Tag zu überleben. Aber ich weiß nie, wie viel Zeit ich noch habe oder bei welchem Tag ich mittlerweile bin. Wenn ich das Ganze nicht schaffen sollte, schicke ich einem Fiverr Artis mein Profilbild und muss den Skin benutzen, der mir zurückgeschickt wird. Die ganze Geschichte fing an mit diesem Block. Ich baute ihn wieder und wieder und wieder ab. Und plötzlich war da eine Kiste mit drei Eiern. Als nächstes fand ich heraus, dass es insgesamt zehn Phasen gibt und ich alle erreichen muss, um die Challenge zu schaffen. Ein Schwein versuchte, mich ins Woid zu stürzen, aber das konnte mich nicht aufhalten. Und damit das das nächste Mal wirklich nicht passieren würde, baute ich eine kleine Plattform. Ein weiterer Tipp war, Items in Truhen zu sichern. Denn wenn ich runterfalle, verliere ich zwar meine ganze Welt, aber wenigstens sind dann meine Items sicher. Aber fallende Blöcke waren immer noch nicht sicher und deshalb gönnte mir der Infinity Block einen Wassereimer, mit dem ich das Problem beseitigen konnte und endlich Kies hatte, wofür auch immer ich den gebrauchen soll. Der Infinity Block war damit aber zufrieden und gab mir abgesehen von den Herzpartikeln, wegen denen ich wirklich absolut gar nichts sehen konnte, ein wohlwollendes Geschenk mit meinem ersten Sapling. Damit kam ich auch endlich in die Flachlandphase und baute meinen ersten Sapling an und meine ersten knusprigen Melonen ab. In dem gesamten Projekt werde ich allerdings nur eine einzige Sache essen und wer die in den Kommentaren erraten kann, kriegt auf jeden Fall ein Herz von mir. Direkt danach ist aber der Baum ausgewachsen und ich hatte verständlicherweise die Hände voll damit zu tun, ihn abzubauen. Ich will so schnell wie möglich bis zur letzten Phase kommen, damit ich den Enderdrahmen besiegen kann und deshalb besteht mein Tagesablauf hauptsächlich daraus, den Infinity Block abzubauen, ohne zu wissen, wie lange ich schon gespielt habe oder wie lange ich noch spielen muss. Zum Glück war das Ganze nicht ganz so langweilig, weil ich von einem Schweinchen begrüßt wurde und als Dank baute ich immer ein schwebendes Gehege, aber ich glaube, das Wort Gefängnis passt besser. Dem Schwein ist das aber egal, weil ich ihm Karotten versprochen habe. Das gleiche machte ich dann übrigens auch mit einer Kuh, einem Schaf und einem Huhn, was auch immer das Huhn mit einer Karotte anfangen möchte. Außerdem erhoffte ich mir, das Wissen, was ich in 50 Tagen Skyblock vorher gesammelt hatte, auch hier anwenden zu können. Dort habe ich halt keinen Infinity Block, sondern stundenlang Cobbles dann abgebaut. Ein zweites und ein drittes Schwein waren willkommen in meinem Gefängniskomplex und während ich mir überlegte, ob ich Holstuhls craften oder halt eben nicht craften sollte, spawnte eine weitere Kuh und Mission Impossible begann. Ich musste versuchen, die Kuh in das richtige Gefängnis rüberzustochern, während ich gleichzeitig vermeiden musste, dass es im falschen Land und ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier schaffen würde. Wow. Ich brauchte aber etwas Abwechslung und erweiterte zusammen mit meiner Langeweile und ein bisschen Erde die Farm. Mittlerweile sieht die Farm so aus und ich benutze jeden einzelnen Block, damit ich so viel Essen wie möglich bekomme. Ich werde das wahrscheinlich auch gar nicht essen, sondern stattdessen zum Traden mit Villagern benutzen, sobald ich welche habe. Denn die werde ich brauchen, um mich auf den Enderdrachen vorzubereiten, den ich übrigens auch noch erledigen muss. Aber abgesehen davon, dass der Infinity Block regeneriert, werde ich ihn abbaue und dass es 10 verschiedene Phasen gibt, wusste ich noch nicht mal, wie ich ins End komme oder was noch alles mit mir passieren würde. Ich würde sagen, bis jetzt war das Ganze schon sehr erfolgreich. Das hier sollte der Abend vom Tag sein. Ich habe eine Farm, ich habe ein paar Tiere in Gehegen und ich habe außerdem noch ein paar Bäume, die hier hochwachsen und außerdem sind wir jetzt endlich bei Phase 2 angekommen. Plötzlich wurde mir zugeflüstert, dass auf der zweiten Phase Monster rumgammeln werden und damit wusste ich wenigstens eine weitere Sache, dass ich mir eine Holzspritzer gecraften muss, um weiterzukommen. Die zweite Phase bedeutete aber nicht nur, dass ich Eisen, sondern auch noch, dass ich eine Pilzku bekommen würde? What? Dieses Projekt führte sich dadurch komischerweise wie ein Restaurant an, wo man for free unendlich Suppen bekommt, aber auf einem einzigen Block rumgammeln muss und ihn die ganze Zeit abbaut. Weil es Nacht wurde und in dieser Phase Monster rumgammeln werden, kam ich auf die, die mein Eisen zu schmelzen, aber spawnten zwei Zombies, bevor ich mir ein Schild craften konnte. Als ich das Schild dann endlich gecraftet hatte, ging es dem aber auch nicht mehr gut und das konnte ich trotz großer Anstrengung nicht lösen. Überrascht wurde ich dann auch noch von einer komischen, grünleuchtenden, vielfältigen Kiste, die ein Sapling, ein Ei und Pilze beinhaltete. Außerdem hatte ich mittlerweile einen kleinen Hut und meinem Schild ging es immer schlimmer. Ein Creeper verhalf meinen Gefangenen zur Flucht, aber ich war zur Stelle, um das Loch zu fixen und die ausgebrochenen Verbrecher wieder einzufangen. Das nächste Mal, als ein Creeper spawnte, rannte ich hin und her, damit er nicht explodieren würde und tötete ihn auch. Ich habe gefühlt in den letzten zwei Tagen nur Bäume abgebaut und die Insel erweitert, falls man das auch Insel nennen kann, denn das war ja anfangs nur ein Block und jetzt ist es eine Art Holzplatte. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und ich würde sagen, das sieht besser aus als die Insel in Skyblock. Aber fürs Erste muss ich jetzt Blöcke abbauen und ich sehe euch wieder, wenn es was Spannendes gibt. In einem weiteren wohlwollenden Geschenk fand ich eine Map und Kohle, aber vor allem Fichten-Säblings, mit denen ich endlich mein Lieblingshals hatte. Natürlich benutze ich direkt die Karte und meinem Schild ging es dadurch wirklich nicht besser. In Phase 3 angekommen, konnte ich endlich Schnee sammeln, was auch immer ich damit anfangen soll. Ich meine, Blazes kann ich ja schwer damit abschmeißen und ich weiß noch nicht mal, ob ich Schneegolems auf meiner Insel brauche. Ein Wolf kam mir entgegen und der konnte zum Glück nicht an die Schafe rankommen, aber plötzlich spawnte ein Tundraskelett, griff den Wolf an und ich wurde auch noch von einer linksgrün versifften Truhe überrascht. Der Hund wurde gerade eben von diesem Skelett umgebracht. Alter, was soll das denn bitte? Als nächstes spawnten auch noch Füchse, die meine Hühner angriffen und ein Polarbär, der mich anfasste. Äh, warte mal, das klingt sehr sus. Es spawnte ein Polarbär, der mich nicht anfasste, weshalb ich ihn nicht anfasste. Also, naja, ich hab ihn halt nicht angegriffen, aber weggeschoben hab ich ihn schon. Aber bei dem ganzen komischen Zeug und allen den Gegnern, die schon gespawnt waren, wusste ich nicht, was mich erwarten würde und dass ich jederzeit alles verlieren könnte. Denn auf einmal gab es eine Monsterparty und Ich hab nur noch 3 HP, oh mein Gott. Das sind absolut ganz normale Zombies, aber ich bin einfach fast gestorben. Also, naja, so ganz normal sind die nicht. Die tragen ja einfach Rüstung, haben ein Schwert und kamen aus dem Infinity Block. Die Monsterparty sorgte außerdem für eine Explosion, die einen Krater hinterließ, aber ich glaube, das Wort Plus ist ein besseres Wort dafür. Ab jetzt musste ich mich aber vor Monsterpartys fürchten, die mich mies auseinandernehmen könnten, wenn ich mich nicht darauf vorbereiten würde. Also musste ich mir irgendeine Methode einfallen lassen, wie ich jedes Mal ungeschadet davon kommen könnte. Es ist gerade der Morgen vom Tag und es spawnen einfach direkt nach der Monsterparty noch so ein Skelett. Außerdem machte ich mir endlich eine Rüstung. Hä? Ich wusste gar nicht, dass Eisbären einfach Polarfüchse angreifen. Ich glaube, auf diese Reise werde ich noch einiges lernen. Und ich wusste ja gar nicht, wie viel Recht ich hatte. Nach einer kleinen Pause hatte ich wieder richtig Bock auf das Leben mit einem Infinity Block auf eine Holzplatte. Denn ich konnte mich darauf freuen, stundenlang einen einzigen Block abzubauen. Und im Nachhinein kann ich tatsächlich sagen, dass ich mich ungefähr so gefühlt habe, als ob ich stundenlang versucht habe, Bedrock abzubauen, ohne einen einzigen Zentimeter weiterzukommen. Mir ist allerdings zu Ohren gekommen, dass es zu gemütlich für die Tiere wurde und sie sich wie zu Hause gefühlt haben. Also baute ich die Gefängnisse in eine Reihe, damit sich die Tiere auch wirklich wie in einem Gefängnis fühlen würden. Dafür bekam ich dann noch einen zweiten Wasserheimer, hatte damit endlich eine unendliche Wasserquelle und konnte eine funktionierende Mobfarm bauen. Fürs erste baute ich mir aber einen Safe-Spot. Falls ich auf eine weitere Mob-Party eingeladen werden sollte, kann ich dort hochkrabbeln und bin von allem sicher, was sich gerade fliegt oder einfach etwas weiter wegläuft, um mich zu sehen. Außerdem musste ich mir überlegen, wie ich zu jeder Zeit weiß, wann ich schlafen gehen kann, um so kurz wie möglich in der Nacht rumzugammeln. Denn je mehr Tage ich durchspiele, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Challenge verliere, weil ich mich verschätze oder zu lange spiele, um sicher zu sein, dass ich über dem hundertsten Tag bin. Mein nächstes Ziel war also eine Uhr, aber auch andere Dinge, die mir diese Challenge erleichtern würden, aber ich habe endlich einfach eine Karotte bekommen. Als nächstes startete aber ein Timer, ohne dass etwas danach passierte. Das heißt, ich wusste nicht, bei welchem Tag ich war, wie lange ich schon gespielt hatte oder bei welcher Phase ich mittlerweile war. Alles, worauf ich mich konzentrieren konnte, war es das richtige Tool, zum richtigen Zeitpunkt auszuwählen, um den Infinity Block so schnell wie möglich abzubauen. Ein paar Tiere versammelten sich außerdem auf meinem Bett, aber dagegen konnte ich halt auch nichts machen, also machte ich aber das, was ich vorher gemacht hatte. Was mich dann überraschte, war ein Timer. Ich sollte also bei Phase 7 sein, aber ich hatte schon länger kein einziges Erz mit zu Gesicht bekommen, aber das änderte sich danach wieder, was mich nur noch mehr verwirrte. Aus Versehen schlug ich einen der zwei Eisbären und musste ihn dann bekämpfen, aber zum Glück rief mich der zweite deshalb nicht an, was in der Mob-Verwandel-Challenge auf jeden Fall anders war. Außerdem würde ich jetzt sagen, dass ich ungefähr bei Takt bin. Jetzt hat sich das Schild übrigens nochmal verändert und es sieht wirklich komisch aus, aber aus dieser Perspektive hatte es immer noch meinen Skin. Während ich vorher einfach ganz entspannt stundenlang einen Block abgebaut hatte, versuchte ich jetzt herauszufinden, an welchen Hinweisen ich feststellen konnte, ob ich in irgendeiner Phase weiterkam oder nicht. Wenigstens habe ich jetzt wieder Monster und das heißt, dass ich wenigstens irgendwie auf irgendeiner Weise ein bisschen Progression habe. Es gibt auf jeden Fall noch einiges, was ich lernen muss und ich hoffe, dass es später wieder Texte gibt, die mir dann sagen, ob ich jetzt erst bei der dritten Phase oder schon längst bei der achten Phase bin. Kurze Pause. Mein Studium hat mittlerweile angefangen und wenn ich dich gerade lerne, nutze ich jede Minute, um das nächste Video rauszubringen. Falls sie dir also gefallen, dann abonniere doch gerne und wenn du besonders großzügig bist, dann lass doch ein Like da, aber ich bin dir schon dankbar, wenn du dir danach ein weiteres Video anschaust. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Eine Methode, mit der ich sicherstellen konnte, dass ich mich beim Zählen der Tage nicht verzählen würde, ist ein Tagebuch. Das Problem war aber, dass ich mir nicht einfach so ein Tagebuch herzaubern oder Squids aufsuchen und sie töten konnte, weil es offensichtlicherweise keine gab und dass ich mir nicht sicher war, ob Villager Tagebücher nur kaufen oder auch verkaufen. Aber die Antwort würde mir nur die Zukunft offenbaren. Außerdem musste ich jedes Mal, wenn ein Creeper spawnte, rückwärts vom Infinity Block weglaufen und damit ich nicht einfach so von der Insel runterfallen würde, platzierte ich einen Zaun. Diesmal hat schon wieder ein Villager rumgestöhnt. Ich habe einen Kirsten bekommen und es sind 30 Sekunden. Vielleicht ist das hier jetzt der Anfang von der dritten Phase? Die erste Phase war das Plains-Bium, das zweite das Cave-Bium, das dritte das Tundra oder halt eben Schnee-Bium und das heißt jetzt sollte es irgendein neues Biom geben. Abgesehen davon, dass es hier wieder einfach Schnee gibt, aber ich bin mir auf jeden Fall bei gar keiner Sache sicher, weil ich mir nichts aufgeschrieben habe. Und hier ist endlich ein weiterer Wolf, den ich hoffentlich mit den Knochen befrienden kann. Und tatsächlich habe ich jetzt endlich einen kleinen süßen Fratz. Das heißt, jetzt muss ich nur noch hier verstecken, damit er von den Mobs, die hier in der Mitte spawnen, nicht angegriffen wird, damit ich ihn danach paaren kann, damit ich dann eine 100 mehr habe, damit ich dann für immer sicher bin von diesen Monster-Partys. Aber ich glaube, ich bin erst bei der nächsten Phase, wenn ich wieder von einer Monster-Party angegriffen wurde. Ich bin mir aber wie gesagt bei keiner einzigen Sache sicher. Ich weiß ja noch nicht mal, wie lange ich schon am PC sitze, wie lange ich schon in dieser Welt rumgammel oder bei welcher Phase ich bin. Als nächstes spawnten zwei Tundra-Skelette, aber die haben sich dann einfach gegenseitig abgeschossen, statt mich anzugreifen. Natürlich störte sie dich dabei und boxte dann das Skelett, was überlebt wird. Ein weiterer Polarfuchs zeigte einfach seine krassen Salto-Fähigkeiten, aber starb kurz darauf von dem Polarbär. Mittlerweile hatte ich eine Full-Iron-Rüstung und sogar den passenden Schild dafür. Naja, abgesehen davon, dass er immer mal wieder die Farbe wechselt. Der weitere Wolf ist gerade eben gespawn und ich habe gerade mal vier Knochen und ich muss wirklich hoffen, dass das Ganze ra- Schade, dass das Ganze nicht gereicht hat. Okay, alles klar. Ich habe keine Monster-Party erwartet. Das stand nicht im Chat, das wusste ich nicht. Aber hier auf diesem Turm bin ich fürs Erste sicher. Das heißt, jetzt kann ich die hier von unten anschießen und einfach töten. Diesen Turm zu bauen war auf jeden Fall sehr smart, weil ich die Monster-Party überhaupt gar nicht erwartet habe. Und ich glaube, die Explosion hat der Hund auch nicht überlebt, oder? Wenn, dann ist es auf jeden Fall runtergefallen. Oh mein Gott, da lebt ein weiterer Gartien. Jetzt habe ich wieder drei Knochen für den Hund und bitte reichen sie. Oh mein Gott, die haben gereicht. Das heißt, jetzt kann ich einfach mein Fleisch nehmen, was ich noch überhabe. Vor allem Zombie-Fleisch habe ich hier, was ich wirklich für gar nichts brauche. Und dann kann ich einfach meine eigene Hunde-Armee heranzüchten. Diese Hunde-Armee würde mich hoffentlich in der Zukunft vor den Monster-Partys beschützen. Gerade eben hat schon wieder ein Villager gespawned und diesmal sind es 40 Sekunden. Aber bevor ich jetzt erfahre, was es in der nächsten Phase geben wird, wollte ich erstmal eine kleine Pause machen. Und dann bin ich wieder munter, um an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Gestern hatte ich ja absolut gar keinen Plan, was ich machen sollte, aber für heute habe ich einen Plan. Denn heute werde ich diesen Block abbauen. Aber abgesehen davon würde ich hier auch noch eine Erdfläche hinbauen, damit das Ganze einfach mal ein bisschen besser aussieht. Denn eins meiner Ziele ist es ja eine schöne Insel zu bauen und dafür habe ich mir überlegt, dass ich ja einfach mal so ein paar Kreisflächen bauen könnte. Das heißt, die Insel ist in mehrere Themengebiete unterteilt und naja, das sind dann halt solche Kreise. Ah, ja, ich habe auch keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Es ist halt wirklich kein Meisterwerk, aber ich habe mir wirklich, wirklich ganz tolle Mühe gegeben und deshalb finde ich, dass ich ein paar Pluspunkte dafür bekommen sollte. Das heißt, jetzt muss ich das Ganze nur noch ausfüllen und irgendwo Gras alle platzieren. Ich fütterte die Hunde, schlief mal wieder und baute dann wieder eine Erdfläche weiter, wo ich einen Rand aus Fichtenblöcken für extra Style-Punkte platzierte. Danach zündete ich einen Baum an, weil ich einfach absolut gar keinen Bock drauf hatte, so eine gigantische Eiche abzubauen und mit dem letzten Holzblock war dieser Baum nur noch eine Geschichte. Hätte ich am liebsten gesagt, aber der letzte Holzblock überlebte einfach das Feuer, also ließ ich ihn für das erste stehen. Zwischendurch musste ich natürlich hier und da ein paar Sachen anpflanzen, damit ich die Tiere vermehren kann, um mir später Bücher für ein Enchanting-Table craften zu können oder einfach Extravalle zu haben. Und die Hunde durfte ich natürlich auch nicht vergessen, weil ich bis zum Ende dieses Abenteuers eine gigantische Hundearmee aufbauen wollte. Nachdem ich eine große Fichte abgebaut hatte, brannte das Holzstück aber immer noch und das hielt mich nicht davon ab, endlich Zäune um die Erdfläche zu platzieren und so für noch mehr Sicherheit zu sorgen. Und damit ist diese Fläche auch endlich fertig und wow, ich habe nicht gedacht, dass ich das Gras so schnell ausbreiten würde. Es ist nämlich erst einen Tag vergangen, seit ich die Graserde platziert habe. Oder vielleicht sind es auch zwei, aber vielleicht auch drei. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Es hat schon wieder ein Villager gestöhnt und es gab schon wieder einen Timer, aber er war nur zehn Sekunden lang. Aber das hier ist das erste Mal, dass es Sand gibt. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwo bei der vierten Phase sein. Oder war es die fünfte Phase? Zu dem Zeitpunkt muss ich, um ehrlich zu sein, sagen, dass ich absolut gar keine Ahnung von gar nichts hatte und ich bereute es, keine Strichliste angelegt zu haben, um zu tracken, an welchem Tag ich bin und welche Phase ich erreicht habe. Nebenbei baute ich eine kleine Eierfarm, weil ich die Eier im Gehege tut mir leid, weil ich die Eier im Gefängnis nicht erreichen und damit auch nicht wirklich einsammeln konnte. Brauchte ich Eier? Nicht wirklich, aber dafür Hühner, damit ich sie boxen und dann an die Hühner verfüt... Warte, was? Ich brauchte die Hühner, damit ich sie an die Hunde verfüttern kann. Musste ich mir so einen Design aussuchen? Naja, ich hatte anfangs irgendwie gedacht, dass das cool aussehen würde und hatte dann keine Lust, mir das Ganze wieder umzubauen. Äh, ich hab ja noch einiges zu tun. Wie zum Beispiel eine Art Spinnennetz aus Erde zu bauen, damit sich das Gras schon mal anfangen kann auszubreiten, während ich noch nicht genug Erde für die ganze Fläche habe. Und langsam aber sicher musste ich mir überlegen, wo ich die Mopfer mit platzieren wollte, weil ich eine geile Insel haben will, die nicht so wie ein Skyblock aussehen sollte. Ich hab gerade eben Johannisbeeren bekommen und das heißt, dass ich sie anpflanzen kann. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich irgendwie Polarfix oder so bekommen sollte, dann kann ich sie auch vermehren, wenn sie nicht gerade von den Eisbären sterben. Mittlerweile sollte es ungefähr deren Tag sein und ich muss schon sagen, ich genieße irgendwie den Morgen, weil ja die Sonne aufkommt und alles einfach wirklich schöner aussieht wegen dem Shader. Aber weil mir die Polarbären sowieso nichts bringen, würde ich sie einfach mal töten, bevor sie weitere Polarfixe töten. Abgesehen davon, dass die Polarfixe meine Hühner oder so töten werden, also war das nicht ganz so smart. Gerade eben hat schon wieder ein Villager gestöhnt und diesmal sind es 20 Sekunden. Ich glaube, ich habe das System mittlerweile verstanden. Es sind immer 10, 20, 30, 40 Sekunden und danach kommt die nächste Phase. Aber es wäre auf jeden Fall sehr viel besser, wenn es irgendwo stehen würde, was gleich passieren wird. Warte mal, das macht aber trotzdem keinen Sinn, weil ich eine Monsterparty hatte nach dem 30 Sekunden Cooldown. Ich habe keine Monsterparty nach dem 40 Sekunden Cooldown hatte. Andererseits bin ich ja gestern aus der Welt rausgegangen, während noch 30 Sekunden im Countdown waren und als ich wieder da war, war der Countdown einfach nicht mehr da. Vielleicht habe ich ihn aber auch verpasst. Ich bin auf jeden Fall wie immer sehr verwirrt und das heißt, ich darf weiterhin einfach Blackout bauen. Während ich mir überlegte, wie viel Cobblestone ich brauchen würde, um die Mobform zu bauen, konnte ich es gleichzeitig echt nicht mehr erwarten, Redstone und damit eine Uhr in die Finger zu bekommen. Außerdem jagte ich die Kaninchen so lange auf dem Spinnennetz bis sie runterfielen und erweiterte es langsam mit der Erde, die ich vom Infinity Block bekam. Ich meine, woher sonst soll ich die Erde herbekommen? Ich habe ja kein Moos auf meiner Insel. Das Ganze ist ja immer noch einfach kein Skyblock. Meine Hundearmee wuchs exponentiell, aber von meinen Hühnern kann ich das wirklich absolut gar nicht behaupten, weil aus 13 Eiern kein einziges Huhn spawnte. Jetzt ist es ein 30 Sekunden Cooldown und es kam noch keine Monsterparty. Leute, ich bin immer mehr verwirrt, aber ich hoffe, dass nach 40 Sekunden die nächste Phase kommt, dann sollte ich wie gesagt immer noch ungefähr bei der vierten Phase sein. Oh mein Gott, das war so ein Big Baba Bububuf, diese Grasfläche hier hin zu platzieren, weil jetzt einfach so ein Wandering Trader gespawnt ist, der mir Gurken oder so verkaufen kann. Was ist das denn bitte? Das war so ziemlich das erste Mal, dass ich Mangroven Saplings gesehen hatte, aber meine Freude über den Wandering Trader war ziemlich kurz, weil mir auffiel, dass er erstens nur Müll verkaufte und den brauche ich nicht und zweitens für alles Emeralds verlangte, die ich nun mal noch nicht hatte. Übrigens gammelt dort unten einfach ein Lama die ganze Zeit rum. Ich hoffe, das lässt sich irgendwie retten und ist noch nicht runtergefallen. Und tatsächlich baubbelt das immer noch dort unten rum. Und damit hatte ich eine Leine, mit der ich so ziemlich gar nichts anfangen konnte. Laut meinen Berechnungen hatte ich beinahe genug Cobblestone, um die Mobfarm zu bauen, aber in der Theorie hätte ich sie auch einfach mit Holz bauen können. Schon wieder 10 Sekunden Cooldown? Hä? Ich war doch schon bei 30 Sekunden. Ganz ehrlich, dass es verbuggt ist, wenn ich die Welt... Oh mein Gott, es gibt Monster. Ich glaube, der Timer resettet sich, wenn ich die Welt verlasse, aber andererseits bin ich ja zur nächsten Stufe gekommen, wo es schon Sand gab. Ich war auf jeden Fall sehr verwirrt und am nächsten Morgen schwebte das Lama immer noch unfreiwillig unter der Insel rum. Also wirklich, wie kann man nur so Tiere behandeln? Ich hatte aber mittlerweile endlich genug Cobblestone für die Mobfarm, in der Theorie, denn in der Praxis hatte ich viel zu viele Cobblestone-Slaps platziert, um die passende Plattform für die Mobfarm zu bauen. Das Ganze musste ich dann auch noch mit Fichtenbrettern und Zäunen umzäunen, aber ein Enderman entschied sich dafür, Potzell von mir zu klauen, also entschied ich mich dafür, ihn von der Insel runterzuboxen und danach wurde er nie wieder gesehen. Experten und Agenten vermuten, dass er sich zur Zeit im Ende aufhält und tun alles in ihrer Macht stehenden, äh, Macht, um ihn vor Gericht zu ziehen. Danach konnte ich endlich die Steinplattform fertig machen, hab natürlich wie immer die Tiere mit Essen versorgt und meine erste Kartoffel bekommen. Danach modifizierte ich auch noch die Hühnerfarm, damit ich die Hühner von oben füttern konnte. Langsam aber sicher kam zwar meine Hunde-Armee zusammen, aber damit ich alle Hunde frei rumlaufen lassen konnte, müsste ich noch alles Hunde sicher machen und dann könnten mich die Hunde endlich vor den Monster-Partys verteidigen. Die Erdfläche war mittlerweile fast komplett fertig und in den Gehegen gab es so viele Tiere, dass sie sich noch nicht mal verteilen und nur noch auf einem einzigen Block rumgammeln konnten. Mittlerweile interessierten mich die Zombies vom Infinity Block übrigens gar nicht mehr und ich drückte sie einfach platt. Jetzt sollte ich mittlerweile bei Tag von 100 sein und habe damit auch ein Glück des Projektes schon bestanden. Ich musste einen Wolf töten, um keine Knochen oder Hühner zu verschwenden. Aber sagt es nicht den anderen Hunden, sonst muss ich nicht nur einen einzigen Hund töten. Eine weitere kritische Situation entstand, als ein Polarfuchs spawnte und drohte all meine Hühner umzubringen. Nachdem sich alles wieder beruhigt hatte, baute ich die Grasfläche fertig und benutze sie als Parkplatz für meine Hunde. Mal wieder spawnten zwei Polarfüchse, ich tötete einen von ihnen, aber konnte den zweiten nicht finden und musste mich deshalb fürchten, dass er sich alle Hühner gönnen würde, wenn ich mal kurz wegschaue. Ein weiterer Wandering Trader dachte sich, dass er mir Müll anbieten könnte und ich ihn kaufen würde, aber nee man, ich brauche immer noch kein Müll. Okay Leute, ich wollte irgendwie so vor drei oder vier oder fünf Tagen oder naja, ich habe ehrlich gesagt absolut vergessen, vor wie vielen Tagen das war. Ich wollte jedenfalls eine Mobfarm bauen und das ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Das heißt, am nächsten Morgen werde ich dann endlich eine Mobfarm bauen. Aber bevor ich jetzt endlich mit der Mobfarm anfangen würde, baute ich ein kleines System, was die Items vom Infinity Block automatisch einsammelt, damit mein Inventar nicht die ganze Zeit vollläuft und ich den ganzen Müll immer raus sortieren muss. Als endlich mal wieder ein Eisbär spawnte, fasse ich ihn wirklich gar nicht an, damit er die Polarfüchse immer automatisch für mich erledigen würde. Und äh, naja, eigentlich hatte ich ja vor, gestern die Mobfarm zu bauen. Irgendwie habe ich es geschafft, einen ganzen Tag lang zu brauchen und es funktioniert zwar, aber ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, wieso ich mit der Mobfarm noch nicht anfangen konnte, aber das mache ich jetzt auf jeden Fall. Und ich entschied mich dafür, alle Blöcke, die ich für die Mobfarm benutzen könnte, mitzunehmen. Und nachdem ich eine kleine Landefläche für mich gebaut hatte oder wohl eher gegossen hatte, baute ich eine weitere kleine Plattform. Wenn ein Zombie-Villager spawnt, kann ich die Mobfarm einfach oben abdecken, muss dann nur noch alle Monster töten und kann den Zombie-Villager unten rauslassen, wo er dann automatisch in einem Boot landet, nicht so wie in Skyblock. Leider waren meine Berechnungen aber ziemlich bescheuert und ich hätte die Mobfarm schon früher anfangen können, weil ich den Boden und die Decke aus Slabs bauen kann und den Rest mit den restlichen Blöcken bauen hätte können. Aber auch diese Berechnung ist eventuell potenziell vielleicht komplett bescheuert, weil ich nach mehr als zehn Jahren Erfahrung in Minecraft immer noch nicht wusste, ob Monster auf Slabs, die auf der höheren Hälfte platziert wurden, spawnen können. Ein bisschen smart war ich aber natürlich trotzdem und benutze für die Wand eine Schicht Granit, damit ich danach Kies platzieren könnte, den ich ja sonst nicht als Decke benutzen konnte. Als ich aber anfangs den Turm der Mobfarm gebaut habe, hatte ich wahrscheinlich an gar nichts gedacht und hatte deshalb auch keine Cobblestone Slabs mehr, weshalb ich einfach hässlichen Granit als Decke benutzen musste. Aber auch das war mal wieder absolut bescheuert, weil ich mir extra Holz mitgenommen hatte und einfach daraus die Decke hätte bauen können. Schritt für Schritt wurde die Mobfarm aber immer hässlicher und hässlicher und alles was danach noch fehlte waren die Trapdoors und nachdem das Wasser auch erledigt war, musste ich nur noch alle Fackeln abbauen und mich aus dem Staub machen. Danach wäre ich beinahe runtergesprungen, ohne Wasser zu platzieren und mir fiel ein, dass der Boden noch gar nicht fertig war, was mir ja schon mal in Skyward passiert ist, weil ich auch noch vergessen hatte, das Wasser in der Mitte oben zu entfernen. Und was passierte danach? Wegen den ganzen Tieren in den Gefängnissen hatte ich gefühlt nur noch 30 FPS. Nach 8 Stunden Langeweile, in denen ich die meiste Zeit nur einen einzigen Block abgebaut habe, hatte ich absolut keine Ahnung mehr, wie lange ich schon gespielt hatte und es fühlte sich an wie eine halbe Ewigkeit. Aber ich wollte unbedingt wissen, ob ich mit der Schätzung, dass ich bei Tag 37 war, richtig lag. Ich wurde so neugierig wie noch nie zuvor und konnte der Versuchung nicht widerstehen, zu der Tagesanzeige rüberzuspicken und sah, dass ich bei Tag 36 war. Und damit hatte ich die Challenge verloren. Ich will heute in 100 Tagen 100.000 Emeralds sammeln, damit ich kein Geringverdiener mehr bin. Aber damit die Challenge nicht so leicht, sondern schwer ist, müssen alle Tools, jede Rüstung und alles, was ich esse, von Villagern getradet sein. Außerdem sind automatische Farmen komplett verboten, also muss ich alles selbst sammeln. Als erstes musste ich also ein Dorf finden, damit ich einfach nicht verrecke, aber das Ganze wurde echt schwer, weil ich nicht mehr sprinten konnte und dann passierte das hier. Echt, welcher Idiot kommt eigentlich auf die Idee, so ne Challenge zu machen, wo er nichts essen darf. Oh mein Gott, was? Damit konnte ich also direkt anfangen, das ganze Dorf zu looten. Da haben wir auch schon direkt drei Diamanten, mit denen ich einfach nichts anfangen kann. Meine erste Mission ist es, einen Fletcher zu finden und wenn es hier keinen gibt, dann habe ich ein kleines Problem. Meine Idee war es nämlich, eigentlich ein bisschen Holz zu farmen, daraus ein paar Stöcke zu craften und die in einen Fletcher zu verkaufen, damit ich so an meinen ersten Emerald drankomme und so an meine erste Steinachse rankomme. Ich glaube, das Problem hat sich tatsächlich einfach gelöst. Und da haben wir auch schon unseren ersten Farmer, der uns tatsächlich auch Brot verkauft, weshalb wir endlich was essen können. Jetzt, wo mein Hunger also endlich gestillt war, musste ich nach einem Toolsmith suchen. Weil ich bis jetzt noch keine Toolsmiths in diesem Dorf gefunden habe, hätten wir jetzt eigentlich ein kleines Problem, aber ich bin richtig, richtig smart und deshalb haben wir doch kein Problem. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist eigentlich das Problem? Na, das Problem ist, dass ich ohne Toolsmiths nicht an Tools komme. Aber so problematisch ist dieses Problem gar nicht, weil ich einfach diesen Eisengolem töten werde. Jetzt haben wir nämlich unser erstes Eisen, mit dem wir uns einen Smithing-Table craften können. Das heißt, jetzt muss ich nur noch einen freien Villager finden, und einen Smithing-Table platzieren. Da sind auch schon zwei einfach eingesperrt? Wie ist das zu Stange gekommen? Ich würde sagen, ich platziere einfach mal den Smithing-Table und baue danach diesen Composter ab, damit einer von den Villagern zum Toolsmith wird, aber das wird irgendwie nichts. Denn die rennen einfach weg. Bevor ich den Smithing-Table abbauen konnte, kam ein random Villager dazu, er wurde zum Toolsmith, ich bekam meine ersten Tools und konnte damit noch schneller Holz sammeln. Falls es Kies in der Nähe gibt, dann kann ich Flint farmen, mir damit ein Fletching-Table craften, und habe dann dennoch damit einen Fletcher. Und da unten gibt es tatsächlich Kies. Auch wenn ich kein einziges Flint bekommen habe, sollte das fürs Erste genügen, denn ich habe elf Gravel und das sollte reichen. Das wäre damit auch geschafft und jetzt können wir uns einen Fletching-Table craften. Wir machen also erstmal den Kartografen arbeitslos und machen ihn jetzt zum Fletcher. Abgesehen davon, dass er zum Farber geworden ist und jetzt zum Fletcher wird. Er tradet auch Stöcke, allerdings will ich mir später Pfeile von ihm kaufen, das heißt, ich werde ihn wieder abbauen. Abgesehen davon, dass er jetzt wegrennt? Ehrlich, dieser Villager hat sich jeden Arbeitsblock im Umkreis von 30.000 Kilometern ausgesucht und ist von meinem aber weggelaufen. Meine Güte, was willst du bitte aus deinem Leben machen, wenn du so herumläufst? Ehrlich, was ist falsch mit dir? Jetzt wurde er also endlich zum Fletcher, aber verkauft mir immer noch keine Pfeile. Wieso machen Villagers das einem so schwer? Dankeschön. Jetzt können wir uns endlich richtig viele Stöcke craften und damit haben wir jetzt unendlich Emeralds. Am nächsten Tag habe ich Holz gefarmt und dabei ist mir die Idee eingefallen, dass ich alle Villager in eine Grube stecken und dann mit Brot abschmeißen kann. Also habe ich welches beim Farmer besorgt und dann ein random Haus einfach mit Betten vollgestopft. Am vierten Tag habe ich also wieder Holz gefarmt und wurde reich. Aber um den Weapons bevorzutraden, habe ich keine Emeralds, sondern Eisen gebraucht. Also wollte ich als nächstes in eine Höhle. Das einzige Problem ist, dass es hier unten nicht weiter geht oder doch. Tatsächlich geht es hier einfach weiter und es geht doch doch nicht weiter. Und obwohl diese, naja, Höhle gar nicht so groß ist, kann ich mir die Kohle trotzdem gönnen. Außerdem habe ich mir kein Bett mitgenommen, das heißt, das könnte jetzt echt gefährlich werden. Und ich kann nicht schlafen, weil es auch ein bisschen in der Nähe sind. Skelette übrigens auch. Ich sitze jetzt also ohne Rüstung mit einer Arx als Waffe in diesem Haus fest und konnte mich jetzt aber doch irgendwo umschlafen legen. Naja, es ist jedenfalls Tag 5. Wenn ich mich einfach mal umschaue, dann sehe ich schon einen Emerald, der aus dem Berg rausguckt. Da sehe ich vielleicht eine Höhle. Da ist vielleicht eine. Da vorne ist vielleicht eine. Vielleicht ist das hier ein Eingang. Oh, das sind Bienen. Bevor ich allerdings nachschauen würde, welche Gefahren sich in dem Berg verbergen und das hier war das schlechteste Wort Witz EO West, habe ich nochmal Holz gefahren. Bei der ganzen Langeweile muss man ja über irgendwas nachdenken und ich habe gerade darüber nachgedacht, wie viele Emeralds ich pro Holz verdiene. Aus einem Stack Holz kann man 4 Stacks Bretter machen und aus 4 Stacks Brettern 8 Stacks Stöcke. Und mit diesen 8 Stacks kann man 16 Emeralds verdienen, das heißt ein Holz ist ein Viertel Emerald wert. Und wer kann erraten, was ich am Morgen dieses wundervollen Tages machen werde? Natürlich werde ich die ganzen Stöcke verkaufen, die ich gestern gefahren habe. Ich kann ja jetzt aber nicht Tag ein, Tag aus die ganze Zeit Stöcke verkaufen, das wäre ja langweilig. Das heißt, ich sollte mir endlich Eisen suchen. Nachdem ich also Kohle gefahren habe, weil es in der ganzen Höhle einfach kein einziges Eisen gab, hatte ich insgesamt 81 Kohle gesammelt und dann wurde es aber Nacht und ich musste ein paar Schafe töten, damit ich mich dann in ein kuscheliges Bett wälzen konnte. Ich habe mit den Villagern verhandelt und für euch einen super Deal rausgehauen. Die ersten 9000 Leute, die dieses Video liken, kriegen nicht nur lebenslang Hero of the Village, sondern 100.000 V-Bucks beim Start einer neuen Minecraft Welt for free, aber auch noch 10% Rabatt auf alle Steintools beim Farmer. Warnung, es könnte sein, dass der Effekt beim Milchtrinken lebenslang verschwindet, V-Bucks in Minecraft nicht als Währung benutzt werden können und der Farmer gar keine Steintools anbietet. Mittlerweile sollte ich genug Kohle haben für 7 Trades und das sollte ausreichen, um einen Armorer aufzuleveln. Jetzt muss ich nur noch ungefähr 400 Blöcke in diese Richtung laufen und dann sind wir schon wieder zu Hause. Und hier sind wir wieder in meinem Lieblingsdorf. Und ich habe ganz vergessen, dass ich immer noch kein Eisen habe, um mir ein Blast für das zu craften. Ich habe mir gerade eine kleine Pause gegönnt und mir ein kaltes Glas Cola gegönnt. Und apropos Diabetes, ich habe ja immer noch keine Diabetes-Plantage. Wer jetzt schon weiß, was damit gemeint ist, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich konnte tatsächlich von der ganzen Cola echt nicht gut schlafen und da ist mir eingefallen, dass ich ja eigentlich mittlerweile einen neuen Skin habe. Ja und wenn du dich wunderst, wieso ich mittlerweile wie ein Hund oder halt eben wie ein Affe aussehe, dann solltest du dir auf jeden Fall das letzte Video anschauen. Aber ich brauche auf jeden Fall Eisen, damit ich die Villager endlich hochtraden kann. Und das heißt, nachdem ich das Zuckerrohr angepflanzt habe, kann ich nachschauen, ob es in dieser Höhle Eisen gibt. Und in dieser Höhle gibt es einfach tatsächlich mein erstes Eisen, was ich selbst gefarmt habe. Ich habe einfach seit mehreren Tagen Eisen gesucht und endlich welches gefunden. Aber Kupfer brauche ich jetzt nicht. In der Höhle gab es so richtig, 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 richtig viel Eisen, aber dann habe ich auf einmal ein Skelett gehört. Und da vorne sind einfach zwei Skelette. Oh mein Gott. Ich muss mir überlegen, wie ich sie umbringen werde. Eins wäre damit erledigt und jetzt fehlt nur noch das zweite. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich so stark bin, dass ich es schaffe, das Skelett zu töten, ohne dass ich sterbe. Aber es sind zwei Skelette. Ne, das schaffe ich nicht, Alter, das war's. Ein Skelett wurde jetzt von dem anderen Skelett getötet. Das heißt, es ist nur noch eins übrig, so wie es hätte eigentlich vorher sein müssen. Das heißt, jetzt sollte ich es eigentlich töten können. Viel Kohle konnte ich bis jetzt noch nicht sammeln, aber dafür habe ich schon 36 Eisen. Das heißt, sobald ich im Dorf ankomme, kann ich einfach einen Armorer hochtraden und habe damit endlich ein Schild und kann damit wiederum viel einfacher Eisen sammeln. Damit habe ich tatsächlich den Ausgang gefunden, aber ich bin echt greedy und ich möchte noch mehr Kohle und noch mehr Eisen sammeln. Da wollte ich auch noch gerade sagen, das mit dem Gesicht wird echt nicht besser. Ich brauche noch ein bisschen, um mich daran zu gewöhnen. Was ich auch noch loswerden wollte, ist, dass ich noch nie in der 1.19 gespielt habe. Das heißt, mit Fröschen hatte ich noch nichts zu tun. In einem Mangrovenzumpf bin ich noch nie gewesen und ich habe auch absolut keine Ahnung, was einen Warden kann, wie viel Damage er macht oder wie viel AP er hat. Aber vielleicht werde ich das ja heute herausfinden. Und das hier war der letzte Schluck von meiner Kohle. Mittlerweile bin ich im Herzen der Höhle angekommen und das heißt, ich würde sagen, ich pausiere mal kurz meine Musik und muss jetzt beten, dass ich hören werde, wenn ein Creeper von hinten kommt. Und ich würde sagen, damit wäre ich für das erste fertig mit dieser Höhle. Insgesamt habe ich ungefähr weitere 2,5 Stacks Kohle gesammelt und 80 Eisen ist auch noch dazu gekommen. Jetzt muss ich mir nur die Koordinaten von dieser Höhle aufschreiben und nachdem ich noch mehr Kohle gefarmt habe, kann ich dann endlich nach Hause. Und jetzt muss ich nur noch das Eisen und ein paar Steine schmilzen. Und damit habe ich jetzt endlich einen Blast Furnace, den ich hier platzieren kann. Heute werde ich das erste Mal Villager mit Brot abschmeißen und sie natürlich direkt einsperren. Das Einsperren kommt zuerst, aber das Brot werde ich ihnen natürlich auch gönnen. Und schon fangen sie an mit den Herzpartikeln. Und ich glaube, von hier unten sehen die gar nicht, dass ich zuschaue. Und da ist auch schon das erste Kind. Dann habe ich mir aber gedacht, dass dieser eine Farmer, den ich am Anfang von diesem Projekt eingesperrt habe, aber schon genug gelitten hat. Also habe ich ihn freigelassen, nur um ihn wieder einzusperren. Habe ihn dann mit Brot abgeschmissen und deshalb konnte er auch jetzt Kinder gründen. Und jetzt, wo das ganze Eisen durchgeschmolzen ist, kann ich endlich den Toolsmiff hochleveln. Oder die machen halt einfach Kinder. Alles klar. Die Kinder sind jetzt also mittlerweile in der Massenproduktion und das Eisen ist tatsächlich auch billiger geworden. Damit hatte ich endlich genug Villager in der Grube, weshalb Eisen-Villager angefangen haben zu spawnen und ich einfach for free Eisen bekommen habe, was tatsächlich danach auch einfach direkt nochmal passiert ist. Und weil der Toolsmiff endlich aufgelevelt ist, kann ich mir einfach eine Dia-Axt und eine Dia-Schaufel craften. Jetzt habe ich zwar nur noch einen Emerald übrig, aber dafür brauche ich diese Eisen-Axte nicht mehr und habe auch endlich eine Schaufel. Das heißt, ich kann jetzt noch schneller Holz farmen, während ich darauf warte, dass die kleinen Kinder groß werden und ich dann einen Armorer habe. Aber es gewittert gerade und ich muss unbedingt ein Dach über die Villager-Grube bauen, damit sie auf keinen Fall zu Hexen werden. Ehrlich, ich bin wahrscheinlich der einzige Spieler in Minecraft, der Regen toll findet. Aber das hier ist ja einfach mal super krass. Mittlerweile ist aber tatsächlich ein Wandering-Trader gespawn und der verkauft mir Slime-Balls, mit denen ich Lion-Craften könnte. Aber naja, die kann ich ja auch for free bekommen. Und mittlerweile habe ich auch einen Armorer, den ich auch mit Kohle hoch traden kann. Leider kann ich ihm kein Eisen verkaufen, um ihn weiter hoch zu traden, aber dafür habe ich auch endlich Rüstung. Es ist zwar nur Kettenrüstung, aber wenigstens irgendwas. Abgesehen davon, dass ich vielleicht heute schon ein Full-Tier haben werde. Denn ich kann weiterhin Emeralds traden und kann mir damit noch mehr Müll vom habe, ist, dass alle Betten schon besetzt sind. Das heißt, die Villager können sich nicht mehr weiter produzieren. Und das klingt irgendwie sehr unmenschlich. Villager existieren in Minecraft, aber auch nur, um versklaft zu werden. Der Punkt, den ich rüberbringen wollte, ist, dass ich zwar Schafe in der Nähe habe, aber mir keine Schere craften kann. Dafür brauche ich einen Shepard und ich habe nur noch einen freien Villager, der auch noch auswachsen muss. Und dann kann ich mir endlich eine Schere kaufen. Aber mittlerweile ist der Armorer tatsächlich so weit aufgelevelt, dass ich mir die Dia-Rüstung kaufen kann. Das heißt, ich glaube, mein Ziel ist es heute, Full Dia zu werden. Also habe ich erstmal Holz gefarmt, Stöcke verkauft, Holz gefarmt und ich habe einfach den Hund befreundet. Das hier ist also endlich der Tag, wo ich Dia-Rüstung haben werde. Danke dafür. Die finde ich auf jeden Fall echt super. Ich habe allerdings nur Fire Protection und Unbreaking 1 und Blast Protection 2. Das ist, äh, der letzte Dreck. Und das bedeutet, dass ich die Schafe von dort hinten ab in die Base locken kann und dort einfach für immer versklafen werde. Natürlich unter Bio-Bedingungen und das heißt, dass nicht mehr als 20 Schafe auf einem Block gleichzeitig rumgammeln dürfen. Nachdem dieser Krampf auch vorbei ist, muss ich nur noch die Schafe füttern und komplett abscheren. Und damit habe ich jetzt vier weitere Betten und jetzt fehlt nur noch der Helm. Als nächstes habe ich also den wunderschönen Oh mein Gott! Also ja, Leute, eigentlich wollte ich sagen, dass das ja der erste Sonnenaufgang ist, den ich von Anfang bis Ende, naja, bis Ende nicht wirklich, den ich jedenfalls erleben konnte, ohne dass ich mich schlafen legen musste. Bevor ich mich also endlich auf die Suche nach dem Enderdrachen mache, muss ich mir noch einen Helm, ein Schwert und Enderperlen kaufen, aber vor allem auch Papier und Gunpowder sammeln, damit ich mir dann Raketen craften kann und dann mit dem Elytra, wogegen laufe ich, und dann mit dem Elytra nach Hause fliegen kann. Das hier ist der Anfang von Tag 16 und die Villager sind natürlich direkt am Bumsen. Während die Villager also damit beschäftigt sind, kann ich ein paar Bäume abbauen und habe jetzt endlich auch genug Emeralds, um mir den Helm zu leisten. Ich glaube, damit bin ich jetzt so ziemlich ready für den Enderdrachen. Ein bisschen Gunpowder habe ich ja schon gesammelt, das heißt, jetzt fehlen mir eigentlich nur noch die Enderperlen und danach muss ich nur noch kurz in den Nether, aber dann war es das auch schon. Sobald ich den Enderdrachen besiegt habe, kann ich mir eine Elytra schnappen, damit kann ich dann einfach in dieser Welt hier rumfliegen, bis ich auf eine Wüste stoße und in der Wüste werde ich dann so lange Sand sammeln, bis meine Schalkerboxen voll sind. Dann muss ich das Ganze nur noch zu Glas schmelzen, zu Glaspanes verkraften und kann dann einfach richtig reich werden. Also wenn es um Katzen oder Hunde geht, dann streite ich mich nicht darüber, was besser ist, weil sowieso klar ist, dass Katzen besser sind, aber wenn ich ein Hundebesitzer sein würde, dann wäre ich ein sehr schlechter, denn ich habe meinen Hund einfach hier seit mehreren Tagen stehen lassen. Und damit habe ich jetzt endlich ein Dia-Schwert. Das hier soll jetzt wirklich das letzte Mal sein, dass ich Holz farme, um daraus Stöcke zu machen und dann alles zu verkaufen. Ich muss nur noch den Cleric hochleveln, damit ich an die Enderpellen rankomme und dann muss ich mir noch eine Dia-Spitzsacke vom Toolsmith kaufen, damit ich überhaupt Obsidian abbauen kann. Wenn ich dann also endlich die Blaze-Rots aus dem Nether bekomme, dann kann ich endlich den Enderdrachen besiegen. Leider ist meine Axt kaputt gegangen, weshalb ich früher aufhören müsste, die Bäume abzubauen und dann hat irgendein Verrückter mitten in der Nacht Villager aufgeweckt, aber weil die alle noch im Halbschlaf waren, haben die mich nicht erkannt. Bevor ich mir jetzt tatsächlich Enderpellen vom Cleric kaufen kann, verlangte von mir Glasflaschen, das heißt, ich würde sagen, ich farme einfach mal ein bisschen Sand, schmelze das Ganze und naja, verkaufe ihm dann halt Glasflaschen. Ich wollte Glasflaschen sagen. Hier vorne haben wir den Sand. Ich glaube, zweieinhalb Stacks sollten reichen, also muss ich das Ganze nur noch schmelzen. Gefühlt ist schon wieder der ganze Tag vorbei und jetzt muss ich das nur noch verkaufen. Und der verkauft mir noch nicht mal Enderpellen. Wieso habe ich eigentlich meine Zeit damit verschwendet? Ich musste also noch mehr Sand farmen, noch einen Kleriker aufleveln, der mir dann tatsächlich auch Enderpellen verkauft hat und nachdem ich alles Wichtige mitgenommen hatte, machte ich mich auf den Weg in eine Höhle, um mir ein Netherportal zu gießen und ging rein. Ich würde sagen, das sieht ganz schön nach Nether aus, oder? Da ist auf jeden Fall schon mal ein Crimson Forest, aber das ist nicht das, was wir suchen. Denn ich brauche natürlich ein Netherfortress, aber hauptsächlich ein Blaze Spawner, aber hauptsächlich Blazes, aber eigentlich ja nur die Blaze Shrots, aber eigentlich nur den Blaze Powder und eigentlich brauche ich ja nur die Ender Augen. Und eigentlich muss ich nur Slash Locate benutzen, kann dann im Creative Modus einfach zum Netherfortress fliegen und dort Spawnerx benutzen, damit ich die Monster bekomme, die ich töten muss, genauso wie Deckdiff das in seiner Survival Welt gemacht hat. Wenn du die Thematik rund um Deckdiff immer noch nicht mitbekommen hast, dann solltest du dir auf jeden Fall das Video dazu anschauen, denn ich habe ungefähr 45 Minuten lang gezeigt, dass Deckdiff an jeder Ecke lügt und cheatet und dass seine letzten 23 Videos fake sind. Leute, es ist wirklich so viel, diese 45 Minuten sind nicht ohne Grund 45 Minuten lang. Ein Warped Forest gibt es hier auch. Ich habe mich jetzt aber doch dafür entschieden, den Shader auszumachen und die Render Distance auf 40 zu stellen, damit ich das Netherfortress einfach einfacher finden kann. Habe ich gerade eben einfach zweimal einfacher hintereinander gesagt? Ich glaube, ich sollte meinen Wortschatz erweitern. Ich habe, no joke, seit ungefähr 20 Minuten nach einem Enderfortress... Warte, was? Von allen Toten, die jemals passiert sind, war das hier der dümmste. Also weiter mit der nächsten Welt. Ich habe mir von 10 verschiedenen YouTubern 10 Challenges geben lassen und habe nur 10 Stunden Zeit, um zum Beispiel den Enderdrachen nur mit der Hand zu töten, ein Raid im End ohne Rüstung zu besiegen und den Borden zu töten, obwohl ich keine Ahnung habe, was er macht. Während die Challenges anfangs noch sehr einfach sind, werden sie bis zum Ende hin immer schwieriger, bis sie fast unmöglich sind. Und einfach, Gustav, hat für mich die erste Challenge vorbereitet. Und zwar will ich, dass du eine neue Hardcore-Welt erstellst, erstmal genug Eisen für ein Eimer sammelst und dir damit dann einen Cobblestone-Generator baust und dann einfach mit einer Holzspritzhacke, ganz wichtig, insgesamt 100 Cobblestone abbaust. Eigentlich wäre ich jetzt schon mit der ersten Challenge fertig, aber einfach Gustav hat sich noch was einfallen lassen. Ja, und wenn du das geschafft hast, kannst du eigentlich die ganzen Cobblestones wieder in die Lava werfen. Ernsthaft? Ich habe für die erste Challenge ungefähr 20 Minuten gebraucht, aber die zweite Challenge von Space Maddox wird umso schwieriger sein, denn ich werde ins End gehen und den Drachen nur mit meiner Hand besiegen müssen. Und währenddessen werde ich natürlich selbst auf die Fresse bekommen, das heißt, ich brauche nicht nur richtig viel Essen, sondern auch noch eine Rüstung. Also kann ich mich jetzt auf die Suche nach Eisen machen. Ich gammel schon etwas länger in dieser Höhle rum. Und was ist denn das bitte für eine Perspektive? Äh, jedenfalls habe ich mein Essen gekocht, also kann ich jetzt endlich Eisen suchen. Und da vorne haben wir auch schon welches. Da habe ich einmal in meinem Leben Glück. Oh mein Gott, noch mehr Diamanten. Das waren gerade eben einfach elf Diamanten am Stück. Ja, jetzt darf ich die ganzen Diamanten wieder einsammeln. Das heißt, als erstes muss ich an die Oberfläche, was ich jetzt geschafft habe. Und als nächstes brauche ich Lava, damit ich in den Nether gehen kann. Wofür sich ein Ruined Nether Portal auf jeden Fall gut eignet. Denn ich brauche tatsächlich das Flint hier, um mir damit, und wer hätte es gedacht, Flint in Steel zu craften. Naja, das Ruined Nether Portal bedeutet auch, dass ich mein Portal einfach hier gießen kann. Wenn ich kompetent genug dafür wäre und nicht der ganze Lavasee jetzt aus Obsidian bestehen würde. Aber naja, ich glaube, ich habe genau deshalb die Diamanten gefunden. Abgesehen davon, dass ich mitten, oder halt eben nicht wirklich mitten, aber halt neben einem Crimson Forest bin, muss ich jetzt nach einem Nether Fortress suchen. Und da ist ja auch schon eins. Also muss ich nur noch dort reinkommen und ein Blaze Spawner finden. Neun Blaze Stäbchen sollten mir ausreichen. Also muss ich jetzt nur noch einen Warped Forest finden, damit ich genug Enderperlen habe. Vielleicht gönne ich mir aber vorher auch noch ein paar Dinge. Wie zum Beispiel For Free Gold. Denn das habe ich natürlich nicht aber so gesammelt. Jetzt kann ich nämlich ganze 35 Mal mit Piglins traden und ich habe absolut keine Ahnung, was die Trade, Raids, Enderperl, keine Ahnung was, wie oft die Piglins Enderperlen traden. Cool, dass ich mein ganzes Gold auf eine Stelle geschmissen habe und die Piglins einfach ein bisschen zu dumm sind. Okay, ich halte die Fresse. Die Schweine sind anscheinend allerdings mit dem ganzen Gold durch. Das heißt, wir reden nicht darüber, was gerade eben passiert ist. Und ich habe gerade eben mein ganzes Gold für zwei läppige Enderperlen ausgegeben. So, jetzt gibt es aber auch zwei Überraschungen für euch. Eine davon ist positiv und eine davon ist negativ. Naja, keine Ahnung, immer positiv denken und so. Die gute Nachricht ist, ich habe genug Gold für eine der Challenges und manch einer kann sich jetzt schon denken, wofür ich das Gold brauchen werde. Und die schlechte Nachricht ist, dass ich gerade eben niesen musste. Nee, Spaß, haha. Dass ich mich dafür entschlossen habe, wieder in die Overworld zu gehen. Also finde ich, zuerst das Endportal, sammle dann genug Enderperlen und gehe dann erst ins End. Normalerweise spawnen die Strongholds ja in solchen Kreisen und ich glaube, der erste Kreis hat einen Radius von 1200 Blöcken und weil ich ja gerade so ziemlich nur noch in Z-Richtung laufen muss und also die X-Achse schon erreicht habe. Boah, was für eine Scheiße labere ich eigentlich. Jedenfalls ist das, was ich sagen wollte, dass ich nur noch zu Z gleich 1200 laufen werden muss. Jetzt sollten wir also mittlerweile eigentlich angekommen sein. Aber zur Sicherheit schmeiße ich noch ein Auge. Ich hasse mein Leben. Diesmal ist das Auge zurück in die gleiche Richtung geflogen. Das heißt, ich sollte jetzt in der Nähe vom Stronghold sein. Und ich bin im Stronghold gelandet. Das heißt, jetzt muss ich üblicherweise natürlich nur noch das Portal finden. Oh mein Gott, ich habe es gerade eben noch so überlebt. Was? Nein, 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 nein. Alter, das war sowas von knapp. Wäre ich nicht früher weggerannt, dann wäre ich einfach gestorben. Ich wollte eigentlich in diese Schlucht hier runter gucken und dort ist eine gigantische 1-18-Höhle und dann kommt ein verkackter Creeper von hinten. Irgendwann fand ich dann aber endlich das Portal. Weg mit dem Müll. Zwei Ende Augen sind schon drin. Und ich habe ja auch noch eins hier. Das heißt, es fehlen jetzt noch neun. Also werde ich mir erstmal ein Portal gießen und muss jetzt nochmal in den Etter. Leider bin ich nicht in einem Warped Forest gespawnt. Das heißt, jetzt muss ich erstmal einen suchen. Also muss ich jetzt nur noch zurück zum Etter-Portal. In die Oberwelt gehen und das Portal aktivieren. Und um den Ender-Drachen nur mit meiner Hand zu besiegen, werde ich natürlich eine ganz spezielle Taktik brauchen. Also werde ich auf den höchsten Turm schwimmen, den Kristall zerstören und von hier aus die restlichen Kristalle abschießen. Und jetzt fehlen nur noch die Kristalle in den Käfig. Weshalb das hier der letzte Kristall war. Bevor ich jetzt allerdings anfangen kann, meine Taktik zu benutzen, muss ich noch eine einzige Sache machen. Denn hier habe ich drei Glasflaschen, die unbedingt mit Dragon's Breath gefüllt werden müssen. Die werde ich dann nämlich später für eine weitere Challenge brauchen. Und jetzt kann ich euch erklären, was ich eigentlich machen wollte. Denn ab jetzt muss ich mein Schwert weglegen und werde mich jetzt hier in dieses Loch stellen und jetzt werde ich anfangen, ihn einfach die ganze Zeit zu boxen. Und solange der Ender-Drache rumfliegt, muss ich gucken, dass dieser Turm immer zwischen mir und dem Ender-Drachen ist, weil er manchmal diese Dinger schießt und dieser Turm diese Dinger dann abfahren wird. Wenn diese Kugel nämlich jetzt hier drin gelandet wäre, dann könnte ich hier nicht mehr stehen, müsste raus und würde vielleicht vom Ender-Drachen sterben. Aber es passierte genau das, was ich befürchtet hatte. Und als ich vom Ender-Drachen weglaufen musste, wäre ich fast gestorben. Aber dann konnte ich mich wieder ans Werk machen. Und damit habe ich den Ender-Drachen einfach mit meiner Hand getötet. Also habe ich damit die zweite Challenge auch endlich geschafft. Damit muss ich selbstverständlich die dritte Challenge machen. Aber bevor ich euch sage, was ich überhaupt vorhabe, muss ich mich erst mal besser equippen. Das heißt, ich werde in dieses andere End gehen müssen und werde mir dort eine Elytra, aber auch besseres Equip schnappen. Und da ist auch schon eine End-City. Aber statt, dass ich mich dort rüber baue, werde ich jetzt einfach auf diese Insel gehen, dann auf diese und dann von dort hier hinspringen. Wenn ich deshalb sterbe, dann habe ich es verdient. Oh mein Gott! Hätte ich gerade eben nicht schnell genug reagiert, dann wäre ich einfach gestorben und wenn ich ehrlich bin, ich hätte es auch verdient. Ich habe jetzt nur noch genau eine einzige Ender-Perle und wenn ich die nicht richtig treffe, dann sterbe ich. Dieser eine Block hat gerade eben meine ganze Hardcore-Welt gerettet. Wieso kann ich nicht einfach in meinem ganzen Leben nur Kartoffeln farmen oder so? Das wäre doch so viel besser. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, im nächsten Video mein gefährliches Leben im End hinter mir zu lassen und für jeden Zuschauer, Like, Kommentar, aber vor allem Abonnent bei diesem Video jeweils Kartoffeln zu pflanzen, bis mir die Hand abfällt. Also schau doch einfach mal nach, ob du schon abonniert hast und schreib zum Beispiel eine Challenge in die Kommentare. Und diese End City sollte man vielleicht eher End Turm nennen. Und hier oben gibt es abgesehen von einer guten Aussicht wirklich gar nichts. Also muss ich auf zur nächsten End City. Aber nein, auch diese End City ist eher ein End Turm, hat aber dafür einen Loot Room. Ich muss mich nur noch einbauen und kann mir jetzt den Loot anschauen. Bro, was ist das? Und diese Dia-Hose ist mit Protection 4 und Unbreaking 3 einfach perfekt für diese Challenge. Und dieses Dia-Schwert werde ich für eine andere Challenge brauchen. Also abgesehen davon, dass der Loot eigentlich ziemlich kacke ist, ist der Loot eigentlich ziemlich gut. Leider gibt es auch bei dieser End City kein Schiff und damit keine Lytra, also werde ich noch eine looten müssen. Und es sind tatsächlich zwei End Cities nebeneinander mit einem Schiff. Hoffentlich gibt es guten Loot. Die Schuhe sind perfekt. Die ganzen Rohstoffe nehme ich natürlich auch mit. Das Schwert ist jetzt auch nochmal besser. Und die Hosen sind eins zu eins das, was ich vorher hatte. Nur, dass ich diese Hosen nie wieder ausziehen werde, bis sie halt kaputt gehen. Also auf zum nächsten Loot-Room. Und hier gibt es Kack-Schuhe, einen ganz guten Helm und eine sehr gute Schaufel. Ich bin so kurz vor der End City und dort gammeln auch schon Schalke herum, aber ich habe keine Blöcke mehr. Also werde ich eine Chorus-Frucht benutzen, um vielleicht rüber zu kommen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ohne fast zu sterben. Und damit bin ich jetzt endlich an der End City. Und damit? Ja, was soll ich sagen? Ich fliege immer noch nach oben. Und damit habe ich jetzt endlich die Elytra. Und zur Sicherheit werde ich mir dort vorne eine weitere Elytra holen. Weshalb ich jetzt meine zweite Elytra habe. Ich habe also insgesamt diese guten Sachen gefunden, habe mittlerweile eine Dia-Spitzhacke, zwei sogar um genau zu sein, und ein Dia-Schwert. Und außerdem bin ich fast Full Dia, aber mir fehlt noch eine Chestplate, die ich auf jeden Fall brauchen werde. Also habe ich ziemlich lange nach Chestplates und Endcities gesucht, aber leider keine gefunden, weshalb ich mich doch dafür entschieden habe, nach Hause zu gehen und in einem Stronghold nach einer Bibliothek zu suchen. Und da vorne ist tatsächlich auch endlich die Bibliothek. Das einzige Problem ist, dass ich einfach keine Axt mehr habe, also muss ich mir schnell eine craften. Und baue jetzt erstmal die ganze Bibliothek ab. Also ich würde sagen, damit habe ich alle Bücherregale abgebaut, so sah die Bibliothek vorher aus. Ja, als ob ich das jetzt reinsteigen würde, ich mache mir doch keine Arbeit bei meinen Videos. Also ja, so viele Bücher sind dabei rumgekommen und ich habe keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Ich habe mich also bis an die Oberfläche gegraben, mein Enchantment Table platziert, eine Dia-Chessplate gecraftet und sie dann verzaubert. Aber jetzt kommen wir endlich zur dritten Challenge und Sir Linus würde ich erklären, was ich machen muss. Ich will, dass du für meine Challenge einen großen Eimer aus Glas in einem Ozean baust und ihn mit Lava befüllst. Und um das zu schaffen, musste ich nach Ocean Monuments suchen und mir Schwämme besorgen. Danach fehlte noch Sand, den ich zusammen mit Holz zu Glas geschmolzen habe und schon konnte ich anfangen, den Eimer aus Glas zu bauen. Nachdem ich dann alles trocken gelegt hatte, musste ich viel Lava aus dem Leather holen und in den Eimer packen. Ich zeige euch das alles hier übrigens nur, damit ihr wisst, wie lange das alles gedauert hat. Und damit kann ich tatsächlich die dritte Challenge abhacken. Das Ganze hätte ich wahrscheinlich effizienter machen können, aber das hier ist es wert. Während ich jetzt also nochmal mein Inventar und diese Schalkerboxen noch ein bisschen aufräume, wird A für euch erklären, was ich für die vierte Challenge machen muss. Fische sind einfach die besten Tiere in Minecraft. Sie sind nährreich, können schwimmen, haben Kiemen und ja, sie sind einfach spitze. Dementsprechend erwarte ich von dir, dass du alle Fische fängst und sie isst. Zu guten Tischmanieren gehört es auch, den Fisch mit Besteck zu essen. Deswegen erwarte ich von dir, dass du die Fische mit einem Trident tötest. Viel Spaß. Und wo bin ich eigentlich gerade? Irgendein Berg ist es tatsächlich gar nicht, denn das hier ist die Stelle, wo das Endportal ist. Das Problem ist gerade nämlich, dass ich ungefähr dreieinhalb Stunden lang Drowned gefarmt habe, mit einem Looting-3-Schwert vor allem, ich aber immer noch keinen einzigen Trident bekommen habe. Ich habe insgesamt zweieinhalb 15 Drowned getötet und darunter hat mir kein einziger einen Trident gedroppt. Das heißt, ich werde die vierte Challenge vorerst pausieren und später nochmal versuchen, was bedeutet, dass wir mit der fünften und der sechsten Challenge weitermachen. Jetzt könnte man sich ja fragen, wieso ich die fünfte und sechste Challenge gleichzeitig machen kann. Und das liegt daran, das Schleiche von mir wollte, dass ich ohne Rüstung ein Level-3-Raid schaffe. Und was Seven Bullets für die sechste Challenge wollte, kann er euch selbst sagen. Jo, Marco, Jakob, Rudi, meine Aufgabe für dich ist es, errichte ein Villager-Dorf im End und starte einen Raid. Also muss ich gerade nur noch einen einzigen Villager finden und da haben wir auch schon einen. Und jetzt muss ich den Villager nur noch zum Endportal bringen. Aber bevor ich den halben Villager aus dem Boot lasse und der deshalb endlich ins Endportal fallen kann, muss ich noch im Endwasser platzieren. Also muss ich mich runtergraben? Tja, es hat sich herausgestellt, das hier ist das falsche Loch und das hier ist das richtige. Und bevor ich den Villager hierher hole, werde ich erstmal nachschauen, ob es wirklich das richtige Loch ist. Und ja, das ist es in der Tat. Also muss ich jetzt nur noch sicherstellen, dass der Villager nicht wegrennen kann, sobald er hier unten landet. Und das wird damit auch geschafft. Also werde ich den Villager jetzt zum richtigen Loch rüberholen. Also wieder einsperren, freilassen und irgendwie dafür sorgen, dass er ins Loch fällt. Also werde ich ihn jetzt dazu zwingen, ins Endportal zu laufen. Und auch das war ein voller Erfolg. Und jetzt wo ich ein Extra-Bett habe, werde ich den Villager mit einem Bett baiten, was nicht unbedingt geklappt hat. Also werde ich einen Arbeitsblock benutzen müssen, aber auch das funktioniert irgendwie nicht wirklich. Also werde ich versuchen, ihn mit Essen zu baiten, aber das hat nicht unbedingt geklappt. Also werde ich ihn einmal schlagen, damit er hoffentlich von mir wegrennt und dann nach oben läuft. Aber auch das hat wundervoll funktioniert. Also werde ich ihn nochmal schlagen, damit er hoffentlich in die Mitte rennt. Und das hat besser geklappt, als ich dachte. Aber Leute, Gewalt ist nie eine Lösung. Außer wenn es zum Villager geht, dann ist es okay. Also muss ich ihn jetzt nur noch in die Mitte bringen. Und speziell für den Villager habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Denn ihr kennt ja alle Villagers im End, ne? Die Villager, die gammeln dann immer in solch Glaskugeln rum. Und deshalb werde ich auch eine ganz speziell angefertigte Glaskugel nur für diesen Villager mitten am Spawn bauen. Dort werde ich ihn dann natürlich einsperren, wo der Villager freiwillig verweilen wird, bis der Raid vorbei ist und dann wird er dort weiterhin drin rumgammeln. Schaut mir also einfach zu wie ein Mastermind. Das bin ich. Eine Glaskugel. Jetzt muss ich das Ganze nur noch dekorieren, damit es dem Villager auch wirklich gemütlich in dieser Bude sein wird. Und ich sehe euch dann, wenn alles fertig ist. Ignoriert bitte einfach, dass ich jetzt ein Fuchs bin. Ich habe einen Anzug gebraucht. Und die Hose kann ich übrigens wegen Curse of Binding immer noch nicht ausziehen. Jedenfalls wollte ich euch die Residenz hinter mir namens Glaskugel vorstellen. Sie besteht aus zwei unterschiedlichen Kugeln mit jeweils 100 Quadratmetern. Das Problem ist nur, dass man die oberen 100 Meter gar nicht erreichen kann. Aber sobald man reinläuft, merkt man, dass man sich direkt zweimal in den Kopf stößt, aber auch, dass das eine sehr kleine Wohnfläche ist. Tja, das ist egal, weil man direkt eingesperrt wird, sobald man hier reinläuft und nie wieder raus kann. Links und rechts gibt es freshe Drinks. Hier gibt es etwas zu essen, damit man auf keinen Fall verhungert und auf jeden Fall für Raids ausgenutzt werden kann. Und das hier ist das Schlafzimmer. Obwohl, naja, also von einem Zimmer kann man ja nicht wirklich reden. Das hier ist ein Zimmer, also nennen wir das einfach mal Schlaf. Die besonderen Merkmale sind, dass wenn man sich hinlegt, was ich auf keinen Fall machen sollte, weil ich direkt sterben werde, dann wird man nicht nur die ganze Zeit von einem Kürbis angestarrt, sondern auch noch geblendet, damit man ja nicht einschlafen kann. Rechts davon sieht man dann einen Sonnenaufgang am Horizont von einem Meer. Ehrlich gesagt habe ich absolut keine Ahnung, was zu sehen ist, aber ich hoffe einfach mal, dass es ein Meer ist. Und das wird natürlich durch das Lapis Lazuli verstärkt, was die Gedanken an das Meer verstärken sollen und die dafür sorgen, dass du nie wieder vergisst, dass du niemals mit Randoms für irgendwelche Süßigkeiten irgendwo hin in irgendwelche Glaskugeln mitten im End reingehen sollst. Und diese Residenz zeichnet sich durch die wundervollen Nachbarn aus, denen man auf keinen Fall in die Augen schauen sollte, weil sie sonst einen angreifen. Und genau dafür ist der Boden aus Schnee, denn wenn man die Furnaces anmacht, dann schmilzt der Schnee, wird zu Wasser und die Endermans können einen nicht töten. Abgesehen davon, dass das sowieso nur zwei Blöcke groß ist. Also muss ich diesen Villager nur noch gegen seinen Willen, ich meine natürlich mit seinem Willen, in die Glaskugel stecken und nie wieder rauslassen. Und hier drin wird er ab jetzt für immer verweilen. Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass ich die obere Halbkugel noch renoviert habe, weshalb die noch nicht mal identisch sind und es jetzt noch hässlicher aussieht. Äh... Ja, lasst uns einfach nach einem Outpost suchen. Ich hoffe, euch hat die Residenz Glaskugel gefangen. Äh, ich meine gefallen und jetzt machen wir endlich weiter. Das einzige Problem, was ich gerade habe, ist, dass ich noch nicht einen Pillager Outpost suchen darf, weil ich ja am Ende noch den ganzen Raid vorbereiten muss. Und ich werde ja im Raid keine Rüstung tragen dürfen, das heißt, ich werde andere den Job für mich machen lassen. Und in diesem Fall werde ich einfach ein paar Iron Villager reinspawn, die dann die ganzen Pillager für mich platt machen werden. Ich brauche natürlich die Carved Pumpkins und muss sie nur noch platzieren, aber naja, das weiß man ja eigentlich. Und drei sind hoffentlich genug. Und jetzt brauche ich nur noch einen sicheren Spot, auf dem ich die ganze Zeit zuschauen kann. Und als letztes werde ich noch Boote platzieren, damit Vex die hochfliegen, in denen gefangen werden. Und jetzt muss ich nur noch einen Pillager Outpost suchen. Und, äh, ja, ich, äh, ich, ich, ich mache das jetzt. Und naja, wenn man nach einem Outpost sucht, dann, dann, dann findet man halt einen und genau das habe ich gemacht. Und jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich drei Pillager Captains tilte. Warte mal, es gibt Allays oder wie auch immer die da heißen. Ich habe ganz vergessen, dass die in Minecraft eingeführt wurden. Ich weiß ja noch nicht mal, wie die funktionieren, aber die sehen einfach aus wie fliegende Lapislazuli-Blöcke. Drei Pillager Captains später. Ich habe gerade eben einfach Bad Omen 3 bekommen und jetzt habe ich nur noch zwei Probleme. Erstens, irgendeine verkackte Maschine, die draußen einfach viel zu viel Lärm macht, weshalb ich jetzt nicht mehr aufnehmen kann. Richtig cool. Ja, ich weiß auch nicht, wieso man die Maschine nicht hört, aber sie war ziemlich laut, also, naja, egal. Und zweitens, ich muss irgendwie nach Hause kommen und an den ganzen Villages, an denen ich vorbeigeflogen bin, äh, naja, nochmal vorbeifliegen, ohne einen Raid zu triggern. Okay, Action, sind es drei Probleme, weil ich einfach ein Dorf direkt neben dem Endportal habe und ich absolut keine Ahnung habe, ob ich überhaupt zum Endportal kommen kann, ohne einen Raid zu triggern. Und außerdem habe ich aber noch meine Hose an mit Curse of Binding, das heißt, ich muss gucken, dass sie kaputt geht. Aber ich würde sagen, ab jetzt gibt es ein Voice-Over. Ich habe also meine Hose von einem Zombie-Villager kaputt machen lassen, einen Regenbogen gesehen, Holzkohle hergestellt, dann Holz gefarmt, Campfire gecraftet, Holz gefarmt, Campfire gecraftet und das Ganze so lange wiederholt, bis ich keine Holzkohle mehr hatte. Nachdem ich also meine Rüstung ausgezogen hatte, ging ich ins End, wo der Raid direkt startete und ich baute einen Pillager ein, damit ich eine Art Raidfarm bauen konnte. Und nachdem ich die Campfire platziert hatte, konnte ich die nächste Wave starten. Während die Pillager also aus eigener Dummheit verbrannten, schaute ich in Sicherheit von oben zu, aber bei den nächsten Waves kamen Hexen dazu, die immun gegen Fire Damage waren, also musste ich sie mit einem Schwert töten. Und dann fingen endlich die Waves mit den Evokern an, aber die starben einfach im Feuer und ich musste nur noch ihre Totums einsammeln. Und das nächste Problem war aber, dass irgendwelche Pillager verschwunden waren und ich deshalb wie ein Affe rumlaufen und mit einer Glocke läuten müsste. Aber letztendlich fand ich die Pillager und nachdem ich den Evoker getötet hatte, war der Rest kein Problem mehr. Denn stattdessen passierte dann das hier. Ich habe gerade eben den Raid geschafft und insgesamt sogar 5 Totems bekommen und dann ist mir leider aufgefallen, dass ich das Ganze lustigerweise nicht aufgenommen habe, weil einfach auf meinem Stream Deck der Knopf, um die Aufnahme abzubrechen, genau neben dem Knopf ist, mit dem ich meine Songs skippe. Ist auf jeden Fall richtig unlucky und klingt auch noch ziemlich sass, aber damit habe ich die 5. und die 6. Challenge geschafft und wer weiß, vielleicht mache ich beide Challenges einfach nochmal. Ich meine, so schwer war ich es ja wirklich nicht. Ich musste einfach nur über dieser Grube dort oben rumgammeln. Wechsel sind einfach absolut keine gespawnt. Also war das einfach, als ich gedacht habe und deshalb können wir weitermachen mit der 7. Challenge von Kenji. Und Kenji will von mir, dass ich einen Ghast aus dem Nether in die Overworld hole und da ist es natürlich ganz passend, dass ich ein bisschen Obsidian im End gesammelt habe, weil ich die ganzen Kisten immer abgebaut habe. 63 Obsidian werden auch vollkommen ausreichen, weil Ghasts nur 4x4 Blöcke groß sind. Also muss ich mir nur noch ein Portal bauen, um actually in den Nether zu kommen. Also anzünden und da vorne haben wir auch schon einen Ghast. Das heißt, ich muss nur noch das Portal bauen. Das ist nicht ganz so gut. Das heißt, der Ghast wird mich jetzt die ganze Zeit dabei stören, während ich das Portal aufbaue. Und jetzt brauche ich eine ganz kurze Denkpause, um drauf zu kommen, wo ich meinen Flintenstil gelassen habe. Da ist es. Jetzt habe ich das Ganze angezündet und damit muss ich das Ghast nur noch rüber zum Portal holen. Und es ist fast geschafft. Nein, was, hä? Tja, es hat sich herausgestellt, dass der Ghast etwas länger in dem Nether Portal bleiben muss. Und deshalb gab es unzählige Versuche, wo ich so nah dran war, den Ghast in die Overworld rüber zu holen. Aber das Nether Portal ist unzählige Male kaputt gegangen. Ich habe den Feuerball statt den Ghast getroffen. Er ist einfach weggeflogen, weshalb ich hinterher fliegen musste. Meine Angel ist kaputt gegangen oder meine Angel ist durch den Ghast geflogen. Ich erspare euch das jetzt einfach mal und zeige euch die zwei besten Versuche. Oh mein Gott, ich bin so close. Ich bin so close. Ich bin so close. Nein, 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 bitte, bitte, bitte. Er ist im Portal. Hä? Nein, er war nicht lang genug drin. Alles klar, der Ghast ist schon fast da. Er ist in den Nether gegangen. Oh mein Gott, wenn das geklappt hat. Hat er es geschafft? Ja, ja, oh mein Gott, der Ghast war in der Overworld. Alter, das hier waren die anstrengendste, keine Ahnung was, Alter, das war die anstrengendste Ewigkeit in meinem ganzen Leben. Das hier ist und wird auch die schlimmste Challenge von allen sein. Und ich hasse sie. Aber damit habe ich die siebte Challenge endlich geschafft und kann weitermachen mit der achten Challenge. Das Besondere von der achten Challenge ist, dass ich sie zu einem gewissen Teil schon gemacht habe. Denn Pumi will von mir, dass ich den Ender Dragon, den Wither, den Warden und den Elder Guardian besiege. Aber jeweils mit einer besonderen Bedingung. Denn ich darf nur einmal Leder, nur einmal Gold, nur einmal Eisen und nur einmal Dier Rüstung benutzen. Den Ender Drachen habe ich schon in Eisen Rüstung besiegt. Das heißt, jetzt muss ich mich entscheiden, welchen Boss ich mit welcher Rüstung besiegen werde. Für den Elder Guardian werde ich Gold Rüstung benutzen, weil sie zusammen mit der Leder Rüstung, die schlechteste Rüstung, es gleichzeitig aber weniger Durability hat als die Leder Rüstung. Der Elder Guardian wird mir viel weniger Damage machen als der Wither und für den Wither werde ich die Leder Rüstung benutzen. Für den Warden werde ich mir die Dier Rüstung aufheben, weil ich keine Ahnung habe, was er macht und er anscheinend auch sehr stark sein soll. Ich werde mit dem leichtesten Boss, also mit dem Elder Guardian anfangen. Das heißt, ich muss mir eine Leder Rüstung zusammenkratzen und dann ein Ocean Monument finden. Ja, auf meiner Reise und auf der Suche nach Trident habe ich auch schon einige Ocean Monuments gefunden. Das heißt, das wird kein Problem sein. Und eine Leder Rüstung habe ich mir auch schon vorbereitet. Aber bevor ich losgehe, werde ich die Leder Rüstung noch entschauen. Aber jetzt kann ich endlich zu einem Ocean Monument fliegen. Da vorne ist auch ein Ocean Tempel, also muss ich jetzt nur noch die Rüstung umziehen und hoffen, dass alles gut geht. Und hier gibt es gleich zwei Schwammräume direkt nebeneinander, obwohl ich in mehreren Ocean Monuments davor keinen einzigen Schwammraum gefunden habe, als ich sie gebraucht habe. Finde ich auf jeden Fall ganz lustig. Jetzt ist der Elder Guardian eingebaut und er kann sich einfach nicht mal mehr bewegen, geschweige davon, mich anzugreifen. Und damit habe ich den Elder Guardian mit einer Leder Rüstung besiegt. Und das hier ist die Gold Rüstung, die ich benutzen werde. Und auf dem Weg in die Base habe ich immer noch nach Drowns mit einem Trident gesucht. Oh mein Gott, damit habe ich einfach endlich einen Trident bekommen. Damit kann ich endlich doch die Challenge von A4 einfach fertig machen. Also muss ich gerade mal nachschauen, welche Fische es überhaupt gibt. Es gibt insgesamt vier verschiedene Typen an Fischen und zwar Kot, Selmon, Pufferfisch und Tropikerfisch. Ich habe keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen, sorry. Und tropische Fische gibt es hier auf jeden Fall genug. Damit habe ich also schon einen tropischen Fisch. Der guckt, Kot zählt nicht, weil ich ihn vom Elder Guardian bekommen habe. Hier haben wir Kot. Also haben wir damit schon zwei von vier Typen. Und hier haben wir Selmon. Also fehlt jetzt nur noch der Pufferfisch. Und da ist einfach ein Pufferfisch, den ich jetzt bekommen habe. Damit habe ich alle vier Fische. Aber jetzt muss ich nur noch das Nether Fortress finden. Und die Wither Skulls Farm. Damit fehlt mir nur noch ein Wither Skull. Ja, und dann muss ich den Wither mit Gold Rüstung töten. Weil ich vergessen habe, dass ich den Elder Guardian nicht mit der Leder, sondern eigentlich der Gold Rüstung töten wollte. Aber naja, das Einzige, was ja passieren kann, ist, dass ich sterbe oder so. Und das war der dritte Wither Skull. Aber jetzt werde ich erstmal wieder nach Hause fliegen. Auf zwei Rüstungsteilen habe ich Unbreaking. Und ich glaube, das wäre ganz gut, weil der Wither ja ziemlich viel Damage macht. Hier habe ich Blast Protection 4, was sehr gut gegen den Wither speziell ist. Und hier habe ich Fire Protection, das heißt, den Helm werde ich neu enchanten. Und Protection 3 ist auf jeden Fall sehr super. Also fehlt nur noch der perfekte Spot. Und diese Random Stelle ist perfekt. Jetzt werde ich nur noch einen langen Gang graben, den ich entlanglaufen kann, während der Wither nicht entlanglaufen kann. Und sobald ich mich umgezogen hatte, konnte der Fight beginnen. Ich werde mir natürlich direkt einen Gold Apfel reinpfeifen und ihn auch direkt mit dem Schwert bekämpfen, weil ich Smite 5 drauf habe und auf dem Bogen der Power 2. Ich habe außerdem das Problem, dass das Ganze über einer großen Höhle ist und der Wither nach oben fliegt. Und damit wäre ich einfach gerade eben fast gestorben. Also habe ich damit nur noch vier Totems. Und ich bin schon wieder fast gestorben. Aber mittlerweile ist der Wither in Melee Mode, weshalb ich ihn einfach mit dem Schwert angreifen kann. Und der ist fast tot. Und damit habe ich den Wither nur in Goldrüstung besiegt. Also kann ich zum Glück wieder meine bessere Rüstung anziehen. Damit fehlt nur noch der Warden, den ich mit einer Deerrüstung besiegen muss. Aber das einzige Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wie ich ihn finde. Das heißt, wenigstens das muss ich einfach mal nachschauen. Laut diesem Video muss man runter für minus 54 und sich dann so lange in eine Richtung graben, bis man das Biom Deep Dark sieht. Also denke ich mal, dass ich genau das machen werde. Leider bin ich in dieser Höhle gelandet. Wer hätte das gedacht? Vielleicht finde ich ja auch so schon das Deep Dark. Oh mein Gott, das ist es aber. Okay, bevor ich jetzt auch nur irgendetwas mache, muss ich erstmal wieder mein Inventar checken. Ich werde nicht das Smite-Schwert benutzen, weil ich keine Ahnung habe, ob es überhaupt funktioniert. Und dann habe ich noch drei Totems, was zu essen, Goldäpfel und... Außerdem gibt es hier irgendwelche Dinger, die manchmal leuchten und manchmal nicht leuchten. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendein Achievement bekommen. Sneak near Skull Sensor or Warden to prevent it from detecting you. Okay, das heißt, das sind Sensoren und die detekten mich. Das heißt, der Warden läuft dann zu mir oder sowas. Ich weiß aber immer noch nicht, wo ich den Warden finde. Was ist das? Ich bin einfach verwirrt, aber sobald ich wieder blind werde, bleibe ich einfach mal hier. Kann man das abbauen? Äh, das ist neu. Das hier ist jetzt der Warden. Ist der auf dem Weg zu mir? Nein. Aber bevor ich einfach auf ihn draufrenne und ihn schlage, werde ich ihn jetzt erstmal abschießen. Ich bin auch wieder blind geworden und jetzt rennt er mir weiterhin hinterher. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Äh, was ist gerade eben passiert? Ich muss unbedingt ganz schnell weg hier. Und mich einfach einbauen. Nein, 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 nein. Ich bin schon wieder fast tot. Ich bin wieder fast tot. Ich bin tot. Wow, ich bin beeindruckt. Du hast hier das Video einfach bis zum Ändern geschaut, weshalb du jetzt die Medaille für ein sehr, sehr krasses Durchhaltevermögen bekommst. Und wenn du immer noch nicht genug von meinen Videos hast, dann schau dir doch einfach mal meine Minecraft-Challenges an. Ich bin wieder aus dem Ändern geschaut. Ich bin wieder auf dem Ändern geschaut. Vielen Dank.